Gestalten Sie heute das Leben von morgen. Lassen Sie sich von einer nachhaltigen und zukunftsgerichteten Entwicklung von Stadt, Raum und Wirtschaft inspirieren. Wir wünschen Ihnen spannende Begegnungen, mit denen Sie die Lebensqualität sowie ein verantwortungsvolles Handeln in unseren Städten, Gemeinden und Unternehmen erhöhen können. Herzlich Willkommen zu den Sustainability Days. Guten Morgen, guten Morgen, Grüezi miteinander. Herzlich Willkommen, liebe Damen und Herren, zu den Sustainability Days. Heute und morgen treffen sich hier Fachverantwortliche aus verschiedenen Branchen und sprechen über wichtige nachhaltigen Themen zu Stadt, Raum, Wirtschaft und Umwelt. Und natürlich haben wir auch dieses Mal wieder hochkarätige Speakerinnen und Speaker dabei. Ermöglicht hat das Ihr Gastgeber mit seinem Team. Herzlich Willkommen der Brand Director der MCH Messe Schweiz, Julien Rousseau. Sehr geehrter Herr Regierungsrat, sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zu den diesjährigen Sustainability Days. Ich wünsche Ihnen allen spannende Vorträge, interessante Diskussionen zu aktuellen Themen der Nachhaltigkeit für die Stadt und für die Wirtschaft. Ich danke Ihnen für die Wissenschaft. Ich danke Ihnen für die Teilnahme und ich wünsche allen viel Spass und viel Vergnügen diese zwei Tage. Dankeschön. Vielen Dank, Julien. Ja, unsere zwei Tage sind jeweils in Sessions mit Obertiteln aufgebaut. Im ersten Stundenblock geht es um die Einblicke von Experten in nachhaltige Finanzen, Transformationen und deren Bewertung in Städten. Bevor wir aber dann loslegen mit dem Hauptthema, freuen wir uns jetzt auf die Begrüßungsansprache vom Regierungsrat Basel-Stadt, Vorsteher vom Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt. Herzlich Willkommen. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Kaspar Sutter. Sehr geehrte Damen und Herren, seien Sie herzlich willkommen im Namen des Regierungsrates hier an den Sustainability Days. Ich freue mich sehr, dass diese Sustainability Days hier bei uns in Basel stattfinden. Ich bin der Meinung, dass hier der richtige Ort ist für solche Tage, für solche Begegnungen und Kongresse. Basel ist Messe- und Kongressstadt, das schon seit über 550 Jahren. Seit dann haben wir das Messeprivileg, der Ursprung von unserer Messe- und Kongressstadt. Das ist eine lange Geschichte, die haben wir weiterentwickelt und heute ist es vor allem auch unsere Infrastruktur und die MCH, die Firma, an der der Kanton beteiligt ist, die hier aktiv sind. Ein guter Kongress- und Messestandort Basel und auch ein guter Standort für Sustainability. Sustainability, die Nachhaltigkeit ist schon lang ein sehr wichtiges Thema bei uns im Kanton. Ich selber stehe dem Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt vor. Sie sehen die drei Pfeiler der Nachhaltigkeit vereint. Die sozialen Aspekte zu schauen, dass es allen Menschen gut geht und sie hier leben können. Die Wirtschaft, dass sie einen guten Standort hier finden, dass die Arbeitsplätze hier erhalten bleiben. Und dann die Umwelt- und die Energiepolitik und die für die Nachhaltigkeit im Bereich Umwelt steht. Deshalb freut es mich sehr, dass Sie da sind. Basel-Stadt verfolgt eine sehr ambitionierte Klimapolitik. Die ambitionierteste in der Schweiz als Kanton. Parlament und Volk haben zum Netto-Null-Ziel 2037 deutlich Ja gesagt. 2037, das ist bald. Das ist das Ziel, wo wir eben als Basel-Stadt mit der Emissionen auf Netto-Null kommen wollen. Da gibt es viele Initiativen, wo wir bereits unterwegs sind, wo wir auch ganz klar wissen, was der Weg ist. Am einfachsten ist es dort, wo die Technologie so weit ist, dass es die Bedürfnisse ohne fossile Energie befriedigt werden kann. Das ist zum Beispiel der Bereich Wärme. Bereich Wärme wissen wir, wie wir den Menschen Wärme in den Häusern und Liegenschaften geben können, ohne dass wir dazu Erdgas oder Öl verbrennen müssen. Deshalb gilt bei uns seit 2017 das Energiegesetz, das sagt, jede neue Heizung oder auch der Ersatz einer Heizung, der muss erneuerbar geschehen. Seit 2017 ist das implementiert. Jetzt, Sie kennen die Zyklen von Erneuerung von Heizung, das geht dann schon noch ein paar Jahre. Aber wir unterstützen das auch. Wir haben heute schon das größte Fernwärmenetz der Schweiz. Wir bauen das um weitere 60 Kilometer aus, damit wirklich ein Großteil der Stadt Zugang hat zur Fernwärme. Gleichzeitig schauen wir, dass die Produktion der Fernwärme, die noch nicht ganz erneuerbar ist, dass sie das wird bis 2035. Das zum Beispiel mit Holzschnitzelheizung oder auch mit Abwärme, die wir aus der Abwasserreinigung dann gewinnen wollen. Oder auch mit Abwärme aus dem Rhein, ein weiteres Projekt, das in der Pipeline ist. Also die Fernwärme unterstützt die Menschen auf ihrem Weg zu einer dekorbonisierten Wärmeversorgung. Wir steigen auch aus dem Erdgas aus. Das ist im Gesetz verbrieft. 2037 ist in der ganzen Stadt dann kein Erdgas mehr da für die zu heizen der Häuser. Das gibt einen klaren Pfad, ist anspruchsvoll, sowohl für die IBB, für uns als Kanton, wie auch für die einzelnen Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer. Aber wir unterstützen sie tatkräftig auch mit finanzieller und personeller Unterstützung. Also im Wärmebereich, das ist der Bereich, wo wir eigentlich als Gesellschaft wissen, wie wir dekarbonisieren. Ein weiterer Bereich ist der Strombereich. Der Strom ist bei uns 100% erneuerbar. Schon seit Jahren, die IBB hat seit dem Widerstand der Region gegen das Atomkraftwerk Kaiser-Augst, dann klar, der Beschluss war da, energieeffizienter zu werden und die Energie erneuerbar zu produzieren. Aber auch wer auf dem privaten Strommarkt einkauft, muss in Basel-Stadt erneuerbaren Strom kaufen. Von dem her, egal wo sie ihren Strom ziehen in Basel-Stadt, der ist erneuerbar. Der dritte Bereich ist der Verkehr, wo wir eigentlich auch schon wissen, zumindest bei dem Transport von Menschen, wie wir das erneuerbar hinbekommen. Da ist noch ein weiterer Weg zu gehen, aber ein sehr wichtiger Entscheid, den wir gefällt haben Anfang dieses Jahres, ist das Förderprogramm für Ladestationen von Elektromobilität. Dass die Mobilität, die individualisiert bleibt, dass die möglichst rasch umgestellt wird von Verbrennungsmotoren auf erneuerbare Energie. Das sind die Bereiche, wo eigentlich, wo wir die Technologien haben und auch als Region mit starkem Wohlstand uns auch auf diesem Weg klar begeben können und auf diesem Wege sind. Andere Bereiche, die sind wir noch mit größeren Herausforderungen konfrontiert. Die Prozessenergie, das ist sicher ein wichtiger Bereich, dort wo wir eine hohe Wärmedichte benötigen, da brauchen wir erneuerbare Treibstoffe, da brauchen wir Energieeffizienz. Da ist es noch, sage ich mal, anspruchsvoller, dieser Weg. Oder auch im Bereich Abfall. Der Abfall, der ist nach wie vor da, den kann man reduzieren, man kann recyceln, man in Kreisläufen gehen, damit es weniger braucht. Aber Abfall wird auch im 2037 noch da sein und der wird sich auch dann noch verbrannt und wird CO2 emittieren. Und da, das ist ein anspruchsvoller Teil, diesen Bereich auf dem Weg zu Netto Null. Uns ist klar, wir schaffen das nur gemeinsam mit den Menschen, gemeinsam auch mit der Wirtschaft. Deshalb gibt es verschiedene Initiativen, wo wir gemeinsam mit der Firmen und den Verbänden schauen, wie wir die Firmen unterstützen können auf diesem Weg zu Netto Null. Wir haben auch in unserem Innovationsprogramm, das wir schon lange haben als Kanton, vor allem im Bereich der, bis an ihn waren wir vor allem im Bereich Life Sciences aktiv. Das wurde und wird jetzt erweitert um die Bereiche nachhaltige Innovation und digitale Innovation. Und bei der nachhaltigen Innovation, da steht die Kreislaufwirtschaft im Vordergrund, wo wir eine Initiative lancieren werden für Circular Basel, um die verschiedenen Akteurinnen und Akteure im Bereich Kreislaufwirtschaft zusammenzubringen. Und auch bei Basel 2037, dort geht es dann sehr konkret darum, vor allem die KMUs zu unterstützen auf dem Weg zu Netto Null. Ja, es braucht Veränderungen, es gibt Herausforderungen und wir wollen diesen Weg gemeinsam gehen. Deshalb freut es mich sehr, dass Sie da sind, diese zwei Tage. Es freut mich, dass die MCH, die Messe, diesen Anlass organisiert. Es freut mich, dass sehr viel Unterstützung auch da ist für diese beiden Tage. Ich wünsche Ihnen in diesen zwei Tagen gute Gespräche, gute Inputs, gute Begegnungen, weil diesen Weg zur Nachhaltigkeit, den schaffen wir nur gemeinsam mit verschiedenen Expertisen, mit verschiedenen Erfahrungen. Und diese zwei Tage leisten dazu einen wichtigen Beitrag auch, diese Zusammenarbeit und diesen Austausch zu stärken und zu fördern. Deshalb herzlich willkommen im Namen des Regierungsrates. Und falls Sie noch Zeit haben, genießen Sie auch Basel. Wir haben ein tolles Museum, wir haben eine Marvel-Ausstellung gleich hier um die Eck. Fürs Reinschwimmen ist es noch ein bisschen kalt, aber vielleicht haben Sie ja noch Zeit, auch noch Basel zu entdecken. Tun Sie das, wenn Sie es haben und gute zwei Tage. Herzlichen Dank. Vielen Dank, vielen Dank, Kaspar Suter, Regierungsrat Basel-Stadt und danke für diesen kurzen Einblick. Ja, Sie haben es gehört, Basel-Stadt macht schon sehr viel zum Thema Nachhaltigkeit und auch, ja, Basel ist der Naval of the World, zumindest für die nächsten zwei Tage. Es ist der Place to be. Ja, wir kommen nun aber zu unserem ersten Referenten. Er kann auf eine bemerkenswerte Karriere unter anderem in den Bereichen Naturschutz und Nachhaltigkeit zurückblicken. Diese Themen liegen ihm sehr am Herzen. So sieht er unter anderem Präsident der Fondation, Dürr Duvala, sitzt im Vorstand von Capitals Coalition, B-Team, Peace Parks und der Givon d'Infondation. Wir freuen uns auf seinen persönlichen Eindruck und Einblick zum Thema Nachhaltigkeit. Hier ist der Vice President of the Board, der Roche Holding. Herzlich willkommen, André Hoffmann. Vielen Dank und schön. Es ist mir eine große Ehre hier möglicherweise über ein paar Sachen reden, die wir vielleicht nicht oft genügend am Pult tun. I'm going to make most of these remarks in English. I hope you don't mind about this, just because I know there are a couple of French speakers in the room and usually they don't really like talking German for some strange reason. As you can hear from my accent, I was actually born in Basel, but I grew up in France. And so when I speak German and I speak English, people notice that rather quickly. But let me just try to say a couple of works of introduction. Why should you listen to me? Why, if we talk about Nachhaltigkeit, if we talk about sustainability, if we talk about the footprint of humanity on the planet, why should I be a person that can express views on this in particular? I'd like to say that I have a sort of split personality. I was born in Basel and grew up in the Camargue in the south of France, which some of you might know. It's a marsh. It's a mosquito bed. It's a place where very little happens apart from nature, on one side. And there, my father was a zoologist. He was in particular interested in bird migration. He started a foundation, which I chair, and which was referred to as Foundation Tour du Valais. We tried to focus on how wetlands function. My father started protecting birds, and from birds we went to ecosystem, and from ecosystem specifically to wetlands, which are important in the Mediterranean. And we are now a fully-bred NGO, which is trying to help to restore and maintain wetlands in the Mediterranean to deal with the water problem. So, a very clear nature-based solution, and we will come back to that later. At the same time, of course, I'm also the grandson of Fritz Holtmann-Laroche. And so, at home, there was very much this conversation about nature and science, and on the other side, there was this conversation about business and science. And the fact that we were able to create bridges over the year was, I think, an important one. And I see myself as a person who can talk about both sides of the equation. You know, we know that it's going to be difficult in the long term to do something about nature if we don't use good science, and we also know that business cannot exist in isolation. So, now that I've given this sort of introduction, let me start by pressing the red alarm button. Nature is in trouble. The planet is disappearing fast. Now, under our collective watch over the last 60 years, we have lost 60%, 65%, in fact, of vertebrate species on the planet, according to WWF. Now, that is an extraordinary statement. 60% of the animal, of species that were available, that were alive 60 years ago, have disappeared. They will not come back. They've disappeared. We have other good signs of nature suffering. I mean, the climate is on everybody's lips. And I think the condemnation of the Swiss state yesterday by the European Court of Justice is a good way of looking at how difficult it is to align action and reality. We can look at pollution, plastic pollution. We can look at all sorts of ways of measuring the impact that we as humanity have had on the planet. Now, at the same time, humanity is doing well. You know, we are in prosperity. Again, over the last 60-year period, we've gone from 3 billion people on the planet to 8 billion. And these 8 billion people live longer, are better nourished, are better educated, are healthier than they've ever been before. So, to go from 3 to 8 is an incredible achievement, and I think we should all be proud of that. And why was that possible? Because of business, because of creating value, because of creating, because of the whole value production mechanism, which I think is important to put in context. But there are signs that it's not going to work for very long. You know, we were just talking about pollution. Obviously, we are destroying the planet. We are talking about natural resources. We're talking about planetary boundaries. How can we make sure that economic activity continues within the framework of the planet? But at the same time, we also must look at the social and the human capital. I mean, you know, there is uncertainty among us. More and more people are asking questions, is the system right? There are questions coming against business. There is a polarization more and more. On one side, you have inequalities growing, and at the same time, you have needs growing. And we don't seem to be able to manage the two. So, the social capital is suffering. The natural capital is suffering. And, of course, the human capital is suffering. The rate of unhappiness among our fellow citizens is quite high. And I think that's something, again, we can come back to afterwards. So, why did business destroy the planet? Because to a certain extent, it has, and we need to accept that. You know, we need to be honest when we look at the mirror. And one of the reasons, I think, is because we have been focusing on the wrong metrics. When we started creating organizations which allow us to pull resources, we were doing that in a very different light. You know, if you talk about the Dutch merchant of Amsterdam, or if you talk about the merchant of Venice, all this, the origin of the word, a company, company, eating bread together. You know, we are going to do something together for the good of the people we are trying to serve. So, the purpose of this association were, at the time, I think, quite clear. And then, since the beginning of the last century, industrialization, and then, in the 70s, the Chicago School of Economics, Milton Friedman, pre-Nobel 1976, the business of business is business. So, business has to focus on creating value, creating money, and that money is then given back to society through taxes, through salaries, through all sorts of other mechanisms, livelihood support. And then, society solves the externalities that have been created by companies. So, I make money at all costs, and then, society cures the cost, which is absurd. It's not how you spend the money that matters. It's how you make it. And so, we need to make sure that, rather than solving issues at the end, we sort of build in, at the origin, why we should be thinking about the long term. And I think your speech was excellent early on at showing that, as societies, as corporations, as a zusammenarbeit, as public-private partnership, we can actually move the needle. And I think that's an important consideration when we look at this. So, what can you do to fix the model? Well, for me, the first and important consideration is that we need to change this absolute obsession with short-term profit maximization. Short-term profit maximization is managing a complex system with a very simple linear model, money. We need to make money, and all the rest is on the side. So, the risk of the future is put aside. The consequences we're having on the social, human, and natural capital is put aside. We just focus onto this accounting system. Well, we need to change that. And one of the easy ways to change it is to better understand the interdependency between the three big capitals we've already talked about twice. The natural capital, planetary boundaries, how much is there left? The social capital, you know, the social capital being us together. How can we together produce more and produce better and produce in a more sustainable way? And thirdly, we need to look at individual happiness, the human capital, the talent that's needed. And the three together, if we understand the interdependencies and if we can capture it in a way that will allow us to write these profit and loss accounts which will integrate all these dimensions, that should help us to create a long-term value and to go towards this sustainable prosperity. Because I think it's important to say, you know, if we don't achieve sustainable prosperity, the human journey on the planet is going to end at some stage. I mean, I find it always amazing that I have to say that. But the future is sustainable or there is no future. I let a bit of time go there because I think that's an important statement. If we don't all together, collectively, with each one of our toolbox, work towards a sustainable prosperity, we are not going to survive the next 20 or 30 generations. And when I say 20 or 30, I am trying to take precautions. At the moment, it looks much shorter than that. So, this issue sort of stimulated me to the point where I wrote a book. And I know we're not allowed to do that when we speak in public, but it's available on Amazon. It's called The New Nature of Business. If you're interested in reading something, I've just given the manuscript back. It will be published in August. In The New Nature of Business, I propose three types of solutions. The first thing that we need to do is to change the accounting system, as we said. We need to agree, all of us, collectively, on norms of impact in a way of being able to report on impact. That's the whole universe of business as a force for good. How can business help us to solve the problems of the planet? The second thing we need to do is to integrate nature into what we're doing. Not saying, you know, nature is here and we are there. It's just recognizing the fact that nothing happens without nature. We're just one species like the others, and we need to make sure that we use natural systems in an intelligent way, because otherwise we're going to lose them. I'm not going to name names, but some years ago, when I joined the board of a big company here in Basel, you know, when I started talking about nature, I was told, but don't worry, you know, nature is in the Serengeti, nature is in the Camargo, nature is in the Amazon. Not here, you know. We're in the boardroom. We need to make sure that we continue to create value. Our job is to make money. And I'm glad to say that this thinking has changed a lot. Today, people really realize that without nature, you won't be able to continue something in the long term. So this is this whole universe of circular economy. How can we put together nature in a way that is long-term thinking? And for that, I'm afraid, we have to come back to the accounting system. We have to put a value on nature. If you want to put nature onto the balance sheet, if you want to put nature as an asset that we can make to work for the good of humanity, we're going to have to agree on how much it's worth. At some moment, it's for free. You know, we use nature because it's for free, and we lose it because it doesn't have a price. And if you can put the price on nature, you bring it into a profit and loss equation, which I think makes much more sense for all of us. I mean, the example that never ceases to amaze me is the example of oil. You know, you have to go and drill it. You have to go and find it. It's lost, expense, etc. But when you find it and when you extract it, it's for free. Nature has worked for 5 million years to produce this oil, and it doesn't charge us. I mean, admittedly, it's difficult. To whom do you send the invoice? But who is on the other side? But if you don't organize a system which will allow us to transact natural good, and that's not just minerals and oils, but if you want to transact natural good, you're going to have to look at this in a different way. So that's the second thing. But the third thing we really need to think about, and I think we need to think about quite strongly, is how we're going, we, humanity, to find the people who are going to help us to lead this change. How can we empower people to actually question the status quo? How can we empower people to actually ask the question, can it be done differently? Can we really not create value for all rather than just focusing on to executing what our bosses are asking? I mean, as an employer at Roche, I'm going to say that I'm not interested in recruiting somebody who just wants the salary or the retirement benefit. What we want are people who are going to come and help us together to execute the purpose of the company. And the purpose of the company, as you all know, is doing today what the patient needs next. And I think this idea of focusing on purpose would also be an important plank of what business should be doing, of how business can continue to create the value we need. So, to sum up, if we, well, maybe I'll give another example on this. Leadership has a lot to do with empowerment. You need to be able to have the courage and the vision to be able to move forward and to do things that are completely creative. And the status quo does not really allow for this. The example that I wanted to quote is the example of the United Nations. The United Nations came forward with this exciting goal called the Sustainability Development Goals where the agenda 2030, but by 2030 a certain number of things will be achieved which will allow the system to be sustainable. In that universe, they create conventions. One of the conventions is the International Carbon Convention, the ICCC, which is going to meet once a year to discuss progress made into decarbonizing the process. And it starts with Secretary-General Ban Ki-moon. He invites a couple of people and he invites CEOs, which I think is important. The first year, the CEO comes, the second year, the COO comes, the third year, eventually, the lobbyist comes. And what's the result? 25 years later, the decarbonization of the world industry is in the hand of the petro-states. Is that not a question mark? Should we not sort of try to actually say to people, you know, that's not going to work? Somebody who emits carbon cannot be expected to commit harakiri on the stage for us. You know, we need to give ourselves the tool needed for doing something about that. Now, finally, I cannot close this without referring to what you were saying about cities trying to do for themselves what they can do. I initiated an initiative, which I really strongly advise you to have a look at. It's called Energia. It's a company which, to date, is specializing into treating with small gemeente, small communes in Switzerland, where we bring a key in hand solution for small, voluntary, militant type of government that we have in Switzerland to come forward with a way of creating energy independence. And we called it Energia. It's a collaboration between a bank, between climate specialists, and between entrepreneurs. And we can provide small gemeente who have not access to the capital market in a way which will allow them to create a sustainable solution. It's at the moment mostly concentrated into French-speaking Switzerland, because most of the founders are French-speakers. But we are actively looking for clients in Gemeinden outside of the French-speaking area. So if you know anybody, please, Energia.com, we would be delighted to hear about that. Voilà. So I see in the clock in front of me that I don't have much more time. I just wanted to thank you all to listen to me. And there's so much more to say on that sector. So I'm on LinkedIn. If you want to continue the dialogue, don't hesitate. Thank you very much. Thank you very much, Andre Hoffmann. It was a pleasure to have you here. We will now hear the next experts on climate and sustainability. Please welcome the partner and associate director at Boston Consulting Group, Jens Dinkel, and the managing director of Switzerland at Quantis, Simone Pedrazzini. Good morning and thank you for the invitation. As Mr. Hoffmann said, he needed to press the emergency button. And I think it is really time and stakeholders have recognized that this emergency button has been pressed. Quick note, we do have the slides available for download for later. We've got a QR code. So we've got also as classic consultants of some slides to support our points here. So firstly, what we are seeing is that fortunately, given that there is really a planetary emergency and also a social emergency, stakeholders have started to act. Are they acting fast enough? Not sure, right? But firstly, governments are acting. Really, I'm very impressed, Mr. Sutter, by the Basel 2037 target. That's one of the actions governments can take, really set the framework conditions and the directions. Secondly, governments also work with what I would call carrots and sticks, right? Carrots, you support on electric charging infrastructure. The U.S., for example, has the Inflation Reduction Act to push, basically, companies and citizens in the right direction, in a more sustainable direction. Similarly, the stick comes in with taxation on fuel, taxation on emissions. And also one thing we're seeing, which has been very powerful as admittedly a forcing device for companies to also go into the direction of the multi-capital account that Mr. Hoffman talked about, is that the reporting standards are more and more geared in the way that you have to systematically report around all your environment, social and governance dimensions. Secondly, customers are moving. We're seeing both in the consumer side, a higher willingness to actually move to more sustainable solutions. And also, in the basically business-to-business space, companies want to decarbonize. So, for example, you're seeing a surge in requests for green steel, steel produced from green hydrogen, rather than basically from coke and coal. Thirdly, investors are moving. Investors have understood that more sustainable companies, more sustainable businesses, actually bring better returns. So, that's a positive notion. Admittedly, also, governments have pushed and are pushing investors to actually include so-called ESG, environmental, social and government's dimensions, into the decision-making, into their reporting, right? Notably, the EU action plans are sustainable finance. This has been, at least for me, in 2019, 2020, a big impetus. So, if the investor is forced to think about ESG, they will ask all the companies they want to invest in or they want to lend for about their ESG performance. So, also, finally, the CFO, the chief financial officer, wakes up and said, oh, I don't only look at the Swiss franc number, I also look at other dimensions. So, this starts to chart the course more and more. And, finally, one thing both of us are recognizing, and I could imagine it's also the same at a government or at a company like Roche, that talents, yeah, graduates, they are looking for companies more and more who have a more holistic view at wanting to do good, not only wanting to make money. Now, that's also why we, given those trends, we, at Boston Consulting Group, have built a formal, what we call, a functional practice on climate and sustainability, because the topic of sustainability has squarely arrived in the boardrooms, in the supervisory boards. So, it's one of the two strategic topics next to artificial intelligence for us as a decade. We have done 3,000 projects over the last three years, and we are also very happy that we now, with Qantas, have a specialty business unit, which is really focusing around environmental sustainability consulting. Now, lastly, as I already said, the investors have gotten the point, we are seeing more sustainable companies outperform less sustainable companies, just purely on financial metrics, yeah, so the stock market valuation of more sustainable companies, statistically proven, shows that you're better off. Why is that so? We are seeing, as I said, drivers, you're getting the better talent, you can actually charge premiums, yeah, on more sustainable products, you can actually save costs with better agricultural practice, with more energy efficiency, if you design your program smartly, and I heard from Basel here, a very integrated program with multiple dimensions, that you actually can create a program in almost a self-financing way. When I was at Siemens, we were setting up our own carbon neutral program, very much in the self-funding way, that the first energy efficiency measures were creating the cash flow for the next energy efficiency measures. And also, there's a risk aspect to it, yeah? You may have reputational risk, but I think all of you have seen now, instances of climate change, but also other biodiversity crisis, which create risks in your business for the operations of your business. And lastly, and what Simone will talk about, there are really new business opportunities in a more sustainable manner. So, over to Simone. Thank you. Thank you very much, Jens. Hello, everyone. Indeed. Jens asked me to share a couple of trends that we can see from our expert point of view. But just before that, I would like to check and test a sort of survey. We are here in Basel, we are very happy, and we are in these sustainability days. I am wondering who in this room is coming from Switzerland. Who is living in Switzerland, who is based in Switzerland? Please raise your hand. Okay? Who is coming from Ticino? Okay, I'm the only one. So, for instance, it's not yet a trend that sustainability days in Basel is mainly focused on Ticinese people. Okay, now a more serious question for you. Who, in your professional life, has the climate crisis as a key priority? What kind of company has committed to, I hope, science-based targets in terms of reduction of greenhouse gas emissions? Who believes that climate is really a priority? Please raise your hand. Great. Nice to meet you. Now, only the people that have concrete action plan, not on climate journey, but on nature, including water, land use, biodiversity, as a concrete plan, please raise your hand. Okay. It's maybe a trend, and this is typically what we introduced before. We are considering planetary boundaries. Yes, climate change. Yes, greenhouse gas emission is a priority, but we cannot think about that in a silos mode. We cannot address it alone. We need to consider other pressure, and we have five of them, land, water, land use change, the resource, depletion, the climate change, the pollution, and the invasive species are the pressure on our complex ecosystem. So, I will not dig in, in this trend, but I invite all of you to follow the session tomorrow with Jens and my colleague Emmanuel, focus on biodiversity and nature, how the business can address this broader challenge. Now, my third and last question for you is, who has already received or sent email with complex Excel file attached to address the carbon journey of your company? Let's say, to collect information for scope 3, for check the assumption behind the complex model. Who has already experienced this email and Excel file? Okay. Now, who dream to have a simple tool where you just push the button and you have the updated of this footprint? Please raise your hand. Please raise your hand. Okay. So, this is the other trend that I'm sharing today, is the digitalization of what we have done for years manually, sending Excel, sending emails to collect information. We know that we need the scientific approach. We cannot provide this tool anymore as we did for years. We need now the digitalization of that, and typically, it's helpful to address not, let's say, only the corporate level, but really to push the product portfolio transformation. So, here, very quickly, in one minute, we can plot, and this is an exercise, the output of the work that we are doing with our partners and companies. We can identify the environmental performance of all your products, okay? And the idea is to have the highest score, okay? The best profile in terms of climate, but as we said, also for natural perspective. And then we check the relevance and the performance from a business perspective, okay? Where the company is doing the most value in terms of revenue or margin or positioning on the market. So, basically, on this kind of metrics, you hope to have everyone, all the product on top right. The best performance in terms of climate emission, for instance, and the best contributor to your business. So, in that case, you just have to monitor and keep them. But when you have the product that, in the low right side, that generate a lot of value in terms of classic financial view, but contribute a lot on the impact on the environment, because the performance of those products is low, you need to eco-design and to find a way to improve those products. Then you have the best product on the top left in terms of environment, but you are not doing business. You are not doing cash on that. And this is the action is push the sales machine. And you keep the same attribute of those products. The most challenging part is the low left part where you have the low performance in terms of environment profile and low performance in terms of business. In that case, you need to stop those products or really change thinking out of the box and test and innovate. And it's complex. So, this is the way that we can approach these and then you can have a conservative approach or a more aggressive one where you are really saying, okay, these products are not anymore part of our future because they are not aligned with business and not aligned with the planet and the more global sustainability journey that we all need. Thank you very much. Thank you, Simone. We've got two QR codes for you on the left side, the presentation to download on the second side. For the perspective, we created a dedicated website for today. Else, there are several BCGers and Qantas colleagues who can also help with access and looking forward to connect it on LinkedIn. Thank you very much. Thank you very much, Jens Dinkel and Simone Pedrazzini. Have a nice day. Yeah, beim nächsten Referat geht es um die Schnittstelle von Finanzmarkt und Nachhaltigkeit. Wir bekommen neue Perspektiven und Einsichten vom CEO und Gründer der Globalance Bank. Herzlich willkommen, Reto Rinker. Guten Morgen, meine Damen und Herren, ich switche auf Englisch, auch wenn meine Informationen hier auf Deutsch sind. Ich komme von Zürich. Zürich ist Nummer 2 hinter Pasel, aber wir arbeiten sehr hart, um Nummer 1 zu werden. I would like to start my presentation with a short story about those two persons, which you might know. It's King Charles and his nephew, Archie. And the relationship between them really shows how the challenges that we face. So what you see here is an axis. On the horizontal axis you see your day of birth. On the vertical axis you see your carbon budget during your lifetime. So Charles was born in 1948. So his lifetime budget is about 800 tons of carbon. So that goes for food, for transportation, for housing. So he can consume when he was born 800 tons. Now Archie was born in 2019. And his generation can only consume about 83 tons. So this is a very, very substantial change that also Mr Hoffmann referred to. We have to rethink the whole model. So it's not about saving 10% a year and become a bit more efficient. We have really to rethink the whole design of the way how we organize the economy, how we organize our way of living. And basically it's not only the environment. It's also other topics. So what you see here is a couple of developments from the economy, from the environment, from nature. It's about biodiversity. It's about overfishing. It's about car production. It's about the development of the GDP. And all of the curves are really going north and are growing exponentially. And it was also mentioned, this is great news. I mean, we have more access to health, more access to education, more access to water. But at the same time, we really destroy the basis of our nature. And what is interesting on this chart here, this is only a problem since about 100 years. So before that, it was not an issue. It was pretty stable. And since only about three or four generations, this is exploding. And so you see the curves are not stopping. So they are not consolidating. So I think now is the time really to think about that model and change a couple of things here. So if you go back to the issue of energy, which is the main driver in our, let's say, issue on sustainability, in the last 60 years, we managed to reduce the dependency of fossil fuels from about 90% of total energy consumption to about 82 to 81%. So today about 81% of all the energy that we consume comes from coal, oil, or gas. So this is a reduction, but it's not really substantial, especially with respect to this net zero target. So in about 25 years, we want to become net zero. So from 81% dependence of carbon or fossil fuels, we would like to reduce that now in only 25 years to zero, even below zero, because we still will use some of those technologies. So we have to go below there. So this is a big task. This is a big challenge. But on the other side, it's also maybe the opportunity of our lifetime. It's not only a risk, it's also an opportunity, a business opportunity, a society opportunity, if we can solve that. And a lot of companies have committed to go net zero in very, very different sectors, pharmaceuticals, software, car companies, airlines. Every sector has a very, very different challenge when it comes to those targets. But there's a very high commitment, and that's a positive development, because they are also being monitored from the market whether they make progress or not. So what's the role of the financial markets? Because financial markets, they have to play a very, very crucial role in that journey here. If you look at the investment size that is needed to become net zero, you really have to keep up investing. And today, it's about 1,300 billion of investments that we do. But that has to go up, and it will six-fold until 2050. So the investment size that we have to do really has to increase. To put that in context, the world's GDP on a global scale is about 1,000 billion a year. So 4,000 billion a year is about four or five percent of the GDP we would have to invest in the next couple of years. So it's a high number, but it's still, you know, a number we could achieve if we realign priorities. You see here that a big part goes into electrification of transportation and into renewable energies that we have to develop. The private markets, financial markets, have to deliver about two-thirds of that investment side. About one-third is coming from governments, from multi-government, from multilateral organizations. But about two-thirds is coming from us, from financial markets, from private markets, from pension funds, from institutional investors. So it's a big chunk of the market. So what's the role of the banks? One role, this is transparency. If we don't have transparency, we don't know where we are going to. So transparency is very important. Investors would like to know, okay, where I'm investing. What's my footprint? Is it positive? Is it negative? Is my investment part of the solution? Is it part of the problem? Basically, that's the answer of our banks. This is the statement that you receive as an investor. This is 2022. Do you see any information about what your money is doing beside of the financial returns? So you cannot act on that basis. And basically, you can do better. Maybe you know those companies. They also have portfolios. They have portfolios of movies. They have portfolios of music. And they report in a very, very different way than our banks are doing. And they get customers with it. And they get inspiration with that. So I think there is room for improvement, how we can report on sustainability issues. Because if you're an investor, you are in the great confusion if you got those statements. So if you're a pension fund and you have to review those statements from different banks, you have no chance to understand them. So there's really room for improvement. And we have created a tool that really can help investors to better understand their investments. There's some sound on it. Maybe you can switch it on. So our money does have an impact. So it's not just sitting on the bank. It has an impact on the environment. It generates return. It generates, you know, impact on the topics that you have seen. And we need to know about that input so that we can measure it and that we can also act accordingly. And we think it's so important to make that transparent to investors. What is the impact of my investments? So as an example, what the tool is delivering is also the contribution to global warming. So what you see here is different indices with their global warming contribution. So you see, as an example, the S&P 500, that's the US stock index, is delivering 2.4 degrees global warming. So that's a specific number. That is beyond the Paris alignment of 1.52 degrees. So there's a reason to act on that. You also see then, you know, the different holdings in your portfolio. You can see how Microsoft is doing. You can see how Amazon is doing. You can see here on the left side, NVIDIA, this famous company that does produce the chips for all the AI training. It doesn't have a great climate scores. So this transparency is very important to better understand where you are. So there's a very big opportunity in the market. And I would also like to refer to what Andre Hoffman said. We have to think more long term. We're so short term, we have to think more long term. And I was part of a speech the other day from the project manager who is responsible to build the new Dock A at the airport of Zurich. And it was very interesting what he was referring to. Actually they are planning now Dock A. And they will plan Dock A now for the next 10 years. So they do the whole calculation. They do the whole scenarios. How will people travel in the next 50, 60, 70 years? Because Dock A will have a lifetime from 2030 to 2070. So they have to think what will happen in that time frame. Because they are building a whole building for the next 50, 60 years. And this really takes a very long term approach. And not a quarter by quarter by quarter approach. And I think that's a very good, you know, synergy to also how we should think about in terms of time frame. So I believe this is a very big opportunity, especially for Switzerland, especially for financial markets. Because you have seen there is a very substantial investment size on a global scale. You know, that is equity. That is bonds. That is project finance. So there are so many different needs there. That's a big opportunity for our banks here in Switzerland. Second, it's a global topic. We only can solve that on a global scale. So it really can scale internationally as well, which is also a good opportunity for us here. Then it's highly complex. So you have seen the whole topics are not so easy to understand and to explain. So it's highly complex. So you can sell consulting advisory. That's also good business. Also for the banks. And there is a growing demand. We see more and more investors that would like to understand the impact of their portfolio. that would like to combine return and positive impact. And that's a growing market. And that's a very large market to address. So overall, this is a very big opportunity also for our country and for the Swiss banking system. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. So we'll start at 10. Wir machen um 10 Uhr mit dem nächsten weiter. Dann geht es um die Nachhaltigkeit in Städten und Gemeinden. Wir sprechen über Visionen, Lösungsansätze und zeigen Fallstudien auf. Also bis um 10 Uhr. Bis gleich. Das ist schön. Das wichtig. Das Doris. Das ist willace. Die Nachhaltigkeit ist echt glücklich. Hermann et B ADAM they all start to pronounce. Aber ich habe schon von command. Untertitelung des ZDF, 2020 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 einer konkreten Verantwortlichkeit gegenüber der Bürgerinnen und dem Bürger. Das gilt insbesondere für die Gemeinden, die als Staatsebene eben am nächsten bei der Bevölkerung sind. Nachhaltig handeln lässt sich heute unter vielen Aspekten eigentlich fast überall. Im Umkehrschluss bedeutet das aber auch, dass sich fast überall auch nicht nachhaltig handeln ließe oder lässt. Selbstkritisch betrachtet, gerade für Politiker, deren Zeithorizont sich oftmals nur bis zu den nächsten Wahlen erstreckt, kann es darum vielleicht verlockend sein, den schnellen Vorteil statt die nachhaltige Lösung zu suchen. Aber lohnen tut sich das nur selten, jedenfalls nicht für die Gesellschaft. Es geht darum, die Balance zu halten zwischen dem, was für das Hier und Jetzt ist und dem, was gut für die Gesellschaft ist, weil es sich eben auf längere Sicht hinaus ausbezahlt. Dabei sind insbesondere die Herausforderungen heute groß. Mit immer mehr Menschen, mit volleren Straßen und Zügen, mit zunehmend knapperem Wohnraum, mit dem offensichtlichen Klimawandel, mit einer sich polarisierenden Gesellschaft, mit der Diskussion um die Strommangellage und den Zubau erneuerbarer Energien. Aber auch ganz einfach dann, wenn wir an unsere Kinder und Enkelkinder denken, ist das Bewusstsein für die Bedeutung von nachhaltigen Lösungen gestiegen. So sehr, dass es heute ganz selbstverständlich ist, dass eine große Messe wie die Sustainability Days mit nichts anderem sich befasst, als eben mit Nachhaltigkeit. Im Staat, so auch auf der Gemeindeebene, gibt es genügend Bereiche, die sich für nachhaltige Lösungen anbieten. Es bleibt komplex. Tatsächlich ist das Stichwort Nachhaltigkeit, vielleicht zusammen mit der Digitalisierung, das wohl größte Querschnittsthema unserer Zeit. Deshalb gilt es, die Lösungen breit zu denken. Neben der ökologischen Nachhaltigkeit, gibt es auch eine wirtschaftliche und eine soziale Nachhaltigkeit. Und während sich die Industrie vor allem auf die wirtschaftliche Nachhaltigkeit, nachhaltigkeit konzentriert und die Klimaforscher und einige meiner Parlamentskolleginnen und Kollegen den Blick vielleicht doch eher starr auf den reinen Umweltschutz gerichtet haben, sind es gerade die Gemeinden, denen die Nachhaltigkeit eben in all ihren Facetten wichtig ist. Ja, wichtig sein muss. Denn letztendlich bezeichnen wir alle einen bestimmten Flecken Erde als unsere Heimat. Und dieser Fleck liegt zwangsläufig in einer Gemeinde, in einem Quartier einer Stadt. Zumindest in der Heimat soll es einem noch gut gehen. Dort will man sich wohlfühlen. Und dort müssen deshalb nachhaltige und verträgliche Lösungen her. Ja, gerne zeige ich Ihnen in den nächsten Minuten anhand von ein paar konkreten Beispielen auf, was Gemeinden heute alles tun, um nachhaltig zu handeln. Beginne bei Ittigen. Ittigen bei Bern, da hat der Gemeinderat vor rund drei Jahren die Klimastrategie Klimakt 2030 Plus oder Climact 2030 Plus verabschiedet. Die Strategie sieht vor, dass die Gemeinde ihre Treibhausgase bis zum Jahr 2050 auf Netto Null reduziert. Dies mit Hilfe von konkreten Absenkpfaden für Heizöl, Gas, Treibstoffe, Strom und nicht energetische CO2-Quellen. Die Strategie Klimakt 2030 Plus umfasst ein Bündel von Maßnahmen, Hilfestellungen und Anreizen. Sie alle dienen dazu, dass Ittigen klimaneutral wird bei einer gleichzeitig hohen Lebensqualität oder vielleicht einer noch höheren. Ein zweites Beispiel, meine Damen und Herren, das stammt aus meinem Heimatkantons Schaffhausen. Dort entzieht der Energieverbund Neuhausen am Rheinfall dem Abwasser Wärme, um so Wohnhäuser, das Gewerbe und die Industrie der Region mit Wärme und auch mit Kälte zu versorgen. Mit diesem innovativen Projekt sollen innerhalb von 30 Jahren fast 140.000 Tonnen CO2 eingespart werden. Und natürlich hat der Prozess auch zur Schaffung von Arbeitsplätzen, und zwar von neuen Arbeitsplätzen in der Region geführt. Also eine klassische Win-Win-Situation. Ökologisch nachhaltig zu handeln geht deshalb oft einher mit dem zweiten Aspekt der Nachhaltigkeit, der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit. Dies führt uns auch die jurassische Gemeinde Bruntruth eindrücklich vor Augen. Die Gemeinde hat in ihren Kommunalgebäuden ein Smart-Meetering-System installiert, das den Verbrauch von Strom, Wasser und Wärme in Echtzeit misst. Lecks oder ein Überverbrauch werden sofort erkannt und bei Bedarf wird ein Alarmsystem aktiv. Übrigens, und das ist nicht zu unterschätzen von der Wirkung her, die Bevölkerung von Bruntbruth kann zu Sensibilizierungszwecken auf die Daten zugreifen. Dank dieser Lösung spart die Gemeinde so jährlich mehr als 100.000 Kilowattstunden Energie und spart 14.000 Franken ein, auch wenn das jetzt bescheiden klingen mag. Aber das x-mal multipliziert auf alle Gemeinden wäre eben dann doch sehr viel. Die Einrichtung und Verwaltung dieses Smart-Meetering erfolgt mit mehreren Partnerunternehmen, die in der Region ansässig sind. Diese öffentlich-private Partnerschaft rund um die innovative Lösung ist eine große Bereicherung für die Region. Schließlich sind gerade Gemeinden prädestiniert dafür, auch sozial nachhaltig zu handeln. Lugano ist ein, zum Beispiel führt für seine Bevölkerung kostenlose Informationsveranstaltungen zur Schuldenprävention durch, wodurch die Budgets von Jugendlichen, Familien und Seniorinnen entlastet werden. Zudem stellt die Stadt ihren Einwohnern auch kostenlos gebrauchte Computer zur Verfügung und entlastet so finanziell schlechtergestellte Familien, fördert die digitalen Kompetenzen in der Bevölkerung und hier schließt sich der Kreis, die Stadt handelt hier doch wiederum ökologisch nachhaltig, weil Ressourcen geschont werden und weniger Elektroschrott entsteht. Ob und welche Maßnahmen sich wo umsetzen lassen, muss jede Gemeinde für sich allein entscheiden. Oder aber, sie macht es wie Uster im Kanton Zürich und definiert das nachhaltige Handeln gleich zum globalen und Ressour-übergreifenden Ziel. So erstellt Uster nun ausführliche Nachhaltigkeitsberichte, die aufzeigen, wie nachhaltig die Stadt in den einzelnen Bereichen ist, eben wie bei der Energie zum Beispiel, dem Klima, der Gesundheit und dem sozialen Zusammenhalt, aber auch bei der Corporate Governance. All diese Beispiele und Dutzende mehr lassen sich übrigens auch in der Online-Toolbox-Agenda 2030 für Gemeinden nachlesen, an deren Entstehung auch der Schweizerische Gemeindeverband beteiligt war. Ebenso hat der Gemeindeverband den SDG-Kompass für Gemeinden unterstützt, also für Sustainable Development Goals für Gemeinden. Hier können die Gemeinden testen, wie nachhaltig sie in den unterschiedlichen Bereichen unterwegs sind und wo noch Verbesserungspotenzial besteht. Meine Damen und Herren, ich habe Ihnen einige Beispiele aus ausgewählten Gemeinden präsentiert, die mir persönlich imponieren. Gleichzeitig zählt die Schweiz mehr als 2000 Gemeinden. Damit solche Best-Practice-Beispiele nicht nur punktuell angewendet werden, ist ein Wissenstransfer notwendig und entscheidend. Liebe Gäste, ich freue mich, dass Sie den Weg an die Sustainability Days gefunden haben. Besuchen Sie darum auch die Messe, dies insbesondere an die Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinden. Sie können davon profitieren und erzählen Sie es in Ihrer Gemeinde und besser aber auch noch in Ihrer Nachbargemeinde. Das führt am Schluss zu längerfristigen Lösungen, zu nachhaltigen Lösungen, die uns alle dienen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank, Hannes Germann. Danke schön. Ja, nicht nur die Gemeinden investieren in Nachhaltigkeit, sondern auch die Städte entwickeln sich nachhaltig. Und dort liegt auch jetzt der Fokus. Mehr dazu vom Senior Expert Nachhaltigkeitsmanagement bei der Gruner AG. Herzlich willkommen, Stefan Parlow. Bitte. Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass ich hier sein kann. Ich möchte Ihnen heute Sastable vorstellen. Sastable ist eine digitale Lösung, die Städten hilft, die Komplexität der Stadtentwicklung aufzubrechen, zugänglich zu machen und ein Narrativ der Stadtentwicklung zu etablieren. Ich führe Sie jetzt kurz durch, wie das funktioniert. Und da zehn Minuten relativ kurze Zeit sind, freue ich mich, wenn Sie dann nachher auch noch zu unserem Stand kommen. Das gleiche drüben am Mittelgang. Da können Sie sich das alles anschauen. Wir haben eine Demo-Version, wo man das ausprobieren kann. Ich habe hier einige Beispiele von Maßnahmen aus dem Mobilitätsbereich, die Städte umsetzen, um ihre Ziele zu erreichen. Links oben und rechts unten haben wir Paris. In der Mitte oben ist ein Veloparkhaus in der Stadt Utrecht am Hauptbahnhof, wo die Stadt für über 12.000 Velos Stellplätze gebaut hat, in einer ultramodernen und benutzerfreundlichen Art und Weise. Oben in der Reihe sieht man Frelo, ein sehr erfolgreiches Veloverleihsystem in der Stadt Freiburg. Und unten links die Fahrradbrücke in Kopenhagen, die inzwischen zu einem veritablen Tourismusmagneten geworden ist und international für Aufsehen gesorgt hat. In der Mitte unten sieht man ein Beispiel hier aus Basel, wo man demnächst anfängt mit Superblocks zu experimentieren, wo man in Stadtquartieren, in Wohngebieten den Autoverkehr herausnimmt und so Lebensqualität für die Bewohner gewinnen will. Als Einstieg möchte ich Ihnen eigentlich eine kleine Geschichte erzählen, die zeigt, was möglich ist durch langfristige Stadtentwicklung. Und da das Beispiel Paris. Als ich in den 90er Jahren als Teenager aufgewachsen bin, hat meine Mutter regelmäßig Schüler aus Frankreich bei uns aufgenommen, die zum Deutschlernen nach Deutschland gekommen sind, hat den Unterricht gegeben und ich habe die dann abends am Wochenende mitgenommen in den Ausgang. Und in Freiburg macht man das mit dem Velo. Und es ist zweimal vorgekommen, dass Jugendliche aus Paris da waren, die mit 15, 16 Jahren kein Fahrrad fahren konnten, was für mich unverständlich war. Als ich dann ungefähr zehn Jahre später selbst in Paris gelebt habe, ist mir klar geworden, woran das liegt. Es war wirklich nur eine kleine Übertreibung, wenn ich sage, dass Fahrrad oder Velo fahren in Paris lebensgefährlich war. Die Straßen eng, voll mit Autos, es war Luftverschmutzung natürlich. Also es ist eigentlich wirklich nur eine kleine Übertreibung, man sagt, man ist lebensmüde gewesen und sich dort aufs Velo gesetzt hat. Zufällig, genau in dem Jahr, wo ich dort war, 2007, wurde das erste Velo-Verleihsystem in Paris eingeführt, was man unten rechts auf dem Bild sieht. Das sogenannte VELIP, viele Stationen, wo man unkompliziert Fahrräder ausleihen konnte und damit durch die Stadt fahren und es ist ein kleiner Hype entstanden. Plötzlich haben die Pariser angefangen, Fahrrad zu fahren. Zögerlich, wenn man auf einer Party war und seinen Wagemut betonen wollte, dann hat man gesagt, dass man mit dem VELIP dorthin gefahren ist. Also es hat langsam angefangen, aber Schritt für Schritt hat die Stadt Maßnahmen umgesetzt und heute ist Paris nach nicht mal 20 Jahren eines der meist zitierten Beispiele dafür, wie Velo-Infrastruktur verbessert werden kann, was man erreichen kann. Das ist eigentlich ein wunderbares Beispiel dafür, was man mit Stadtentwicklung, wenn man Schritt für Schritt vorwärts geht und Schritt für Schritt umsetzt, die Ziele nicht aus den Augen verliert, was man dort erreichen kann. Was wir bei Gruner und mit Sastable machen, ist eine Beratung, eine Initialberatung, wo wir eigentlich mit den Städten anschauen, okay, wo steht die Stadt heute? Niemand fängt bei Null an. Natürlich sind klare Ziele ein ganz wichtiges Element von Stadtentwicklung, aber es ist nicht wirklich was Neues. Also jede Stadt hat heutzutage Leitbilder, Mobilität etc. Also es ist nicht wirklich was Neues für Städte und Gemeinden. Da geht es bei uns eigentlich eher darum, dass wir das, was an Zielen besteht, konsolidieren, dass wir unser Tool einbauen, dass alles an einem Ort verfügbar ist und dadurch die Transparenz gesteigert wird. Das ist also jetzt nicht die Neuerung, die irgendwie das Ganze neu erfindet. Dann ist natürlich wichtig, dass man Maßnahmen umsetzt. Man kann Ziele nicht erreichen, wenn man nichts dafür tut. Man muss also Schritt für Schritt vorwärts gehen, die Maßnahmen und den Zielen ausrichten. Und so kann man, wie man ein Beispiel von Paris sieht, Schritt für Schritt und dann wirklich über den längeren Zeitraum von einer Stadt, die wahrscheinlich unter der Wahrnehmungsschwelle für Fahrradfahrer war 2007 bis heute, nicht mal 20 Jahre später, eigentlich ein weltweites Beispiel für Velo-Infrastruktur ist. Auch das ist nicht wirklich was Neues. Städte machen Maßnahmen und Projekte seit jeher. Aber in unserem Prozess mit unserem Tool kann man das einfach strukturiert darstellen, welche Maßnahmen für welche Ziele und wie die Stadt da vorwärts geht. Der dritte Punkt ist eine effiziente Steuerung. Aber was bedeutet effiziente Steuerung und ist meine Stadt effizient? Mit unserem Tool machen wir eigentlich, das ist eigentlich der Ansatz, wo wir wirklich die größte Neuerung umsetzen. Es ist so effizient, wie es eigentlich nur geht. Wir können ohne groß zusätzliche Ressourcen aufbauen zu müssen, Teams für Stadtentwicklung aufbauen zu müssen, können Sie eigentlich mit dem bestehenden Personal und mit bestehenden Strukturen die Stadt in eine Lage versetzen, wo sich das System anfängt, selbst zu steuern und die Ziele Schritt für Schritt erreicht werden können. Wie das funktioniert, werde ich Ihnen ganz kurz noch hier zeigen, aber die Zeit ist eigentlich zu knapp dafür. Deshalb gerne zu uns am Stand vorbeikommen, wo wir da das Gespräch vertiefen können. Der Punkt, der wirklich neu ist und adressiert wird von Gruner und Sastable, ist, dass wir die Stadtentwicklung als Narrativ erklären. Also wir erzählen die Geschichte oder wir ermöglichen den Städten, die Geschichte ihrer Stadt zu erzählen, ihrer Stadtentwicklung, wo Maßnahmen mit Zielen verknüpft werden, wo klar wird, wie die einzelnen Bausteine zusammenpassen und am Ende eine Mauer daraus wird, die tragfähig ist. Es geht eigentlich darum, den Sinn der Stadtentwicklung zu erklären, den Bürgern, der Politik, den verschiedenen Stakeholdern in der Stadt, in einem komplexen System wie einer Stadt die Möglichkeit zu geben, den Sinn der Stadtentwicklung zu verstehen, nachzuvollziehen und die einzelnen Elemente miteinander in Verbindung zu bringen. Ein wichtiger Punkt ist, dass Sastable nahtlos in die bestehenden Strukturen eingebunden werden kann. Das heißt, wir haben heute in der Verwaltung Experten, die sich mit dem Thema Tiefbau beschäftigen. Wir haben Experten, die sich mit dem Thema Energie beschäftigen. Wir haben Experten, die sich mit Mobilität beschäftigen. Wir setzen nicht etwas Neues auf, sondern wir setzen an den bestehenden Strukturen auf und die inhaltliche Zuständigkeit für die einzelnen Handlungsfelder bleibt bei den Personen, die heute schon dafür verantwortlich sind. Das ist auch ein Grund für die hohe Effizienz. Es ist nicht nötig, zusätzliches Personal einzustellen oder eine Expertengremium für Nachhaltigkeit zu installieren. In der Regel können das die Leute, die sich heute mit Nachhaltigkeit, mit Smart City, mit Energiestadt, mit diesen Themen, mit Stadtplanung beschäftigen, können diesen Prozess umsetzen. Der dritte Punkt ist, Sastable bietet einen Steuerungsansatz, wie man die Stadtentwicklung steuern kann und es ist ein Ansatz, der Kompetenzkonflikte vermeidet. Einfach erklärt, wenn Sie einen Nachhaltigkeitsmanager in der Stadt haben, der zu den Leuten, sagen wir, im Tiefbau hingeht und sagt, ihr solltet dort und dort mal ein Wärmenetz verlegen, damit wir unseren Nachhaltigkeitszielen näher kommen. Sowas erzeugt Kompetenzkonflikte, weil es sind Experten in den einzelnen Bereichen, die kennen sich sehr gut mit dem Thema aus, die warten nicht auf jemanden aus dem Nachhaltigkeitsbereich, der ihnen sagt, was sie tun sollen. Wenn Sie jedoch hingehen zu den Leuten und sagen, wir wissen, was die Regierung für Ziele formuliert hat, wir sehen, was wir schon dafür getan haben, wir können das alles in unserem Tool zeigen, die Zusammenhänge werden deutlich und ich hole bei euch ab, was an Neuigkeiten hinzugekommen ist, sagen wir dreimal im Jahr oder viermal im Jahr, was an neuen Maßnahmen, an neuen Projekten in deinem Bereich dazugekommen ist, dann holt man das bei den Leuten ab, die Kompetenzen bleiben bei den zuständigen Personen und so werden Kompetenzkonflikte vermieden. Das heißt, mit Sastro wird eigentlich die Transparenz der Stadtentwicklung deutlich gemacht und die inhaltliche Zuständigkeit verbleibt bei den Stellen, die heute schon dafür verantwortlich sind. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, der die Umsetzung und das langfristige Funktionieren dieser zielorientierten Stadtentwicklung sehr befördert. Kurz zusammengefasst, wir haben mit unserem Tool und in der Beratung alles an einem Ort, wir sehen, was sind die Ziele in den einzelnen Handlungsfeldern, wer macht was wofür, wir haben sowohl die qualitative Seite, dass wir eben erzählen, wo will die Stadt hin und was tut sie dafür und wir haben die Möglichkeit, die quantitative Seite darzustellen, dass Städte heute unendlich viele Daten erheben durch Sensoren, durch Verkehrszähler, durch alles Mögliche, dass man natürlich auch Indikatoren messen kann, darstellen kann und auch das natürlich alles an einem Ort möglichst in unserem Tool dann möglich ist. Der letzte Punkt, auf den ich eingehen will, ist, Sastable lässt sich, wie gesagt, nahtlos in die bestehenden Strukturen integrieren und ist auch absolut kompatibel mit bestehenden Prozessen, Energiestadt, 2000 Watt Gesellschaft, alles was an sonstigen Prozessen in Städten läuft, ist absolut kompatibel und lässt sich übertragen, also Maßnahmen und Ziele, die man aus einem Energiestadtprozess hat, lassen sich übertragen, insastable und dort darstellen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und würde mich freuen, möglichst viele von Ihnen an unserem Stand noch begrüßen zu können, wo Sie das ausprobieren können, wir haben einen großen Touchscreen, da kann man sich das Tool anschauen, durchklicken und natürlich Fragen stellen und alles im Detail anschauen. Vielen Dank. Vielen Dank, Stefan Paolo. Herzlichen Dank, können Sie uns wieder hinlegen. Herzlichen Dank, wir sehen uns an Ihrem Stand. Ja, willkommen to our next speaker. She is known for her expertise on sustainable and smart cities and her innovative solutions for cities. Let's learn from her experiences. We are very pleased having her here today in Basel. Please welcome the former Major of Stockholm and former Member of Parliament. Welcome on the stage, Anna Koenig. Thank you. Thank you so much. I'm very honoured to be here today in your beautiful city to address the crucial topic about innovation and evaluation in sustainable urban transformation. And this is a subject that not only shapes our present, but also profoundly impacts our collective future. I will share some experiences today from my time as Mayor of Stockholm. And I can showcase as well that many cities, including Basel and many other cities, is innovative and have great solutions when it comes to sustainability. You need to have an innovative mindset to reshape our cities from consumers to producers. A form of urban mining where we take the advantage of the already existing resources. But also to create some kind of living lab together with the citizens where we test things in the city to see if we actually can create better, sustainable solutions. Because we know, when we heard it earlier today, that status quo is not an option. We're heading to a future that actually we know exceeds the Paris Agreement. So more than ever, we need to embrace new ideas, research and data that can help us be much more proactive in our decisions and also determine if what we are doing is giving the best possible effect. And we need to keep in mind that innovation is much more than technological advancement. It encompasses novel approaches, creative thinking and solutions, integrating diverse disciplines, leveraging data and analytics, and fostering collaboration across sector. And my friend, this is much more easy to say than to do in reality. And sustainable innovation is reimagining our cities as dynamic ecosystems that balance economic, vitality, social equity, and environmental stewardship. So let me share some of the examples from my time as a mayor in Stockholm. So in the beginning, we opened up and established a lab together with the university in Boston, MIT, and a Royal University of Technology in Stockholm. And the reason why is they work a lot with test beds and also with real-time data. And to use this lab, we used the city as a test bed. For example, we used sensor data across the city to see where in the city we're at the highest risk with upcoming heat waves. And also to help us to predict how should we also prioritize our investments in nature-based solutions. And this lab has now opened up to many other cities, including Amsterdam. And I heard last week from the researchers that they're opening up the sensible lab Rio de Janeiro. Another test bed that is on their way and it's massive is New York's new program, where they also have pilots across the whole city. And they are launching two pilots every quarter. And the thought is to test in the city and then they could scale it. All the city's 55 agencies and entities. And this is another example. You just don't use a single district or a zone. You actually use the whole city as a test bed. The initial round of pilots is using drones to identify building floors driving greenhouse gas emissions and air quality improvements devices to mitigate local air pollution. Because piloting emerging technologies, cities can make more informed decisions about which technology is best equipped to address our challenges and how we implement them with our citizens in mind. Because you always have to have the citizens in mind. People support what they help to create. And sometimes, if you're too ambitious, sometimes you lose elections because you didn't have the citizens with you on your sustainable transformation. So you need to engage them. And I was remembering when I was in City Hall in Boston and they were trying out new traffic signs in the traffic departments. And they had different new signs. They were testing. And there was a plate with a sign and a message. We're trying out new traffic signs. Do you love this? Do you hate this? Please let us know. It was very interactive. Or another example from my thinking was when I wanted to engage youth and children in the sustainability solutions. But you always work with the same kind of active youth, with youth boards. And it's the same type of youngsters as always are coming. I myself was a share of my city's youth organizations once. I know what I'm talking about. So I really wanted to be where the children are, where the young people are. And I looked over the water from the City Hall and then I saw Minecraft. My God. They have a... All the kids are playing Minecraft nowadays and they are opposite at the water. So I had a meeting with them and asked them to collaborate. And we started a project together with the schools to end up with innovative solutions that the children could also present. And nowadays we can see that this challenge and this competition has scaled to many other cities around the world. So we built up a city in Minecraft. And then the children could actually work with the city in the game to come up with fantastic innovative solutions. And at the same time, we also highlighted the importance of sustainability. Another thing I think is very crucial that you work with as a city is procurement and to use your purchasing power. And also to have partnership because there's so much complex problems in the cities nowadays. So you need to work with academia and business as well, as we heard earlier today. So we had a partnership together with 60 companies and researchers for electrification pact where we said only procure electric after 2040. And that included the swell like construction site to vehicles and so on. And then we worked together and they knew also that we had a limit when it comes to procurement. And we collaborated with the WWF for all of food and created a food policy served to every children and every elderly in our city. So we knew that they were aligned and good for not only people but also for the planet. And I know that citizens Amsterdam and many other citizens have high ambitions when it comes to procure circular, for example. And in the beginning I talked about the city being a producer, not only a consumer. And this includes seeing waste as an asset to be recycled, reused and utilised. Only 8.6% of the global material is being circular, according to the Circular Gap Report. And this is enormous potential if we look at the possibilities. 70% of all emissions can be related to material handling and use. So one challenge many cities face is the massive handling of construction waste. So we built up a mass logistic centre in our city where we now reuse 80% of all the material that otherwise would have been treated as waste. And the centre can handle today 400,000 tonnes of material per year. And I also happen to live in this area and it's all environmental friendly area. And we are building up thousands of new apartments and working places. And you can't really see the heavy construction. You can't see the heavy transports since everything is being taken care on site. So it's less noise pollution and better living condition as well. Though we live in a construction area. Or have to speed up. Another example is of course also taking care of the water. We were talking about that earlier. And one solution that we test in this area is to use grey water from bath, dishwasher and laundry to also reuse when we work with irrigating green areas during dry periods. And I know that many cities work with just drinking water when it's dry periods to irrigate the dry areas. But now we can actually work a lot with grey water as well and we can reuse it. And next step is to include this kind of water that otherwise would have been wasted to dust control, street cleaning or industrial use for example concrete production and district heating system. Another thing we use is to work with sensors when we talk about water. Because one-fifth of our water is being wasted on the way from the source to consumer. So now we're working with the universities as well and researchers with mathematical methods with sensors data to detect not only water leaks but also to detect water bacterias and contaminated drinking water. And as well as for other areas, this is a pilot could be scaled to other areas as well. More efficient water drainage during flooding which is becoming more common but also with heavy rainfall and extreme weather conditions. So we can use this kind of technique to so many other areas as well. And we use the spare heat, the wasted heat to heat up thousands of homes when we also invest in data centres. Or when we have industrial sites, we can also reuse the extra heat that's being wasted. For example, growing vegetables, tomatoes. It's not only nutritious but it's also creating less heavy transport. So my message is to see all the waste as assets. Of course, we should try to eliminate all the waste. But if it's there, we should use it and reuse it. And I have to say as well that it's not only about this technique or innovation, it's also about the well-being of the people. And I know that Switzerland is leading the way when it comes to quality of life and the focus on sustainability. And I have to congratulate you on that because sometimes you forget about that when you talk about the values being created. But it's actually being, you know, clean water, clean air, better living condition, better health. All of these are values that I think also can support people in your urban transformation. Because every decision made today will affect the future of the city. But it's also a decision not to act. And that will have consequences. So we were talking about this also earlier. But brave leaders, we need them more than ever before. That can lead the way with an open mindset and willingness to act. The UN Secretary General talked about the decade of action. A strong advice, though, you need to have a fighting spirit because you will face resistance. It's also equipped with risk, risk to failure, risk that it will sparkle without proper implementation, risk of losing election. It's a lot equipped with risk, with innovation and testing. But you have to have the fighting spirit and you have to reframe it to possibilities. Because we need to remind ourselves that history was written by beginners. And as Thomas Edison said, there's a better way to do it. Find it. Thank you for listening. Thank you very much. Thank you, Anna Koenig. We are very pleased having you here. The whole day you will stay until late night. So, und nun darf ich die Moderation weitergeben an den Senior Project Manager der Messe Schweiz Basel, Eugen Dapra. Viel Vergnügen. Danke vielmals, liebe Susanne. Auch von meiner Seite her ein ganz herzliches Guten Morgen. Welcome to Basel und grüße miteinander. Wir gehen nahtlos über ins nächste Thema. Da möchte ich zwei Herren begrüßen als Referenten. Als ersten der Martin Rupf. Er ist Leiter der Smart City bei Equins Switzerland und als zweiten Referenten Matthias Peter. Er ist Markenverantwortlicher Thorn bei Zum Tobel Licht. Bitte begrüßen Sie, vielleicht mit einem schönen Applaus, die beiden Herren. Wir sind gespannt. Perfekt. Guten Tag miteinander. Vielen Dank für die Vorstellung, Eugen. Es freut uns sehr, dass wir Ihnen in den nächsten paar Minuten etwas über die kleinste Smart City der Welt vorstellen dürfen. Ein bisschen mit einem Augenzwinker natürlich. Wir möchten aber zuerst ganz kurz etwas über unsere Firmenzugehörigkeit erzählen. Und zwar zuerst durch Equins Switzerland. Equins Switzerland ist die neue Dachmarke, die sich aus dem Zusammenzug von Buick Engines & Services und Equins zusammengetan hat. Und wir sind in den Bereichen Gebäudetechnik, Facility Management, Energie, Verkehr, Telekom, aber auch Gebäudeautomation und Energieoptimierung tätig. Wir bieten integrale, flexible Lösungen entlang des gesamten Lebenszykluses von Gebäuden, Arealen und auch von Infrastruktur. Genau. Dann der Zweite im Bunde. Wir sind zu zweit hier. Wie bereits vorangekündigt, Mathis Peter, mein Name, Thorne Lighting. Thorne ist eine Marke der Zumtobe Licht AG. Und in dem Sinne, im Rahmen unserer Smart City Zusammenarbeit, bringen wir die Lichtkompetenz mit ein. Im Rahmen von integrierten Lichtlösungen. Was bedeutet das? Das heisst, wir bieten nicht nur einfach die Hardware, also nicht nur die Leuchten oder Komponenten, Sensorik und so weiter, sondern eben auch Software, Steuerungen und entsprechende Services mit dazu. Also das heisst, insbesondere Lichtplanungen, Projektmanagement bis hin zu schlüsselfertigen Projekten und After-Sales-Services. Das ist also die komplette Lösung entlang des Produktlebenszykluses, es sei nicht nur bei der Installation. Genug zu uns. Wir haben vor ungefähr zwei Jahren mit der Smart City-Initiative gestartet und haben uns überlegt, was verstehen wir eigentlich unter Smart City und für uns ist das zusammengefasst eigentlich mit Bezug von modernen Technologie und innovativen Ideen den Alltag vereinfachen. Und das sind sicher Effizienz oder Effizienzoptimierung wie auch Ressourcenoptimierung große Schlagwörter, aber uns ist auch klar, dass wir das nicht alleine können. Darum haben wir uns auch Partnerschaften gesucht, unter anderem mit Zoom-Tobble beziehungsweise Thorne zusammen und haben dann, wie gesagt, die kleinste Smart City der Welt eröffnet. Und die steht in Niedergrößgen. Kann dann so oder tun. Warum Niedergrößgen? Wir sehen hier ein Bild von unserem Firmenareal, das in Niedergrößgen ist, das gehört uns, das heißt, wir haben dort eine Spielfläche, wo wir dann zwölf smarte Installationen umgesetzt haben mit der Idee, dass wir die besuchen und besichtigen können. Es geht wirklich darum, im Sinne eines Ideallabors, dass wir zusammen mit Kunden, aber auch mit Partnern diese Use Cases testen können, weiterentwickeln können und vor allem eines erleben können. Das ist die Idee dahinter. Hier ist die Lösungsübersicht, was alles in Niedergrößgen zu bestaunen gibt. Ich gehe jetzt nicht in die Details darauf ein, aber Themen sichere Mobilität, Umwelt, Energie und auch Sicherheit. Und heute möchten wir aber zwei Anwendungsbeispiele vertiefen, zum einen IoT und zum anderen Smart Lightning. Und das Schöne ist auch bei diesen zwei Use Cases, die sind nicht beschränkt aus unserem Firmenareal, sondern die konnten wir auch in der Gemeinde, auf der Gemeinde, in der Gemeinde Niedergrößgen umsetzen, zusammen mit dem Werkhof. Die Gemeinde Niedergrößgen ist eine typische mittelländische Gemeinde, hat gut 4000 Einwohner auf 4,3 Quadratkilometer und ist zentral gelegen zwischen Olden und Aarau. Dort konnten wir IoT in dem Sinne Lora-Warm-Technologie einsetzen. Darauf weist folgendermassen, dass wir Sensoren und Aktoren haben, die Daten sammeln, diese dann über die Funktechnologie weitergeben, die aufbereitet werden und dann visualisiert werden. Das Schöne ist, bei diesen Sensoren, die sind batteriegetrieben, sprich sind relativ schnell und einfach implementiert, ohne große Tiefbauarbeiten, haben je nach Messintervall eine sehr lange Batterielaufzeit. Die Daten können sehr weit, über mehrere Kilometer transportiert werden und das sind so die grössten Vorteile. Und das haben wir hier gemacht in Niedergrößgen, einer von mehreren Use Cases. Sie haben auf dem gesamten Gebiet 66 öffentliche Abfalleimer installiert. Die werden zweimal wöchentlich angefahren, aber es hat auch sechs Abfalleimer, die sind an peripheren Standorten. Das heißt, die Werkhoff-Mitarbeiter sind explizit nur dorthin gefahren, um die Abfalleimer zu begutachten und zu schauen, ob sie zu leeren sind oder nicht. Und hier konnten wir die Abfalleimer nachrüsten mit diesen Lora-Sensoren, die den Fühlstand messen und so hatten eigentlich die Mitarbeiter zu jeder Zeit die Information, wie ist der Fühlstand, müssen wir dorthin die Abfalleimer leeren oder nicht. Und wenn er einen kritischen Fühlstand hat, dann gibt es eine Alarmierung per SMS und die Kibernfits daraus sind natürlich Kosten in Zeitersparnis, CO2-Reaktion und Imagegewinn. Und im Detail heißt das, sie konnten natürlich diese Kontrollfahrten minimieren, hatten in jeder Zeit den Überblick, wie schon erwähnt, werden alarmiert bei kritischen Fühlständen, haben auch jeden Behältertyp, also es wurden auch RobiDocs ausgestattet, nicht nur diese Kübel, wie wir vorhin gesehen haben und die können wirklich individuell angeschaut werden, haben eine Datenhistorie und kann so nachher auch Entscheidungen ableiten, sei es brauchen wir eine neue oder eine größere Kübelart, brauchen wir mehr Kübel je nach Jahreszeit, im Sommer mehr, im Winter weniger und so weiter und so fort. Ja, ich muss nochmals kurz eins zurück, weil unten ist eigentlich das Wichtigste. Wir haben jetzt auswerten können, dass es immerhin für nur sechs Sensoren eine Zeitersparnis pro Jahr von 45 Stunden gibt. Das Ganze ist in weniger als 18 Monaten amortisiert und nur aufgrund von diesen gesparten Kontrollfahrten können plus minus 200 Kilogramm CO2 pro Jahr eingespart werden. Und hier noch ein kurzer Ausschnitt von dieser Visualisierung, das heißt, via Dashboard auf dem Tablet, auf dem Smartphone, auf dem PC, haben die Mitarbeiter in jeder Zeit den Überblick, haben dieses Maus-Auhr, haben sofort die Information und können dann aber auch in der Navigation auf die Details heruntergehen und sind so auch die Historie zum Beispiel, die Sie als Grundlage nutzen können. So, das war eine kurze Übersicht über die IoT-Lösungen, die wir Ihnen zeigen können an diesem Standort. Hier sieht man mal die Vogelperspektive mit einer vereinfachten Ansicht der Lichtpunkte. Ich möchte Ihnen jetzt gerne kurz noch die Smart Lighting, die Smart Lighting-Lösungen, die wir da vor Ort zeigen, kurz im Groben erläutern. Im Detail können wir es gerne mal vor Ort anschauen miteinander, wenn jemand Interesse hat. Wir sind auch draußen am Stand, könnt gerne mal vorbeikommen und da können wir uns da weiter unterhalten drüber. Was haben wir da gemacht? Smart Lighting, also eigentlich intelligente Lichtlösungen. Wir haben diesen Showcase jetzt ungefähr ein bisschen mehr als ein Jahr im Einsatz, wird auch regelmäßig abgedatet. Es war eine Kombination von einer Sanierung und einer Neuanlage. Wir hatten schon bestehende Lichtpunkte vor Ort, wir haben das noch ein bisschen ausgebaut, damit wir auch möglichst viele interessante Lösungen zeigen können. Es war eine rein zeitgesteuerte Arealbeleuchtung. Wir haben es jetzt umgesetzt, als Ziel hatten wir natürlich die Reduktion von Lichtemissionen, Energie und damit auch die Kosten, das haben wir eigentlich so weit erreicht, umgesetzt haben wir es mit intelligenten Lichtpunkten, die eben auch auf Bewegung reagieren. Also Sensorik mit eingebaut, die ganze Anlage kann zentral gesteuert werden, die meisten Lichtpunkte zumindest und als Resultate, Ziele haben wir eigentlich bisher so weit erfüllen können, wir haben ungefähr 60% Energie eingespart auf diesen Lichtpunkten, die wir 1 zu 1 vergleichen konnten, teilweise sogar noch mehr auf einzelnen Anwendungen und das sieht dann so ein Beispiel, wie das ausschauen könnte, also die Anlage wird jetzt zurückgefahren, wenn sie nicht gebraucht oder wo sie nicht gebraucht wird, aber wir haben trotzdem immer ein entsprechendes Sicherheitslicht vor Ort für auch die Mitarbeiter, grundsätzlich hat das Sicherheitsgefühl, wenn man auf das Areal zufährt oder wenn man sich da aus dem Gebäude rausbewegt. Wir haben das eingeteilt in drei Zonen, die Zone A, das ist gesteuert über eine Retrofit-Lösung, ist auch alles umgerüstet auf LED, also wir haben nichts Konventionelles mehr im Moment, Zone B rund um das Gebäude, das ist Industrie, Arealbeleuchtung und Zone C stellt dann eigentlich den öffentlichen Bereich, die Straßenbeleuchtung dar, die sind gesteuert, B und C über Zaga-Lösung, Zaga und Dali und wie gesagt, die Zone A noch über eine Retrofit-Lösung, können wir gerne auch vor Ort miteinander anschauen. Ist auch zentral gesteuert, wie gesagt, über eine Softwarelösung, wo ich dann auf jeden einzelnen Lichtpunkt remote zugreifen kann, also von zu Hause eigentlich faktisch oder vom Büro und auf jedem Lichtpunkt auch, das ist jetzt ein Beispiel hier, Teamprofile im Detail einstellen kann, wenn das dann gewünscht ist, im Nachgang. Was haben wir vor Ort? Ich möchte nicht auf die einzelnen Produkte eingehen, es geht mir einfach auf die Produktgruppen, also wir haben funktionale Leuchten, wir haben Flutlichter, wir haben auch Leuchten für Parkbeleuchtung oder Leuchten höherer Schutzart haben wir auch eingebaut, das ist da beim Werkhof vor allem im Außenbereich unter dem Vordach platziert und dann auch entsprechende Komponenten in Bezug auf Sensorik und Steuerung natürlich und wie gesagt, die sind gesteuert über Zaga, DALI, NITUNE ist noch eine Standalone-Lösung, wo wir das ganze Umweltthema mit Lichtfarben Veränderungen aufzeigen und in der Realität, also das heißt nicht unter Laborbedingungen wie diesem Showcase, wenn wir zum Beispiel jetzt mit Ihnen ein Projekt umsetzen würden, kommen natürlich entsprechende Services dazu, wie ich eingangs schon erwähnt habe, also Lichtplanung, Projektmanagement in Betriebnahmen und so weiter. Gut, für das Fazit darf ich Ihnen mal mitgeben? Ja, nehme ich, vielen Dank. Ja, nur ganz kurz, also nach unserer Erfahrung können wir ganz klar sagen, solche Anwendungen lohnen sich auf jeden Fall auch für kleine Gemeinden, es müssen nicht immer große Städte oder Regionen sein, sondern die können wirklich auch in kleinen Use Cases noch umgesetzt werden, die können als Pilotprojekt gestartet werden und dann skaliert werden, auch für kleinere Budgets natürlich, was wir gelernt haben, haben wir die Niedergelösung umsetzen können und so sind dann auch die Gelüste gestiegen, es kommen immer mehr Use Cases, die dann interessant werden können und ganz wichtig ist natürlich ganz klar, man muss zusammen diese Use Cases erarbeiten, die Bedürfnisse müssen erkannt werden und dann natürlich auch genügend befriedigt werden, damit das Ganze einen Sinn hat. Das war der falsche Knopf, aber das war es auch für die Präsentation, vielen herzlichen Dank, ja, wenn Fragen sind, wir sind auch mit einem Stand draußen vor Ort und sonst freuen wir uns auf Ihren Besuch bei uns in Niedergelösung. Vielen Dank. Eine Frage ist noch, haben Sie sich auch schon Leitreise-Service überlegt? Das haben wir sogar im Angebot, ja, richtig, das habe ich vergessen zu erwähnen, aber natürlich, ja, also wir vermieten das Licht auch, unter anderem, das ist auch möglich und es wird auch immer mehr nachgefragt, ja, genau. So, Bestens, vielen herzlichen Dank den beiden Herren. Danke, Danke für den tollen Input in Niedergelösken, die kleinste Smart City der Welt. Wir bleiben beim Thema, begrüßen Sie als nächste Referentin, jetzt, das muss ich ablesen, weil es ein bisschen lang ist, die Leiterin der Fachstelle Grundlagen und Strategien der Kanton- und Stadtentwicklung des Präsidialdepartementes des Kantons Basel-Stadt. Das ist doch mal ein richtig guter, cooler Titel. Begrüßen Sie Frau Barbara Alder. Das gibt vielleicht einen Eindruck, genau, dass wir von der Verwaltung sind und nicht immer alles so ganz einfach vonstatten geht oder nicht so schnell. Ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen hier in Basel und freue mich, Ihnen heute das Smart City Lab in Basel vorstellen zu dürfen im Rückblick. Es ist ein Erfahrungsbericht. Wir hatten die letzten Jahre das Lab, die, die schon mehrmals dabei waren, haben das miterlebt, wie wir uns entwickelt haben, was wir jeweils vorgestellt haben und heute darf ich nun zurückblicken. auf das Lab. Wir haben zusammen mit der SBB 2018 sind wir gestartet, haben 2019 das Lab in Betrieb genommen und es bis 2023 betreiben dürfen. Was ich vorneweg sagen kann, das Lab war für uns als Verwaltung, als Kantons- und Stadtentwicklung ein ganz spannender und auch erfolgreicher Versuch über Pilotprojekte und Start-ups nachhaltige Entwicklung zu betreiben, zu machen. Smart City ist für uns ein Ansatz für Nachhaltigkeit, für die integrale Stadtentwicklung, sozial, ökologisch und ökonomisch nachhaltig. Wir nutzen, wir versuchen, wir schauen, wie wir Daten und Technologien nutzen können, dies vernetzen können und ganz wichtig, immer zusammen mit Partnerinnen und Partnern gemeinsam eben komplexe Probleme anschauen können und Lösungen suchen für morgen. Und hierfür ist das Smart City Lab Basel ein gutes Beispiel. Wie gesagt, es war ein PPP, es war ein Gemeinschaftsprojekt mit dem SPB und dem Kanton. Das Areal, ein ehemaliges Rangier- und Güterbahnhof-Areal, das aus Sicht der SPB und des Kantons eben freigespielt wurde für Stadtentwicklung. Wir haben zusammen das Eruiert und gesagt, wir wollen dieses Areal nutzen, um eben innovative Lösungen für eine nachhaltige Stadtentwicklung und für eine nachhaltige Arealentwicklung zu nutzen. Die SPB sprach dabei, dass sie davon, dass sie das Areal zum smartesten Areal der Schweiz entwickeln möchten und 2024 hat der Bau begonnen oder haben die Wettbewerbe begonnen. Sie werden den Beweis antreten müssen. Das Testareal, das umfasste rund 160.000, 116.000 Quadratkilometer und vier Hallen. Sie sehen sie auf dem oberen Bild. Das Lab selber können wir in drei Phasen aufgliedern. Es ging zuerst um den Aufbau, um dann um die Konsolidierung und eben 2023 fand dann der Abschluss statt. Während dem Aufbau, da ging es darum, eine Planungsvereinbarung zwischen Kanton und SBB zu unterzeichnen und das war sehr wichtig und hilfreich, dass hier der Regierungsrat und der CEO der SBB also quasi von top down gesagt haben, ja, wir wollen hier ein Smart City Lab machen. Wir haben dann das Konzept gemeinsam erarbeitet, geschärft, die Strategie, die Themenfelderung und konnten dann starten. Hier kam dann Corona ein bisschen in die Quere, weil das Lab eigentlich davon lebte, dass wir vor Ort uns treffen können und das war dann etwas eine Hürde. Nichtsdestotrotz konnten wir von 2021 und 2022 die angestoßenen Projekte konsolidieren. Wir haben Innovationsgruppen gegründet, weil wir gemerkt haben, dass es wichtig ist, dass die Leute auch untereinander zu verschiedenen Themen aus verschiedenen Firmen und Bereichen zusammenarbeiten. Ich gehe dann nachher noch darauf ein und eben im 2023 haben wir dann evaluiert, konsolidiert und eine Dokumentation auch herausgegeben. Ich habe ein paar Exemplare hier, kann auch noch weitere zur Verfügung stellen und selbstverständlich ist das auch online zugänglich. Genau. Nochmals ganz kurz, was das Lab war. Es stand unter den vier Aspekten entwickeln, vernetzen, testen und erleben. Wir haben mit zwei Themenfelden begonnen begonnen haben das dann ausgebaut auf Gebäudebereich, Mobilität, City-Logistik und Energie. Die Firmen konnten sich über Canvas bewerben und wir haben das kuratiert. Die Räume waren zu Nebenkostenbedingungen erhältlich und es kamen rund 40 Pilotprojekte unter anderem eben zu Second-Life Batteriespeicher oder die Velohochbahn, das zirkuläre Bauen, Kreislaufwirtschaft und vor allem auch stadtverträgliche City-Logistik. Hier konnten zahlreiche Projekte angestoßen werden. Wir haben insgesamt mit zwölf strategischen Partnern und über 60 Partnerinnen und Partnern in diesen sechs Jahren zusammengearbeitet. Die Innovationsgruppen, die ich schon erwähnt hatte, die waren ganz wichtig im zweiten Teil des Lab-Verlaufs, um eben interdisziplinär auch Lösungen zu erarbeiten und auch Events waren ganz wichtig. Wir haben nicht ganz 120 Events veranstalten können und knapp 150 Führungen und bei den Führungen, das hat sich sehr bewährt, dass wir hier mit Basel Tourismus zusammenarbeiten konnten, weil wir hätten das selber gar nicht bewerkstelligen können. Rund 7000 Besucherinnen und Besucher haben das Lab besucht und hier ein kleiner Überblick zu den Partnerinnen und Partnern. Ja, worauf kam es an? Was war wichtig? In der Evaluation hat sich gezeigt, dass mit dem Fokus entwickeln es eminent wichtig ist, dass die Branche sich, eine Branche sich auch fachfremde Lösungen oder Probleme interessiert, dass wir Kollaborationen ermöglichen, um eben Lösungen zu finden, bei denen nicht nur die Elektrobranche oder die Baubranche involviert ist, sondern interdisziplinär zusammengearbeitet wird. Und für diese Zusammenarbeit, für das Entwickeln, ist es eminent wichtig, dass wir vom Betreiber her entsprechende Formate haben anbieten können und auch, dass die SBB vor allem auch diese Ressourcen zur Verfügung gestellt hat, dass die Projekte die Kosten, also die Mietkosten eigentlich zu einen sehr günstigen Bedingen beziehen konnten. Was wir gemerkt haben, was uns gefehlt hat, war wirklich auch ein Topf, eine Kreditmöglichkeit, dass wir Pilotprojekte unterstützen können. Das hat uns gefehlt. die Firmen müssen das selber finanzieren. Beim Vernetzen waren ganz wichtig die Räumlichkeiten, also eben, ich habe es schon erwähnt, es ist wichtig, dass man sich vor Ort trifft, vor Ort sich begegnet und Formate zur Verfügung gestellt werden, aber auch, dass das kuratiert und begleitet ist. Es müssen explizit verschiedene Player angesprochen werden, Wissenschaft, Wirtschaft, Bevölkerung, Verwaltung und Politik, um dieses interdisziplinäre Zusammenarbeiten auch zu erreichen und es braucht den geschützten Rahmen. Projekte müssen auch scheitern dürfen, man darf auch ins Blaue mal denken dürfen, auch die ist ganz wichtig. Und hierzu braucht es auch wieder die aktive Gestaltung dieser Möglichkeiten für die Begegnung und die Zusammenarbeit. Das haben wir vom Betreiber her als Lab ganz stark gespürt. Für das Testen war es wichtig, dass viel Freiraum zur Verfügung steht, eben gute Starthilfen da sind und die Infrastrukturen, das habe ich schon erwähnt. Dann das Erleben, das war auch ganz wichtig, dass wir auch mit Events den Firmen und den Leuten und den Betreibern vor Ort gegenseitig die Möglichkeiten geben konnten. Ich glaube, wenn ich auf die Uhr schaue, das betrifft nicht mich, dass ich nur noch drei Minuten habe. Ist das richtig? Genau, eben die Führung, das habe ich auch schon erwähnt. Aus Sicht der Partnerinnen und Partnern, dort hat sich gezeigt, dass auch wenn wir als Lab die Ziele gemeinsam gesetzt haben, dann ist das entwickeln, testen, vernetzen, erleben für die einzelnen Projekte auf Projektebene nicht immer hilfreich gewesen. Es war auch schwierig oder wichtig dann im Nachhinein haben wir gemerkt, die Rollenverteilung zwischen Trägerschaft und Partnerinnen immer wieder auch frisch neu zu definieren, weil sich das Lab verändert hat und wünschbar gewesen wäre noch eine stärkere Förderung der Community, als agile Community, dass sich die Community selber auch Ziele hätte setzen können. Genau, ich mache jetzt ganz kurz zu den ausgewählten Projekten, Meteo Blue hat ja selber hier einen Auftritt, abwollt komme ich gleich noch drauf, genau, das Projekt das ich vielleicht hervorheben möchte ist die Smart Energy, Olivier Ferilli wird ja nachher referieren, er war hier auch beteiligt von der IWB, hier ging es darum, dass auf dem Areal eine begrenzte Netzkapazität vorhanden war und in dieser Innovationsgruppe Energie hat man eine Lösung gefunden, um diesem Problem zu begegnen, indem man mit Solarstrom der Wellerhochbahn diesen in einem Second-Life Speicher mit alten Batterien diesen Strom speichert auf dem Areal und dass ein Logistikanbieter seine Events dort direkt aufladen kann. Von der Stadtentwicklung her haben wir auch andere Projekte, Smart City Projekte gemacht, beispielsweise die Bach-App erneuert, also es ist noch ein bisschen kalt, aber falls Sie in wärmeren Jahreszeiten in Basel sind, kann ich Ihnen sehr empfehlen diese App herunterzuladen, um das Schwimmen im Rhein sehr zu genießen und die Smarte Straße, das hatten wir auch das letzte Jahr vorgestellt, war auch ein spannendes Projekt innerhalb der Verwaltung. Wenn ich zurückschaue, dann ist es tatsächlich so, dass dieses Areal, dieses Wolf-Areal, das war ein weißer Fleck, den kannte man nicht und dank und mit dem Smart City Lab wurde dieser weißer Fleck in Basel bekannt, als es darum ging im großen Rat im Parlament den Bebauungsplan zu genehmigen, dann ging, das war dann allen bekannt, da gab es keinen Widerspruch mehr. Dank den Investitionen der SBB in Smart City Lab konnten neue innovative Unternehmen in Basel ansiedeln. Wir hatten internationale Besuche aus Deutschland mit dem Ministerpräsidenten Wilfen Kretschmann aus Frankreich oder auch der Schweizerische Städtetag hat auf dem Lab stattgefunden und wir haben private und Verwaltung hat wirklich zugunsten der nachhaltigen Areal- und Stadtentwicklung zusammen gearbeitet und auch für die Zukunft wertvolle Erfahrungen sammeln können. Das Lab und das ist auch ein Ausblick ein Lab benötigt ein klares Setting es braucht aber Investitionen durch die Grundeigentümer und die Offenheit aller Beteiligten dies so zu entwickeln. Wie machen wir als Stadtentwicklung weiter? Im Moment konzentrieren wir uns auf das Thema Daten und Datenräume. Wir sind in einem Projekt mit Freiburg und Müllus wo es darum geht zu schauen wie können wir den Datenaustausch trinational gestalten um Erkenntnisse zu gewinnen für die nachhaltige Stadtentwicklung und in die ähnliche Richtung geht der Versuch mit dem Digital Twin Simulationen für eine prospektive Stadtentwicklung machen zu können und das Letzte dieses der Laborgedanke in der Stadt den führen wir mit dem Superblock Test weiter er wurde heute morgen schon erwähnt und wird heute Nachmittag um Viertel nach fünf vorgestellt so vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit Vielen herzlichen Dank Barbara Alder für diese spannenden Einblicke von einem Lab zum nächsten Lab wir möchten herzlich begrüßen die nächsten zwei Referenten und zwar ist das einerseits Olivier Ferilli er ist Senior Innovation Developer mindestens so habe ich es gefunden bei IWB und Daniel Höfer Bereichsleiter Areale Infrastrukturen und Hafenbahn bei den schweizerischen Rheinhäfen begrüßen Sie bitte die beiden Herren wir sind gespannt auf eure Ausführungen Applaus Guten Morgen Vorstellung haben Sie bereits gehört von uns beiden Daniel Höfer Port of Switzerland Port of Innovation Sie sehen hinter mir das Bild des Hafens Klein-Hünigen den West-Key und den Ost-Key wie Sie wahrscheinlich mal mitbekommen haben oder auch alle genau wissen wir stehen vor einer großen Transformation im Klein-Hüniger-Hafen die Stadt- und Hafenentwicklung ist ein Stadtteil im Bereich des Kliebeck und des West-Key mit Wohnen Gewerbe Kultur in das Hafenareal vor der Hafen Klein-Hünigen wird sich in dem Zuge nach Osten weiterentwickeln und Transformationen bieten immer ein gewisses Momentum wir möchten dieses Momentum sehr gerne nachhaltig gestalten wir möchten den Hafenfirmen dort gemeinsam mit ihnen die nachhaltige Zukunft des Hafens entwickeln warum gehen wir als Port of Switzerland voran warum machen wir dort den ersten Schritt wir sind ein Landlord wir betreiben die Infrastrukturen auf den Baurechtsparzellen dort nicht wie Sie gerade gehört haben Baurechtsparzellen wir sind Baurechtsgeber wir vergeben die Parzellen im Auftrag der Kantone an Firmen und die Firmen bewirtschaften die machen dort Umschlag die betreiben den Hafen wir betreiben hier Infrastrukturen drumherum das bedeutet die Straßen die Hafenanlagen die Energieversorgung etc. aber wir möchten das auch nachhaltig tun im Zuge von dieser Transformation das bedeutet wir haben gesagt wir müssen ein Labor gründen in dem Labor können wir experimentieren können die Wirtschaftlichkeit in den Vordergrund auch stellen können zeigen wie kann man Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit miteinander verbinden und ermöglichen dort im Zuge von einer Toolbox den Unternehmen sich daraus zu bedienen und können im Zuge von diesem Labor was wir gemeinsam mit der IWB und Renos Sport Logistics der Ultra Prag und der FANW gegründet haben können wir dort weiterentwickeln wie entwickelt man ein innovatives Raffenlabor jetzt geht es wie entwickelt man ein innovatives Raffenlabor es gibt keine Kochrezepte dafür aber lassen Sie mich unsere Geschichte erzählen denn eigentlich wollten wir gar kein Labor Innovationslabor entwickeln es war eigentlich ein Explorationspfad wie hat alles begonnen wir hatten den Auftrag gemeinsam mit Renos mit Schweizerischen Rheinhäfen mit Ultra Prag Logistikfirmen ein Energiekonzept auf dem Hafen zu entwickeln und das war eigentlich der Ursprung unserer Kollaboration unserer ersten Zusammenarbeit man kann fast sagen das war das erste Pilotprojekt das wir schon gestartet haben bevor wir eigentlich ein Labor hatten wir haben dort ein Energie ein digitaler Energiezwilling entwickelt wo wir Szenarien rechnen konnten wie sich das Hafenlabor bewegen kann punkto Energie und eine große Herausforderung war oder ist immer noch die Photovoltaikanlage von Renos die sehr viel Strom ins Netz gibt und man hatte vor oder man hat immer noch vor das der Strom auf dem Areal zu nutzen das war eigentlich der Hauptfokus und es kamen sehr spannende Sachen heraus ich komme dann später noch einmal darauf zu sprechen aber das Konzept also das heißt die Zusammenkunft unserer Firmen hat dazu geführt dass wir plötzlich gemerkt haben ja das Konzept ist spannend aber eigentlich gibt es ganz viele andere Sachen die interessant wären die uns verbinden als Firmen Herausforderungen die uns verbinden wie zum Beispiel die Dekarbonisierung oder das Netto-Null-Ziel und somit haben wir gesagt wir können das nach dem Konzept wenn das Konzept steht können wir nicht einfach aufhören zusammenzuarbeiten also haben wir uns eigentlich regelmäßig getroffen nach diesem Konzept Erarbeitung und herausgefunden okay wir könnten eigentlich Dinge ausprobieren statt nur auf Papier zu arbeiten und so sind auch in der Kollaboration weit im letzten Jahr verschiedene Projekte entstanden zwei Pilotprojekte wir kommen dann gleich darauf zu sprechen auch den Wirkkreis wir sprechen auch von einem Ökosystem haben wir erweitert wir haben mit dem AWA also Amt für Wirtschaft und Arbeit zusammengearbeitet wir haben auch weitere städtische Ämter und Departemente eingeladen in unseren Kreis effektiv in den Roundtable auch die FHNW die uns dann auch verschiedene Inspirationen gab wie das so ein Lab aussehen kann und aus dieser Kollaboration und den Pilotprojekten haben wir uns gesagt ja wieso nicht ein Labor machen wo man nicht nur jetzt in einem Jahr Dinge testet sondern wo man echte Probleme immer wieder ausprobieren kann oder Lösungen dieser Probleme ausprobieren kann und eben weiterentwickeln kann spannend war natürlich weil es sich um eine Industrie ein Logistikareal handelt und nicht herkömmliche Stadtentwicklung und Ende Jahr sind wir so weit gewesen dass wir eigentlich gesagt haben ja entweder machen wir das so weiter oder wir hören auf oder wir machen es größer das waren drei Wege und wir haben uns für das dritte entschieden wir machen es größer wir sind in der Gründung eines Vereins der Port of Innovation und möchten das weiterführen aber bevor wir zeigen was wir dann machen zeigen wir was die verschiedenen Pilotprojekte gezeigt haben genau die weiße Straße die weiße Straße kommt noch nicht jetzt noch nichts da jetzt kommt es jetzt wunderbar wir haben dann angefangen mal zu schauen was sind denn Themen für uns als Infratreiber der auf einer anderen Flughöhe wie die Firmen quasi die Themen betrachtet und was sind Sachen die wir daraus ermitteln können die wir alle nutzen und ein Blick auf die Hitzekarte und die vergangenen Sommer zeigen ganz klar dass das Thema Hitzeinseln in der Stadt ein riesen Problem ist und noch werden wird zumal wir als Industriegebiet in Klein-Hünigen sehr enge Nachbarschaften zu Wohngebieten haben das bedeutet der Hitzespeicher des Hafens strahlt in der Nacht in der Nachtauskühlung verhindert er quasi die Nachtauskühlung für die Wohngebiete und belastet die zusätzlich nicht nur am Tag mit Lärm- und Staubemissionen sondern auch in der Nacht mit verhinderter Nachtauskühlung wir haben dann geschaut wo sind die Hebel und das sind vor allen Dingen bei uns unsere eigenen Straßen unsere eigenen Infrastrukturen aber auch die Flächen der Baurechtsnehmer die vor allen Dingen im Bereich der Container-Logistik eigentlich nur befestigte Flächen sind und eben ein perfekter Wärmespeicher wir haben dann gemeinsam mit Meteor Blue ein Experiment gemacht wir haben einfach mal ein Stück Straße an der Grenzstraße das ist der Nordke an der Grenze zu Deutschland haben wir mal gemessen man sieht auf dem oberen Bild das ist sehr warm es ist auch ein sehr warmer Tag gewesen man sieht es so ein bisschen an den Schienen wie sie dort rot glänzen und dann haben wir gesagt okay tun wir es einfach mal weiß streichen einfach mal um ins Doing zu kommen nicht um klar das haben schon viele Leute gemacht und es gibt dadurch auch Daten aber wir wollten einfach selber die Daten ermitteln und dann haben wir das weiß gestrichen einfach mit einer Straßenmarkierung an einem sehr stark befahrenen Bereich wo ein Betonwerk ist wo es viel LKW-Verkehr hat und man sieht auf dem unteren Bild obwohl der Tag heißer ist ist die Oberfläche der Straße wesentlich kühler es gab aber auch weitere Erkenntnisse aus dem Projekt es blendet natürlich es ist der Skipisten-Effekt und wir haben auch die gefühlte Temperatur gemessen die gefühlte Temperatur ist höher durch die Abstrahlung aber die relative Temperatur wie man sieht ist niedriger das bedeutet für uns jetzt wir können mit diesem Element können wir eigentlich in unserer Klima-Toolbox einen Schritt weiter gehen und können jetzt sagen wir tun jetzt mal eine Experimentalfläche auf einer Brache liegenden Baurechtsparzelle ausscheiden und tun dort mit verschiedenen Belägen experimentieren und die auch weiter messen der Vorteil ist für unsere Baurechtsnehmer dass wir verlässliche Daten bekommen Vor-Ort-Daten nicht Daten die an einem anderen Ort ermittelt wurden es sind Kosten vorhanden hinterher wir wissen was kostet das und wir wissen auch ganz genau was gibt es für einen Benefit in Bezug aufs Klima jetzt kommt natürlich auch das Thema Wirtschaftlichkeit das muss auch wirtschaftlich sein und wenn man sich vorstellt vor zwei Jahren hat es in Indien dieses Jahr in Thailand Temperaturen über 50 Grad da tut im Hafen niemand mehr Umschlag machen und das ist ja eigentlich auch ein Benefit wenn man die Zeiten die Umschlagszeiten beibehalten kann indem man das Klima also das Mikroklima des Hafens die Temperatur absenkt und dadurch das Industriegebiet eigentlich leistungsfähig bleibt wenn es nicht leistungsfähig bleibt können wir auch nicht auf Landzeiten aufgrund der Nachbarn ausreichen das heißt wir können nicht in den frühen Morgenstunden oder späteren Abendstunden den Umschlag verlagern weil es am Tag durch zu heiß ist sondern wir sind auf diese Zeiten festgelegt wir möchten damit aber auch weitere Projekte generieren wir möchten andere Themen noch in Kombination ausprobieren eben auch in Form eines Labors zum Beispiel Fassaden Dachbegrünung wie wirkt sich das in Kombination aus und das ist ein Teil von dieser Toolbox die wir unseren Baurechtsnehmern dann an die Hand geben und sagen hey da haben wir Kosten Effekte und auch klare Zahlen ermittelt und ihr könnt das in eure Projekte einpflegen die im Zuge der Transformation stattfinden zum zweiten Pilotprojekt das war angegliedert an unser Konzept Energiekonzept das wir gemacht haben das zeigte nämlich auf dass die beste Variante also die beste Lösung für ein Überschuss Stromüberschuss auf dem Hafen eigentlich die Vernetzung ist also nichts Weltbewegendes da zumal war es noch viel strenger oder viel wichtiger daran zu denken weil vor zwei Jahren hatte man die ganzen Energiepreise die explodierten also war das sehr ein wichtiger Punkt als wir dann das Ganze ein bisschen realistischer angeschaut haben quasi weg vom digitalen Zwilling in die Praxis hat man schnell gemerkt ja für Netzen schön aber sehr teuer fast nicht umsetzbar auf einem Hafengebiet das eben in Umsetzung ist also in Transformation ist und es gab auch oder es gibt immer noch Regulatoren die dagegen sprechen dass man das einfach tun kann in so einem Areal also das heißt wir konnten nicht das umsetzen was wir einem vorgeschlagen haben das ist eigentlich die schönste Situation für einen Innovationsmanager weil dann kommt die Innovation ins Spiel und wir haben sofort auch ans Wolf Areal gedacht was hat man dort gemacht man hat natürlich Second Life Batterien genommen also E-Auto Batterien man hat die in einen Container gepackt wir sprechen davon ab 1 Megawattstunden Größe und auch Salzbatterien es muss nachhaltig sein wir wollen den CO2 Fußabdruck reduzieren und was Spannende ist durch neue Lösungen gibt es ganz neue Aspekte die berücksichtigt werden können die zum Beispiel bei der Vernetzung nicht zustande kamen hier haben wir einen Teil den Strom vom Tag in die Nacht zu bringen das ist das Normale dann gibt es hier sehr starke Lastspitzen die man brechen kann mit solchen Batterien und auch E-Ladelösungen oder Schnelllösungen für LKWs E-LKWs sind hier möglich durch solche Lösungen und so wie wir das quasi umgesetzt haben auch immer noch in Umsetzung sind iterativ möchten wir eigentlich auch den Hafen das Labor gestalten genau das Labor besteht vor allem darum ins Doing zu kommen nicht jetzt erst große Pläne zu machen und dann danach eine Strategie zu entwickeln die mit anderen Firmen abzugleichen sondern wirklich konkrete Probleme zu nehmen und da wir uns im Hafenareal in unserer großen Baurechtsparzelle befinden können wir solche Themen auch ohne große Bürokratie umsetzen wir können auch Try and Error machen wir können qualifiziert verwerfen und wir können vor allem auch eine Open Source Situation herstellen wo wir unsere alle unsere Fakten die wir ermitteln auch weiter zur Verfügung stellen können die auch an Universitäten rausgeben deswegen auch die Kooperation vorne mit der FANW wo wir auch studentische Projekte Forschungsprojekte hineinbringen können und das alles um diese spezifischen Problemstellungen die aber auch immer wieder mit der Wirtschaftlichkeit und der Effizienz der Betriebe verknüpft sein müssen dass wir die konkret angehen können und in dem Sinne dann auch wirklich spezifische Lösungen haben die aber zum Beispiel um ein digitales Modell auch wieder skalierbar sind wo man auch in der Planungsphase klare Daten und Werte hat was ist hinter der Outcome und dann kann man es einfach umsetzen und wenn man ergebnisoffen ist das rechte Bild dann kann man auch innovative agile Ansätze fahren das heißt dass man die Idee zuerst exploriert ganz bewusst also verschiedene Lösungen offen lässt dann validiert das ist dann der Test der offizielle Pilot auf dem Areal und hintendran unser Aspekt oder das was wir verfolgen als Ziel ist dass man das skalieren kann sei das in andere Industrieareale sei das in der Stadt aber auch dem Unterrein entlang ganz genau ja damit sind wir am Ende wir suchen natürlich immer tatkräftige Mitstreiter egal auf welcher Ebene sei es nun Firmen die ähnliche Themen schon mal gemacht haben die uns Daten zur Verfügung stellen möchten die uns Inputs geben möchten die Ideen haben wie man Themen umsetzen kann wir haben das Areal wir haben das Problem und das möchten wir jetzt gemeinsam lösen und wir sind der Meinung je offener man das gestaltet und je mehr man einlädt umso bessere Lösungen und so mehr Lösungsmöglichkeiten erhalten wir vielen Dank vielen Dank sehr gut vielen herzlichen Dank den beiden Herren für diese tollen spannenden Einblicke aus der täglichen Praxis meine Damen und Herren es ist etwas eingetroffen bei dem wir in der Planung nicht damit gerechnet haben wir haben ein paar Minuten Luft gekriegt das heisst es gibt eine ganz kurze Pause wir fahren weiter um 11.30 Uhr und verlassen die Labore und gehen hinüber zur Logistik bis später an und einen Vielen Dank. 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 Einerseits Präsident des Logistik-Clusters der Region Basel und Andererseits CEO der CEO der Landbrecht Pharma Logistics AG. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir müssen nicht mehr. Ich erinnere mich auch auf Andreas Dörr. Wie schätzt. viel in allen Bereichen, Nachhaltigkeit ist eben extrem umfassend und nicht nur ein Sektor und in dem Sinne machen wir viel, wir haben zum Beispiel sichere Verkehrswege und wir stellen dann auch sicher, dass die Finanzierung nachhaltig ist und längerfristig gesichert, all das, all diese Elemente führen für mich zu einer 7. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich lege hier noch eine Schippe drauf, ich gebe eine 8 und zwar haben wir in der Schweiz 80% von allen Tonnenkilometern, die gefahren werden, werden mit Euro 6 Fahrzeugen, sprich der saubersten Norm gefahren. Wir haben einen Bahnanteil im Güterverkehr von 40%, das ist weltweit Spitze und im Jahr 2001 wurde die LSVA, die Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe, eingeführt, das hat dazu geführt, dass wir Leerfahrten massiv reduziert haben und die Auslastung massiv gesteigert und ich glaube, wir sind hier weltweit wirklich sehr, sehr weit vorne. Dankeschön. Okay und hallo von mir, wir als Avia haben ein Angebot im Bereich Elektro mit Avia Volt und auch im Bereich Wasserstoff, das heißt wir betrachten das Thema von den zwei Seiten her und wir betrachten das gern ganzheitlich, sowohl von der Produktion bis hin zur Abgabe. Produktion im Bereich Strom in der Schweiz hervorragend, jede zweite Kilowattstunde ist erneuerbar produziert. Ladepunkte gibt es über 11.000 in der Schweiz, auch sehr, sehr gut und Bestand an Fahrzeugen wächst signifikant jedes Jahr, aktuell Pw ist 170.000 und bei der LKW sind es um die 500 aktuell. Beim Wasserstoff ist es nicht ganz so schön, noch nicht. Produktion noch ausbaufähig, da sind wir noch nicht dort, wo wir hin müssen, also inländische Produktion von grünem Wasserstoff. Bei der Abgabe als solches sind wir sehr, sehr gut unterwegs, da haben wir mittlerweile 17 Wasserstofftragstellen, vor vier Jahren waren das drei und bei den Fahrzeugen stagnieren immer ein bisschen auf, aus dem Hintergrund, was die letzten zwei, drei Jahre weltpolitisch passiert ist. Das heißt, dort gibt es auch noch Luft, aber am Ende komme ich dann trotzdem auf für 5,5. Super. Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich lege mich bei einem 6 bis 7 fest. Kommt auch ganz darauf an, das funktioniert nicht so gut. Das wusste er schon, damals steht er schon bereit. Und hier geht es besser. Genau. Kommt auch ein bisschen darauf an, von welchen Strassen wir jetzt sprechen. Sind es die kommunalen Strassen oder sind es die Nationalstrassen? Ich glaube, das unterscheidet sich ein bisschen. Und die Handelskammer bei der Basel hat natürlich ein umfassendes Nachhaltigkeitsverständnis. Also es ist nicht nur die Ökologie, sondern auch die Ökonomie und das Soziale, das wir in diese Überlegungen einfließen lassen. Und das kommt, dann komme ich auf etwa eine 6 bis 7. Ökologie, CO2-Reduktion. Wir haben unser Klimaziel 2050. Basel-Stadt noch ein bisschen ambitionierter. Da sind wir auf dem Weg in eine gute Richtung. Der Schlüssel wird der technologische Fortschritt sein, wie wir hier an dieser Messe auch deutlich erkennen. Bei der Ökonomie, da finde ich eben auch, ist die Finanzierung ganz entscheidend. Die Strasse finanziert sich heute selbst. Das haben wir also gute Noten. Nicht so gute Noten haben wir bei den Staukosten, die wir nach wie vor generieren. Weil Engpässe vorhanden sind, sind wir bei der Infrastruktur als solches. Und beispielsweise beim Sozialen geht es natürlich auch um Lärmreduktionen. Da finde ich, haben wir gute Noten, haben wir gute Regeln, wird auch viel investiert für den Lärmschutz gegenüber der Bevölkerung. Ebenso im Bereich der Sicherheit. Also 6 bis 7 mit Luft nach oben. Danke. Ja, guten Tag. Auch meinerseits. Meine Optik ist vielleicht etwas die des Nutzers des motorisierten Individualverkehrs. Und da ist die Note eher schlecht. Weil die Benutzung der Infrastruktur, die da ist, die ist erschwert, weil eben zu wenig Infrastruktur da ist. Wir haben, und das führt auch zu einem Nachhaltigkeitsdefizit, weil Stau, das bringt Zeitverlust, wirtschaftlichen Verlust, aber auch ökologischen Verlust. Und wir müssen aus meiner Sicht hier sehr viel effizienter werden in der Verkehrsabwicklung, in der Mobilitätsfrage. Und das ist eben auch eine Frage der Nachhaltigkeit, die Effizienz. Wenn wir also die Effizienz sehen, dann muss ich sagen, bezüglich dem motorisierten Individualverkehr ist das nachgerade ungenügend. Wir haben aber Gott sei Dank eine solide Finanzierung. Wir haben auch den öffentlichen Verkehr. Wir sind auf Kurs mit der Dekarbonisierung. Auch der Individualkäufer, der Wähler der Mobilität hat eine Auswahl, zu welcher Mobilität er wünscht. Das finde ich auch ganz wichtig. Weil die Auswahl, die muss bleiben. Wo wir strikt dagegen sind, ist quasi der Befehl, welche Mobilität und die Auswahl. Die ist also grundsätzlich gegeben. Das stimmt mich wieder etwas optimistischer. Und so kommt man dann, denke ich, komme ich etwa auf eine 5 bis 6. Dankeschön, Andreas. Aber das hört sich eigentlich global gut an. Ich fasse das so zusammen und interpretiere das so. Wir sind eigentlich gut unterwegs, aber es gibt noch ein bisschen Luft nach oben und wir können da doch noch das ein oder andere noch tun. Jetzt vielleicht zuerst zu dir, Martin, Martin Lörger. Du oder ihr als Gruppe habt sicherlich eine Nachhaltigkeitsstrategie. Ihr habt 200 Fahrzeuge in eurer Flotte und davon sicherlich auch ein paar im Elektro- oder sogar im Wasserstoffbereich. Wenn man eine so eine Flotte hat, dann ist ja auch die Zukunftsplanung und die Flottenplanung ein wichtiges Thema. Wie siehst du das in den kommenden Jahren? Wie wird sich das bei euch entwickeln? Oder wie siehst du das allgemein in der Branche? Gehen wir da Richtung Elektro, gehen wir Richtung Wasserstoff? Ist es beides? Und wie schätzt du das ein? Also vielleicht muss ich dazu sagen, bei uns ist der Treiber für alternative Antriebe die Kundschaft. Nebst dem, dass wir selbstverständlich auch ideologisch davon überzeugt sind. Wir setzen heute, Stand jetzt, 15 vollelektrische LKWs ein. Bis Ende Jahr werden es 30 sein. Wir haben eine Roadmap gemacht bis 2028. Da werden es 70 vollelektrische LKWs sein. Und so werden wir 50 Prozent von unserem CO2-Ausstoß halbieren können. Das machen wir freiwillig. Auch der Ausbau der ganzen Ladeinfrastruktur. Wir bauen aktuell in Frauenfeld den grössten Schnellladehöp von Europa. Alles überdacht mit Photovoltaik und produzieren so unseren eigenen Strom. Und wir werden 20 LKWs autark betreiben können. Für den Rest der Flotte ab 2028 sind wir technologieoffen. Ich denke, das ist sehr wichtig. Egal was kommt, synthetische Treibstoffe, Wasserstoff spielt an und für sich keine Rolle. Wir sind offen. Wir wollten einfach nicht warten. Wir haben vor drei Jahren das Projekt gestartet. Wir fahren heute. Und darum sind wir auch am Schluss bei der Batterietechnologie gelandet. Das ist einfach das Einzige, das aktuell in der Breite verfügbar ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Du hast das Thema Ladeinfrastruktur erwähnt. Vielleicht da die Frage auch an Thomas. Zukunft kann man tanken. Keine Realität. Oder keine Vision, sondern Realität. Das ist ein Punkt im Wert hier. Ja, zum Beispiel jetzt beim Thema Tankstellen, Lademöglichkeiten. Wie schätzt du, hier in der Schweiz, sind wir da genügend aufgestellt? Also wie gesagt, im Bereich E-Ladepunkte mit 11, ich meine genau sind es 11.300. Ich denke, das ist eine sehr, sehr gute Netzdichte. Bei den Wasserstofftankstellen haben wir mit diesen aktuell 17 Tankstellen. Die Schweiz ist zum Glück sehr kompakt und somit decken eigentlich die 17 Tankstellen die Schweiz ab, was Wasserstoff angeht. Es sind andere, weitere auch in Planung. Die Tankstellen funktionieren auch. Wir hatten, muss man auch sagen, am Anfang ein paar Kinderkrankheiten, die sind aber weg. Was fehlt, ist einfach dieser, und da ist natürlich die weltpolitische Lage in den letzten zwei, drei Jahren schuld. Der Push im Bereich Fahrzeugmodelle, weitere, die halt auch eine gewisse Marktreife haben. Aktuell haben wir überwiegend die Hyundai-LKWs, die bei uns tanken, den Wasserstoff tanken, um die 50 Stück. Es gibt da noch zwei, drei andere Hersteller. Im PB-Bereich gibt es auch noch ein paar Fahrzeuge. Es gibt noch im ÖV. Aber generell, die Infrastruktur ist gut. Sie kann genutzt werden. Uns fehlt eigentlich, die Produktion zu steigern und auch, und dann letztendlich die Weiterentwicklung von Fahrzeugen, die Vergrößerung vom Angebot. Man muss auch sagen, dass die Schweiz mit den 17 Stationen auf Platz 4 in Europa mittlerweile ist, was die Netzabdeckung angeht. Dankeschön. Ich gehe mal zu dir rüber, Jörg. Verschiedene Punkte wurden angesprochen. Stau einerseits, oder da haben wir immer wieder in der Vergangenheit gelesen, wegen der berühmten Brücke. Aber ganz allgemein, wir wissen ja, wenn es um die Auslastung der Flächen geht, haben wir ja eine hohe Auslastung auf der Straße. Es geht, die Personenkilometer anzurechnen. Wie siehst du oder welche Priorität als Astra verfolgt, um eben auch die Nachhaltigkeit weiter zu pushen? Ja, also vielen Dank. Wir unterstützen natürlich dieses Thema, wo wir nur können. Und wir denken und handeln in fünf wirklich gleichwertigen Feldern. Und das ist der Mensch, das Fahrzeug, die Infrastruktur, die Finanzierung und die Daten. Als übrigen Beispiel. Beim Mensch geht es darum, dass natürlich die Ausbildung zum Beispiel adäquat ist, sodass möglichst wenig Unfälle passieren. Beim Fahrzeug geht es darum, dass wir die neuen Technologien ermöglichen. So hat das Parlament zum Beispiel Zusatzgewichte gegeben für die Antriebsformen, für Camionette bis 3,5 Tonnen, aber dann auch für die LKB bis zu 2 Tonnen mehr Gewicht wegen den Batterien. Infrastruktur wurde erwähnt. Das geht von der Ladeinfrastruktur entlang den Autobahnen, wo wir wirklich uns zeigen können, da sind wir weltweit wirklich ganz, ganz weit vorne, bis natürlich zu einer gut unterhaltenen Infrastruktur, was immer anspruchsvoller wird. Deshalb erfinden wir mit der Industrie so Dinge wie die Astra Bridge, die bis vor kurzem noch eine Astra Beach war. Aber das ändert sich jetzt gerade. Und es geht dann natürlich auch in die Redundanz, in die gezielte Engpassbeseitigung, was wir hier in Basel auch planen. Und ja, bei den Daten geht es darum, dass wir zum Beispiel bei der Straßenverkehrssicherheit enorm gut sind im internationalen Vergleich. Das heisst, wenn wir die letzten 10, 20 Prozent des Potenzials noch abholen wollen, dann müssen wir viel bessere, belastbarere Daten haben, um wirklich zu wissen, wo das Problem liegt, um dann gezielt noch reagieren zu können. Und beim letzten Punkt bei der Finanzierung, dort haben wir ja die Vorlage, über die Sie dann 2028 abstimmen werden, nämlich die sogenannte E-Abgabe, damit auch E-Mobile dann ihren Beitrag leisten zum Verbrauch der Infrastruktur. Vielen Dank. Du hast da Region angesprochen, Basel, da denkt man immer sofort auch an den Rheintunnel. Vielleicht die Frage, Andi, an dich zuerst, aus deiner Sicht, inwiefern bringt uns dieser Rheintunnel eine Entlastung und auch die gewünschte Nachhaltigkeit, außer jetzt, dass es sicherlich Stau reduzieren wird? Das ist sicherlich unumstritten. Aber welche andere Punkte siehst du da noch? Ja, der Rheintunnel ist absolut zwingend. Das ist, wer Basel kennt und täglich nach Basel reinfährt oder auch wieder rausfährt, man steht einfach im Stau. Das liegt im Wesentlichen darin halt, dass der Transitverkehr und der lokale Verkehr über das gleiche Netz geht und das mit dem Verkehrswachstum ist das schlicht nicht mehr möglich. Der Rheintunnel wird eben den Transitverkehr trennen können vom lokalen Verkehr und das führt automatisch wieder, dass der lokale Verkehr fließt. Das führt wiederum, dass die Straßenhierarchie funktioniert, also dass der Verkehr nicht diffundiert. Wenn die Hierarchie funktioniert, haben wir den Transitverkehr hier im Rheintunnel, den lokalen Verkehr auf der Osttangente und die Quartiere sind wieder lebenswert und werden nicht vom Schleichverkehr oder von den Abkürzungen durchseucht. Deshalb ist es auch ein Win-Win für alle Seiten und das wiederum bedeutet neben dem Stau, was heißt Stau? Es heißt auch eben wieder Lebenswertigkeit in den Quartieren, in der Stadt, man kommt wieder überhaupt erst in die Stadt. Das heißt, man bleibt immer dabei, Mobilität ist auch Wirtschaft, ist auch der Mensch lebt mit Mobilität und wenn sich die Stadt einfach keinem mehr in die Stadt kommt, weil immer zu ist, dann wird auch die Stadt sterben. Also wenn ich das jetzt lokal sehen will, deshalb ist es auch für die Stadt Basel extrem wichtig, es ist für die Region wichtig und es ist wirklich eines der zentralsten Projekte der nächsten Jahre. Ich denke, wir können ja auch sagen, wenn wir von Stau reden, dann reden wir auch von einem Element, was uns auch sehr viele Kopfschmerzen bringt, ich spreche jetzt da speziell als Logistiker auch, weil warum? Wir haben weniger Planungssicherheit, wir haben höhere Kosten, die sich dann auch immer wieder auf die Kundschaft überträgt. Es ist überhaupt nicht nachhaltig, weil auch dort, ich muss eventuell mit der Zeit mehr Fahrzeuge einsetzen, weil ich muss trotzdem die Bedürfnisse der Kunden abdecken, speziell jetzt auch aus der Pharma-Sicht, wo wir dann doch das eine oder andere haben, was mit On-Time zu tun hat. Entsprechend ist es sicherlich von Vorteil, wenn wir den Stau wegbekommen in allen Bereichen, die wir bislang gehört haben. Vielleicht Martin zum Thema Rheintunnel auf der einen Seite, aber vielleicht auch auf der anderen Seite als Handelskammer. Was bewegt ihr oder welche Themen bespielt ihr da, um auch dieses Thema Nachhaltigkeit weiter zu pushen? Es ist ein wirklich sehr, sehr breites Feld und nebst dem Rheintunnel, wo wir uns sehr engagieren, weil wir davon überzeugt sind, dass eben stehender Verkehr nicht nachhaltig ist, engagieren wir uns natürlich auch im Bereich von, sag ich mal, den integrierten Netzen, die für die Logistik eben auch extrem wichtig sind. Wir sind davon überzeugt, dass Strasse, Schiene, Wasser miteinander Netze bilden müssen, wo der Austausch und die Interoperabilität zwischen diesen Netzen gut funktioniert. Und da haben wir gerade in unserer Region natürlich schon auch einen grossen Handlungsbedarf. Stichwort Trimodales Terminal Gateway Basel-Nord, ein Projekt, das inzwischen viele Jahre alt ist und in den Verfahren stecken bleibt. Über zehn Jahre sind wir jetzt dabei, eigentlich etwas Nachhaltiges realisieren zu wollen, aber man kommt mit unseren Verfahren leider wirklich nicht vom Fleck. Und da besteht Handlungsbedarf, da braucht es meiner Meinung nach auch ein anderes Mindset in der Bevölkerung, in der Politik, dass wir diese Infrastrukturen, die wir brauchen, sei es Ladeinfrastrukturen, sei es jetzt aber eben auch Terminals, um diese Verkehrsketten effizient und nachhaltig miteinander verbinden zu können, braucht es einfach eine Beschleunigung und eine schnellere Realisierung. Da müssen wir in den Köpfen ein bisschen umdenken. Wir fokussieren uns momentan ein bisschen zu stark auf Ziele. Ziele sind gut, meine Damen und Herren. Die haben wir jetzt aber formuliert. 2050, noch ambitionierter. Wir haben viele Strategien. Wir müssen jetzt den Schritt schaffen zur Umsetzung. Wenn wir immer nur über Ziele und die vielleicht sogar ein bisschen überambitionierte Ziele formulieren, laufen wir auch Gefahr, wenn wir nie etwas realisieren können und die Ziele nie erreichen, dass wir das Interesse daran verlieren. Es gibt ein Beispiel dazu, das ich immer wieder bringe, das ist die Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene. Alpenschutzinitiative, Sie erinnern sich, vor vielen, vielen Jahren, Ziel 600.000 LKW im transitierten Güterverkehr haben wir bis heute noch nie erreicht. Finden Sie heute Politikerinnen und Politiker, die sich für dieses Ziel noch engagieren. Das kann, dann verlieren die Politiker das Interesse. Die wollen gewinnen, die wollen Erfolge, wollen wir alle. Also es ist schon auch wichtig, dass wir jetzt den Schritt zu den Massnahmen finden. All die guten Ideen, die sich auch da präsentieren, die brauchen beschleunigte, schnelle Verfahren, dass wir da Fortschritte machen können. Da setzen wir uns als Hanselskammer auch gerade in dieser Terminal-Diskussion seit vielen Jahren ein. Aber es braucht immer noch einen sehr langen Atem. Und es wäre schade, wenn Innovationen durch die Verfahren im Keime erstickt werden und sich nicht realisieren lassen. Vielleicht geben wir ja zu dem Punkt das Mikrofon weiter direkt an Andi. Du bist ja in der Politik tätig einerseits. Was braucht es aus deiner Sicht mehr aus politischer oder auf politischer Ebene, damit wir eben auch die Systeme, die jetzt Martin angesprochen hat, beschleunigen können oder verändern können? Ja, das ist die, die Politik ist im Moment relativ zu fahren. Jeder beharrt auf seinen Positionen, es polarisiert und dazu kommen eine Umzahl von Einzelinteressen. Und im Moment ist die Politik sehr Einzelinteressen belastet, muss man sagen. Und dann haben wir Entscheidungsräume, die eben die Einzelinteressen letztlich begünstigen. Am Schluss haben wir die, also jetzt bist du auf der Mega-Ebene, aber im Prinzip können immer Einzelinteressen ein Gesamtinteresse blockieren. Das ist der Stillstand momentan in der schweizerischen Politik. Und man findet für jedes Projekt, das kann gut sein oder schlecht sein. Für jede Verdichtung Raumplanung. Jeder will Verdichtung, aber dann doch nicht bei mir. Jeder will zwar fahren, aber die Straße nicht bei mir. Es geht übrigens auch für den öffentlichen Verkehr. Jeder will ein Tram, aber das Tram dann doch nicht bei mir. Also es ist, die übergeordneten Interessen der Allgemeinheit werden letztlich heute von den Einzelinteressen direkt Betroffener schlichtweg immer übersteuert. Und diese Schwierigkeit, da haben wir eine Blockade in der Politik, das wird sich wahrscheinlich nur ändern lassen, wenn man tatsächlich das höhere Gemeininteresse stärker gewichten kann. Und da werden wir nicht drum herum kommen. Sonst wird gar nichts gehen. Jörg, vielleicht an dieser Stelle das Wort an dich. Du bist natürlich auch mit den Entwicklungen aus der Politik konfrontiert. Wir hatten das Thema Rheintunnel. Welche anderen Projekte bespielt ihr aktuell, die für uns wichtig sind? Ja, also eben in der Infrastruktur geht es darum, dass wir sie mal gezielt unterhalten können. Das ist Konsens von links bis rechts und die Kundschaft finanziert das auch. Über sehr stringente Finanzierungsmittel wie den Nationalstassen- und Agglomerationsverkehrsfonds. Daneben muss ich klar sagen, als Betreiber der Nationalstassen und als einer, der zur Hälfte der Gemeindepräsidentinnen der Schweiz Kontakt pflegt und zu allen Regierungen, wir müssen unbedingt auch punktuell etwas mehr Verkehrsfläche kriegen. Das geht für die Schiene übrigens genau gleich. Und zwar völlig pragmatisch. Es geht nicht darum, dass wir wieder mit 120 jederzeit Tag und Nacht durch die Schweiz brettern können. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass die Nationalstasse gerade in der Agglomeration, wie Andreas das gesagt hat, einfach ihre Funktion der Drennagewirkung, der Entlastung für die Regionen verliert. Und wenn das passiert, dann verkehrt der Verkehr wieder dort, wo er ineffizient und unsicher ist. Also dort, wo das Velo verkehrt. Dort, wo der Busverkehr stattfindet. Und in dem Sinne plädiere ich wirklich ein bisschen dafür, dass wir diese Infrastrukturgeschichten, diese punktuellen Ausbauten, sei es Strasse, sei es Schiene, sei es irgendwo auch mal eine Stauwand- oder Staumauererhöhung, etwas pragmatischer sehen. Ich kann auch sehr schnell einfach klar sagen, wir haben Nutzungszeiten, auch ökonomisch gesehen. Also wir schreiben beispielsweise unsere Tunnelwerke, also einen Reintunnel dann, auch wenn der 2 Milliarden kostet, den schreiben wir buchhalterisch auf 40 Jahre ab. So, das heisst, rein volkswirtschaftlich hat nach 40 Jahren die nächste Generation absolute Entscheidungsfreiheit ökonomisch. Will sie das Ding noch oder will sie es nicht mehr? Und das sehen Sie auch ein bisschen, wenn Sie Historie pflegen, sei es auf Filmen, Fotos, sei es in Schriften. Ja, die Welt ändert sich und so plädiere ich sehr dafür, für all diese Infrastrukturerweiterung, die wir jetzt brauchen, für eine Nutzung, klar definiert von 80 bis 100 Jahren. Dann können Sie wieder entscheiden, ökonomisch eben schon nach 40 Jahren, dass wir das etwas pragmatischer sehen. Es ist nicht für die Ewigkeit gebaut und es ist nicht so, dass man sagen müsste, du baust jetzt hier den Reintunnel, das ist dann in alle Ewigkeit genagelt. Nein, das hat eine Nutzungszeit, es hat enormes Potenzial. Ich erinnere daran, dass beispielsweise ein Reintunnel mit einem Kosten-Nutzen-Faktor hinterlegt ist, von mindestens Faktor 2, das heisst, die Region profitiert dann von Mitnahmeeffekten im Milliardenumfang. Ein letzter Punkt vielleicht noch, ja, so stark ich mich einsetze für punktuelle Ausbauten, Strasse und Schiene, so klar bin ich auch der Meinung, wir müssen daneben parallel auch besser, effizienter nutzen, was wir schon haben. Das geht von der Coatturage auf dem Straßenverkehr bis hin vielleicht sogar zu einem Pricing. Danke. Interessantes Wort, Pricing. Vielleicht Martin an dich das Wort. Wir haben es vorhin gehört, Flottenplan natürlich einerseits. Wie sieht das aus, allgemein mit den aktuellen Regulatorien oder mit den bekannten Gesetzen, die wir haben, insofern, um da auch eine gesteckte Planung zu machen, in welches Antriebssystem ihr dann dort investiert. Wie siehst du das auch für die Weiterplanung eurer Nachhaltigkeitsaktion, Aktivitäten, Maßnahmen? Seid ihr da gut aufgestellt? Das ist das Zusammenspiel vielleicht Verwaltung und Politik? Die Schweiz ist eines der führenden Länder bei der Elektrifizierung des Güterschwerverkehrs. Wir sind auf Rang 2, Norwegen ist auf Rang Nummer 1. Warum ist das so? Das ist so, weil die Elektro-LKWs im Moment von der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe befreit sind. Das gibt uns Spielraum, damit wir die Mehrkosten der Fahrzeuge im vernünftigen Zyklen wieder amortisieren können. Aber was wir brauchen, ist Planungssicherheit. Und die Planungssicherheit ist aktuell bedingt gegeben. Es gibt eine Revision des LSVA-Gesetzes. Es gibt eine Reform, die sogenannte LSVA-Reform 3. Und da sollen die LKWs dann besteuert werden ab 2031. Das ist im Moment in der Vernehmlassung. Das ist auch richtig so, dass diese LKWs besteuert werden. Aber wir brauchen einfach die Sicherheit, wenn wir Fahrzeuge beschaffen, dass wir mindestens die sieben Jahre, die jetzt in der Vernehmlassung stehen, auch haben. Und das verbindlich. Im Moment ist es gut aufgegleist. Aber es ist in der Formulierung von der Vernehmlassung sehr viel mit kann. Und der Bundesrat kann in Eigenregie das dann wieder ändern. Und das hilft uns leider nichts. Es sind sehr hohe Investitionen. Wir brauchen Technologieoffenheit, auch in der Verordnung von der LSVA. Das ist im Moment nicht gegeben. Es sind nur Elektro- und Wasserstoff, die bevorzugt werden und andere alternative Treibstoffe nicht. Also das ist wichtig, dass wir einfach Planungssicherheit haben. Mehr brauchen wir eigentlich gar nicht. Sehr gut. Thomas, vielleicht die letzte Frage an dich. Du bist ja Gründungsmitglied des im letzten Monat den lancierten H2-Hub Schweiz. Unter anderem ist es eine Partnerschaft zusammen mit den Schweizerischen Rheinhäfen, der IWB, der Avaro, der GEDEC, der Handelskammer. Und das Thema Wasserstoff. Was macht die jetzt konkret hier in der Region? Was ist das Ziel? Also eines der ersten Ziele jetzt mit diesem neu gegründeten... Also der Verein wurde jetzt gegründet vor Ende März. Das Ziel ist, zur Drehscheibe zu werden für Wasserstoff hier auf dem Platz Basel. Und ein geschlossenes Wirtschaftssystem zu entwickeln von der Produktion bis zur Verwendung. Produktion sind wir gerade aktuell im Bewilligungsprozess für eine Wasserstoffproduktionsanlage im Hafen Biersfelden. Von einer Nennleistung von 15 Megawatt. Das sind dann etwa 1500 Tonnen Wasserstoffjahresproduktion. Und bei der Verwendung sind wir sowohl die Verwendung natürlich im Bereich der Mobilität, aber auch im Bereich der Industrie, für industrielle Prozesse oder für Wärme. Respektive schaut auch ein Partner von uns, die GEDEC, die Verwendung von Wasserstoff in verschiedene Derivaten an. Genau, jetzt alles. Danke. Super. Ja, wir sind bereits zum Schluss gekommen. Also ich hätte hier noch lange mit euch diskutieren können. Ich bin stolz und ich denke auch, dass wir es in der Zeit geschafft haben. Straffes Programm steht heute hier. Wir gehen jetzt rüber zu unserem Stand, haben dort unseren Cluster-Lunch, wo dann auch unsere Podiumsteilnehmer ein Weif noch mit uns sein werden. Also ihr habt, liebe Zuschauer, liebe Gäste, auch hier die Möglichkeit, falls ihr noch Fragen habt oder spezifische Themen ansprechen wollt, dass ihr die dann direkt mit uns vor Ort bespricht. Und in diesem Sinne würde ich sagen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs aktive Zuhören und auch euch allen vielen herzlichen Dank. Danke. Und ich gebe zurück. Vielen herzlichen Dank den Herren für diese spannende und angeregte Diskussion. Es freut uns sehr, dass die einen zum Teil schon mehrere Male hier bei uns an den Sustainability Days in Basel waren. Nach der reinen Männerrunde wieder zurück zu Woman Power. Susan, the stage is yours. Danke schön, Eugen. Danke. Mit dem Applaus begleiten wir euch noch auf der Bühne. Herzlichen Dank. Und in diesem Sinne ein guter Miteinander, liebe Herren. Einen schönen Mittag. Wir machen in wenigen Minuten weiter mit dem nächsten Thema. Ich warte noch einen ganz kurzen Augenblick, bis alle den Saal verlassen haben, die das leider wollen oder zum nächsten Termin müssen. Es wird nämlich sehr spannend, auch in der nächsten Runde. Und ich freue mich sehr auf unseren ersten Experten, auf unseren Speaker, der das Wort zu Ihnen halten wird. Und sicher das ein und andere sehr, sehr spannend zu erzählen hat. Wir warten noch einen ganz kurzen Moment. Und dann lege ich aber schon wieder los. Ja. Hier kommen noch ein paar Damen dazu. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind bei uns bei den Sustainability Days. Bitte willkommen, haben Sie einen Sitz und dann starten wir mit der nächsten Präsentation. Die nächste Stunde steht im Zeichen von KI. Wir sprechen über die Zukunft von KI-Innovationen und Möglichkeiten. Den Staat macht ein Extremsegler in hohen Breitengraden. Er verbindet seine Rollen als KI-Pionier und leidenschaftlicher Segler, um neue Horizonte sowohl in der Technologie als auch in der Natur zu erkunden. Und es wird spannend, vielleicht auch ein bisschen stürmisch. Ich bin gespannt. Herzlich willkommen hier bei uns an die Sitze. Danke, Sie malz. Ja, 25 Jahre Leadership am Land. Schon über 20 Expeditionen in Extremis auf dem Meer. Und das kombiniere ich hier. Weshalb? Weil wir sind in einer Zeit, da können wir viel über Technologie reden und über mögliche Ziele von Nachhaltigkeit. Aber eigentlich geht es um eines, nämlich um echte Leadership. Und was heisst das jetzt? Und ich mache den Bogen hier und nehme meine Erfahrung sowohl vom Land und eben auch vom Meer mit und zeige Ihnen, was es heisst, in Extremis zu führen. Vielleicht gibt es da noch Ton dafür. Wenn nicht, wäre das schade. Die Zeit ist vielleicht noch nicht gestartet. Das ist gut für mich, oder? Gibt es Ton oder nicht? Das tönt wie negativ. Dann ist es so. Gut. Wenn ich segeln gehe, dann gehe ich mit einem Ziel. Und heutzutage ist vieles rum und rum ist einfach nicht mehr so gut kartografiert. Was sollen wir machen? Technologie einsetzen? Wie sollen wir sie einsetzen? Was ist denn das Ziel? Und ich mache dann genau das Gleiche mit dem Segeln. Ich gehe dorthin, wo es eben noch nicht kartografiert ist. Und die Kartografen haben dafür einen wunderschönen Namen und der heisst Sleeping Beauties. Das ist der Begriff für das, was noch nicht entdeckt ist, was noch nicht kartografiert ist. Und nehmt das schon mal mit. Wenn ihr Sleeping Beauties entdecken wollt in eurem Geschäft, dann hört gut zu, was ich euch zu sagen habe. Das sind meistens Bilder von letztes Jahr, wo wir zwischen Spitzbergen und Nordpol unterwegs waren. Da waren wir wirklich auf Sleeping Beauties. Da gibt es keine Karten oder fast keine. Und für mich ist das Thema Uncharted so wichtig. Heute haben wir eine Zukunft für uns. Wir sagen immer, oh das Beste kommt noch, aber es ist überhaupt nicht bekannt, was da kommt. Wir sind, oh die Musik kommt. Und das fasziniert mich und deshalb mache ich es. Aber das reicht nicht aus. Wenn ich solche Bilder sehe, dann bin ich schon in Gedanken wieder an die nächste Expedition. Die startet übrigens jetzt in zweieinhalb Wochen. Ihr könnt auf mein LinkedIn-Profil gehen. Dort seht ihr, was ich mache. So mit Wikingerbooten und so. Aber wenn ich etwas mache, dann muss ich ein Ziel haben. Und eines meiner wichtigsten Dinge ist, ich möchte nicht das machen, was andere schon machen. Nicht das, was im Prospekt steht. Nicht das, was der Gleiche im Geschäft schon macht. Das auch noch besser und schneller und noch ein Prickereien und noch ein bisschen. Nein, ich möchte es alles machen. Maverick behind the norms. Wo ich den Finger drauf habe, jetzt habe ich ein Pflaster hier. Aber wo ich den Finger drauf habe, das ist ein Sturm. Das ist ein Orkan bei 20 Minus im Winter. Da geht niemand hin. Auch wir wollten nicht dorthin, aber wir waren dort. Und ihr seht schon, da kann man nicht nur etwas erleben, sondern kann man ganz viel erleben. Und manchmal muss man sich eben dorthin bewegen, wo jetzt nicht die Norm ist. Weil wenn man sich dorthin bewegt, wo nicht die Norm ist, sieht man zum Beispiel solche Bilder. selber, real, nicht Foto, nicht Internet, nicht schon vorher recherchiert, sondern es ist einfach ein Erlebnis geworden. Und das ist genauso auch im Geschäft. Wenn ich alles planen kann, dann wird es nichts mit der grossen Erlebnis und mit der grossen Möglichkeit im Geschäft etwas zu tun. Wir müssen rausgehen und vielleicht etwas Neues erleben. Wenn ich solche Dinge mache, suche ich immer ein Purpose, eine Geschichte zu erzählen. Und ich kann es ganz, ganz kurz machen. Wenn ihr keine Geschichte erzählt, wie ihr neue Technologie einsetzt, auch AI, warum ihr Nachhaltigkeit macht, dann machen die Mitarbeiter die Geschichte. Und wenn ich eine Crew habe, die selber die Geschichte erfindet, dann wird es für mich gefährlich. Und für euch übrigens auch. Weil sie werden die Geschichte erzählen, der nimmt AI, um mich zu ersetzen. Aufgepasst. Ihr könnt euch gar nicht dagegen wehren. Also die Geschichte zu erzählen, ein Purpose, eine Story zu machen, the leader tells the story. Ich bringe dieses Beispiel, weil das ist die Fotografin da, eine Schweizerin, die hat Angst vor der Höhe. Und das war beim zweiten Mal. Und nachher, ihr seht noch ein paar Bilder, war sie nur noch auf dem Masten, weil sie hat gemerkt, was es heisst, auszubrechen und etwas zu überwinden. Und vielleicht müsst ihr eure eigene Story erfinden, fürs Geschäft oder privat. Für mich ist es das. Ich kann viel im Geschäft machen, aber wenn ich rausgehe, dann sehe ich Dinge, die ich nicht mitnehmen kann. Die ich niemals mitnehmen kann, wohin ich auch gehe, sondern nur erleben kann. Übrigens, wir waren da wirklich eingeschlossen, rund zweieinhalb, drei Tage im Eis eingeschlossen. Wir wussten nicht, ob wir so schnell wieder rauskamen, ob es zwei Wochen, zwei Wochen oder ein Monat geht. Es war Tension, aber es war eine gute Crew. Und manchmal fängt alles ganz wirr an. Schließt mal die Augen kurz und dreht eure Nase nach Norden, wo ihr denkt, Norden könnte hier sein. Übrigens, etwas kann ich sagen, ist nicht ich, also nach vorne ist nicht Norden. Schließt mal kurz eure Nase nach, äh, eure Augen und dreht nach. Okay, öffnet die Augen. Jeder in seine Richtung. Ich kann sagen, etwa da ist Norden. Also wichtig ist, manchmal muss man wissen, wo man startet, wo man überhaupt ist. Das heißt, viele wissen, wo sie hingehen und haben vergessen zu erkennen, wo sie überhaupt sind. Was sind die Fähigkeiten? Wo ist mein Stand? Die beste Navigation heisst immer, ich muss wissen, wo ich bin und wie ich ausgerichtet bin. Das haben viele nicht mehr so ganz im Kopf. Sie sehen nur noch Ziele. Und vor lauter Ziele wissen sie nicht, wie der nächste Schritt geht. Hier ein gutes Beispiel, dass man Eis wirklich bewegen kann, auch mit einem kleinen Schiff. Das ist Rifting-Eis, das ist nicht Gletschereis, sondern das ist saisonales Eis. Das darf man berühren, Gletschereis darf man nicht berühren. Das ist zu kantig, das weiss die Titanic auch. Das geht nicht. Wer hat schon von einem Leuchtturmprojekt gehört? Alle. Ich finde das nicht gut. Wir müssen lernen, vielleicht die Signale richtig zu erkennen. Ein Leuchtturm ist dort, wo man nicht hingeht, als Segler. Und seid ganz vorsichtig mit Informationen, mit Navigationshilfen, mit Themen, die ihr denkt, das ist der Weg. Ein Leuchtturm steht dort, weil es Land hat, weil es Fels hat. Für mich als Segler heisst das No-Go. Nicht dort. Deshalb hat das sogar Licht, mir zu helfen, um ihn herum zu segeln. Und viele macht Leuchtturm und sagen dann auch, oh, wir gehen dorthin. Machen wir, ist okay. Aber denkt daran, viele Signale im täglichen Leben sind einfach falsch. Bad Destination. Wo ist das? Hätte ich ein bisschen weiter reingezoomt, ihr hätte gesagt, oh, Karibik, da möchte ich auch segeln. Jetzt so, wisst ihr, das könnte doch ein paar Grad Minus sein. Wenn ihr etwas seht und spürt, wo ist dann die Fakten. Wir reden viel über AI ein, was für Potenziale. Und ich schreibe viele Kolumnen darüber auch und Artikel, dass die Realität eine andere ist. Geht hin und macht aus dem Bauchgefühl etwas, was faktisch ist. Für euch erste Schritte, wo ihr sagt, jetzt habe ich etwas erkannt, weshalb und warum. Framing Bias ist da. Also manchmal sind wir einfach verblendet in der Opportunität. Wer möchte das auch erleben, so etwas mal? Ah, es gibt ein paar Lagemutige, cool. Könnt ihr euch melden bei mir. Vielleicht geht es wieder mal dorthin. Übrigens, diese Mauer ist 50 Meter hoch da. Und 300 Kilometer lang. Um ein bisschen so Dimensionen zu verstehen. Kommen wir zum Team. Wenn ich etwas Neues mache, wenn ich etwas mache, wo noch niemand gemacht hat in der Firma. Wie wir alle heute Dinge machen, die wir noch nie gemacht haben in unserer Karriere. Dann brauchen wir das richtige Team. Und Rat mal, wenn ich mit acht Leuten eine Tour mache, wenn ich mitnehme. Fünf davon waren keine Segler. Die waren nicht mal auf einem Segelboot davon. Fünf. Es braucht auch solche, die können kochen. Die können eine Geschichte erzählen und spielen. Die können etwas schreiben darüber. Die sind wichtig für das ganze Setting. Also nicht das Narrativ. Umso mehr Nerds, umso besser. Sondern es braucht eben alle Politiker, sage ich jetzt mal. Bis hin zu solchen, die eben ganz andere Sichten reinbringen. Skill Set terminates the team. Ganz wichtig. Also, wenn ihr sagt, oh, jetzt machen wir etwas mit AI. Und ein Team mit lauter AI-Experten habt, macht es nicht. Macht es nicht. Übrigens bei Nachhaltigkeit hat es ja genau das. Ich komme jetzt zu einem Thema, was auf dem Boot in Extremis gespielt wird. Es gibt Dinge im Leben, die machen wir als Team. Da ist jeder in Power. Jeder mit seiner Expertise voll dabei und sagt, mach es uns das so machen. Und er erklärt es, warum. Und da gibt es Momente, da müssen wir einfach alle zusammen das Richtige tun. Und Chain und Command, wer im Militär weiss, weiss, was das heisst. Aber auf dem Boot heisst es nichts anderes. Es gibt Momente und das kann von Sekunde zu Sekunde ändern. Da gilt das Kommando. Da muss ich dann manchmal sagen, nein, jetzt wird nicht diskutiert, weil es um durchwegs um Leben oder Tod geht. Und manchmal müssen wir bei Dingen, die unchartered sind, wenn wir eine Limite erreichen, müssen wir diese Balance of Power verstehen. Weil sonst grounden wir. Sonst haben wir kein Geld mehr für das Projekt. Wir müssen beweglich bleiben und diese Balance finden. Da sind wir mitten im Sturm. Bei über 120 Stundenkilometer sind wir da am Land angekommen. Das war hammerfest bei rund 22 Grad Minus. Und wir waren safe. Also das ist dann schon, du kannst dir vorstellen, wie viel Chain und Command davor war. Aber kaum auf dem Land war es dann die Joy of Interluck. Manchmal sind die Probleme ganz gross im Alltag, vor allem dann, wenn man nicht weiss, was da alles kommt. Vor anderthalb Jahren, gut zwei Jahren, war es eine andere Technologie. Metaverse, heute ist es AI und Nachhaltigkeit und andere Themen. Das kann im Kopf richtig wehtun. Und manchmal muss man eine neue Perspektive einnehmen. So, ich mache ein Beispiel hier. Wenn diese Stage hier ein Crossing über den Atlantik ist mit einem Boot. Das Einhaar, Einhaarbreit ist mein Boot. Und dieses Haar wandert über 18 Tage hier rüber. Und ich bin ein, ich auf dem Boot, bin ein kleiner Teil dieses Haares. Das ist die Perspektive. Manchmal muss man ein bisschen Perspektive haben auf das Problem und die Grössenordnung. Das ist ganz wichtig. Ich mache manchmal einfach mental einen Flug über das Boot, um zu sehen, wie es um es geht. Weil man im Boot, im Problem, im Projekt viel zu nahe aufeinander ist. Viel zu nahe. Und es ist auch gut, dass man nahe aufeinander ist. Aber um das Problem zu erkennen und die Chance sind nicht. Ich liebe es, robuste Technik zu verwenden. Und manchmal müsste ich zurückgehen zu dem, was ich gelernt habe. Ich zeige allen auf dem Boot jeweils, was es heisst, eben auch einen Sektanten. Ich habe ihn hinten, wer nachher mal nachschauen will, als er ein Sektant ist, dem die Rände nehmen will. Das ist das teuerste Gerät auf dem ganzen Schiff. Braucht niemand mehr heutzutage. Lernt die Basics wieder. Und eine Basics davon ist, schätzen. Lernt zu schätzen und nicht genau zu rechnen. Weil genau daneben ist doof, aber ungefähr genau ist so. Mein Schnell, mein Startabblief, das Kommenzett. Dieses Bild ist entstanden, weil ich über das Eis musste. Das Eis war dünn, hier in diesem Beispiel. Und ich bin mit dem Dingi und meinem Kollegen vorab. Ich bin der Gelbe vorab. Und Lieders haben zwei Aufgaben. Ich komme dann auch am Schluss darauf. Und manchmal müssen sie vorausgehen aufs dünne Eis. Sie müssen zeigen, dass sie das eigene Risiko eingehen. Kalkuliert, aber trotzdem eingehen. The bold leadership nenne ich das. Nicht nur reden, sondern auch machen. Walk to talk. Ja, und dann sieht man solche Bilder. Und ich kann euch eines sagen. Der grösste Gegenwind hatte ich immer am Land. Im Geschäft. Oh, da gibt es richtige Haifischbecken. Von Möglichkeiten, wie man scheitern kann. Und viele wünschen sich das auch. Dass du oder ich scheitere. Aber wir müssen lernen, die Energie daraus zu ziehen. Das habe ich. Ich habe mit Gegenwind gelernt zu spielen. Und die Segel richtig zu setzen. Weil Gegenwind heisst, auf dem Wasser Fortschritt. Am Land wissen wir, das anders einzusetzen. Und manchmal gar nicht einzusetzen. So, take the energy out of it. Ich komme zum Schluss. Ich habe noch zwei, drei Folien. Manchmal müssen wir schlicht und ergreifend einfach verstehen, was sind die Basics, die ich nicht verändern kann, und was ist meine Freiheit, wo ich verändern kann. Ich kann die Segel setzen, aber nicht den Wind verändern. Schlicht und ergreifend nicht. Eine einfache Regel, die ihr kennt, aber so essentiell eben auf dem Alltag. Wer zu viel Plan B hat, das sage ich immer, scheitert. Aber es ist clever, als Leader einen zu haben. Manchmal muss man den bewusst nicht erzählen, damit der Plan A wirklich Energie hat. Bei Sturmen braucht jeder einen Plan B. Und manchmal sieht es dann so aus. Richtig wild. Richtig wild. Richtig wild. Richtig wild. Richtig wild. Musik Das war auf dem 81. Breitengrad So, abschliessende Frage Musik ein bisschen runter Sieht so ein Lieder aus? Viele würden sagen, ja ja, das ist der Lieder Ich kann euch den richtigen Lieder zeigen Das ist der Er schaut schon voraus Er zeigt nicht unbedingt sein Gesicht zum Team sondern er schaut voraus wohin das geht Nehmt das mit als Abschluss hier Der echte Lieder geht voraus Manchmal sieht man ihn wirklich nur von hinten Macht uns den Weg frei Könnte man sagen Und wenn es dann wirklich notwendig ist Dann geht er die riesigen Und wenn er uns wirklich hilft Dann steht er manchmal ganz hinter uns Aber zu uns schaut er ganz selten Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit Vielen herzlichen Dank Für diese inspirierenden Worte Es gab ein bisschen Sturm Ich hatte zum Teil auch Hühnerhaut Und vorhin habe ich gemerkt, hey bei gewissen Statements Jetzt bekomme ich ein bisschen feuchte Augen Also mich hat das sehr berührt Großes Kompliment Danke für die inspirierenden Worte Und auch die Inputs für den Alltag An die Vize Dankeschön Wow Ja KI und maschinelles Lernen Verbessern Geschäftsprozesse Sparen Kosten Und tragen zur Nachhaltigkeit Eines Unternehmens bei Ich bin gespannt auf das nächste Referat Begrüßen Sie mit mir Der CTO von Interseas AG Benjamin Herrnberg Herzlich Willkommen Applaus Ähm Den Sie lohnt Ist das der hier? Ich glaube es, ja Ja Wir versuchen mal Auf grün Genau Das sollte funktionieren Sehr gut Passt Salü Oder wie man aus meiner Heimatstadt sagen würde Moin Ich komme aus Hamburg Ähm Ich bin der CTO bei der Interseas Vielleicht zu meinem Background Ich bin eigentlich Physiker Komme aus der Elementarteilchen Physik Ähm Hab am CERN am Higgs Zeichen studiert Und bin darüber eigentlich in den Bereich Data Science Machine Learning gekommen Und so habe ich mittlerweile Zehn Jahre in diesem Bereich Eigentlich bin ich tätig Ähm Bevor ich tatsächlich Einsteige Erstmal noch ganz herzlichen Dank an Andi Ich würde den Ball gerne mitnehmen Und Ihnen ein bisschen was über KI Im B2B Business erzählen Bevor wir wirklich damit anfangen Noch kurz zu Interseas Unser Leitbild ist tatsächlich Nachhaltigkeit Ja, Sie sehen es hier Wir wollen mit Daten eigentlich unseren Planeten verbessern Wir glauben einfach, dass Daten ein unglaubliches Potenzial enthalten Um nachhaltig eigentlich irgendwie unterwegs zu sein Und da gibt es ganz viele Ansätze Und ich möchte Ihnen ein Beispiel bringen Weshalb man das vielleicht machen sollte, ja Ich weiß nicht, haben wir hier im Publikum Menschen zwischen 55 und 65 Bitte kurz die Hand heben Dankeschön Sie sind das Problem Nein, wir sehen einfach Das ist die Babyboomer-Generation Ja, das sind sehr viele Leute Die in den Jahren natürlich irgendwie Unter unserer Gesellschaft sind Und das ist die Generation Die als nächstes ins Rentenalter kommt Und dann haben wir vielleicht auch Menschen Hier zwischen 20 und 25 Schon weniger Sehr gut Sie haben das Problem Oder anders Vielleicht sind sie sogar die Lösung Und was Sie sehen natürlich Da kommt wesentlich weniger an Menschen nach Es müssen wesentlich Menschen mehr versorgt werden Was natürlich dazu fügt, dass sie irgendwo eine Versorgungslücke haben Und ein Ansatz, um natürlich solche Problematiken in der Gesellschaft anzugehen Ist aus unserer Sicht Digitalisierung Und wenn wir über Digitalisierung sprechen Müssen wir auch über KI sprechen Künstliche Intelligenz, Machine Learning Gibt es verschiedene Begriffe für Was kann KI? Und wir wissen schon heute aus Studien Dass wir 60 bis 70 Prozent der Aufgaben von Mitarbeitern Oder der Zeit, Entschuldigung Der Zeit entsprechend automatisieren können 50 Prozent der Arbeit automatisieren Das heißt alles, was irgendwie reproduzierbar ist Automatisierbar ist Wird auch entsprechend durch KI dann entsprechend bewerkstelligt Wir wissen heute auch, dass 75 Prozent des Mehrwertes Durch generative AI oder künstliche Intelligenz Im Bereich Software Engineering, Customer Operations und Marketing und Sales liegt Und jetzt möchte ich Ihnen als Einstieg ein paar spezifische Cases zeigen Ich fange ganz einfach an Ja, das ist Prozessdigitalisierung Jeder von Ihnen kennt wahrscheinlich das Papierkaus, was Sie zu Hause haben Entweder früher, ganz früher tatsächlich so ein Schreibtisch Ich weiß nicht, ob Sie sowas noch kennen Oder aber bei Ihnen auf dem Rechner Das heißt Dokumentenverwaltung Ja Und ich würde Ihnen gerne genauere Bilder zeigen Aber mein Marketingchef hat mir das leider verboten Das muss ich da ein bisschen genereller bleiben Ja, wir arbeiten unter anderem mit Ämtern zusammen Um dort die Prozess- oder die Dokumenten-Digitalisierung voranzutreiben Ja, also Sie kennen das vielleicht Sie wollen irgendwie auch beim Amt online einen Antrag ausfüllen Das heißt, Sie gehen auf diese Plattform Füllen dort den Antrag auf Sie müssen Dokumente hochladen Was Sie aber nicht wissen ist Was meistens nicht automatisierbar ist Meistens steht auf der anderen Seite noch jemand Und kontrolliert diese Dokumente Was führt dann natürlich dazu, dass Sie unglaublich lange Bearbeitungszeiten Für Ihre Anträge haben Meistens kriegen Sie ja auch erst Wochen oder Monate Vielleicht sogar später ein Feedback Dass Ihre Dokumente nicht vollständig sind Und da setzen wir an Da setzen wir mit KI an Dass wir diese ganzen Prozesse automatisieren Das heißt, wir klassifizieren die Dokumente Wir checken sie auf ihre Vollständigkeit Wir extrahieren die Information aus diesen Dokumenten Das können PDFs sein, Word-Dokumente, was auch immer Und wir bereiten das eigentlich entsprechend vor Für Mitarbeiter, um einen Antrag aus Ein Entscheid zu treffen dafür Relativ einfacher Use Case Anderer Use Case ist Wasserversorger Wir arbeiten mit Wasserversorgern an Im Bereich Predictive Maintenance Sie müssen sich das so vorstellen Die Wasserversorger haben unglaublich große, komplexe Anlagen Die haben auch unglaublich viele Sensoren Sammeln unglaublich viele Daten Aber die wissen nicht, was sie damit anfangen sollen Und was passiert ist, dass die Systeme so komplex sind Dass wenn ein Ausfall irgendwo stattfindet Dass sie das erst Monate oder manchmal sogar Jahre später erst feststellen Und dann wird im Sommer zum Beispiel geheizt Und verbraten natürlich so Energie, Ressourcen, Geld Da setzen wir an, das heißt wir analysieren diese Daten Wir analysieren Saisonverläufe Wir analysieren die einzelnen Sensoren Und wir geben Frühwarnsysteme Beziehungsweise vorhersagen Wann vielleicht eine Komponente ausfällt Oder ersetzt werden sollte Der andere Use Case Und da gehe ich ein bisschen detaillierter darauf ein Ist KI im Gesundheitswesen Ich weiß nicht, ob Ihnen bewusst ist Dass der Anteil an CO2-Emissionen 10% beträgt Erzeugt im Gesundheitswesen Nicht wenig Und Sie kennen das alles Wir sehen immer wieder steigende Gesundheitskosten Vielleicht haben Sie solche Artikel selber schon gesehen Vielleicht haben Sie auch einen dieser Artikel gesehen Das weiß ich nicht Aber Sie sehen spätestens jährlich bei Ihrer Prämienrechnung Dass die steigt Was sind denn die großen Kostentreiber im Gesundheitswesen Das ist einmal das Personal Das sind die Medizingeräte Das ist die Energie Und natürlich der Unterhalt Und unser Ansatz bei der InterSys ist Dass wir uns mal auf die Medizingeräte konzentriert haben Kann ich schon mal vorweg sagen Es sind nicht nur Medizingeräte Es sind auch Industrieanlagen Aber jetzt bleiben wir im Gesundheitswesen Worum haben wir uns für Medizingeräte entschieden? Zum einen sind sie sehr teuer in der Beschaffung Zum anderen Das ist eigentlich noch interessant Viele Spitäler wissen gar nicht Was für Geräte sie haben Und sie wissen auch gar nicht Wie sie die einsetzen Und es fehlt auch Datengrundlage Um überhaupt mal da eine Übersicht zu bekommen Und da haben wir angesetzt Unser Produkt heißt Evaluation Evaluation ist eigentlich ein Gerät Was mit Hilfe von KI Ganz simpel gesagt Einfach die Gerätezustände detektiert Ja, also ist ein Gerät in Betrieb Wird gerade irgendwas gemessen Ist es vielleicht auf Standby Oder ist es ausgeschaltet Ja, das heißt wir messen Energie, Strom und solche Parameter Wir ordnen das mit Hilfe von KI zu Und haben das auf unser Platzraum Entsprechend zur Verfügung gestellt Ja, das heißt wir können Erstmal diese komplexen Verbrauchsdaten Visuell darstellen Und wir können natürlich Die entsprechend analysieren Wodurch wir Einsparpotenziale Identifizieren können Jetzt ist man im Gesundheitswesen Da ist Datenschutz Ein ganz großes Thema Was wir natürlich nicht machen Ist wir machen irgendwie keine Patientenbezogenen Daten Die wir ermitteln Sondern rein Verbrauchsdaten Von diesen Geräten Das Ganze haben wir eingesetzt Am Spitalzentrum in Biel Spitalzentrum Biel Müssen Sie vielleicht wissen Ist ein kleines regionales Spital Was wir gemacht haben Wir haben entsprechend 45 Ultraschallgeräte Damit vermessen Über einen Zeitraum Von drei Monaten Und das Ergebnis 500.000 Franken Einsparung im Budget 2024 So nochmal Es ist ein kleines Regionales Spital Jetzt stellen Sie sich vor Wie viel das wäre Wenn das ein großes Inselspital zum Beispiel wäre Oder andere Spitäle Was das für ein Kostenpunkt schweizweit ist Weil Das sage ich jetzt mal ein bisschen provokativ Genau das Ist Ihr Geld Das sind Ihre Gesundheitskosten Was ich jetzt gezeigt habe Drei einfache Use Cases Wo wir zeigen konnten Dass wir Ressourcen sparen können Wo wir Kosten sparen können Wo wir nachhaltig wirtschaften können Wo wir Arbeitsläufe automatisieren können Was alles dazu ein Beiträgt Dass wir einen Beitrag Vielleicht für diese Versorgungslücke Die ich ganz am Anfang gezeigt habe Leisten können Ich danke Ihnen Applaus Ja Vielen Dank Benjamin Herrenberg Sobald ich bei Ihnen bin Vielleicht können wir noch eine Frage einschieben Wenn jemand noch eine Frage hat Keine im Moment Sie sind noch da Benjamin Herrenberg Falls jemand also noch mit einer Frage auf Sie zukommen möchte Dann sind Sie da Vielen herzlichen Dank für Ihr Referat Dankeschön Benjamin Herrberg Ja Unser nächster Referent hat über 40 Jahre Erfahrung in der IT Und auch in diesem Bereich bietet es natürlich KI diverse Möglichkeiten für Nachhaltigkeit Bitte begrüßen Sie mit mir den Business Artitect Data and Sustainability Advisor bei Hulit Packard Enterprise Hier ist Daniele Kolo Was für ein Titel Ein wahnsinnig langer Titel Aber eben mit 40 Jahren Erfahrung auf dem Buckel Unglaublich Da kommt schon einiges zusammen Danke vielmals Ja Grüezi Witterland Man hat mir gesagt ich soll Hochdeutsch sprechen Ich versuche es mal Ich hoffe Sie verstehen mich Dann lieber Andi Ja ich habe mein Segelboot am Urnersee Dort ist es manchmal auch ein bisschen stürmisch Und letztendlich geht es darum selber Entscheidungen zu treffen Und genau bei der Künstlichen Intelligenz geht es eben auch um diese Themen Sie müssen die Daten weiterhin kontrollieren und wie wir das machen oder was Sie als Best Practice mitnehmen können Das möchte ich Sie mit dieser Reise jetzt ein bisschen begleiten Dann würde ich sagen Intelligente digitale Ökosystem Was kann die Künstliche Intelligenz überhaupt nachhaltig uns unterstützen und wie können wir das Business mäßig machen Also nicht da die grossen Etc. Themen Ich werde das auch bringen Aber zuerst mal einfach einen Film dazu Und ich hoffe mit dem Atom was wir da unterstützen Wir sind in einem Punkt der Inflexion A.I. ist hier als eine der größten Technologien der unserer Leben Öffnen ein Welt von Möglichkeiten Acceleratieren die Drogen Kombitieren den Klimawandel Schreiten die Efficienz über die Industrie und die Ausbildung von der Frage von der Frage von der Frage von der Frage Aber A.I. sollte sich adoptiert werden mit der Frage A.I. muss sein Sustainabel Ethical und die Datenaufnahme Es muss sein Menschen und inclusiv Die E-Must- und die E-Must-Ai-Tools die E-Must-Ai-Tools should be accessible to all at HPE we combine our AI software and expertise with our leading HPE supercomputers powered by nearly 100% renewable energy to enable businesses to access AI as a cloud service it's up to all of us to reap the benefits of AI responsibly advancing the way we live and work genau um das geht es nämlich wie wir heute arbeiten und leben wollen und hier braucht braucht es dazu teilweise künstliche Intelligenz wir haben schon von Vorrätern gehört künstliche Intelligenz wir können sich wegdiskutieren künstliche Intelligenz verändert die Industrie unsere Arbeitsweise aber sie soll uns dabei unterstützen sie soll uns dabei aber nicht behindern sie soll uns dabei nicht Angst machen mit dieser künstliche Intelligenz eben auch zu arbeiten und wir haben da von Vorrätern gehört ja stimmt 60 bis 70 Prozent können wir Zeit der Arbeitsprozesse können wir alles optimieren wichtig ist hier aber was haben sie für ein Business Modell was wollen sie erreichen hilft mir die künstliche Intelligenz dabei ja oder nein wie setze ich sie ein wie informiere ich die Mitarbeiter und das ist wieder das was wir auch von Andy gehört haben das ist leadership das zweite ist wie wir das ganze gemessen wie messen wir überhaupt diese Nachhaltigkeit bei der künstlichen Intelligenz auf der einen Seite haben wir den CO2 Bereich wie können wir den messen das sind diese Teraflops ich weiß nicht ob sie schon was gehört haben über Teraflops aber wenn sie sich vorstellen sie haben eine Sekunde Zeit etwas nachzudenken im Kopf dann können sie sagen 10 hoch 18 also sie können 18 0 hinten dran setzen so schnell wird das Resultat dann ihnen zur Verfügung gestellt und für das braucht es eben künstliche Intelligenz dazu und es braucht ganz viel Grafik Leistungen Grafik Power Leistungen und aus diesem Grunde setzen wir hier auch ja vom Weltkonzern Nvidia diese diese Karten ein und unterstützt mit unserer Software mit unserer Infrastruktur diese ganze Lösung auf der anderen Seite was für Kosten generiere ich dann darüber und die Kosten sind auf der einen Seite mal die Personalkosten dann was brauche ich überhaupt für Computerkosten dazu dann die Energiekosten wie kann ich die Energiekosten heute und ich kann Ihnen jetzt schon eins garantieren wir haben seit 2019 mehr als 300% neue Vorschriften bekommen und Europa EU ist hier Spitzenreiter dabei seit 1. Januar 2024 werden zum Beispiel im Gesundheitswesen werden die Unternehmen gebüßt wenn sie zu viel Energie verbrauchen nach diesem neuen Standard CSRD zum Glück hat die Schweiz entschieden dass wir mal zuschauen was die EU macht und wir arbeiten hier immer noch nach dem Global Report Index Standard und nicht nach dieser Form dann was habe ich dann was habe ich für Hardwarekosten und natürlich was brauche ich für Gebäudigkeiten Räumlichkeiten Klima Energie Alternative Energie und so weiter und so fort wie hole ich die da rein alle diese Dinge muss man sich überlegen ein weiterer Faktor wenn man über Software spricht über Applikationen über ihre Workloads die sie eben benutzen muss man eben auch verstehen was geht und was nicht geht auf der einen Seite haben wir in der Public Cloud die verstehen das ihre Workloads zu sharen also mehrere Unternehmen teilen sich diese Applikationen auf den entsprechenden Rechnern das geht bei künstlicher Intelligenz nicht mehr weil da brauche ich nämlich eine Instanz dazu die mir eben hilft diese Informationen zu verarbeiten darum reden wir hier von Cloud Native und wir reden hier von AI Native das sind die zwei großen Unterschiede und so baue ich das Ganze eigentlich darüber dann wenn man das wirklich vergleicht und das mal analysiert und das was ich eben vorhin gesagt habe wir haben eben verschiedene tausend of Workloads bei künstlicher Intelligenz habe ich einen Workload den ich hier benutze dann was wichtig ist ist eben auch wie kann ich die Nachhaltigkeit messen geht das oder geht das nicht und was bei Europe Packet Enterprise was wir machen mit unseren Kunden wir sagen Sustainability by Design also wir designen die ganze Infrastruktur was ich brauche für die künstliche Intelligenz die baue ich eigentlich mit ihnen zusammen auf eine Klima CO2 und Energie armen Version das müssen nicht immer die großen Rechner sein ich zeige ihnen ganz viele Referenzen mit ganz großen Rechner aber sie können alle davon lernen von Universitäten Behörden etc. von der Forschung was hier alles passiert und können dieses auch adaptieren in ihre Geschäftsstrategien in ihre Businessmodelle und wenn man hier von grafischen Rechen und Powerleistungen spricht dann muss man sich einem vorstellen ich glaube jeder kennt eine Grafikkarte die vielleicht habe ich die im Server da installiert um eben mir grafische Informationen auf dem Rechner scharf und schön anzuzeigen hier reden wir von 6000 bis 63.000 soltliche grafische Karten die ich da einsetze das kann zum Beispiel eine davon ist eben Nvidia die sind am weitesten mit denen arbeiten wir hier auch zusammen ein weiterer Faktor ist wie baue ich dann überhaupt dieses Sustainability Design diese Nachhaltigkeit und hier gibt es verschiedene Ebenen und diese verschiedenen Ebenen die müssen wir mit ihnen besprechen was sind die Anforderungen und wir haben hier eben ein ein klassisches Prinzip wie wir eben diese künstliche Intelligenz bauen mit unserer Software zusammen damit ihre Applikation letztendlich das bekommt für ihr Geschäftsmodell mit dieser Business Outcome was sie eben auch benötigen hier sieht man der Grace Hopper sagt man den das ist ein interner Name von Nvidia die sie da benutzen von der Performance her mit den unterschiedlichen Sprachen die ich halt in der künstlichen Intelligenz hier zur Verfügung stellen kann das mal der eine Teil dann vielleicht zu den Referenzen also wir reden hier von Exaflops also diese diese 10 hoch 18 Entschuldigung Teraflops war ein bisschen weniger Exaflops 10 hoch 18 0 hinten dran von der Verarbeitung und wir sind mega stolz und ganz herzlichen Dank liebe ETH liebe CSC und EPFL dass sie unsere Rechner und unsere Lösungen nutzen dazu in Lugano wo das Rechenstellung zählt mit dem Namen ALPS das hat Europe Packet Enterprise für die Schweiz gebaut um eben mit der Zielsetzung was kann der Nutzen sein davon der Nutzen davon so wie wir das verstanden haben ist dass EPFL und die ETH Klimaforschung darüber betreibt und vor allem auch Wetterforschung so das sind diese zwei Themen das bringt ihnen auch einen Mehrwert in dem wenn sie wahrscheinlich diese Wetter App da drauf haben dann haben sie eben genauere Informationen die ihnen da zur Verfügung stehen ich möchte ihnen nur zeigen dass wir von den größten 100 Rechner sind wir hier Nummer 1 was das anbetrifft und da sind wir stolz darauf und dann vielleicht eben es braucht halt schon ein bisschen Ausbildung dazu um das ganze künstliche Intelligenz zu verstehen es braucht Data Scientisten diese Data Scientisten haben natürlich auch spezifische Aufgaben aber sie brauchen aber auch den richtigen Partner dazu der ihnen eben hilft das hört nicht nur darauf mit dem Entscheiden wir machen künstliche Intelligenz und ich mache irgendeine Applikation darüber nein es geht darum wie entscheide ich für welchen Partner was bestelle ich überhaupt was entspricht meiner Business Strategie meiner Geschäftsstrategie dahinter wie kann ich das ganze deploymen und was ist das Go daraus und nochmals zusammengefasst ja auch wenn wir ein bisschen unique sind aber das darf man als Nummer 1 vielleicht einfach mal ein bisschen aufzeigen wenn es um High Performance Computer um Supercomputing geht da sind wir wirklich stark wenn es um Nachhaltigkeit geht wenn es um ihre Adaption geht wenn es um ihre Adaption geht ihre Geschäftsstrategie und vor allem wir haben über 11.000 Mitarbeiter die sie unterstützen wenn mal irgendein Problem besteht oder wir stellen ihnen auch unsere Data Scientisten zur Verfügung am Schluss noch es ist leider so künstliche Intelligenz hat Einzug gehalten und unterstützt sie in der ganzen Business Transformation wann starten sie aber ich bin überzeugt alle in diesem Raum die haben das bereits schon gemacht denn sie sind Winners sie alle sind Winners hier drin und sie haben sich für die künstliche Intelligenz entschieden sie haben Prozesse die Mitarbeiter informiert sie haben die ethischen Grundlagen definiert in ihrer Government Struktur mega das freut uns unheimlich dazu und wenn sie mehr lernen wollen wir haben hier einen großen Stand glaube ich irgendwie so ein komischer LED-Wall mit 8 auf 3 Meter kommen sie da hin informieren sie sich mehr wenn sie da Informationen dazu brauchen wenn sie keine Lust haben und jetzt gleich nach Hause gehen müssen habe ich ihnen hier noch dann ein paar Links zur Verfügung gestellt wo es darum geht künstliche Intelligenz mit der Nachhaltigkeit kennenzulernen sich zu vertiefen und in diesem Sinne würde ich sagen wir richten den Kompass und sage Dankeschön Vielen herzlichen Dank Daniele Kohler Dankeschön und noch einen schönen Tag Merci vielmal Dankeschön 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 Wenn Microsoft hier auf der Bühne steht dann beginnen wir zuerst bei Word und Excel den Grundkurs mal durchzuführen damit alle wieder auf der Höhe sind ich denke es ist nicht zu spannend das heißt ich möchte euch kurz aufzeigen so ein bisschen hinter der Kulisse was macht Microsoft sonst noch im Nachhaltigkeitsumfeld und der Nachhaltigkeitsbegriff den kann man sehr weit fassen wir sind auf dieser Reise schon relativ lange unterwegs wie ihr seht haben wir da schon eine längere Vorgeschichte wo wir uns gewisse Ziele gesetzt haben das nicht nur als Technologie-Companies auch wirklich als großer Ressourcen Bedarfs und auch Verbrauchsobjekt in dieser Landes- und globalen Infrastruktur das heißt wir haben sehr früh versucht was möchten wir reichen wie können wir unsere Nachhaltigkeitsziele definieren wie können wir die wir haben es zum Ziel gesetzt bis 2030 komplett carbon negativ zu sein und bis 2050 alle Emissionen die die Firma in ihrer Lebzeit emittiert hat wirklich wieder zu kompensieren das geschieht einerseits über der klassischen wir kaufen ein Zertifikat auf der anderen Seite aber auch durch technologische Innovationen die es ermöglichen CO2 aus der Emisphäre zurückzunehmen das sind unter anderem Zusammenarbeit mit Startups wie Climeworks oder andere die diese Technologien nutzen was was spannend ist eines dieser Elemente und wir als globaler Play ich spreche jetzt hier mehr aus einer globalen Perspektive haben mit diesen globalen Data Center diesen Public Cloud Capabilities einerseits große Energieverschwender Anführungszeichen aber das sind auch Kompetenzen und Capabilities die man nutzen kann um entsprechende Möglichkeiten zu machen denn was wir sehen ist am Ende des Tages wir müssen und wir mussten schon in der Vergangenheit aus Compliance Sicht aber auch um zu verstehen was wir überhaupt tun wo sind unsere Emissionen wo sind unsere Outputs mussten wir das intern bei uns schon messen das heißt wir hatten den Auftrag das intern zu tun wir haben festgestellt daraus könnten wir auch Lösungen bauen die wir selbst kommerzialisieren können und daraus ist mittlerweile ein ganzes Toolset entstanden mit welchen wir Kunden unterstützen ihre Nachhaltigkeitsbestrebungen zu begleiten und entsprechend auch das Reporting zu schaffen da komme ich ganz zum Schluss noch dazu eines dieser Elemente und das ist glaube ich das was spannend ist ich glaube der Satz sagt oder die Sätze sagen hier alles was für einen globalen Player wichtig ist aber auch für uns wenn man im Kleinen schaut da wissen wir sehr viel aber so das gesamte Groß das Big Pitch das fehlt häufig und wenn wir das ein bisschen verdeutlichen wo wird geforscht wo wird Innovation getrieben dann haben wir diese vier Kreise sage ich mal im Wesentlichen wo sehr viel passiert wir haben es vorhin gehört diese KI, AI Themen es sind viele Daten da wir haben viele Bereiche die sehr weitgehend unterwegs sind wir haben auch viele Herausforderungen wichtig ist aber diese Schnittfläche in der Mitte also wie bringen wir all diese vier Elemente diese vier Exponenten zusammen da schwächeln wir noch auf einer globalen Skala und wir haben hier auch als eine der Maßnahmen im Rahmen dieser Ziele die wir uns gesetzt haben gesagt wir müssen hier eine Infrastruktur bereitstellen die genau diese Deckungsfläche adressiert und haben daraus einen sogenannten Planetary Computer gebaut das muss man sich so vorstellen es ist eine sehr große Plattform mit Unmengen von Daten und zwar Open Data die wir mit NASA wie wir mit Forschungsinstitutionen zusammen kuratieren sage ich mal und öffentlich bereitstellen aber nicht nur einfach eine Open Data Plattform sondern bieten auch gleich die Computing Engine dazu damit Forscher, Wissenschaftler entsprechend aus diesen vier Kreisen diese Schnittfläche erarbeiten können das heißt die Plattform selbst bietet Schnittstellen die auch für Dritte zur Verfügung stehen man kann die eigenen Daten bringen und man kann auf dieser Plattform sich anbieten und anbinden und entsprechend diese Daten diese globalen Daten nutzen um eben globale Herausforderungen auch zu lösen ein paar Beispiele wie das aussehen kann wie so eine Karte aussehen kann auf Basis dieser Open Data die da zur Verfügung stehen zum Beispiel wie sieht die globale Biodiversität aus ich habe euch den Link unten dran eingefügt ihr könnt da gerne dann im Nachgang mal nachschauen was da alles möglich ist wir haben auch bei unserem Stand zwei, drei Beispiele was so ein globales Data Set an Informationen rauskriegt spannend ist das ist nicht ein One-Time-Shot das heißt die Daten werden laufend aktualisiert aktuelle Satellitenbilder aktuelle Erhebungen ein Beispiel ist zum Beispiel wie wird aktuell die Erdoberfläche belegt mit was wo ist wie viel Wasser wie viel ist Erde wie viel ist Wüste wie viel ist Bäume um so auf Datenbasis globale Aspekte angehen zu können daraus ergeben sich natürlich viele weitere Use Cases einen spannenden Approach wie gesagt ein Element wo wir sagen müssen wir müssen diese datengetriebenen Möglichkeiten nutzen um Visibilität zu schaffen wo sind Maßnahmen zweckmäßig wo sind vielleicht Maßnahmen weniger zweckmäßig aber wenn sie vielleicht marketingtechnisch sinnvoll wären aber uns nicht weiterbringen also wo können wir wirklich agieren und das sind solche Beispiele das ganze läuft in der Public Cloud nur dort sind die Capabilities dafür da den Begriff den habt ihr vielleicht schon mal gelesen hier auch immer wichtig das ist für Großkunden gebaut für globale Kunden gebaut aber ermöglichen auch einem One-Man-Startup den genau gleichen Zugang zu den neuesten Technologien also dieses Demokratisieren von modernster Technologie passiert in der Public Cloud und ich glaube das macht das Ganze spannend mit diesen Skaleneffekten auch arbeiten zu können wenn wir ein bisschen runter gehen das ist diese Software ich möchte nicht so fest auf das Produkt eingehen aber einfach das Prinzip das ist eines dieser Tools die wir anfangs aus den Nullerjahren selbst intern genutzt haben das wir weiter entwickelt haben wo wir heute so weit sind dass wir wirklich über alle drei Scopes eine Reporting eine Analyse und auch eine Forecasting-Lösung zur Verfügung stellen können die die Interesse haben können dann gerne nachher am Stamm vorbeikommen das ist schon auf Organisationsebene das heißt wir kommen jetzt von der Flughöhe ein bisschen runter vom globalen Scale auf die einzelne Organisation auf die einzelne Institution das kann eine Stadt das kann auch ein Großkonzern sein oder auch eine kleinere Gemeinde das ist jedem überlassen es geht so weit dass sie die Möglichkeit haben innerhalb des Reportings auszuweisen wie viel reduziert sich die CO2-Fußabdruck wenn sie Teams nutzen oder wenn sie einen Azure Services nutzen als dort Mapping von unseren Plattformen auf die Nachhaltigkeitsbewertungen die da möglich sind ein weiteres Beispiel und da geht es mehr wir wissen in die Breite kein neues Thema aber ich glaube auch spannend wie Daten eingesetzt werden können um Net Zero zu erreichen wir haben hier das Beispiel von unserem Partner Bentley der auf Basis dieser Technologie die Siemens Stadt realisiert hat ein großes Projekt das über mehrere Jahre stattgefunden hat mit dem Ziel wirklich eine sehr diverse Infrastruktur ein sehr diverses Projekt mit neuster Technologie auszustarten einen digitalen Zwilling zu erarbeiten zu bauen der ja nicht nur statisch ist sondern der zulässt gewisse Entwicklungsschritte Simulationen etc. mit Echtzeitdaten zu ermöglichen spannender Ansatz kann man auch bei uns am Stand anschauen ich denke das ist etwas wo wir zukünftig noch viel mehr investieren müssen wir haben in der Schweiz schon die eine oder andere Lösung in diesem Bereich gesehen spannender Aspekt in dem Bereich die letzten zwei Beispiele sind für mich die spannendsten wenn es um den Bereich Einsatz von KI AI das Buzzword der Stunde geht was bringt uns das im Alltag wenn es dann das Individuum betrifft ein spannendes Beispiel das ich finde ist mit den neuen Möglichkeiten ist was wir mit dem Reichsmuseum in Holland gemacht haben in Amsterdam wenn Sie als sehbehinderte Person als blinde Person ein Museum besuchen dann sehen Sie nicht allzu viel jeder hat schon mal wahrscheinlich Chatchipit oder sonst einen Large Language Model Service genutzt und ein Bild hochgeladen und den Service gefragt erklär mir was im Bild drin ist genau das gleiche machen wir hier das heißt Museumsbesucher haben zukünftig die Möglichkeit vor dem Bild hin zu stehen und sie halten eine sehr detaillierte Beschreibung über die Technologie was in diesem Bild zu sehen ist wenn ein Bild weggehängt wird ein neues Bild hingehängt wird muss man nicht die Dokumentation anpassen sondern der Service macht das in Echtzeit und nutzt entsprechend diese Capabilities von diesen Large Language Models die es hier so als Service gibt um dies zur Verfügung zu stellen wenn wir ganz noch aufs Individuum gehen dann habe ich das Startup das bei uns am Stand ist ganz spannend aus meiner Sicht wo diese KI-Möglichkeiten in Kombination mit den Trainingsmöglichkeiten von dieser Public Cloud schön zusammenkommen was Sie da sehen ist Technologie die man auch bei Selbstfahrung und Autos einsetzt das heißt das zeigt einem wenn ich beim Einparkieren das bin ich meistens wenn es sehr laut pfeift wenn der Baum oder die Wand näher kommt genau dasselbe haben Sie hier Sie haben ja eine Manschette die Sie sich umlegen das arbeitet mit Radar mit Kameras und analysiert die Umgebung wenn Sie sich irgendwo nach an einem Objekt bewegen dann erhalten Sie entsprechende akustische Rückmeldung auf Sohn oder Vibrationen kann auch gebraucht werden als Navigationssystem für sehbehinderte Personen zum Beispiel eine Stadt für Touristen als Beispiel oder größere Organisationen ein Campus haben begleiten von Mitarbeiter mit Sehbehinderung die haben ein Navigationssystem das sie akustisch unterstützt aber auch Kollisionen vermeidet wenn das in einem Bereich der Fall ist geht soweit mit den neuesten Möglichkeiten von Azure Open AI dass die Person ihr könnt das gerne testen auf den Knopf drückt und es erklärt einem akustisch wo man steht also man drückt auf den Knopf und das System sagt ich sitze jetzt in einem Raum der Mann vorne rechts hat ein weißes Hemd an die Dame links hat einen grünen Restaurant es sind vielleicht etwa 70 Leute dabei du musst aufpassen da vorne ist eine Sturreihe das erklärt einem das akustisch in dem Moment wo ich dort stehe und gibt der Person die sonst wahrscheinlich eher verunsichert ist eine gewisse Sicherheit um sich dort weiter zu bewegen kann man bei uns am Stand anschauen ist ein Startup das wir unterstützen in der Schweiz aus der Westschweiz ein spannender Use Case aus meiner Seite und mit dem schließe ich hoffentlich die Zeit ist ich glaube nicht schlecht unterwegs bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wie bereits gesagt wir haben einen kleinen Stand für die die da gerne verweigern möchten besten Dank ich bin schneller als du hast du gesehen vor allem hätte ich so lange Beine wie du Cyril dann wäre ich schneller vorne aber habe ich den Kaffee gewonnen oder nicht definitiv nicht nur das vielleicht besser Red Bull dass ich Führerflieger so vielen herzlichen Dank Cyril Hollenstein wir haben jetzt außergewöhnlich noch eine einen Moment Zeit wo wir eine Frage an dich stellen könnten wenn also jemand eine Frage hat dann habt ihr jetzt noch die Gelegenheit dazu wie man gerade etwas wissen nein Moment nicht aber du bist ja noch vor Ort du bist da du bist am Stand und stehst für Fragen zu verfügen also gut herzlichen Dank wir sehen uns zum Kaffee danke Cyril Hollenstein ja und in wenigen Momenten geht es ich darf das halbverstandlich mach nichts bitte Benjamin in wenigen Momenten geht es dann weiter mit der Podiumsdiskussion leiden wir die Martin Leschhorn-Strebel er ist bereits auf dem Weg nach vorne aber lassen sie sich Zeit die Stühle die sind dann bereit und dann legen wir los in etwa 3-4 Minuten wir sind also sehr gut mit der Zeit unterwegs ja ja ihr dürft dann alle hansitzen im Urlaub nach unten in starb die an die 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 du Vielen Dank. 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 weit einzigartig sind. Und ich denke, diese Einzigartigkeit nehmen wir vielleicht in der Schweiz als gegeben hin, als selbstverständlich, ist aber gerade im internationalen Bereich etwas, was uns wirklich für eine stärkere Führungsrolle prädestinieren würde. Und ich sehe durchaus andere Länder, die im Verhältnis weniger zu bieten haben, aber wesentlich mehr darüber sprechen und eine größere Akzeptanz im Gesundheitsbereich auch international dadurch erreicht haben. Und ich denke, wenn wir diese Ingredienzien, die wir hier in der Schweiz haben, vor allem auch im Sinne der Public-Private Partnerships, wie Sie, Frau Probst, angesprochen haben, noch besser zusammenbündeln würden, dass wir hier einen sehr, sehr großen positiven Impact nicht nur im Land, sondern eben auch weltweit erreichen können. Also ich denke, wir haben hier noch Luft nach oben. Auf der anderen Seite sollten wir aber auch den Beitrag, den wir derzeit leisten, nicht unter den Scheffel stellen. Sie haben schon gesagt, schon mal auch an einer anderen Stelle gesagt, es geht um ein Investment, wenn wir von diesem Engagement sprechen. Wollen Sie dazu noch etwas sagen? Investment in Gesundheit? Ja, ich denke, wir müssen hier im Prinzip die Diskussion in ein neues Licht stellen. Wir oftmals werden Gesundheitsausgaben als Ausgaben eben klassifiziert, wie es das Wort ja auch schon sagt. Und ich glaube, wir müssen mehr und mehr, vor allem wenn wir von einer Behandlung des Patienten zu einer Prävention und zu einem höheren Gesundheitsstandard kommen wollen, hier viel mehr im Sinne einer Investition denken. Wenn man sich das beispielsweise nur eine einfache Erkrankung wie die Malaria, in der wir sehr stark engagiert sind seit vielen Jahren herausnimmt, wenn hier ein Kind für drei Tage nicht zur Schule gehen kann, möglicherweise die Eltern in diesen Tagen nicht produktiv sein können, weil sie sich um dieses Kind kümmern müssen, weil sie möglicherweise zu einem Gesundheitsposten gehen müssen. Wenn diese Erkrankung unbehandelt letztendlich nicht zu Entwicklungsstörungen führen kann, dann ist der wirtschaftliche und volkswirtschaftliche Schaden, der durch so eine mit einer 1 Dollar teuren Tablette verhindert oder sofort bekämpft werden kann, steht außerhalb jeder Proportion. Und ich glaube, wir müssen hier viel mehr diesen Investitionsbeitrag, den man in die Gesundheit leisten kann, um damit volkswirtschaftlich Größeres zu erreichen, auch international in die Diskussion bringen. Vielen Dank. Sie haben etwas angesprochen, das ich gerne an Lukas Engelberger weitergeben möchte. Sie haben gesagt, es gibt Luft nach oben für dieses und haben gesagt, das Investment wäre gut und ist wichtig und hilft viel in die Gesundheit. Sie haben gesagt, die Schweiz habe Luft nach oben. Jetzt haben wir auch gehört, wir sind ein wichtiger Standort Basel. Das kann auch wirklich beim Bundesrat darauf drängen, Investitionen in Gesundheit in der internationalen Zusammenarbeit, aber auch strategisch in globalen Gesundheitsinstitutionen. Vielleicht für ein Projekt, wie es auch Frau Probst angetönt hat, so eine Plattform zu bieten. Da würden wir uns gern mehr engagieren mit dem Bund. Da möchten wir auch hinwirken auf den Bund, dass er hier vorwärts macht. Ja, wenn das gemeint ist im Sinne von mehr Solidarität, mehr Engagement und mehr Großzügigkeit, dann glaube ich, ist das richtig. Dann können wir das noch verstärkt tun. Wir wirken ja schon in diese Richtung, wenn wir Gelegenheit haben, mit zu diskutieren. Wir sind beispielsweise, das ist eine kleine Klammerbemerkung, morgen und übermorgen, dann Standort dieser International Cooperation Forums, dieses Forums des EDA. Sie kommen hierher mit den Expertinnen und Experten und Diplomaten im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit. Die Staatspräsidentin von Äthiopien wird auch zu Gast sein. Da wollen wir auch bewusst derartige Vernetzungsanstrengungen unterstützen und auch hier helfen, wo wir können. Wo ich mir selber weniger sicher bin, ist in diesem Thema, bei dieser Dimension Führungsanspruch. Wenn ich mit internationalen Partnern rede, dann spüre ich eine gewisse Akzeptanz oder einen gewissen Respekt für die Unaufdringlichkeit des schweizerischen Auftritts, so international. Und das würde ich sehr gerne auch so lassen. Wir müssen selbstbewusst, oder wir dürfen selbstbewusst sein, bin ich einverstanden, sollten aber diese Unaufdringlichkeit bewahren und vor allem dann beitragen, wenn wir gefragt werden. Dann aber, wenn wir eine Zusage geben, die auch sehr nachhaltig honorieren. Ich würde das so in diesem Sinne verstehen selber. Herr Koch hat geschmunzelt. Das ist ein gutes Zeichen, wenn Herr Koch schmunzelt, wenn es um den Führungsanspruch der Schweiz geht und Bescheidenheit sei aber auch angesagt. Sie verfolgen ja globale Gesundheit schon lange, auch aus einer BAG-Perspektive früher mal. Ist es sinnvoll, oder wie könnte man das vielleicht auch unter einen Hut bringen, Bescheidenheit aber gleichzeitig auch fordernd sein in globalen Gesundheitsfragen? Ja, ich möchte das vielleicht ein bisschen noch ausweiten. Die Schweiz als neutrales Land, als Ursprung der Genfer Konventionen, als Teilstandort der UNO-Organisation, hat eigentlich immer gezeigt, dass alles, was Menschenrechte, alles was Grundrechte sind, auch in der Schweiz einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat. Und wo ich hin möchte, ist vielleicht zurück zu dem, was einmal Jonathan Mann gesagt hat, der die Aids-Organisation der UNO gegründet hat. Es gibt keine Gesundheit ohne den Respekt der Menschenrechte. Und der Konflikt, der entstanden ist und verstärkt worden ist durch die Corona-Pandemie, der wirklich auch weltweit die Gesellschaften gespalten hat. Ich glaube, in dem Bereich müsste die Schweiz noch mehr tun oder wieder engagierter sein und zeigen, ja, es braucht den Respekt der Grundrechte, der Menschenrechte, wenn wir wirklich von einer Weltgesundheit sprechen wollen. Und es braucht nicht nur die gesundheitspolizeilichen Maßnahmen. Und ich denke, wenn man in der Pandemie noch etwas aufarbeiten müsste, dann müsste man vor allem diesen Aspekt noch einmal ausarbeiten. Und wir wissen auch, dass gerade auch diesen rechtebasierten Ansatz, das rechtebasierte Verständnis ja in verschiedenen Institutionen auch unter Druck kommen. Von eher konservativen Regierungen, da werden sexuelle Rechte infrage gestellt. Ja, das ist vor allem ein Hauptproblem, oder? Wir haben es in der WHO kürzlich erlebt, dass eine Organisation keine Zulassung bekommen hat, was ein normaler Vorgang ist, aber es wurde ihnen verweigert, weil sie sich für das Recht auf Abtreibungen eingesetzt haben. Frau Probst, auch aus Ihrem Bereich, ist diese rechte Frage, ist das ein Problem, wenn die infrage gestellt werden? Also das ist sicher ein Problem, diese Einschränkungen, auch was auf der Welt passiert. Aber ich mag auch in diesem Bereich so diesen Ansatz der Bescheidenheit, den ich sehr teile. Vielleicht müssen wir manchmal ein bisschen mehr darüber reden, aber ich denke zum Beispiel, wenn wir jetzt am Swiss TPH, das machen andere Institutionen, bei uns Leute ausbilden aus diesen Ländern, beispielsweise der Gesundheitsminister von Ruanda hat BAM Swiss TPH seinen PhD gemacht, dann glaube ich, ist das ein viel größer, ein wahnsinnig großer Einfluss, weil nicht nur hat diese Person Epidemiologie, Public Health, was auch immer gelernt. Aber diese Person hat auch in einem demokratischen Land wie bei uns gelebt, hat gesehen, wie wir umgehen, wie unsere Politik funktioniert. Hoffentlich, das könnten wir vielleicht noch manchmal besser abholen, auch bei den Forschenden in diesen Institutionen. Aber ich glaube, diese Art von Impact ist wahrscheinlich ein sehr nachhaltiger, auch auf dieses demokratische Verständnis. Das sind so die indirekten Benefits, die wir da auch generieren können. Das ist sicher ein wichtiger Punkt, also auch das Verständnis, dass wir über unsere Institutionen, eben wissenschaftlichen Institutionen, aber auch die Industrie, ich fahre jeden Tag bei der Novartis vorbei. Ich sehe, das sind nicht alle Schweizerinnen, die dort arbeiten. Aber auch in den NGOs etc., da kommen doch sehr viele verschiedenste Kulturen zusammen, die gegenseitig voneinander lernen, oder? Genau. Und da müssen wir vielleicht noch kurz aufpassen. Das ist dann die feine Balance zwischen nicht mehr zu viel Fliegen und gleichzeitig immer noch kulturelle Verbindung schaffen. Das sind so Themen, wo wir die richtige Balance finden müssen, oder? Da wären wir bei den Sustainability Days wieder. Herr Gemann, ja, vielleicht ziehen Sie auch noch diesen Link gerade zu der, die Verbindung auch zu diesen globalen Herausforderungen, die wir haben, auch gerade im ökologischen Bereich. Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Vielleicht zunächst auch noch mal ganz kurz denke, und da stimme ich Frau Probst und auch Herrn Engelberger, auf jeden Fall zu, dass man die Gesundheit natürlich nicht in Isolation betrachten darf. Gesundheit muss in den Kontext der Menschenrechte, der interkulturellen Verständigung eingeführt werden. Und da sehen wir uns natürlich auch als global aktives Unternehmen mit Präsenz in 150 Ländern und vielen Programmen, die eben auch diesem Capacity Building zustande kommen. Das ist niemals nur unidimensional auf die Wissenschaft ausgerichtet, sondern hat den kulturellen, hat einen Anspruch, künftige Führungspersonen in allen Bereichen auszubilden. Also man muss immer diese Benefits natürlich im Gesamtkontext sehen. Und sehr ähnlich darf man auch nicht die Gesundheitsdiskussion eben von der Umwelt- oder Sustainability-Diskussion trennen. Und wir sehen ja nun nicht nur fast in täglich neu erscheinenden Publikationen, dass wirklich die Gesundheit inzwischen sich zum Abbild des Klimawandels entwickelt hat. Ob das nun Infektionserkrankungen sind, die wieder auftreten in Bereichen und in Ländern und Geografien, wo man sie lange nicht gesehen hat, auch gerade und vor allem im Bereich der chronischen Erkrankungen, gibt es sehr, sehr viele kausale Verbindungen, die, denke ich, auch die Art und Weise, wie wir Gesundheitsvorsorge und Gesundheitsbehandlungen in der Zukunft liefern, sehr stark mit beeinträchtigen und beeinflussen. Wir müssen aber auch über diese Diskussion, dass es im Wesentlichen nur darum geht, unseren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren, als Gesundheitssysteme müssen wir hinausdenken. Das ist ohne Frage wichtig, dass wir den Benefit, den die Gesundheit liefert, mit einem minimalsten ökologischen Fußabdruck zur Verfügung stellen. Und dafür gibt es in der Regel Ziele, wie wir sie auch im Unternehmen formuliert haben, mit Net Zero und dann eben einem Glide Pass, den wir sehr genau auch hier kontrollieren. Der eigentliche Wert, denke ich, den die Gesundheitssysteme und die pharmazeutische Industrie aber leisten können, ist, dass sie einen Beitrag zur Resilienz für künftige und aller Voraussicht nach nicht vermeidbare Änderungen in diesem Disease-Pattern leisten können. Und da sind wir wieder bei der Kernaufgabe der Gesundheitssysteme, letztendlich die Bevölkerung eben auch besser auszurüsten und vorzubereiten, wenn es um die Auswirkungen des Klimawandels geht. Also auch hier eine sehr, sehr enge Vernetzung. Und ich denke, das ist so ein bisschen das, was wir in der täglichen Diskussion sehen, dass es nicht mehr darum geht, Einzelprobleme zu lösen, sondern systemische Probleme. Und hier gibt es Interdependenzen, die fast in jedem Bereich hinein bestehen. Ich habe ja ein Mikrofon, Entschuldigung. Herr Koch, Sie kommen von den klassischen übertragbaren Krankheiten her. Wenn Sie jetzt so noch einen Blick zum Schluss werfen, wir müssen schon zu einem Ende kommen, zu diesen neuen Herausforderungen. Braucht es da ganz neue Ansätze, wenn Sie auf den Klimawandel und die gesundheitlichen Folgen anrufen, als das sehen? Oder können wir mit den inneren Erfahrungen aus den übertragbaren Krankheiten hier operieren? Ja, auch die Bekämpfung der übertragbaren Krankheiten ist nicht ein isoliertes Gebiet. Die übertragbaren Krankheiten bekämpfen kann man nur, wenn man die Gesundheit der Gesamtbevölkerung als Gesamtes versucht anzuheben und zu verbessern. Und deshalb, es ist wahrscheinlich mehr ein menschlicher Reflex, dass er immer vor diesen übertragbaren Krankheiten so viel Angst hat, aber gar nicht den Blick hat, was eigentlich die Gesundheit der Bevölkerung am meisten fördert. Und da gehört natürlich Mental Health dazu, da gehört einen gesünderen Lebenswandel dazu. Also, ich glaube, was man lernen kann aus den übertragbaren Krankheiten ist, den Blick für das Globalere zu schärfen. Besten Dank. Ich möchte hier auch gerne jetzt zum Schluss kommen. Wir müssen leider aufhören. Es ist mit unserer Zeit schon durch, aber nochmals vielen herzlichen Dank. Ich nehme, mit Bescheidenheit tut der Schweiz gut, aber sie darf ambitioniert bleiben, soll sich vor allem auch auf ihre Stärken konzentrieren. Ihre Stärken bestehen in ihren wirtschaftlichen Strukturen hier, gerade auch in der Gesundheitsindustrie, aber auch ihre humanitäre Tradition, die wir aus der Rockreuz-Bewegung hinaus herausnehmen können. Und mit diesen Voraussetzungen einen gesamtheitlichen Blick, auch einen systemischen Blick, der auch die verschiedenen außerhalb des Gesundheitssystems stehenden Faktoren wie Ökologie, Bildung etc. mitnehmen, können wir auch zukünftigen Gesundheitsanforderungen begegnen. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen noch ganz viel Spass an der Sustainability da ist. Danke Ihnen vielmals. Applaus Jetzt hoffe ich, dass es absteht. Ja, danke vielmals. Ihr wart ein super Pen. Danke. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Hello, good afternoon, everyone. Super nice to be here today. Oh, I think the sound went away. Great. So we are here today to present to you a great collaboration that we've been working with at the Geneva Sustainability Center and the International Hospital Federation in order to empower healthcare organizations in the hospital in order to improve their impact in sustainability across the sector. So I am Romina Choon, working at Deloitte Digital Switzerland and been working alongside Carmen Menendez. Hello, good afternoon. It's a pleasure to be here with you today. I'm Carmen Menendez, senior director of the International Hospital Federation, and we're a global membership organization, and we serve as a platform for healthcare leaders at the global level. And we're dedicated to elevate the hospital management standards across the globe. And we empower our members through facilitating knowledge, exchange, highlighting other practices, and also providing training and development opportunities. And so what motivated us today to come together is, actually, I have a question for you. Do you know how much emission does the healthcare sector produces every year? Five percent, more than transportation and shipping combined. Could you imagine? I mean, it's written on the slide, it's pretty obvious. So the reason why we came together is because this is just one of the challenges the healthcare sector is currently facing in sustainability. And so the idea was to kind of heal the healer. So empower hospitals and healthcare organizations to being able to, you know, have a different approach to sustainability in order to improve also down the line the impact that it would have indirectly on the health of people across the globe. And just by providing and developing the solution, which we will be telling more and demonstrating to you the Sustainability Accelerator Tool, or SAT for short, just by penetrating 3% of the market, which is under 50,000 hospitals, you would be already able to manage the carbon emission by reducing it to about 100 meter ton per year. So with that being said, one collective goal that put us together, Deloitte Digital, we are contributing in, you know, developing the platform, but also with our global network and empowering the sector globally in order to, you know, make an impact, empowering our client to move forward with sustainability and on their journey. And well, as part of this common goal and as part of the efforts from the International Hospital Federation in 2022, we created the Geneva Sustainability Center and we're driven by the mission of equipping healthcare leaders with the key competencies for them to be able to navigate and lead organizations towards sustainable, low-carbon and resilient healthcare and today we're going to show you one of the ways in which we're doing this. So what you're seeing right now is a live tool, which is called the Sustainability Accelerator Tool, or SAT for short. It was developed leveraging Salesforce solution and we have developed this tool based on the foundation of a sustainability assessment framework, which is aligned with ESG and, for example, JIRA-I standard and covers three main domains. So what you see right now is just a demonstration of what is currently live. And it's important to say that this assessment framework was tailor-made for the healthcare sector and then it looks at the specificities that we in the healthcare sector can leverage to reduce the impact on the environment. And it was also developed in consultation with a global network of members of the International Hospital Federation. So basically organization hospitals will be able to go through a set of 56 questions and that will help you to understand, you know, how mature is your organization on those different pillars or domain like environmental impact, health equity and well-being and leadership and governance. So as you can see, it's a little bit aligned to the ESG framework and under each of them you have subdomains. So each question would allow you to select four different options from the lowest maturity, like I'm not doing anything to manage my energy infrastructure to I'm actively implementing, you know, initiatives and that would show that you have a higher maturity in some ways. So this is the first functionality of the tool and all of this was, as you can see, developed to be run and done autonomously by the organization. Once you have done those 56 questions, this is where the interesting part comes. This is the maturity results dashboard, which would allow you from, again, it's a more qualitative understanding of your sustainability. So what you see right now is basically a reporting of, okay, on four different levels of maturity from beginner, intermediate, advanced and expert, this is currently where I stand as my organization overall. But also you can dive deeper and go into each subdomain, like environmental impact, health equity and well-being and leadership and governance. One also key power of this tool is not only for you to understand, you know, I'm doing great, for example, environmental impact, but law on healthcare and health equity. You would be able to also compare yourself to other organizations that are using the platform. So it's really a global tool. And on top of that, we also have guidance to improve. And this functionality of the tool is really helping hospitals to advance on their journey in sustainability. And so for each of the domains and subdomains that Romina mentioned to you, you get a few recommendations and actionable steps for hospitals to advance to the next level. And it's key to say that hospitals around the globe that are using SAT already, they're already leveraging these recommendations and enhancing their sustainability strategies. And so this is just one functionality of the tool. One other functionality of the tool, because it's more qualitative, you want to get an understanding of, you know, how am I progressing over time, right? So I understand where I stand from a sustainability perspective. The second functionality is understanding, you know, how can I track key sustainability indicators. So as Carmen has mentioned, at the very beginning of the journey, we've started, you know, engaging with hospitals with the different members in order to understand, you know, what are globally relevant indicators that would set kind of the global benchmark. So we have to define a set of 23 core indicators. So for example, you would have, you know, what's your annual energy consumption per square meter, but also per patient covered. So like Carmen was mentioning earlier, it's much more tailored, you know, to the healthcare sector. And one emphasis is that we didn't want to become, you know, another carbon emitter or footprint emitter calculated tool, because there are many others that are powerful. So we wanted to provide those organization understanding to have a broader spectrum. So it's intended to provide you really an overview of the impact. And also, this is the first set of indicators for the healthcare sector to track sustainability. And hospitals have been finding this quite useful and educational to structure their sustainability strategies. And also we want to notch hospitals and healthcare organizations to think about carbon emissions, not only in relation to the square meter edge of their facilities, but also in the way we actually are delivering care. So that's why we were targeting also patient episodes and relating this information to the emissions and energy consumption of the hospitals. And so once they fill out those 23 key sustainability indicators, this is where they get more, I would say, quantitative insights into their performance. So what you see right now is obviously milk data for the sake of this demonstration today. But they would get insights on, you know, on those 23 corporate domain and by each pillar of environmental, you know, social and governance, how am I progressing over time? So for example, if you say today, I want to optimize my energy consumption within my, you know, healthcare infrastructure, I would be able to see in 2022, this is how I was doing. And then over time, you'd be able to see how is that maybe improving. One also key aspect to note, again, with the idea of allowing also not only this to become, you know, just another measuring tool, but it's the power of the community. And so one aspect of it is that you would be able to filter your research, not only on, say, I want to know, you know, how the global benchmark is doing, but how is a private hospital, how are other private hospitals in Switzerland doing? And this is where you can see on top, there is some filtering functionality and possibilities, which would then also empower you to connect with the community and very much link to some of the effort that Deloitte and Geneva Sustainability Center is doing to, you know, provide knowledge and resources to organization out there. And well, finally, you might be wondering, so what's, what's the impact of this and how is this being used? And so we piloted it with some hospitals across the globe among the membership of the IHF. And actually some of them, we have a hospital in Colombia who's taking all the recommendations from the sustainability accelerator tool to coordinate the different departments and actually implement a sustainability strategy. And we also have other types of hospitals, for example, in Spain, who have been on this sustainability journey for already quite some years. And they're also using this because it's a good way for them to structure, to have the information in one place. And we can conclude in basically that this tool has been helping hospitals already to change the way they approach sustainability. So they are able to identify priorities, to identify opportunity areas and to have a user friendly mechanism where they can see and track the progress they're doing in sustainability. And it's important to know that this tool is just not one set in time. We are continuously working with those hospitals to understand, you know, how can we improve our measuring framework from the qualitative, the questionnaire, but also, you know, the indicators. How can we expand? How can we tailor potentially in the future for specific communities? So this is just one example of use cases at the Lloyd Digital that we work on with Geneva Sustainability Center to make an impact in the healthcare sector. We also leverage other tools like Net Zero Clouds together with Salesforce and understand how can you, how can technology become the enabler of your ESG and sustainability strategy. So Net Zero very much focuses on that and sustainability 360, which is one of our assets, enables you to take that another step forward and allow you, for example, to understand how can you manage suppliers. What are regulations out there that are relevant for my sector so that I can better strategize for those ESG regulations that are coming up or other sustainability strategy. So we were super excited to work on this project and we continuously, you know, work with other sectors and other clients out there to fully make an impact that matters. With that being said, we'd be excited to tell you a little bit more about what we do. We are at the booth very close to the entrance and yeah, we'll be around. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Romina and Garmin for this presentation and these insights. Thank you. Great. Thank you. I hope, since we are still here, as soon as we have dalam過程. Thank you. Thank you. Well. Your voice is very close. Thank you. Great. Thank you. pertama et cetera. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. 5 Minuten, 14 Uhr legen wir dann los mit dem nächsten Podium. Es geht um Transformation von Energie und Mobilität. Wir sind nämlich gespannt auf die Strategien unserer CEOs, die sich hier eingefunden haben. Bis gleich. Vielen Dank. 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 Ganz herzlich willkommen Noah Heinen, CEO von der Helion Energie AG, denn Cedric Christmann, CEO Primeo Energie, Dr. Jörg Reichert, CEO Energiedienst Holding AG und Roland Lötzscher, CEO Mobility Genossenschaft. mit um? Also zuerst einmal, wir haben extrem viel Freude, dass Strom die Energie vom 21. Jahrhundert ist. Es ist auch die einzige Energie, die da in Europa produziert wird und die sehr wahrscheinlich die Energie ist, die auch viele Anwendungen dekarbonisieren wird. Wir versuchen eigentlich genug Energie zur Verfügung zu stellen und stellen uns auch dem Trilemma Verfügbarkeit der Energie, Zahlbarkeit der Energie und CO2-freie Energie zur Verfügung zu stellen. Jetzt Spielwiese ist die Schweiz, wir kommen aus Münchenstein, wir sind in der Genossenschaft, hier verwurzelt und wir produzieren in etwa 1,2 Terrarstunden Grünstrom. Das reicht für rund 270.000 Endkunden zu versorgen mit erneuerbarem Strom. Das ist natürlich nicht genug und wir wollen noch mehr bauen. Ich glaube, die Herausforderung, die wir haben, ist, dass wir genug und schnell genug bauen können und nicht nur Produktion, aber auch Netze. Netze, man muss auch Energie transportieren können und wir haben zwei Achten von Netzen, Wärmenetze und Stromnetze. Das ist unsere Aufgabe, wir machen das nicht alleine, wir machen das mit den Kundinnen und Kunden natürlich, aber auch mit Gemeinden, die Energieplanungen wollen von uns. Und da versuchen wir mit Partnern auch, mit Kollegen uns das zu stellen. Die Herausforderung. Ja, es ist eine große Herausforderung. Der Zeitdruck, Sie haben ihn auch ein bisschen angesprochen, ist da. Jetzt müssen Sie alles hochfahren oder wie schaut das bei Ihnen aus? Ja gut, es ist unterschiedlich. Ich glaube, die Frage ist, kann man effektiv alle Kundenerwartungen gleichzeitig erfüllen? Das gelingt uns natürlich nicht immer. Aber ich glaube, was extrem gut ist und was die Sinnhaftigkeit von was wir machen, die ist da. Und das ist für uns extrem wertvoll, weil wir brauchen viel mehr Leute, die begeistert sind mit uns. Diese Energiewende mit Taten auch zeigen zu können, wie es geht. Und wir verstehen uns auch als Macher. Und ich glaube, wir müssen alle eine Schaufel in die Hand nehmen und mal schaufeln. Sonst würden wir es nicht schaffen. Und ich glaube, wir machen ein paar Sachen. Wir haben ein gutes Projekt da in der Schweiz. Wir haben ungefähr 100 Megawatt Solar in der Schweiz. Wir haben bei uns im Versorgungsgebiet 140 Megawatt. Das machen unsere Kundinnen und Kunden. Und wir sehen schon, dass es stattfindet. Zu langsam. Letztes Jahr waren es 1,5 Gigawatt in der Schweiz. Wenn wir so weitermachen, dann schaffen wir auch die Energiewende. Wir müssen es noch schaffen. Die Frage ist eher Energie im Winter. Vielleicht kommen wir nochmal drauf, aber ich glaube, das ist eine Herausforderung, die wir haben. Das wird bestimmt eine Herausforderung sein. Jörg Reichert, wir haben den Zeitdruck angesprochen. Wie schnell bringt es man grüne Energie? Ja, also uns beschäftigen eigentlich ähnliche Fragen, wie es Cedric Christmann eben erläutert hat. Die politischen Erwartungshaltungen sind hoch, dass Dinge schnell umgesetzt werden. Und wir haben die Besonderheit, dass wir als Schweizer deutsches Unternehmen noch mit beiden Rahmen uns auseinandersetzen müssen. Ja, und wir haben eigentlich so zwei Themen, die uns tangieren. Auf der einen Seite haben wir so den Horizont bis 2030 mal gewählt und gucken, was ist bis dahin realistisch machbar. Das ist ja unser strategischer Horizont. Und dort haben wir sowohl die Inhalte mal belegt, das Wärmewende, Verkehrswende, aber auch Energiewende. Und wir haben auch mal abgeschätzt, was wir denn da großer Motto an Investvolumen brauchen. Das vergisst man immer, Energiewende ist teuer. Wir gehen von aus, dass wir als mittelgroßes Unternehmen deutlich über eine Milliarde bis 2030 in die Energiewende investieren werden. So die eine Seite. Die andere Seite ist, man muss immer anpassungsfähig bleiben. Also es reicht nicht aus zu sagen, da will ich bis 2030 hin. Der Weg dahin, der erfordert vom Unternehmen und von der Strategie, dass man sich doch immer mal wieder kurzfristig hinterfragt und auch anpasst. Roland Lötzscher, ich komme zu Ihnen von Mobility. Wie reagieren Sie mit Mobility darauf? Also gut, jetzt haben wir gehört, es wird Netze ausgebaut, es wird produziert. Wir nutzen den Strom, um hier mal vielleicht ein paar Kennzahlen in den Raum zu werfen. Also wir haben jetzt circa etwas mehr als 500 Fahrzeuge schon elektrisch unterwegs von einer Flotte von 3000. Übersetzt sind das circa so etwas 12, 13 Prozent der gesamten Kilometer, die gefahren werden, heute schon elektrisch. Also wie reagieren wir darauf? Die Branche in der Mobilität hat das ja eigentlich auch schon mitentschieden. Die Produzenten, Elektrofahrzeuge werden produziert, die kommen, die kommen noch in Größenmodellen. Also für uns war die Frage relativ klar zu beantworten. Wir wollen auch Carsharing anbieten elektrisch. Und das hat einen doppelten Effekt. Also erstens, Carsharing per se ist schon nachhaltig, da können wir nachher vielleicht noch einzus eintauchen. Und Elektrocar sharing ist noch nachhaltiger, weil wir haben natürlich eine Flotte, die produziert natürlich CO2-Emissionen und die wollen wir auch runterbringen. Roland Nohr-Heinen, Sie profitieren von dieser steigenden Nachfrage. Wie hat sich die Nachfrage auf Ihren Betrieb ausgewirkt? Also profitieren ist jetzt gerade ein etwas, soll ich sagen, hartes Wort. Also ich glaube, Carsharing hat gesagt, jetzt müssen wir die Schaufel in die Hand nehmen und das ist genau das, was wir tun. Wir bauen die 100% erneuerbare Schweiz jeden Tag. Wir sind ein Handwerker und jetzt müssen wir darüber sprechen, die Energiewende zu forcieren. Wir müssen die Gesetze schreiben und nachher müssen wir es tun. Und das ist das, was wir machen. Jetzt zum profitieren. Ich glaube, wir dürfen es heute vor allem als eine große Herausforderung ansehen, als Branche über die letzten 5 Jahre im Schnitt 50-60% gewachsen zu dürfen. Das ist eine Riesenherausforderung, oder? Eine Branche, die 10% wächst im Jahr, dann sagt man, das ist gäbig, da geht was. Wenn du 40% wachst, heisst in deiner Firma, ist jedes Jahr von einem Dreierteam einer, der keine Ahnung hat. Einer, der keine Ahnung hat, wie deine Werte sind in der Firma. Einer, der nicht weiss, was Solar heisst, denn in unserer Branche gibt es im Fall keine Lehre heute oder keine Ausbildung. Das heisst, die Branche hat, das darf man glaube ich sagen, einen riesen, riesen Kraftakt vollbracht, diese viermal hintereinander 40-50% Wachstum hinzukriegen. Heisst auch für uns, konkret von 100 durften wir auf 600 Meter weiter wachsen. Ja, wir haben profitiert. Aber ich glaube, es war vor allem auch von der ganzen Branche ein riesen, riesen, hoher Hosenlopf. Und es braucht natürlich auch Zeit, wie Sie es angesprochen haben, die Leute einzuschulen und die Unternehmensphilosophie weiterzugeben. Genau, es braucht viel Zeit, das ist extrem wichtig, aber wenn du jetzt auf das Thema Fachkräftemangel anspielst, nein, ich glaube nicht, dass das ein Problem ist. Und zwar, wenn wir sehen, wie schnell wir jetzt in den letzten Jahren von einer Branche von 6.000 Mitarbeiter auf 1.000 Mitarbeiter gewachsen sind, dann macht es mir keine Angst, wirklich keine Angst, da auch auf 20 zu wachsen. Denn Solar ist nicht unendlich schwierig. Aber die große Frage ist, zu welcher Qualität werden wir diese Anlagen bauen? Denn Solar ist schnell gebaut, Wärmepumpe ist super schnell gebaut, Ladestation ist schnell gebaut. Aber was wollen wir für eine Qualität am Ende des Tages? Und deshalb glaube ich, ist Ausbildung, Kulturtransformation und das trotzdem eine große Herausforderung, auch wenn ich ganz sicher bin, die Energiewende wird nicht an den Fachkräften scheitern. Und da sitzt ja eigentlich alle im gleichen Boot. Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass man viel grüner Energie will. Der Energiebedarf wird massiv erhöht. Gleichzeitig fordert der Staat aber auch zum Energiesparen auf. Wie gehen Sie, was heißt das für die Energiebranche? Gut, sehr lange war ja die Meinung, dass wir nicht legitim sind, um Energie zu sparen, weil wir Energie verkaufen. Das war wie ein Widerspruch in sich. Nach 2021, glaube ich, ist es klar, dass wir nicht genug Energie haben. Und die billigste und sehr wahrscheinlich sauberste Energie ist die Energie, die nicht produziert wird. Und somit auch nicht verbraucht wird. Und ich insistiere darauf, dass es extrem wichtig ist, dass wir weniger Energie verbrauchen. Eine der Säulen der Energiestrategie des Bundes ist die Energieeffizienz. Und das kommt nochmals im Energiegesetz im Juni, am 9. Juni. Und das ist eine ganz wichtige Tragsäule. Ein Beispiel, ganz konkretes Beispiel, das war im Juli, August 2022, 2021. Wir haben während 90 Minuten wollten wir eine gewisse Menge Strom kaufen für den folgenden Winter. Zu jedem Preis. Wir haben keinen Strom gefunden. Wir haben sogar dem Bundesrat einen Brief geschrieben, sagen, es gibt keinen Strom mehr für den Winter. Also diese Mangellage, die war da. Zu jedem Preis gab es keinen Strom mehr. Und ich glaube, wir müssen auch lernen zu sparen. Und ich glaube, die natürliche Verwendung von Strom morgen wird sehr wahrscheinlich im Zusammenhang mit dem Eigenverbrauch sein. Also wo ich Strom verbrauche, werde ich auch Strom produzieren. Das wird sehr wahrscheinlich eine natürliche Art und Weise sein, ob man Industriegewerber oder Privatkunden ist. Also der Winter wird eine Herausforderung. Vielleicht kommen wir nachher wirklich noch mal kurz darauf zu sprechen. Herr Greichert, was unternehmen Sie strategisch, um diesem Dilemma entgegenzuwirken? Ich glaube, Strom sparen heißt ja nicht, dass wir künftig weniger Strom braucht. Also wir haben gerade über Wärmewende, über Verkehrswende gesprochen. Und die Prognosen für die Schweiz, die gehen ja deutlich nach oben, trotz der Energieeinsparung. Von daher sind es keine Gegensätze. Wir müssen Energiesparer auf der einen Seite und auf der anderen Seite müssen wir Gas geben, was den Ausbau der Erneuerbaren anbelangt. Und wir beschäftigen uns mit beidem. Wir gucken uns beispielsweise den Gebäudebestand an und gucken, wo wir da unseren Energiebedarf runterkriegen. Und auf der anderen Seite Energie ausbauen. Das heißt für uns vor allem Wasserkraft und Photovoltaik, gerade auch in der Schweiz. Und wir prüfen beispielsweise in Rheinfelden, unweit von hier, wie wir die Produktionskapazität unseres Wasserkraftwerks nochmal hoch bekommen. Oder wir engagieren uns am Wallis mit hochalpinen Solaranlagen und versuchen dort, umsetzungsreife Konzepte zu entwickeln. Von daher sind es zwei Seiten einer Medaille. Nachfrage steigt. Sparen müssen wir, bin ich ganz beim Cedric Christmann. Aber wir müssen auch zubauen, deutlich zubauen. Und gerade auch im Winter. Aber ich sehe auch, dass ihr die Chancen seht. Also Sie haben jetzt gerade von Photovoltaik, Solaranlagen gesprochen. Also es ist auch eine Chance, die sich eröffnet. Cedric Christmann. Absolut, ja. Also wie gesagt, Ausbauziel 2050, Energiestrategie vom Bund, ist 45 GW Strom. Wir haben 1,5 GW am Netz heute in der Schweiz. Das heißt, Sie müssen noch einiges zubauen. Ja, es muss einiges passieren. Noah Heinen spielt Ihnen diese Forderung des Bundes sogar in die Karten. Sie sind ja der Photovoltaik-Guru, sage ich mal. Nein. Also mir gefällt die Richtung nicht ganz. Die Schweiz hat ein richtiges Problem. Sie hat, früh oder später, viel, viel zu wenig Kraftwerke. Und jetzt schauen wir mal, was gibt es für Lösungsoptionen. Kernkraftwerke kann man diskutieren, kann man gut oder schlecht finden. Wenn man heute anfängt zu bauen, bringen die die nächsten 25 Jahre keine Kilowattstunde Strom. Und die nächsten 25 Jahre haben wir ein richtig dickes Problem. Das heißt, AKWs scheitern aus. Dann können wir die Wasserkraft anschauen. Die Wasserkraft ist in der Schweiz ausgebaut. Wenn wir es schaffen, von so vielen Kraftwerken, die wir bauen müssen, so viel mit Wasserkraft zu decken, dann haben wir 16 Projekte umgesetzt, an die wir heute noch nicht so glauben, plus noch viel mehr. Sprich, Wasserkraft wird das Thema nicht lösen. Wind, ich stelle fest, um die ganze Schweiz herum baut jedes Land Wind am Tüfer-Toren ab. Es ist günstig, es ist in der Nacht, es ist im Winter, es ist genial. Und ich stelle auch fest, wir Schweizer, aber ich finde es halt nicht schön. Ja, wir wollen es nicht. Sprich, das geht nicht, oder? In den Alpen macht sich das nicht gut. Genau, und es ist einfach, was bleibt übrig? Oder wir haben ein richtig fettes Problem. Die Hälfte der Stromversorgung muss neu gebaut werden. Und das Einzige, was übrig bleibt, ist die Photovoltaik. Und deshalb, Guru oder Retter oder Profiteur, im Fall, wir bauen diese Energieversorgung gerade einmal neu. Und das hat riesen Konsequenzen. Und deshalb gefällt mir die Richtung, hey, was können wir gemeinsam tun, hier alle, damit wir dieses Monsterding hinkriegen. Denn das können nicht wir alleine, das muss das Netz machen. Da muss die Last optimal gebraucht werden. Dann müssen wir die Speicher brauchen. Also ich glaube, das ist eine riesen gemeinsame Kraft. Es muss ein Zusammensein geben. Genau, ich möchte vielleicht noch eine andere Seite der Medaille aufzeigen. Also wir sprechen jetzt von Ausbau, Aufbau, Ersatz. Aber was wird das eigentlich gebraucht? Mehr als ein Drittel des Energieverbrauchs wird benutzt durch den Schweizer Verkehr. Das ist mal der Erste. Und wenn man das jetzt genau anschaut, was ist denn die Energie, die da jetzt mal verbraucht wird? Hauptsächlich Fossil natürlich, Benzin, Diesel etc. Noch ein kleiner Teil Strom. Also ich denke, einfach das Ganze zu ersetzen, das ist nicht die Lösung. Also es muss eine Verhaltensänderung unbedingt stattfinden. Wenn jetzt ein großer Teil der Energie, des Verbrauchs über die Mobilität passiert, dann denke ich, da braucht es auch Lösungen. Also wir sprechen jetzt eigentlich nicht nur von einer Energiewende, wir sprechen ja auch von einer Mobilitätswende. Und da sind wir natürlich als Carsharing-Anbieter einer, der natürlich hier eine Lösung anbietet auf dem Markt. Und ich denke, das muss auch über das Verhaltensthema diskutiert werden. Von jedem Einzelnen. Es kann nicht sein, dass wir das so weiter benutzen. Also von jedem Einzelnen, das Carsharing, Elektro-Carsharing, das wird noch weiter wachsen. Oder muss ja eigentlich nur, gemeinsam können wir dann etwas erreichen, beziehungsweise die Ziele erreichen. Korrekt, genau. Ja, also ich meine, es zeigen jetzt externe Studien ganz schön, dass der Trend, der wird weiter so steigen. Also die Nachfrage nach Carsharing steigt und es scheint mir auch logisch zu sein. Also Carsharing ist jetzt vor allem, wenn wir jetzt von unserem Geschäftsmodell sprechen, ja sehr natürlich genutzt in den großen Städten, urbanen Zentren etc. Also wir haben nicht nur ein Energieproblem, das ist eines, wir haben aber auch ein Platzproblem. Also wo stehen denn diese Fahrzeuge rum? Wie wird das Ganze bewirtschaftet? Also in den Städten haben wir ein echtes großes Problem und deshalb ist die Diskussion natürlich jetzt auch vom Parkplatzabbau, Geschwindigkeiten rund auf 30 etc. ein ganz großes Thema. Auch hier wieder denken wir, können wir eine Lösung bringen mit Carsharing. Und warum? Ich möchte noch kurz eine weitere Kennzahl hier in den Raum werfen. Ein Mobility-Fahrzeug, also ein Carsharing-Fahrzeug ersetzt im Schnitt in der Schweiz elf Privatfahrzeuge. Das ist einem gar nicht bewusst, also das ist eine Zahl, die ich jetzt als Laie zum ersten Mal höre, aber das ist sehr imposant. Ein Elektrofahrzeug, Carsharing ersetzt über die Schweiz. Und wenn wir jetzt in die Städte reinschauen würden, Zürich oder Basel zum Beispiel, dann ist der Faktor noch um einiges höher, dann sprechen wir dann locker von über 20 Fahrzeugen als Beispiel. Also da wird auf jeden Fall noch etwas geben. Wir haben ja in der Schweiz einen Strommix, wir haben das Wasserkraftwerk bereits angesprochen, er besteht heute zu 55% aus Wasserkraftwerk, 35% aus Kernenergie und der restliche Strom, also die 10% sind erneuerbare Energie. Wie sehen Sie die Zukunft, Cedric Christmann, im schweizerischen Energiemix? Ja, es gibt ja eine Debatte heute, wie der raussehen muss. In der Energiestrategie ist es ziemlich klar, ab 2040 gibt es keine Atomkraftwerken mehr. Also AXPO versorgt ja die Lebensdauer von Betznau noch zu verlängern, aber das ist ja eine Überbrückungstechnologie. Und ich sehe nur, wie schwierig es für uns ist, ein Windrad zu bauen in Muttens. Wir versuchen da seit ein paar Jahren, sieben, acht Jahren ein Windrad zu bauen, das ist nur ein Windrad. Wir haben 47 Windräder in der Schweiz, in Österreich sind es 1300 ungefähr. Ich glaube, die Problematik, die wir haben, ist, dass wir die PV jetzt ausbauen müssen, und zwar kräftig. Weil sonst geht es sehr wahrscheinlich nicht. Und ja, das ist schade, wie der Noah das gesagt hat, Windstrom ist eher zu 60% Winterstrom, PV ist zu 75%, 70% Sommerstrom. Und dann wird das Dilemma von der Problematik, wie kann ich das in den Winter bringen. Aber dann wäre ja eigentlich eben Winter, wäre dann eher die Windkraftwerke. Wir können nur versuchen zu erklären, wir können nicht die Leute zwingen. Wir machen das vielleicht zu wenig, das ist vielleicht auch mehr Kulpa. Wir versuchen mehr zu kommunizieren darüber. Aber es ist eine Debatte, die werden wir uns stellen müssen. Und ich glaube, am 9. Juni müssen wir dort verstärkt auch vielleicht hoffen, dass wir eine Rückendeckung haben, die breiter ist. Es ist auch eine Chance jetzt, dass wir da ganz deutlich sagen müssen, wir müssen ein Ja bekommen. Weil ich mal eine kleine, nur ganz klein, wenn wir sieben Jahre brauchen für ein Windrad, kann ich mir nicht vorstellen, wie lange es braucht für ein Kernkraftwerk. Und das heißt, wenn wir sogar sagen würden, wir kippen das Gesetz, das heutige 10 Jahre, Bau 10, Baubewilligung 10 und Bau 10, 30 Jahre. Das wird schwierig sein. Das ist dann wieder zu spät. Ihr gereichert, wir haben jetzt mehrmals gehört, 2050 müssen wir rund ein Drittel ersetzen. AKW sollte es dann eben keine mehr geben oder es wird dann doch wieder neue. Aber das ist eine andere Diskussionsrunde, was passiert dann effektiv mit den AKWs. Wir brauchen Ersatz für erneuerbare Energie. Das ist eine Challenge. Wie sehen Sie das? Wie soll man das erreichen? Ja, ich glaube, wir müssen die Geschwindigkeit, die wir über die Ukraine-Krise eigentlich aufgebaut haben, da müssen wir gucken, dass wir da nicht zum Stoppen kommen. Dass wir dort erstmal das Tempo aufrechterhalten und uns nicht zu lange mit ganz langen Zielbildern auseinandersetzen und in der Zwischenzeit ist mal das Umsetzen vergessen. Also von daher, es gibt Technologien, insbesondere PV sehen wir auch so. Da müssen wir jetzt einfach schauen, dass wir den Rahmen dafür haben, möglichst schnell, möglichst viel umzusetzen. Das ist so die eine Seite. Als binationales Unternehmen haben wir noch ein zweites Anliegen. Ich glaube, so ganz autark wird es die Schweiz auch nicht schaffen langfristig. Und es gibt ja parallel noch die Diskussionen rund um das Stromabkommen mit der EU. Auch das ist ein Element, wo wir erstmal die Hoffnung haben, dass man wieder ein bisschen enger zusammenrückt und erstmal nicht versucht, erstmal neuen Insellösungen zu denken. Wir müssen leider schon, sieben Minuten haben wir noch, wir müssen leider schon zur Schlussrunde kommen, aber hier ist ja ganz viel Diskussionspotenzial eigentlich vorhanden. Wir haben nur ein bisschen an der Oberfläche kratzen können. Vielleicht trotzdem nochmal, ich starte mit Ihnen, Jörg Reichert. Was ist die strategische Ausrichtung Ihrer Unternehmung? Wie bringen Sie uns durch die nächsten Jahre? Wir haben eine dreisäulige Strategie. Das sind Kundelösungen, Netzinfrastruktur und erneuerbare Erzeugungsinfrastruktur und am Dach der Nachhaltigkeit. Und da bedienen wir eben Wärmewende, Energiewende und Verkehrswende, regional bezogen in der Schweiz und im südbadischen Raum. Und hoffen, da ist man da möglichst viel Beitrag zu leisten. Und alles ist wieder mit den Kosten verbunden. Wir haben noch gar nicht über die Finanzen gesprochen. Absolut relevantes Thema. Das ist ein Thema, das uns auch beschäftigt. Wie viel können wir selbst finanzieren, also innen finanzieren, wenn das mal nicht mehr reicht. Wie attraktiv ist das Geschäftsmodell, um auch Banken anzuziehen. Das ist auch eine persönliche Überzeugung, die ich habe. Alles, was wir tun, muss am Schluss auch kapitalmarktfähig sein. Also es braucht private Gelder, die in die Branche reingehen. Und da braucht es einen guten Rahmen für und auch eine halbwegs angemessene Verzinsung. Das Element rutscht so ein bisschen als hinten runter. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Vielen Dank, Jörg Reichert. Die Konsumenten sollen Ökostrom von Anbietern beziehen, die einen Teil der Einnahmen in den Neubau von Anlagen zur Stromerzeugung aus regenerativen Quellen investieren oder sich politisch für die Energiewende einsetzen. Cedric Christmann, was heißt das für Sie? Oder wie gehen Sie damit um? Welche Strategie fahren Sie? Also kurzfristig wollen wir die Leute überzeugen, dass wir jetzt einen stabilen und klaren Rahmen haben. Und das ist verbunden mit dem Gesetz, Stromgesetz. Also 9. Juni, bitteschön, ja wählen. Es ist, glaube ich, ein Kompromiss mit einer großen, auch eine Basis, eine breite politische Basis. Das müssen wir jetzt machen. Und das ist auch wichtig für das Stromabkommen. Das ist für uns extrem wichtig, dass wir auch Zugang haben. Wir wollen mehr Autonomie in der Schweiz, aber keine Autarkie. Das heißt, wir müssen einen geordneten Zugang haben zu der EU. Und dann weiter, jetzt eben gewisse Vorgaben muss man umsetzen vom Bund. Was ist Ihr Plan? Setzen Sie jetzt über Solarpanels auf die Dächer? Wir haben ja vier Segmente. Also wir haben, zuerst mal, wir dekarbonisieren auch die Wärme. Das heißt, wir ersetzen Gas mit Biomasse, aber auch Wärmepumpen. Das ist das Erste. Das machen wir schweizweit, aber auch in Frankreich. Wir machen Energielieferungen. Wir haben ungefähr 17 Prozent der Schweiz über unsere Bilanzgruppe. Dort fördern wir CO2-freien Strom. Mit der Hoffnung, dass wir ab 2040 ganz klar erneuerbaren Strom haben. Das machen wir auch in Frankreich. Mit rund einer Milliarde. Und das vierte Element ist Stromproduktion. Und ich glaube, wir haben das gleiche Problem. Wo allokieren wir das Kapital? Und wir sind selbsttragend. Wir sind eine Genossenschaft. Wir können nicht zu der Gemeinde oder zum Kanekton gehen. Das heißt, wir sind auch sehr, sehr konservativ, wie wir vorgehen. Also woher holen wir das Geld? Woher holen Sie das Geld? Von unseren Kunden. Wie sieht es im Winter aus? Sie haben selber den Winter schon zweimal angesprochen. Herr Christmann, wie bringen Sie mich sorglos durch den Winter? Gut, wir haben in die Alpik investiert und wir haben kräftig die Alpik unterstützt. Das ist eigentlich vor allem Kraftwerke da in der Schweiz, die da in den Schweizer Bergen betoniert sind. Und wir haben das ganz konkret gemacht, weil wir wussten, dass es extrem wichtig sein wird. Das ist die erste Maßnahme, die wir gemacht haben. Dann bauen wir Netze aus. Und wir bauen ungefähr 90 bis 80 Millionen in Netze, in Stromnetze. Es gibt keine Energiewende ohne Stromnetze. Auch für dich. Wir brauchen diese Netze. Und dann mit Wärme aus der Region haben wir kein Gas mehr. Also das machen wir. Das ist unser kleiner Beitrag zu der Versorgungssicherheit Schweiz. Vielen Dank, Herr Christmann. Roland Lötscher, wie sieht Ihre strategische Ausrichtung aus? Also wir haben zwei große Themen. Auf der einen Seite auch die Mobilitätswende, aber genauso die Energiewende, die wir beschleunigen wollen. Wie tun wir das? Also ganz klar wollen wir das Carsharing-Angebot weiter ausbauen. Das heisst primär einmal die Standorte. Wir wollen mehr Standorte an den richtigen Orten, sodass wir unser Angebot anbieten können. Und das mit einer möglichst hohen Digitalisierung. Das per se ist schon eine große Transformation. Und der zweite Transformationspfad ist ganz klar die Elektrifizierung. Weil eben elektrifiziert Carsharing noch nachhaltiger ist. Und vielleicht da aktuell ist das natürlich eine riesige Herausforderung für uns. Weil wir kaufen nicht nur einfach Fahrzeuge. Die gehören uns. Die müssen irgendwo stehen. Diese Parkplätze, wo diese Fahrzeuge stehen, die mieten wir. Das heisst, wir sind in einer Abhängigkeit. Und wenn wir diese Fahrzeuge entsprechend mit Strom aufladen wollen, braucht es eine Infrastruktur. Da investieren wir selber. Wir sind aber auch da wieder in Abhängigkeiten. Das ist nicht immer einfach. Also das braucht dann auch eine gewisse Intelligenz, um das Ganze zentral zu steuern. Stichwort vielleicht Smart Charging. Aber wenn man jetzt auch ein bisschen in die Zukunft schaut. Ich denke, da gibt es noch ein grösseres Potenzial. Stichwort bidirektionales Laden. Also das flexibilisierte Anbieten unserer Batteriekapazitäten. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Da machen wir auch aktuell übrigens auch mit Premiere zusammen einen Pilot. Um eben hier auch durch die Lernkurve zu verstehen, was heisst das für die Zukunft. Also netzdienliches Laden ist auch ein großes Thema der Zukunft. Und das befeuert natürlich wieder die Energiewende. Und da sind wir wieder bei der Zusammenarbeit, was Sie bereits angesprochen haben. Oder ihr arbeitet bereits zusammen. Man muss sich gegenseitig unterstützen. Noah, noch ein Schlussstatement von Ihnen. Es brennt Ihnen schon bereits auf der Zunge, ich weiss. Ich habe den Kommentar zu Cedric und dann so an. Zuerst zu diesem Thema Winter. Ich möchte da eine Lanze für die Photovoltaik brechen. Erstens, Photovoltaik produziert im Winter nicht keinen Strom, sondern ein Drittel. Das macht mir ein mathematisches Rätsel. Nämlich, wir stellen drei Drittel aufeinander Ufen und gibt das eins. Und schon längst haben MIT-Forscher herausgefunden, dass Solar heute so günstig ist und wir genug Dächer haben, dass die ökonomisch günstigste Lösung super simpel ist, indem wir einfach extrem viele Dächer füllen, sodass der Strom auch für den Winter reicht. Was wir im Sommer zu viel haben, verstorben wir, vergasen wir oder stellen wir einfach die Anlagen ab, ist immer noch günstiger als die Alternativen. Oder verkaufen wir. Oder verkaufen wir. Erstens und zweitens, das Spannende in der Schweiz ist, wir haben eine ganz mystische Kombination. Wir haben die Schweizer Wasserkraft, die Pumpspeicherkraftwerke, die eigentlich mitten im Winter gar nicht leer sind, sondern dann können die noch Winterstrom produzieren. Und erst im Frühling wird es in der Schweiz immer knapp. Und das ist dann genau, wenn die Photovoltaik wieder kommt. Sprich, Photovoltaik ist extrem viel Winterstrom. Jetzt zu deiner Frage, unsere Strategie. Aber jetzt möchte ich gleich hier nochmal zurückgeben. Hier vorne Noah Hain heißt es, hey, easy, ich werde warm haben im Winter. Bei Ihnen habe ich eher Angst zu frieren. Am Wochenende, diesem Wochenende, das ist gar nicht so weit her, hatten wir Negativpreisen von 50 Euro pro Megawattstund. Zu viel PV, oder? Jetzt schon mit 1,5 GW. Da kann man sich vorstellen, mit 45 GW, wie das aussehen könnte. Nichtsdestotrotz, bin ich überzeugt, was er gesagt hat, ist richtig. Die Frage ist den Saisonspeicher. Das müssen wir lösen. Wir haben es noch nicht, daran arbeiten wir. Und das ist eine Kombination. Saisonspeicher, Noah Hain? Absolut, also mit Cedric 100% einverstanden. Das ist der Ansatz, da gibt es noch ganz viele Hürden. Aber physikalisch ist das Problem, gemeinsam zu bewältigen. Also, und darf ich das als Schlusswort nehmen? Unbedingt. Gemeinsam ist das zu bewältigen. Und das nehmen wir doch als Statement und so schreiten wir weiter in die Zukunft. Gemeinsam können wir etwas erreichen. Vielen herzlichen Dank. Wir sind leider am Ende, hat sehr Spaß gemacht. Danke vielmals. Roland Lötzscher, Cedric Christmann, Noah Hainen und Jörg Reicher. Dankeschön, das ist Ihr Applaus. Merci vielmals. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Und wir können dann draußen noch ein bisschen weiter diskutieren. Es übernimmt jetzt nämlich Eugen Dapra. Vielen herzlichen Dank. Danke vielmals. Super. Cool. Da, wo wir haben wählen. Da, wo wir haben wählen. Alles gut. Danke vielmals. Super. Danke vielmals. Vielen Dank. Danke. Danke. Wie Sie vielleicht bemerkt haben, wenn Sie das Programm der Sustainability Days genau studiert haben, ist der Tag in unterschiedliche Blöcke eingeteilt. Und wir stehen jetzt davor, einen nächsten Block zu beginnen, mit folgendem Titel. CO2-Einschluss und Speicherung auf dem Weg zu einer klimafreundlichen Zukunft. Als erste Referentin begrüßen wir ganz herzlich, vom weiten Weg von Bern her nach Basel gefunden, die Direktorin des Bundesamtes für Umwelt, des BAFU, Frau Katrin Schneeberger. Herzlich willkommen bei uns in Basel. Ja, danke vielmals für die Einleitung und für die Einladung. Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzter Herr Vogler, es freut mich, Ihnen heute einen Einblick zu geben, welche Rolle die CO2-Entnahme und Speicherung in der Klimastrategie der Schweiz spielt. Das Ziel bis 2050 ist netto null, also unter dem Strich kein Treibhausgasausstoß mehr. Dazu hat die Schweizer Stimmbevölkerung im letzten Juni Ja gesagt, als es das Klimaschutzgesetz angenommen hat. Mit dem Gesetz wird erstmals die Rolle von CO2-Entnahme und Speicherung in der Klimapolitik rechtlich verankert. Und es wurden neue Fördermittel geschaffen, die ihren Einsatz unterstützen. Doch wie kommen wir zu netto null? Aus Sicht des Bundesrates hat es Priorität, dass die Schweiz ihre Emissionen möglichst verringert. Emissionen vermeiden ist das A und O. Auf die Entnahme und Speicherung von CO2 wird man aber nicht verzichten können. Nämlich dort, wo sich Emissionen schwer vermeiden lassen, zum Beispiel in der Landwirtschaft, in der Zementherstellung oder in der Kehrichtverbrennung. Die gute Nachricht ist, die Schweiz ist dafür gut aufgestellt. Aber zunächst möchte ich Ihnen die Ausgangslage etwas detaillierter aufzeigen. Bereits bis 2030 soll die Schweiz ihre Emissionen gegenüber 1990 halbieren. So sieht es das CO2-Gesetz vor, das das Parlament in der Frühjahrssession verabschiedet hat. Bis 2050 soll die Schweiz unter dem Strich nicht mehr Treibhausgas ausstoßen als natürliche oder technische Speicher wieder aufnehmen können. Dieses Ziel hat der Bundesrat schon 2019 festgelegt. Damit folgt die Schweiz den Empfehlungen des Weltklimarates, um das Ziel einer Erderwärmung von 1,5 Grad Celsius in Reichweite zu halten. Die Leitplanken auf dem Weg Richtung Netto-Null finden sich in der Klimastrategie, die der Bundesrat im Jahr 2021 verabschiedet hat. Die Klimastrategie des Bundesrates zeigt klar, am wichtigsten ist die Emissionsverminderung. Ich wiederhole mich, die Emissionsverminderung hat absolute Priorität. Und bei schwer vermeidbaren Treibhausgasemissionen können CO2-Entnahme und Speicherung eine wichtige Rolle spielen. Welche Rolle das sein kann und welche Hürden zu bewältigen sind, hat der Bundesrat 2022 in einem Bericht festgelegt. Die gute Nachricht ist, Netto-Null-Emissionen bis 2050 ist realistisch, technisch machbar und finanzierbar. Die Schweiz kann bis dann weitgehend aus fossilen Energien aussteigen. Ja, ich würde sogar sagen, es ist eine Chance für den Forschungs- und Werkplatz der Schweiz. Bei den Gebäuden und im Verkehr können wir mit heute bekannten und gut erprobten Technologien wie Wärmepumpen und Elektroautos auf Null kommen. Schwer vermeidbare Emissionen in der Schweiz müssen bis 2050 mit Technologien zur CO2-Entnahme und Speicherung ausgeglichen werden. Diese Emissionen fallen vor allem in der Landwirtschaft rund 5 Millionen Tonnen, der Industrie rund 4 Millionen Tonnen und der Kehrichtverbrennung an rund 3 Millionen. Begegnen können wir diesen auf zwei verschiedene Arten. Erstens mit CO2-Abscheidung direkt an der Industrieanlage und der Speicherung, das sogenannte Carbon Capture and Storage oder auch CCS. Zweitens mit der dauerhaften Entnahme des CO2 aus der Atmosphäre mit Negativ-Emissionstechnologien, kurz NET. In beiden Bereichen unterstützt der Bund bereits heute spannende Projekte. Aber wie viel CO2 können wir so überhaupt wegbringen? Nehmen wir zu Wärmepumpen und Elektroautos noch die CO2-Abscheidung an Anlagen hinzu, können wir im Jahr 2050 rund 90% der Emissionen vermeiden. Also ein sehr beachtlicher Teil. Laut Klimastrategie wird es noch für rund 7 Millionen Tonnen CO2-NET, Negativ-Emissionstechnologien, brauchen. Diese Emissionen müssen wir also der Atmosphäre entnehmen, nachdem sie schon ausgestoßen worden sind. Auch Projekte im Ausland können einen Beitrag leisten. Hierzu ist auch schon einiges im Gange. Bis Netto Null liegt also noch einige Arbeit vor uns. Dank ihrer hohen Innovationskraft ist die Schweiz aber gut aufgestellt, diese Chancen für unseren Forschungs- und Werkplatz zu nutzen. Das machen auch die Sustainability Days deutlich sichtbar. Die Leitplanken sind mit der Klimastrategie gesetzt und im Klimaschutzgesetz sind die Ziele festgelegt. Was also geschieht jetzt? Hier setzt die Arbeit des Bundes an. Der Bund schafft erstens die rechtlichen Rahmenbedingungen, unterstützt zweitens neue Technologien und er fördert drittens den Austausch unter den verschiedenen Akteuren. Mit den rechtlichen Rahmenbedingungen meine ich zum Beispiel, dass CO2-Speicherprojekte als sogenannte Kompensationsprojekte gemäss CO2-Gesetz registriert werden können. Pro eingelagerte Tonne CO2 wird eine Bescheinigung ausgestellt, die durch Projektentwickler als Klimaschutzleistung auf dem Markt verkauft werden können. Ich denke weiter an die Vereinbarung, die das Uweck mit der Abfallbranche getroffen hat. Die Abfallbranche wird unter dieser Vereinbarung bis im Jahr 2030 in eine erste industrielle CO2-Abscheidungsanlage investieren und eine Roadmap für alle Schweizer KVA erstellen. Walter Vogler wird Ihnen gleich mehr zu den Planungen bei der KVA Linth erzählen. Und im Schweizer Emissionshandelssystem sollen sich ab 2025 grosse Emittenten, wie zum Beispiel Zementwerke, die Emissionsverminderungen anrechnen können, die sie mit CO2-Abscheidung erreichen. Ganz wichtig ist auch der internationale Kontext. Da sind wir mit Partnerländern im Gespräch, um Rahmenabkommen zu schaffen für privatwirtschaftliche Projekte zu CO2-Entnahme und Speicherung. Wir streben erste Abkommen bis spätestens 2025 an. Der Bund fördert, wie gesagt, auch neuartige Technologien. Etwa über den Technologiefonds als Teil des CO2-Gesetzes. Mit den Bürgschaften dieses Fonds werden Risiken durch den Bund abgesichert. Mit dem Klimaschutzgesetz wiederum werden Unternehmen unterstützt, wenn sie innovative Technologien anwenden, um ihren eigenen Ausstoß zu reduzieren. Dazu gehört auch CO2-Entnahme und Speicherung. Bis 2030 stehen mit dem Klimaschutzgesetz jährlich bis zu 200 Millionen Franken zur Verfügung. Zwei weitere Förderinstrumente des Bundes sind die Umwelttechnologieförderung des BAFU und das Pilot- und Demonstrationsprogramm des Bundesamtes für Energie. Es bleibt die dritte Aufgabe des Bundes. Der enge Austausch unter den Akteuren ist wichtig. Deshalb hat das BAFU die nationale Arbeitsgruppe CO2-Entnahme und Speicherung gegründet. Vertreten sind neben Bund und den Kantonen, Gemeinden, die betroffene Industrie und weitere Stakeholder wie Hochschulen und Umweltverbände. Die Arbeitsgruppe macht Vorschläge zu Handen des Bundesrates für den Einsatz von CO2-Entnahme und Speicherung in der Klimapolitik nach 2030. Der Bundesrat wird diese bis Ende 2024 prüfen. Das BAFU unterstützt auch andere Netzwerke wie die Swiss Carbon Removal Plattform, die sich einem nachhaltigen Ausbau von CO2-Entnahme und Speicherung und der Information der interessierten Öffentlichkeit verschrieben hat. Sie sehen also, es läuft einiges auf Bundesebene oder in Zusammenarbeit mit dem Bund. Damit komme ich zum Fazit meiner Ausführungen. Kurz und bündig, wir können Netto Null bis 2050 erreichen und das zum grössten Teil mit heute erprobten Technologien wie zum Beispiel Wärmepumpen und Elektroautos. Die Schweiz ist dank ihrer Innovationskraft gut aufgestellt und kann eine wichtige Rolle einnehmen. Es ist eine Chance für den Forschungs- und Werkplatz Schweiz. Der Bund hat erkannt, dass es CO2-Entnahme und Speicherung braucht und zwar bald, damit das 1,5 Grad Ziel in Reichweite bleibt. Er unterstützt den Ausbau dieser Technologien auf verschiedene Weise. Mit dem Klimaschutzgesetz sind die Technologien nun auch rechtlich erstmals verankert und ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt, um auch die notwendige Sicherheit zu erzeugen. Aber ich wiederhole mich, vergessen wir nicht, die beste Lösung für jedes Umweltproblem ist die Vorsorge und damit die Vermeidung von Schäden. Aufräumen danach ist immer die zweitbeste Option. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und übergebe, glaube ich, nun an Sie. Vielen herzlichen Dank. Vielen, vielen herzlichen Dank, Frau Schneeberger. Sie übergeben wieder an mich, das ist richtig. Vertiefen wir dieses Thema noch ein bisschen. Und zwar kommen wir weg von der strategischen Ebene, die selbstverständlich sehr, sehr wichtig ist, hin zur praktischen Ebene, wenn ich das richtig verstanden habe. Und wir haben hier einen, ich sage mal, einen Praktiker, der uns seine Geschichte erzählen wird. Begrüßen Sie den Geschäftsführer der KVA Linth. KVA, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist eine Kehrichtverbrennungsanlage im Kanton Glarus. Begrüßen Sie mit einem schönen Applaus Walter Vogler. Sehr geehrte Frau Direktorin Schneeberger, sehr geehrte Damen und Herren, auch von meiner Seite herzlichen Dank, dass ich hier kurz präsentieren darf. Wie schon angetönt, werde ich jetzt in den konkreten Fall eintreten, was das für eine Kehrichtverbrennungsanlage heißt, Carbon Capture and Storage und was das mit negativen Emissionstechnologien an unserem Beispiel auf sich hat. Wenn wir von einer KVA ausgehen, jetzt in unserem Fall, wir haben es gehört, wir sind im Kanton Glarus zu Hause, sprechen wir von etwa 120.000 Tonnen Abfall, welcher aus drei Kantonen, Kanton Schwyth, St. Gallen und Glarus, bei uns angeliefert wird. Wir produzieren Strom mit dem Abfall, etwa 90 Gigawattstunden pro Jahr, also plus, minus so für 20.000 Haushalte. Wir haben eine Zielgröße, dass wir 150 bis 200 Gigawattstunden Fernwärme ausbauen können in den nächsten Jahren. Vielleicht, um die Zahl einzuordnen, das Ziel ist, zusammen mit Partnern ein Netz aufzubauen von Wollerau, wenn Sie sich auskennen, am Zürichsee bis ins Klarnerland. Das ist in etwa das Ziel. Und wir können mit der KVA Metalle rückgewinnen, es sind im Reto so drei, dreieinhalb Prozent Metalle, die praktisch jedes Jahr in gleichem Umfang in die KVA kommen und wir zurückgewinnen können. Die KVA Lindt als Beispiel macht 28 Millionen Umsatz und vielleicht diese Zahl im Kopf behalten. Also gute Dinge, die wir tun für die Umwelt, aber auf der anderen Seite stößt eine KVA relativ viel CO2 aus. Wir sprechen hier, Sie sehen es, 70.000 Tonnen Fossil und 70.000 Tonnen in unserem Fall Biogen. Und warum Biogen und Fossil? Die Hälfte des Abfalls ist Biogenen Ursprungs, also Holzabfälle beispielsweise, oder andererseits dann Kunststoffabfälle, die fossilen Ursprungs sind. Und beides zusammen, diese 140.000 Tonnen CO2, wenn man sich das vorstellt, ist das wie wenn man VE-Golfs quasi Stoßstange an Stoßstange aneinander reiht und aufreiht von St. Margrethe, die A1 entlang bis Genf. Also eine riesige, etwa 400 Kilometer. Das ist quasi die gleiche Menge an Tonnagen, die wir ausstoßen. Und auch wenn wir Gutes tun, ich ordne das dann nachher noch ein, müssen wir etwas mit diesem CO2 machen. Und Frau Schneeberger hat es ja auch eingeordnet, das sind schwer vermeidbare Emissionen. Wie sieht die Prozesskette einer solchen Abscheidung, das Anlage bei uns aus? Also wir scheiden das CO2 ab, da gibt es verschiedene Verfahren, die untersuchen wir im Moment. In unserem Fall werden wir eine Pipeline bauen, zum Bahnverladen, Wesen, nahe Walensee, ein Kilometer, wo wir das CO2 zuerst transportieren. Dann werden wir es dort vor Ort verflüssigen und wir werden es dann auf Bahnwagen verladen. Das heißt, wir müssen das CO2 transportieren, je nachdem, wo die Lagerstätte ist, kann es bis zu 1.000 Kilometer gehen. Oder wir können es natürlich auch einer Nutzung zuführen, aber wir wissen eigentlich schon, dass das Potenzial, das CO2 zur Nutzung zu gering ist und es ist dann auch nicht eine negative Emission, sondern eine klimaneutrale Maßnahme in diesem Sinn. Also so oder so, das fossile CO2 zu nutzen, macht ja grundsätzlich keinen Sinn, sondern das wollen wir wieder der Atmosphäre entziehen. Die Herausforderungen in unserem Projekt sind sicherlich, mal die Finanzierung hinzukriegen. Wir können ja nicht einfach so jetzt, wir sind ja in einem teilliberalisierten Markt im Abfallwesen, nicht einfach so die Gebühren erhöhen. Das ist sicherlich ein Punkt, da sind wir ja mit dem Bund im Gespräch, übergeordnet im Verband. Unser Job ist es ja, im Rahmen dieser Zielvereinbarung, die unser Verband mit dem BAFU geschlossen hat, mit dem Bund aufzuzeigen an unserem Beispiel, wie so eine Umsetzung erfolgen könnte. Wir sprechen in etwa bei uns von Investitionsgrößenordnungen von 100 bis 150 Millionen Franken für so eine Anlage. Ich gehe davon aus, dass wenn man eine neue KVA baut, dass das etwa zusätzliche Investitionskosten von etwa 20 Prozent bedeuten würde. Das ist noch überschaubar, aber die Betriebskosten sind eigentlich ein entscheidender Faktor, der zu berücksichtigen ist. Wir rechnen pro abgeschiedene Tonne etwa 300 bis 500 Franken, also doch erheblich. Wie sieht die KVA, oder wie ist sie dann aufgestellt? 2030, das ist auch ein bisschen unsere Klimastrategie. So eine CO2-Abscheideanlage braucht Energie. Das ist ein bisschen die negative Nachricht, können Sie sich vorstellen. KVAs produzieren 4 Prozent des Stroms in der Schweiz und wenn wir flächendeckend CO2 abscheiden, müssen wir etwa eine Einbuße von 1 Prozent, 1,5 Prozent in Kauf nehmen. Die 90 Gigawattstunden, die Sie sehen, die gehen zurück. Das heißt, wir müssen ja keine Energie importieren, wir können einfach weniger verkaufen. Das ist der entscheidende Punkt. Es kostet etwa 35 Millionen, Sie haben gesehen, 28 Millionen Umsatz. Sie können sich vorstellen, was das für die Gebühren bedeutet. Wenn man das aber auf einen Bürger runterrechnet, kostet das etwa, wenn Sie Ihren Abfall produzieren, etwa 5 Franken pro Monat, um Bürger im Schnitt. Einfach mal, um eine Größenordnung einzubekommen, da kann man dann natürlich politisch darüber diskutieren, ob man das will oder nicht. Auf der anderen Seite gewinnen wir viel, nämlich die negative Emissionen. Das heißt, wenn wir den biogenen Anteil aus dem Abfall entziehen, können wir negative Emissionen erzeugen. Das heißt, mehr CO2 aus der Atmosphäre entziehen, als wir selber verursachen und natürlich das fossile CO2, das dann vermieden ist. Wir hoffen, dass wir für die negative Emissionen natürlich dann zur Preisoptimierung auch über den Zertifikateverkauf quasi die Aufwendungen noch optimieren können. Wie sieht das eingeordnet, oder wenn man diesen 5 Lieber im Kopf behält, wie sieht das aus in Bezug auf die Wirksamkeit? Sie sehen hier die Klimastrategie, der KV Lindt bis 2030 ohne CO2-Abscheidung. Sie sehen, wenn wir das in CO2-Äquivalente umrechnen, dass wir aufgrund des fossilen Anteils des CO2-Ausstoßes am Kamin einerseits eine Belastung haben, auf der anderen Seite mit Strom, Fernwärme und Metallrückgewinnung quasi eine Kompensation erzielen. Und man sieht jetzt schon am Dreieck, am schwarzen, dass wir eigentlich nahezu klimaneutral werden können, auch wenn wir CO2 nicht abscheiden. Das sind natürlich jetzt indirekte Kompensationen, nicht direkte. Wenn wir jetzt zusätzlich das CO2 abscheiden, sehen Sie auf der rechten Seite der fossile Anteil des CO2 geht zurück. Es bleiben noch gewisse Restemissionen übrig, die sind der Effizienz der Anlage geschuldet. Aber wir können einen großen Teil von der Belastung auf die Entlastungsseite steuern. Und das ist eigentlich der große Effekt an dieser Technologie. Jetzt gibt es da in der Mitte noch einen kleinen roten Strich. Ich habe gesagt, wir brauchen Energie. Und diese Energie, diese Verminderung des Stromverkaufs führt natürlich auch zu einer Verminderung der Kompensation. Aber Sie sehen, wenn Sie die Verminderung anschauen, im Verhältnis zum Gewinn der Entlastung, ist diese eingesetzte Energie sicherlich von der Effizienz her sehr hoch einzuordnen. Oder man könnte sagen, aus umwelttechnischer Sicht macht es mehr Sinn, CO2 einzuspeichern, aus unserer Sicht natürlich, nicht global betrachtet, anstatt den Strom zu verkaufen. Ökonomisch muss man das natürlich dann noch anders anschauen. Das ist klar. Das ist eine Frage der Wertigkeit. Das ein bisschen zur Wirkung. Und zum Schluss, wo stehen wir? Wir haben es gehört, wir haben mit dem Bund eine Zielvereinbarung geschlossen, bis 2030 die erste Anlage in Betrieb nehmen. Da sind wir soweit auf Kurs. Im Moment arbeiten wir am Vorprojekt. Wir sind daran, verschiedene Verfahren gegeneinander abzuwägen. Die einen haben Vorteile auf der Energieseite, die anderen vom Platz. Es gibt auch Fragen bezüglich Umweltbelastung, die zu klären sind. Wir werden aber die nächsten zwei Jahre sicher Verfahrensentscheid fällen können. Wir müssen aber auch die Logistik aufbauen, planerisch zumindest, die Abnehmer haben. Die Finanzierung muss sichergestellt sein. Und die übergeordneten Rahmenbedingungen, rechtlichen Rahmenbedingungen müssen auch erfüllt sein. Also die nächsten zwei Jahre um 30 dann parat zu sein, sind sicherlich sehr entscheidend. Da sind wir gut auf Kurs, gut aufgestellt. Wir sind dran, aber es wird noch viele Hürden geben und ich kenne heute wahrscheinlich noch nicht jede Hürde, die es zu nehmen gilt. Danach kommt dann die typische Ausführung und der Bau. Und dann hoffen wir, dass wir Größenordnung Mitte 29 die erste großtechnische Anlage an einer KVA in der Schweiz präsentieren können. Herzlichen Dank. Applaus So, ich bin schon wieder hier. Auf gutem Weg, auf die Bühne. Vielen, vielen herzlichen Dank für diese beiden sehr, sehr interessanten Themen. Wir sind wieder gut im Zeitplan drin. Dafür danke ich euch beiden ganz, ganz herzlich. Ich schlage vor, wir machen ganz kurz schnell zwei, drei Minuten Pause, um einen Kaffee zu trinken oder einen Schluck Mineralwasser und starten dann um drei mit dem nächsten Programmpunkt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 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 �jah, 296, kinder4, 2020 Undertitelung des ZDF, 2020 求ombinas做chio ayuntamią builders,orman いてiz Und ich meine, jeder und jede ist in dieser Realität drin und wenn ich irgendwann schon am Donnerstagnachmittag, irgendwie abends zwischen 4 und 5 oder 6 in der Aglo Bern, Basel, Luzern, Zürich, Genf oder Lausanne, es wird unmöglich. Ich glaube, diese Zunahme an Verkehr ist ein Problem und wir müssen darüber sprechen, was heißt das. Und wir unterscheiden zwischen Personenverkehr, also wir Menschen im Zug oder eben auch im Auto, auf der Autobahn und wir haben die Güter. Und die Überlegung ist, dass was unterirdisch transportiert werden kann, das sind Güter. Das heißt, zuerst würde ich die Güter unter die Erde transportieren, bevor ich das mit den Menschen tue. Und aus dem Überlegung denke ich, dass die bestehenden Infrastrukturen in der Schweiz, die bestehenden Infrastrukturen von Schiene und Autobahn sind an ihrem Limit angelangt. Und bevor wir jetzt 6 oder 8 oder 10 spurig bauen, oberirdisch, sei es jetzt zusätzliche Schienen oder zusätzliche Spuren bei der A1, A2 oder wo überall im nationalen Straßennetz, finde ich, sollten wir diese Zunahme an, das wurde erwähnt, die Zunahme an Güterverkehr, die nicht von uns und nicht von mir, auch nicht von ihm, sondern offiziell auch von einem Bundesamt für Statistik oder auch von einem Raumplanungsamt ARE, wird prognostiziert, dass dieser Güterverkehr in den nächsten 10, 15 Jahren um 30 bis 40 Prozent zunehmen wird. Ob es jetzt 30 oder 37, aber es wird eine Zunahme geben und die Straße kann das nicht schlucken und die Schiene auch nicht. Und ganz wichtig ist es, das ist ein gesamtes Bild, das wir versuchen zu zeichnen. Das heißt, es ist nicht etwas gegen die Straße, gegen die Schiene, sondern es kann nur funktionieren, wenn diese drei Systeme, eben die Straße und die Schiene, plus Gagos Souterrain, dass dieses Mehrvolumen an Transportbewegungen übernehmen soll, wenn die drei Systeme miteinander koordiniert und aufeinander abgestimmt sind. Werfen wir noch andere Zahlen rein. Tunnelsborn, 500 Kilometer, 35 Millionen Franken, das ist doch Milliarden, Milliarden Franken und das praktisch unter der ganzen Nordschweiz. Das ist doch viel zu teuer, um Güter wettbewerbsfähig zu transportieren. Wie sehen Sie das als Finanzchef der CTS? Wie ist das? Ja, das klingt auf den ersten Blick nach viel Tunnel und nach viel Geld, eben 35 Milliarden, man kann es sich schwer vorstellen. Wenn man es übersetzt, ist es etwas, was wir ausgegeben haben für die Neat, also Gotthalröhre, Lötzberg, den Ausbau dieser Bahn. Also das ist ungefähr 30 bis 35 Milliarden Steuergelder. Im Gegensatz dazu wird Gagos Souterrain privat finanziert und ausschließlich privat, also von Investoren. Und die Frage ist total berechtigt, die du stellst. Es muss rentieren, sonst können wir es nicht bauen. Es ist ein rein wirtschaftliches Projekt. Und das Schöne ist jetzt für die Schweiz, die 10 Millionen Schweiz, die im Norden entsteht, also eine große Stadt, die es heute schon gibt, die noch ein bisschen weit wachsen wird, voraussichtlich, dass wir das privat finanziert erschließen mit Gütertransportsystemen. Von Genf bis St. Gallen, von Basel nach Luzern und ein Ast von Bern nach Thun. Das sind die 500 Kilometer. Der Tunnel hat aber auch Vorteile, nämlich wenn er privat finanziert ist und auch amortisiert werden muss, dann können wir den Tunnel, der etwa die Größe hat eines U-Bahn-Tunnels, also nicht so ein großer Tunnel ist, wie Eisenbahntunnels es sind, für über 100 Jahre abschreiben. Der Tunnel ist relativ dumm, es ist einfach eine Röhre und die Fahrzeuge, die darin verkehren, auf Rädern, damit sie auch Services abbilden können, die sind dann intelligent. Das heißt, wir können auch über 100 Jahre die Fahrzeuge immer wieder der neuesten Technologie anpassen, während der Tunnel, der teuer tönt, der auch tatsächlich 70% der Kosten ausmacht, der ist verhältnismäßig billig. Es tönt jetzt komisch, aber wenn man den Preis des Tunnels auf ein Palett transportierte Güter umlegt, ist das ein paar Rappen pro Kilometer. Also es ist nicht der große Teil der Kosten für die Logistik oder für den Transport. Und das ist eigentlich der Trick sozusagen, wir amortisieren den Tunnel langfristig und die Investoren sind auch Investoren, die bereit sind, auf langfristige Erträge zu setzen. Das sind Pensionskassen oder institutionelle Investoren, wie zum Beispiel Versicherungen, die sagen, ich bin froh, wenn ich nicht mein Geld immer wieder neu umschaufen kann. Bei Cargo Subterrain kann ich es investieren und dann in den nächsten 30 Jahren zum Beispiel einfach eine fixe Rendite bekommen dafür. Und damit können wir das sehr gut finanzieren. Und ich kann auch ein Geheimnis verraten. Der Tunnel ist zwar nicht billig, aber die Fahrzeuge, Fahrzeugkosten sind nach 30 Jahren gleich viel wie der ganze Tunnel über 100 Jahre. Das heißt, eigentlich gehen wir mehr aus für Fahrzeuge als für Tunnel. Einfach damit man sich das ein bisschen plastisch vor Augen führen kann. Darf ich dazu etwas ergänzen? Ich finde die Frage sehr gut gestellt, mit oder ohne. Also zumindest, ich mache keine Werbeveranstaltung für irgendetwas. Für was ich werbe, ist die Lebensqualität der Menschen und auch die Sorge zur Natur in der Schweiz. Und das ist mein Produkt, wofür ich werbe. Und darum ist die Frage richtig gestellt, in Alternativen, in Szenarien zu denken, weil das kommt irgendwann in 10, 15 Jahren. Man weiß, Infrastrukturprojekte, die haben eine lange Anlaufzeit, Planung, Umsetzung. Das sind Projekte, die fast über eine Generation irgendwie begonnen, entschieden werden und dann ausgeführt werden. Das braucht diese lange Vorlaufzeit. Und es ist ein Abwägen. Und am Schluss wird das möglich sein, was die Gesellschaft will. Das wird Werte, was ist uns wie viel wert. Und entweder mache ich den Tunnel, dann habe ich, klar, Zement und Stahlbeton und CO2. Alles, das kommt auf die Waagschale. Aber wenn ich, oder dann mache ich obere, ich nix, mache ich nix. Dann haben wir diesen Wachstum. Und dann ist der Kollaps und vor allem in den Agglomerationsräumen dann definitiv der Fall. Man kommt am Freitagabend nicht mehr von Kloten zum Seefeld. Das geht gar nicht mehr. Die Straßen sind verstopft, es funktioniert mehr. Wenn das die Gesellschaft will, dann von mir aus, à la bonne, ich kann nicht entscheiden. Unsere Aufgabe als Experten oder als Planer ist, darauf hinzuweisen, was es für mögliche Probleme geben könnte. Und wie könnten wir reagieren auf diese möglichen Probleme. Und wir haben ein Mobilitätsproblem in der Schweiz oder zumindest ein Thema. Wie wollen wir uns bewegen in der Schweiz? Und die Infrastruktur ist irgendwann mal am Ende, oder ist überlastet und dann muss investiert werden. Dann wird entweder oben investiert oder unten investiert. Also interpretiere ich das richtig, dass Sie auch ein bisschen Angst haben vor einem Kollaps, oder? Dass es in ein paar Jahren einen Kollaps gibt und dass dann gar nichts mehr funktioniert. Herr Dömer, Sie sind ja ein weltbekannter. Aber Kollaps ist vielleicht schon ein bisschen ein großes Wort. Das haben Sie jetzt verwendet. Nein, dass wir in Schwierigkeiten gelangen werden, was die Lebensqualität betrifft. Herr Dömer, Sie sind ja ein weltbekannter Architekt. Die Bauten, die Sie bauen, die sind natürlich sehr imposant, groß, die sieht man. Aber jetzt begeben Sie sich unter die Erde. Was haben Sie davon? Wieso engagieren Sie sich dafür? Also was ist Ihr Beitrag dazu, ein Architekt? Warum gehen Sie in den Boden? Ich meine, wenn man weltberühmt und all das erwähnt, dann meint man vielleicht fälschlicherweise, dass ich das für mich mache. Ich mache das nicht für mich. Ich mache das für die Clients, für die Auftraggeber, die ein Konzertsaal oder ein Laborgebäude planen und bauen wollen. Dann kommen Sie zu uns und wir machen das. Und wir machen das im besten Gewissen sowohl für die Menschen, die dort diese Gebäude nutzen werden, aber auch für die Umwelt. Und immer mehr, und wenn wir jetzt an diesen Sustainability Days, ist jeder Akt, jede Handlung eines Architekten, aber auch eines Auftraggebers, eines Bauherrn, muss reflektiert werden über die Folgen, die dieses Bauvorhaben für die Umwelt hat. Das ist ein Mast, das ist eine Verpflichtung, die wir haben und als Architekt. Und wieso soll ich jetzt das machen? Oberirdisch wird das eine Auswirkung haben, ob mit oder ohne Cargo-Souterrain. Und wenn ich zum Beispiel, nehmen wir ein Beispiel vom Autobahnkreuz A1, A2 in Herkingen, das sogenannte Logistikzentrum der Schweiz, mit vielen Logistikern, die dort arbeiten. Von dort wird Ware verteilt in die Schweiz. Und wenn jetzt die Ware von A nach B kommen muss, A wäre Herkingen und B wäre Zürich, ich nehme jetzt Albisrieden oder Altstädten. Wie kommen die Waren jetzt nach Albisrieden, Altstädten, Migros, Denner, Coop, aber auch die Privaten. Wie kommen die dorthin? Ein Teil würde direkt nach Altstädten, dann kommt es hoch und dann wird es dort verteilt. Das heißt, es soll weniger Verkehr geben, oberirdisch. Das heißt, was unbedrehtisch transportiert werden kann, soll unbedrehtisch erfolgen. Eben mit einem 6 Meter großen oder Diameter Durchmesser. Ja, wir haben die Bilder dazu ja schön gesehen im Film. Und wir meinen, dass auch die Sicherheit besser gewährleistet ist. Das heißt, die garantieren, dass das Gut oder diese Sendung von A nach B auch mit größerer Wahrscheinlichkeit auch von A nach B kommt. Also die Sicherheit ist sicher auch ein wichtiges Thema. Aber oberirdisch im Quartier, nehmen wir jetzt Albisrieden, Altstädten, soll der Verkehr auch geringer sein. Und auch, dass es hier eine Entlastung gibt. Herr Wiener, Sie sprechen von einem nachhaltigen System. Sie arbeiten bereits selber seit 40 Jahren als Nachhaltigkeitsberater, hatten früher auch eine Firma in diesem Bereich. Aber trotzdem, jetzt Hand aufs Herz, wie kann eine Infrastruktur, die so viel Betto verbaut, dann noch nachhaltig sein? Das ist eine Frage, die uns von Anfang an sehr stark beschäftigt hat. Und man sieht ja auch an der Art, wie ich jetzt hier angekündigt wurde, ich habe das nicht direkt beeinflusst. Ich werde da ja als Präsident der Global Infrastructure Basel Foundation angekündigt bei meiner Foto. Das ist auch eine meiner Funktionen. Ich bin seit vielen Jahren, wie du gesagt hast, im Nachhaltigkeitsbereich tätig. Und die Global Infrastructure Basel Foundation ist sogar global ein Herausgeber von Standards für Nachhaltigkeit von Infrastruktur. Und da versucht man eben auch immer eine Abwägung zu treffen in diesen Standards. Was würde passieren, wenn diese Infrastruktur nicht gebaut würde? Kann man damit mehr Nachhaltigkeit, also im Sinne von sozialer, ökologischer, ökonomischer Nachhaltigkeit, mehr Biodiversität, mehr Schutz von Kulturland zum Beispiel, was in der Schweiz sehr ein großes Thema ist, kann man da mehr oder weniger erzeugen? Deshalb haben wir von GIP aus schon sehr früh ein erstes Assessment gemacht, eine Prüfung aufgrund eines standardisierten Verfahrens von Cargo Sutra, um sicherzustellen, dass die Art und Weise, wie das Projekt entwickelt wird, dann auch wirklich nachhaltig ist. In der Zwischenzeit haben noch drei andere Institutionen verschiedene Untersuchungen gemacht dazu. Sogenannte Lifecycle Assessments, auch Nachhaltigkeitsprüfungen unter verschiedenen Gesichtspunkten. Wenn wir zum Beispiel die gesamte Umweltperformance anschauen, dann sind Güter, die im Cargo Sutra-System transportiert werden, 22% nachhaltiger unterwegs, als wenn sie oberirdisch transportiert würden, und zwar unter Berücksichtigung aller Sustainable Development Goals, also nicht nur des Klimas, nicht nur Biodiversität, nicht nur Land und Sohn. Also Sie haben wirklich verschiedene Vergleiche dargestellt? Wir haben sehr viel gehört zum Thema, die Schweiz mit und ohne Cargo Sutra zu sagen, unter dem Strich wird es bedeutend nachhaltiger sein, selbst, und das muss man betonen, wenn der Lastwagenverkehr elektrifiziert würde zum Beispiel. Das wäre die nächste Frage. Reicht denn die bestehende Logistik, Straßen und Schienen besser zu nutzen, zum Beispiel mittels Digitalisierung? Ja, das wäre doch auch eine Möglichkeit. Ja, das ist eine gute Frage. Das Thema ist, dass wir sehen, einfach immer nur ein Teilstück. Einerseits der Autofahrer auf der Autobahn sieht den Stau auf der Autobahn, der wird ja nicht besser mit Digitalisierung oder mit selbstfahrenden Fahrzeugen, eher schlechter, weil das macht die Straße attraktiver. Der andere sieht vielleicht den Schulweg seines Kindes im Quartier und sieht die Lieferwagen, die im Weg sind. Das ist auch ein Thema. Wir wollen mit der Logistik, es ist eben nicht nur Transport, sondern Logistik, unterirdische Sortierung der Ware, dafür sorgen, dass dann oberirdisch weniger Lieferwagen unterwegs sind, weniger das Trottoir verstellen, den Fahrradweg verstellen und so weiter. Das sind die städtischen Themen, die wir ansprechen. Und wenn wir das Ganze zusammenzählen, haben wir eben auf dem Land, über Land, am Stadtrand, wo es riesige Staus gibt heute und innerstädtische Verbesserungen. Und das Ganze muss man vernetzt denken. Und wenn man es vernetzt denkt, ist die Performance deutlich besser. Und da kann man digitalisieren, man kann automatisieren, das wird sowieso kommen. Das hat allerdings auch Kosten, die man heute noch nicht absieht. Wir versuchen, unsere Kosten zu verstehen, weil wir für unsere Investoren, ich bin Finanzchef und Verwaltungsrat von Gagos Lutera, für unsere Investoren wollen wir ein Projekt abbilden, das wirklich nachhaltig ist, auch im Sinne der Rendite. Und das klingt jetzt ein bisschen kapitalistisch, ist es auch. Aber es gibt die Garantie, dass man wirklich nur effiziente Infrastruktur baut. Währenddem zum Beispiel, ich will das nicht gegeneinander ausspielen, sondern nur erklären, man hat noch nie ausgerechnet, was ist die Rendite des Neat-Tunnels. Man weiß einfach, er hat dazu beigetragen, dass es eine Verlagerung gab von der Straße auf die Schiene des Güterverkehrs. Dann hat man noch den Personentransport beschleunigt. Ich würde jetzt zum Beispiel sagen, aus ökonomischer Sicht wäre es viel besser gewesen, man hätte nur quasi den Gütertransport in den Gotthauptunnel genommen, dann könnte man nämlich viel mehr Güter transportieren und die Menschen müssen halt eine Stunde mehr Zeit berechnen, um ins Tessin zu fahren. Aber das ist die ökonomische Sicht. Politisch stehe ich hundertprozentig hinter diesem öffentlichen Vorhaben. Kommen wir nochmal auf die Finanzierung zu sprechen. 35 Milliarden, Sie haben unglaubliche Aktionäre, Investoren hinter sich. Was erhoffen sich denn die Geldgeber? Wieso sind sie da eingestiegen? Erhoffen sie sich neue Aufträge? Da sagen kritische Stimmen, die sind ja nur eingestiegen, damit sie nachher Aufträge bekommen. Hoffentlich. Stimmt das? Ja, klar. Also es ist ganz sicher auch ein Motiv. Es gibt verschiedene Phasen. Jetzt in dieser ersten Phase haben wir Startkapital bekommen, im Umfang von bisher etwa 170 Millionen Franken für die Planung bis zur Baubewilligung. Und in dieser Phase gibt es unterschiedliche Motive. Es gibt die, die das für die Schweiz machen. Es gibt die, die es machen, weil sie einfach Interesse haben an der Technologie. Es gibt die, die Geld verdienen wollen und deshalb dabei sind, weil sie einen Auftrag bekommen, wobei alle diese Aufträge werden mit Offerten vergeben, also mit Konkurrenzofferten. Aber natürlich nur unter den Geldgebern. Nein, 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 überhaupt nicht. Zum Beispiel hat es eine Ausschreibung gegeben für die Planung der Logistiksteuerung. Da hat unser Investor Swisscom zum Beispiel eine Offerte abgegeben und ein anderer, den ich es nicht nenne, der nicht Investor ist. Und der andere hat es bekommen, weil einfach die Offerte besser war. Und Swisscom hat es akzeptiert, weil wir ein kollaboratives System sind. Und weil Swisscom gesagt hat, selbstverständlich ist es okay, wenn der andere es bekommt, weil es ist alles transparent für die Aktionäre. Nachher, ich muss leider noch die 35 Milliarden, ich habe erst 170 Millionen erklärt. Wir sind noch nicht seit 35 Milliarden. Die 35 Milliarden oder jetzt die 4 Milliarden, die wir brauchen für das erste Teilstück von Herkingen bis Zürich Flughafen mit 12 Hubs. Dort sind es Finanzinvestoren. Das heißt, es ist nach dem Prinzip der Projektfinanzierung, es wurde heute Morgen schon mal ein bisschen erklärt, ich gehe jetzt da nicht aufs Detail ein, was Projektfinanzierung ist, weil das wird dann nochmals ein paar Minuten dauern. Also mit der Projektfinanzierung bedeutet es, dass die Investoren vor allem langfristige Returns wollen. Es gibt einen Typ Investor in der Schweiz, aber auch international, die jährlich gewisse Beträge ausbezahlen müssen, zum Beispiel Versicherungen oder Pensionskassen. Und die haben sehr gerne Investitionen, die aufgrund von Tarifen, die man verlangt für den Transport, für die Logistik, für die Sortierung, regelmäßige Einnahmen generieren. Mit Kunden, die man schon bei Baubeginn hat. Und damit hat man eine Garantie, dass man diese langfristigen Returns hat und man eigentlich ruhig schlafen kann. Man weiß, das ist eine nachhaltige Infrastruktur in der Schweiz, die jedes Jahr 7% Rendite hat, zum Beispiel. Und damit kann ich einen Teil meiner Verpflichtungen erfüllen. Das ist eine sehr nüchterne Betrachtungsweise. Und das ist garantiert? Ja, also wir sind jetzt daran, mit Investoren zu sprechen, weil wir natürlich über den Tellerrand hinaus blicken, auch in die eigentliche Investitionsphase erst nach der Baubewilligung. Bis zur Baubewilligung sind wir ja finanziert. Ab der Baubewilligung, wir rechnen mit 2028, müssten wir die 4 Milliarden haben. Und wir sind in einem Prozess mit Investoren und das sieht sehr gut aus. Wir werden etwa die Hälfte mit Eigenkapital finanzieren und die andere Hälfte mit Fremdkapital. Das Fremdkapital wird sehr stark auch international kommen, weil man da in Infrastruktur in der Schweiz investieren kann. Die Schweiz ist ein sehr hoch angesehenes Land mit einer Währung, die sehr stabil ist. Und die andere Hälfte werden wir zur Mehrheit von Schweizerinnen und Schweizern finanzieren lassen, weil wir die Mehrheit auch gesetzlich gesehen von der Schweiz aus finanzieren müssen. Da sind wir auch selbst bei Pensionskassen für diese Gelder auf einem sehr guten Pfad. Es ist sehr attraktiv. Es braucht, wir müssen gewisse Bedingungen erfüllen. Also zum Beispiel eben, dass wir Kunden, dass wir zeigen können, dass wir wettbewerbsfähig mit Kunden zusammenarbeiten. Aber dann ist die Finanzierung nicht das große Risiko. Das große Risiko ist, by the way, weil du das vielleicht gleich fragst, was ist denn das große Risiko, ist das Komplexitätsmanagement. Es ist ein sehr komplexes Projekt, wo wir sehr viele Dinge zusammenknüpfen müssen und 80 verschiedene Risiken managen, die wir herunterbringen müssen. Diese Komplexität, das ist das größte Risiko. Da sind wir aber täglich dran. Also daran wird gearbeitet. Also Sie haben sehr viele Unterstützer, den Risiken sind, seid ihr euch bewusst. Und trotzdem gibt es ja auch Logistikunternehmen, die haben überhaupt keine Freude daran, dass jetzt CST kommen soll. Also Pflanzer war am Anfang noch dabei, war noch dafür. Sagt er, war nicht da, nie dabei. War nicht, also er sagt, er war dabei und ist dann, hat also, er hat Geld gegeben, ist dann ausgestiegen. Nein, aber es war die allererste Vorstudie. Ich muss das einfach mal öffentlich korrigieren. Er war nie Aktionär, sondern er hat ganz am Anfang, als die Migros, Coop und so weiter und Denner diese Studie gemacht haben und er ist ein guter Kunde von Dennern. Die haben ihm gesagt, komm, gib auch mal was. Dann hat er 10.000 Franken gegeben für diese Vorstudie, weil es ihn interessiert hat. Das ist nicht dabei, oder? Wenn man denkt, dass die großen Investoren heute 20 Millionen schon investiert haben, also nicht noch investieren werden. Das ist nicht dabei. Aber Nils Pflanzer ist abgesehen davon ein sehr guter Freund von uns. Mit ihm reden wir jeden Tag. Es ist wirklich ein offenes Gespräch. Wir wissen, wo er die Schwachstellen sieht. Aber es ist schade, dass er nicht mit dabei ist. Er sieht die Konkurrenz, weil wir konkurrieren. Wir sind Konkurrenten auf der Straße. Wir wollen ja Verkehr von der Straße holen. Und wenn man von Nils Pflanzer eine E-Mail bekommt und runter scrollt bis ganz unten unter seiner Unterschrift, dann steht Keep on Trucking. Und wenn man Keep on Trucking als Claim hat, dann ist es klar, dass man nicht so gerne einen Konkurrenten hat, der sagt, less trucks. Verstehe ich sehr gut. Da sind wir freundschaftlich verbunden in dieser Frage. Wenn auch nicht gleich. Aber es ist verständlich. Auch die SBB, die finden das natürlich keine schöne Geschichte. Die SBB ist spitze. In der SBB sind die Meinungen geteilt. Also gut. Wir kommen fast zum Schluss. Seit dem 1. Februar 2024 sind die Kantone am Zug. Und auch die Gemeinde Schaffhausen hat zum Beispiel im Kantonsrat bereits abgesagt. Also hat es abgelehnt. Was erwarten Sie von den weiteren? Der Kantonsrat hat einfach gesagt, Kago Sutta kommt im Moment nicht nach Schaffhausen. Das machen wir auch nicht. Deshalb wollen wir nicht kantonales Geld verwenden, um eine Studie für Schaffhausen und Kago Sutta auszugeben. Der Kanton Schaffhausen hat es nicht abgelehnt. Hingegen hat der Kanton St.Gallen und der Kanton Thurgau, der Kanton Wart und der Kanton Genf und der Kanton Bern, alles Kantone, wo wir im ersten Teilstück nicht hinkommen, haben bereits Studien finanziert, um uns anzulocken. Um zu sagen, kommt doch zu uns. Das hat Schaffhausen nicht gewollt. Die Stadt Bern hat dasselbe gemacht. Die Stadt Zürich hat... Also die großen Städte sind eigentlich sehr offen und freuen sich in dem Sinn auf diese Zusammenarbeit und auch die Kantone auf diese Möglichkeit. Ja, also ich nehme das relativ locker, weil, wie gesagt, das ist eine zu debattieren und die Lösungen werden immer besser, wenn sachlich debattiert wird und es wirklich darum geht, was heißt es mit Option 1, mit Option 2 und mit Option 3. Das ist das, unsere Verantwortung als Bürger und Bürgerinnen. Und wenn jemand das nicht will, dann will er das nicht. Das ist wie bei jeder Entscheidung, die man politisch fällt, ist das so. Und wenn jemand sein Business vertritt, das ist sein gutes Recht, da habe ich überhaupt kein Problem. Am Schluss geht es, wem bringt es am meisten? Und wie vielen? Das ist am Schluss die Demokratie, die sagt, wir wollen das oder wir wollen das nicht. Punkt. Noch ein kurzes Schlusswort. Wir haben noch 47, 46 Sekunden Zeit. Daniel Wiener, was sind die nächsten Meilensteine oder was ist der nächste Meilenstein? Der nächste Meilenstein ist, jetzt ist der Sachplan in der Vernehmlassung, du hast es kurz angedeutet, und wir erwarten die Feedbacks von den Gemeinden und von den Kantonen. Und gleich darauf kommt der Richtplan, der dann auch die einzelnen Hauptstandorte festlegt. Und dort sind wir mit Grundeigentümern, mit Kantonen, mit Gemeinden daran, auch die Verkehrsanschlüsse zu planen, um sicherzustellen, dass gerade, was Pierre gesagt hat, dass die Akzeptanz da ist, auch ganz lokal, weil es gibt Hauptstandorte, die müssen auch architektonisch ein Leuchtturm sein, wir können auch geschichtet Hauptstandorte produzieren, weil wir verschiedene Nutzungen aufeinander türmen können, also man kann auf einem Cargo-Soutan-Hab eine Mehrzweckhalle bauen, weil die Gemeinde Herkingen eine Mehrzweckhalle braucht. Also dann gibt es doch wieder einen wunderschönen Bau von Ihnen, Herr Dömerl. Ja, klar. Nein, ich komme nochmals, wir reden jetzt über die 10 Millionen Schweiz oder nicht, das sind genau die wichtigen Fragen, was wollen wir für eine 10 Millionen, geht das, 10 Millionen Schweiz, geht das und wie sieht die aus? Und wie ist das Leben in dieser Schweiz auf den Straßen, im Zug und zu Hause in der Wohnung? Das ist für uns, für mich die wesentlichen Fragen. Und das hat jetzt nicht mit Immigration zu tun, meine persönliche Meinung, sondern wie gestalten wir diesen Raum, der uns gehört. Aber trotzdem, wenn man einen schönen Hubs haben hat, Daniel Wiener, Sie haben gleich genickt, also das ist dann noch das Schöne obendrauf. Es ist wichtig, dass die Logistik in die Städte reingeht und nicht am Rand irgendetwas Böses ist an der Peripherie, sondern wir brauchen alle jeden Tag unser Brot und unsere Milch und unsere Schuhe, die online kommen. Das wollen wir, dass das funktioniert und das muss in den Gesellschaftskörper reingehen und nicht irgendwo versteckt. Absolut. Vielen herzlichen Dank. Ich muss leider hier abklemmen, aber ich sehe, ihr seid auf einem großartigen Weg. Es bleibt spannend. Und vielen Dank für Ihren großen Einsatz und Energie, Daniel Wiener, dass Sie sich so einsetzen, Pierre Dömerer, Ihnen auch herzlichen Dank. Und das ist Ihr Applaus. Vielen Dank. Daniel Wiener, Herzlichen Dank. Danke. Dömerer, merci vielmals. Ja, und somit übergebe ich wieder an dich, Eugen Dapra. Vielen herzlichen Dank, liebe Susanne. Wie ich vorhin angetönt habe, haben wir den Tag unterteilt in verschiedene Blöcke. Und der nächste Block wird extrem spannend. Wir haben uns vorher in der Konzeption, in den strategischen Fragen unterhalten. Jetzt geht es in die Umsetzung. Den Block haben wir überschrieben mit dem Titel ICT Sustainability in Action. Das heißt, Sie können sich auf was gefasst machen. Es wird zwar ziemlich wenig Feuerwerk und irgendwelches Raketengeknalle passieren, aber Sie werden spannende Projekte aus der Praxis hören und wahrscheinlich auch sehen. Ich übergebe das Wort meinem geschätzten Moderationskollegen, Daniele Kohler. Wenn ich mir das richtig aufgeschrieben habe, ist er Customer Enterprise, Business Architect and Sustainability. Und zwar früher haben wir gesagt, bei der HP. Heute darf man das nicht mehr, sondern er ist tätig bei der Ewell Packet Enterprise. Perfekt. Danke vielmals, Eugen. Lieber Daniele, go for it. Ja. Herzlich willkommen und ich möchte gleich meine Gäste hier willkommen heißen. Roel Kindermann-Leuthagd. Herzlich willkommen, René Zierler. Ebenfalls ein herzliches Welcome. Grüezi, Wolfgang Klein. Und Servus, Michael Frankenstein. Heute werden wir ein bisschen Schweizer Demokratie spielen und das Thema ist heute eigentlich Erfolgsmodell, ICT, Circle Economy in der Flughafen Zürich, in der Region. Und was bedeutet das überhaupt, was hat das für einen Inhalt? Und bevor ich da groß rede, möchte ich gerne die einzelnen Personen schnell vorstellen. Auf der einen Seite haben wir, liebes Publikum, Roel Kindermann-Leuthagd. Wie Sie sehen, ist sie Pilotin. Sie ist also mega schnell unterwegs und ist verantwortlich in den Handlungsfeldern bei der Flughafen der Region für das ganze Networking und Standardförderung, was sie hier weiterentwickelt. Dann hat sie auch gewisse Schwerpunktthemen, nämlich sechs Schwerpunktthemen, die du dich da beschäftigst. Digital Hub, ökologische und soziale Nachhaltigkeit. Dann Alters- und Gender-Diversity, Nachwuchsförderung, Arbeitskräftemangel und natürlich Alters- und Gender-Diversity. Das ist mal das. Dann, du vertrittst total 14 Städte mit rund 850 Firmen, 1000 Entscheidungsträger noch dabei, mit 150.000 Angestellten in der Flughafenregion Zürich. Wahnsinn. Ganz herzlich willkommen. Dankeschön, Daniele. Merci vielmals. Dann haben wir neben Rahel René Zierler, Dr. René Zierler. Dr. René Zierler ist Managing Director bei Europe Packet Enterprise. Und Eugen, du hast es vorhin richtig gesagt, Europe Packet Enterprise sind wir. Und du bist seit dem 1. November 2023, hast du diesen interessanten, herausfordernden Job übernommen. Und hast verschiedene Führungspositionen in nationalen, internationalen Unternehmen, also Kunden, im Bereich von Europe Packet Enterprise inne. und bist unheimlich lange schon dabei, seit 2006. Herzlich willkommen, René. Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr. Dann haben wir noch den CEO und Founder Wolfgang Klein Computer Systems AG. Man muss sich das mal auf der Zunge vergehen lassen. Die Firma gibt es schon seit 1983 und beschäftigt heute mit mehr als 40 Mitarbeitern in der Flughafenregion, auch Unternehmen mit großartigen IT-Dienstleistungen, Beratung, Implementierung, Betrieb, Reparaturen und vor allem Reparaturen von IT-Systemen, wo er wirklich einzigartig ist in diesem Umfeld. Er ist wirklich ein Innovator, der sich um das Thema Nachhaltigkeit kümmert. Er spricht nicht nur davon, er lebt das auch, sei das in der IT, sei das, wie das ganze Gebäude solartechnisch ausgerichtet wird und so weiter und so fort. Und das ist wirklich Chapeau, was du hier investierst. Du fährst auch mit deinen Mitarbeitern E-Fahrzeuge, also auch hier eine große Vorbildfunktion. Er lebt wirklich das, was er uns da erzählt. Und dann haben wir zum Schluss noch den sehr geehrten, geschätzten Michael Frankenstein. Michael Frankenstein ist seit Juli 2023, ist der CEO bei der Global Sana und GS Services AG. als hier in der Geschäftsführung, das ist der größte unabhängige Versicherungsmakler der Schweiz und zwei Jahren Partner der TV AG Deutschland, das müsste man vielleicht noch genauer mal erörtern, dem größten unabhängigen Finanzdienstleister in Deutschland. Vor seiner Zeit war Michael 16 Jahre bei der Deutschen Bank und hatte dort verschiedene Führungsposition, eine mega spannende von der Deutschen Bank, Fundgesellschaft, er war da europäischer CAO, COO, sowie globale Leiter für Corporate Real Estate, Business Continuity Management. Das ist eine Latte von Tätigkeiten, mega spannend. Ich bin da wirklich äußerst beeindruckt, was da alles noch kommt. Aber jetzt, liebes Publikum, sind Sie dran. Denn, was wir jetzt machen ist, wir machen das schweizerdemokratisch. Sie dürfen abstimmen. Und zwar geht es ja um das Erfolgsmodell ICT Kreislaufwirtschaft. Und eben zücken Sie Ihre Handys und scannen Sie diesen QR-Code und sagen Sie uns einfach von diesen drei Fragen. Ich habe die IT Kreislaufwirtschaft im Griff. Ich weiß, wovon wir erzählen. Ich habe schon was gehört von IT Kreislaufwirtschaft. Wir sind auf einem guten Wege. Oder, hey, no clue. Keine Ahnung. Wow. Wow. 33, 33, ah, 50. Okay, okay. Ah, super. Also, mega, ganz, oh, hier, es war das richtig rüber da. Also, ich habe schon mal was. Okay, gut. Ich glaube, ist gut. Danke vielmal. Das ist wirklich die Schweizer Demokratie. Also, hier wird mal so oder so entschieden. Das ist auch super. Darum diskutieren wir auch immer so kontrovers, auch in der Politik. Ich habe schon mal was von IT Kreislaufwirtschaft gehört. Weiß aber nicht genau, was es damit auf sich hat. Super. 50 Prozent. Und dieses Thema werden wir jetzt mit diesem hoch dotierten Podiumsteilnehmer diskutieren. Frage 1, Rahel. Kannst du den Teilnehmer hier die Werte in der Flughafenregion Zürich im Rahmen des Wirtschaftsnetzwerkes und der Standortentwicklung mit den Zielen, vor allem, was hier sehr am Herzen liegt, Purpose, Wishing, Mission, näher erläutern? Ja, vielen Dank, Daniele. Ja, tatsächlich ist mir das Thema Purpose extrem wichtig und ich glaube, dass alle, die sich mit Employer Branding beschäftigen hier im Raum, und ich glaube, das sind ziemlich viele, sich das Thema auf die Fahnen schreiben müssen oder zumindest eine Antwort auf die Frage, was ist denn euer Purpose, liefern müssen. Weil die jüngere Generation, aber auch unsere Generation fragt danach, man möchte einer sinnstiftenden Arbeit nachgehen. Und als ich letztes Jahr meine Tätigkeit bei der FAZ-Flughafenregion angetreten habe, war meine erste Frage, was ist denn unser Purpose? Also warum gibt es uns überhaupt als Organisation die FAZ-Flughafenregion Zürich, welchen Mehrwert bringen wir denn in die Welt? Und wir haben dann recht lange Zeit wirklich auch intensiv daran gearbeitet, das zu formulieren und wir haben gesagt, wir unterstützen unsere Mitglieder aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Das ist eben wirklich auch unsere Stärke, dieses Bereichsübergreifende, ihre persönlichen Beziehungen aufzubauen und dadurch ihr Potenzial bestmöglich zu entfalten. Weil es geht ja wirklich darum, dass man schaut, auch als Organisation, was ist denn mein bestmögliches Potenzial? Und wir sind auch eine Plattform für Innovation und deswegen sind wir heute hier. Genau und ganz herzlichen Dank, ich leite dann gleich rüber zu René Zierler, aber bevor, begutachten Sie bitte dieses wunderbare Bild. Wir haben heute mit dem Andi Fitt schon Extremsportler, haben wir kennengelernt, es ist ein Kompass hier. Dies wurde extra entwickelt für die Flughafenregion, haben wir zusammen entwickelt, diesen Flughafen, diesen Navigator, Entschuldigung, mit Nachhaltigkeit, Ökologie, Soziales und Wirtschaft. Sie haben genügend Zeit zu lesen. René, dann zu dir. Ich habe dich gefragt, ob ich dir den vollen Namen da, Dr. Phil, you, damn, bam, sagen darf. Ja, das hast du mich nicht gefragt. Ah, da habe ich dich gefragt. Okay, Entschuldigung. Dann, René, nein, Entschuldigung. Wie können Kunden bei Europe Packet Enterprise in der Schweiz und global eigentlich von den Nachhaltigkeitszielen von unserem Unternehmen profitieren? Und wie können Sie nach deiner Ansicht die Effizienz, die Überbereitstellung, die normalerweise in den Datacenters sind, reduzieren? Und ich glaube, das Wichtigste ist, wie können wir den Elektroshot massiv minimieren? Jawohl, also vielen Dank für die Frage. Wenn wir uns in der IT-Industrie, haben wir eigentlich eine sehr lange History schon mit dem Thema Nachhaltigkeit. Es hat 1990 begonnen, der eine oder andere wird sich noch daran erinnern können, an Energy Star Zertifizierungen. Das waren diese grünen Sterne, die wir gesehen haben, wenn wir den Rechner hochgefahren haben. Da hat das Ganze begonnen, ist dann über die Jahre hinweg, 2000, 2010 hat das immer mehr Bedeutung gewonnen. Immer mehr Bedeutung deshalb, weil ein ganz anderes Bewusstsein gereift ist. Die Leute waren sensitiver, CO2-Abdruck ist auf einmal ein großes Thema geworden. Und HP hat sich diesem Thema, also nicht nur die HP Schweiz, so HPE, Jürgen Beckett Enterprise, weltweit, schon seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren diesem Thema verschrieben. So, jetzt kann man sagen, was sehr naheliegend ist, was HPE in diesem Bereich zuerst unternommen hat, begonnen hat, war ein sehr nachhaltiges Engineering zu betreiben. Es gibt da verschiedene Ansätze, wie man so etwas machen kann. Das war mal das Naheliegendste, die Produkte, die wir auf den Markt bringen, sehr energieeffizient zu gestalten. Weil jeder, oder man weiß, es ist ja nicht nur der Strom, der verbraucht wird, sondern mindestens genauso viel benötigt man wieder, um das Ganze zu kühlen im Datacenter. Also hat man da schon mal einen ganz großen Hebel, wie man das Ganze optimieren kann. Der andere Bereich ist, dass man natürlich die ganze Zulieferkette, die Supply Chain, nicht außer Acht lassen darf. Das ist ein ganz elementarer Teil. Das heißt, auch diesen Bereich zu optimieren. Und die große Frage ist, was passiert am Ende, wir sagen, von einem Lebenszyklus, Lifecycle, mit der Infrastruktur? Man hat sich die Frage gestellt, kann man dem ein zweites Leben einhauchen? Kann man die wiederverwerten, wiederverwenden? Und mit heute ist es so, dass HPE 92% aller Server- und Storage-Infrastrukturen, also der große Rechner, kann man sagen, wiederverwertet und im PC- und Laptop-Bereich sind sogar 95%. Das ist signifikant. Das Delta, die 7 und 5%, ergibt sich oft daraus, dass aus auch regulatorischen Gründen, Informationen, die auf Festplatten zum Beispiel geschrieben sind, dass man die nicht einfach neu formatieren kann und wieder woanders einbauen kann. Das heißt, die müssen in ihre Bestandteile zerlegt werden und werden dann wieder neu zugeführt, der Produktion zugeführt. Aber auf das sind wir sehr, sehr stolz. Und da haben wir auch sehr viel Erfahrung damit, langjährige Erfahrung und das stellen wir unseren Kunden zur Verfügung. Okay. Also, danke vielmals, René, für diese Ausführung, wie ich auch verstanden habe, werden etwa 1,2 Millionen Geräte pro Jahr eigentlich in den eigenen Werken, das ist ja auch etwas sehr Spezielles, werden da verarbeitet. Und auch das ist ein Beitrag hier in die Nachhaltigkeit, glaube ich, von Europe Packet Enterprise. Weil ich jetzt ein Moderator bin, muss ich das auch so moderieren. Dann, lieber Wolfgang, Nachhaltigkeit, ich glaube, ist bei dir irgendwie aufs Herz geschrieben, Initiativen zur Förderung dieser Nachhaltigkeit-Themen rund um die IT oder auch außerhalb der IT. Was hast du da umgesetzt und wie hast du das gemacht? Ja, ganz einfach, danke für die Frage. Zuerst habe ich an mir selber gearbeitet. Vor über 14 Jahren habe ich ein neues Gebäude gebaut, zusammen mit meiner Frau und den drei Kindern. Das war eine alte Scheune, konnten wir abreißen, neu aufbauen. Da war die Frage, welche Heizung wird installiert. Öl, Gas oder Pellet? Ich habe mir lange überlegt, habe ich gesagt, gibt es eine andere Möglichkeit, weil wir haben noch einen Surferraum bei uns unten mit der Z drin, der immer viel warme Luft produziert. Habe ich gefragt, was kostet dann, gibt es eine Lösung, wie man das machen könnte, diese Wärme wieder zu verwenden? Dann hat der Heiziger gesagt, das gibt es, kostet aber dreimal so viel. Habe zweimal geschlafen, habe gesagt, okay, ich habe drei Kinder, ich habe das gemacht und wir heizen unser ganzes Gebäude, also das ganze Firma, plus zwei eigentlich Haushalte mit der Abwärme aus dem Gebäude und vom Surferraum. Das hat mich inspiriert in die IT. In der IT haben wir so viel, dass wir irgendwie nach zwei, drei, vier, fünf Jahren nicht mehr brauchen. Ich jedes Mal gehe ich recyceln am Samstag auf den Hof und sehe, wie viel Elektroschrott in die Müllhalde geworfen wird. Habe ich gesagt, da könnte man was tun. Daniele hat gesagt, hey, IT könnte man was tun. Ich sage, das machen wir schon lange. Ich sage, mit wem dann? Mit den grossen Firmen, eine Hofmann-Laroche und so weiter und so fort, die machen das. Die geben die Geräte zurück, die werden wieder aufbereitet und bekommen ein zweites Leben. Habe ich gesagt, ja, wir sind im FRZ, wir sind eine grosse Organisation. Warum machen wir das nicht im FRZ? Letztes Jahr haben wir gesagt, wir starten damit und wir haben jetzt doch schon Projekte durchgeführt. Wir haben neu in der Pipeline und wir bringen das zum Fliegen. Und zwar nicht nur für die grossen Firmen, sondern auch für die kleinen und ganz kleinen Firmen. Und damit es funktioniert, muss es einer ja organisieren. Diese Weltfirma kann das nicht. Wir sind eine kleine Firma. Ich mache das als CEO mit meinen Lernenden zusammen. Ich habe gesagt, ich will was Gutes tun für die Zukunft, das in der Schweiz auch besser geht. Habe ich von dem Vorredner gehört, wir müssen was tun. Nicht nichts tun, sondern was tun. Das haben wir gemacht. Danke vielmals, Wolfgang. Und ich glaube, wenn man, wieso, dass ihr drei jetzt zuerst drangekommen seid, ist, weil wir nämlich jetzt auch einen Kunden haben, der eben von diesem Angebot von der Flughafenregion Zürich hier profitiert, nämlich die Global Sana. Und an dich diese Frage stelle, Michael, du arbeitest mit dem Angebot der IT-Kreislaufwirtschaft aus der Flughafenregion zusammen, was unterstützt wird von Europe Packet Enterprise und von Wolfgang Klein, also Klein Computersystems AG. Ja, und ihr habt euch entschieden, dieses Wiederverwendung, den Geräten ein zweites Leben zu geben oder neu englisch Upcycling zu machen. Warum habt ihr das gemacht? Ja, vielleicht erst mal zwei Worte zu uns. Wir sind wirklich ein kleines Unternehmen mit zwar 100.000 Kunden, aber nur 130 Mitarbeitern an fünf Standorten und damit natürlich wirklich am Ende der Foodchain, was sozusagen die großen Unternehmen betrifft. Wir sind allerdings in der Partnerschaft mit der DVOG mit 100.000 Mitarbeitern natürlich dann deutlich größer und sind deswegen auch in der Geschäftsführung zusammengekommen und haben uns gesagt, wir schreiben uns das Thema Nachhaltigkeit wirklich ganz groß, nicht nur auf die Fahnen, sondern leben das und haben uns dann als Partner der Flughafenregion Zürich dazu bereit erklärt, gerne den tollen Angebot der Firma Klein Computersysteme AG anzuschließen und dem Thema Upcycling hier sozusagen und den Computern ein zweites Leben zu geben. Ich bin in meiner alten Funktion, kenne ich das Thema sehr gut, weiß, wie schwierig das ist. Ich war zuständig auch für den Einkauf von Hardware und habe in der Vergangenheit, haben wir die Hardware dann immer sozialen Einrichtungen zur Verfügung gestellt, haben sie damit sozusagen in ein zweites Leben gebracht. Irgendwann kam das Thema Datenschutz und wir haben nun mal sehr sensible Daten, Kundendaten und damit war das Thema eigentlich gestorben. Das heißt, wir haben keinen Weg gefunden, die Computer und vor allem die Daten, die Speichermedien zu löschen, sodass wir die Computer in ein zweites Leben bringen konnten. Wir mussten sie nachher schreddern, was natürlich nicht nur vor dem Thema Nachhaltigkeit, sondern auch von der politischen Abhängigkeit, gerade wenn man sich anschaut, wo diese Halbleiter hergestellt werden, ein Drama ist. Als Partner haben wir einen Partner gefunden oder als Partner der Flughafenregion haben wir einen Partner gefunden und das ist, glaube ich, das Entscheidende nachher. Also man braucht Partner, die genau diese Themen auch abdecken können, die verlässlich Datenspeichermedien löschen können, um dann so ein Gerät auch außer Landes bringen zu können, um dann bei HP Enterprise in Schottland Ihnen ein zweites Leben zu bringen. Anders ist das nachher nicht möglich. Ganz herzlichen Dank. Mega spannend, dass ihr als Unternehmen das auch so umsetzt. Jetzt, ich ändere jetzt so ein bisschen meine Fragestellung, aber die Fragestellung direkt an dich, vielleicht kurze Antworten. Was bedeutet das für euch als Unternehmen aus Reputationsgründen heraus mit dieser ICT-Kreislinie? Nutzt ihr die jetzt oder sagt ihr, das war einfach ein soziales Werk und wurde von den Mitarbeitern angestoßen? Management war nicht involviert? Oder wie ist da ganz kurz die Antwort? Ganz komplexe Frage, weil das sind jetzt viele Fragen in einem. Auf der einen Seite war das ein Thema, was wir sozusagen erstmal für uns tun, also für das Unternehmen, weil wir uns das Thema auf die Fahnen geschrieben haben. Zweitens ist es allerdings auch ein Thema, was man durchaus als Strahlkraft nachher an die Mitarbeiter auch verwenden kann. Und was wir auch schon spüren, was die Mitarbeiter dann auch gerne annehmen gerade. Und ich rede jetzt nicht nur von der Gen Z, die das Thema natürlich deutlich mehr lebt, als vielleicht jetzt Generationen aus dem Anfang der 70er, wie ich. Und am letzten, um den dritten Schritt zu nennen, ist es natürlich auch ein Thema, was man natürlich nachher, gerade wenn wir als Unternehmen, das sich sehr stark auch an Unternehmen richtet. Wir haben viele Unternehmen, kleine und auch größere Unternehmen, aber auch Gemeinden, die wir versichern. Und für die ist das natürlich schon auch ein Thema. Und wir wünschen uns natürlich, dass das auch ein Thema ist und dass das auch abgefragt wird. Das ist noch nicht immer der Fall, aber gerade bei Gemeinden ist das schon häufiger der Fall. Ich wünsche mir das auch von Unternehmen, dass Unternehmen darauf schauen, mit wem sie zusammenarbeiten. Okay, ganz herzlichen Dank. Vielleicht noch eine kurze Antwort, Raël. Flughafenregion, ihr habt diese Initiativen entwickelt. Ihr möchtet hier eine Vorreiterrolle in der Schweiz sein, wenn es um dieses Thema ICT, Kreislaufwirtschaft geht. Warum hast du dir die Überlegung gemacht? Nur der Purpose alleine kann es ja nicht gewesen sein. Ich glaube, da ist wahrscheinlich ein bisschen mehr Herzblut da drin. Oder habe ich das falsch interpretiert? Genau, also das ist natürlich nicht von uns alleine entstanden, sondern wirklich in dieser sehr guten Verbindung von vielen sehr, sehr starken Unternehmen in unserer Flughafenregion. Und warum fühlen wir uns hier verantwortlich? Weil wir mit 800 Unternehmen, haben wir gehört von dir, und 14 Gemeinden, eine sehr, sehr starke Wirtschaftsorganisation und eine Standort-Marketingorganisation sind. Und ich finde, dass wir als solch eine Organisation wirklich auch eine gesellschaftliche Verantwortung haben. Und die möchten wir auch wahrnehmen. Und deswegen bieten wir die Plattform eben genau für solche Projekte. Und du hast es hier gezeigt, im Rahmen von diesem Nachhaltigkeits-Navigator, den wir entwickelt haben, möchten wir ganz, ganz viele solche Projekte in diesem Universum sehen in Zukunft. Einerseits, um unseren Mitgliedern eine Hilfe zu geben, in diesem ganzen Nebel irgendwo eine Orientierung zu finden. Aber natürlich auch, um uns wirklich zu engagieren als einfach sehr starke Wirtschaftsorganisation. Okay. Ganz herzlichen Dank. Dann zu dir, René. Kurz, ja, die Flughafenregion Zürich mit diesen 150.000 Angestellten profitiert ja eigentlich von dieser Kreislaufwirtschaft, was du ja erwähnt hast seit 1990, was wir hier gestartet haben, diese Nachhaltigkeitsthemen. Und was kannst du hier unserem Publikum und eben auch unseren Partner hier mitgeben aus Sicht von Europe Packet Enterprise? Also es ist auch ganz ähnlich wie bei dir, Rachel. Unser Anliegen ist ganz, ganz tief in unseren Werten verankert. Wenn ich vielleicht reflektieren darf, was wir die letzten Jahre, speziell auch in der Schweiz, gesehen haben bei unseren Kunden, dass Kunden feststellen, was gut ist für die Umwelt, kann auch gut sein für das Unternehmen. Jetzt sind wir natürlich zum einen bei diesem kommerziellen Aspekt. Das heißt, wenn Infrastruktur wiederverwertet wird, dann hat das ja eindeutig einen Wert und der kommt den Unternehmen auch wieder zugute. Das ist der eine Punkt, wovon jeder profitieren kann, wo uns als Schweizer Organisation, und wir tragen das mit, global natürlich ganz, ganz besonders wichtig ist. Und das ist so, das kann man sich vorstellen, oft so dieser schwierige Bereich, diese Abgrenzung zu machen, ist, dass man sagt, wir sind natürlich alle auch, also wir sind Börsen notiert, es gibt eine Verantwortung dem Shareholder gegenüber, aber gleichzeitig ist uns dieses Thema nachhaltiges Engineering, nachhaltige Produkte auf den Markt zu bringen, unglaublich wichtig. Und dann gibt es eine, da muss man abgrenzen zwischen Time to Market, also ist es einem wichtig, das möglichst schnell auf den Markt zu bringen, vielleicht beim Kunden fertig zu entwickeln oder stärkt man da sehr, sehr viel Sorgfalt mit rein. Auf etwas, das wir ganz besonders stolz sind, ist zum Beispiel Frontier, ich glaube, du hast das heute am Vormittag schon erwähnt, wo der leistungsstärkste Rechner weltweit ist, Supercomputer ist, mit dem geringsten Energieverbrauch. Also das ist etwas, wo ganz, ganz herausragend ist, wichtig ist, auch wenn man dann Themen wie Artificial Intelligence anschneidet. Kurzum, wo wir als HP Schweiz dem Schweizer Markt zurückgeben, ist all diese Erfahrungen, die wir da mitbringen, in diesen Produkten, in der Gestaltung, im Engineering dieser Produkte und unsere Kunden davon profitieren. Nicht nur monetär, das ist ein angenehmer Nebeneffekt, aber vor allem auch Wissen, dass wir da mit unserer Umwelt etwas Gutes tun. Okay, danke, danke, vielleicht noch an das Publikum. Ich glaube, das ist das einzige Mal, wo eine IT-Firma Geld auszahlt an Kunden, ohne dass sie eine Rechnung dafür bekommen, nämlich im Gegenteil. Und so, wie ich verstanden habe, waren das rund etwa 1,1 Milliarden, die wir unseren Kunden aus den Erlösen vom IT-Kreislaufwirtschaft wieder zurückbezahlt haben, eigentlich wieder zurückgeflossen. Und ich glaube, das ist sicherlich auch eine schöne Geste, die man hier erwähnen darf. Aber noch, Wolfgang, nochmals, wir haben Schweizer Kunden, die Schweizer Kunden sind ja sensibel. Der Michael ist nicht so sensibel, wenn die Geräte da nach Schottland hochkommen, etc. Was machst du damit, unsere Kunden hier eigentlich Freude daran haben, dass die Daten nicht irgendwie da abgezockt werden? Gibt es da Services und bist du überhaupt zertifiziert? Darfst du das machen oder nicht? Also ganz kurz kann ich sagen, die Geräte gehen ins Ausland, zu Europe Packet Enterprise, in die Factory. Dort werden alle Geräte sicher gelöscht, also wirklich sicher gelöscht, das kann man heute, das ist nicht eine neue Erfindung. Was wir aber in der Schweiz machen, wir fragen die Kunden, sind die Daten auf deinem Gerät wichtig oder nicht? Wenn er sagt, ist nicht wichtig, musst du nicht löschen, löschen wir nichts. Wenn er sagt, ist wichtig, müssen wir löschen, sagen wir, okay, wir löschen das, geht vom Erlös weg. Das sind ein paar Fränkli, die weggehen und die Daten sind sicher gelöscht. Und jede Versicherungsgesellschaft oder Treuhandfirma kann sicher sein, dass keine Daten mehr auf dem Datenträger drauf sind. Und, was wichtig ist, man kann den Datenträger wieder verwenden. Dankeschön. Dann ganz kurze Antwort, Michael, bevor wir hier nochmal eine schweizerdemokratische Abstimmung machen. Der Euren sagt, nein, ich sage ja. Welche Chancen bietet die IT-Kreislaufwirtschaft für Global Sauna insgesamt jetzt, wenn du jetzt da in dieser hochgerätigen Runde sitzt? Und in der Zwischenzeit, liebes Publikum, Sie dürfen gerne nochmals abstimmen. Nehmen Sie doch Ihre schönen Mobile Funds hervor und bewerten Sie ganz kurz, welche Vorteile, die Sie jetzt erfahren haben in der IT-Kreislaufwirtschaft oder Sie in Ihren Unternehmen umsetzen werden. Ganz herzlichen Dank. Michael, willst du noch etwas zu diesen Chancen und Risiken in der IT-Kreislaufwirtschaft noch etwas erwähnen? Zu den Chancen und Risiken habe ich etwas gesagt. Ich habe da eine zweite Frage vorhin nicht beantwortet. Fällt mir gerade ein. Also das Thema Top-Down-Approach. Du hattest ja gesagt, dass der Mitarbeiter bei uns durchaus Interesse hat. Bei uns ist es allerdings so, wir sind ein familiengeführtes Unternehmen. Auch der deutsche Partnerkonzern, DVG ist ein familiengeführtes Unternehmen. Das macht es sehr viel einfacher vor den Entscheidungsprozessen, wenn die Überzeugung gereift ist, in der Unternehmensführung sowas nachher auch umzusetzen. Wir sind nicht auf Quartalsreports angewiesen. Wir können sehr einfach solche Entscheidungen nachher, wenn wir sie für richtig halten, auch umsetzen. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass sowas auch vorgelebt wird. Dass sowas dann natürlich auch die Überzeugung in das Unternehmen hineingetragen wird. Und ja, ich sehe, das Ergebnis ist da. Genau. Genau, das Ergebnis ist da. Wir haben rote Anzeige, dass wir die Zeit ein wenig überschritten haben um eine Minute. Ganz lieben Dank, liebes Publikum. Ganz lieben Dank an euch, dass ihr euch bereit erklärt habt, hier Rede und Antwort zu stehen. Und Sie sehen ja selber, Schonung der Umwelt, Ressourcenschonung, Verringerung des Elektroschrott. Nehmen Sie sich das zu Herzen. Ganz herzlichen Dank und ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Dankeschön. So, vielen, vielen herzlichen Dank der Dame und den Herren im Podium. Und ganz speziellen Dank meinem Moderationsgespändli für die tolle Arbeit. ICT in Action. Wir sind immer noch bei diesem Thema. Und es freut mich sehr, den CEO der Dasso Systems Switzerland zu begrüßen, Christian Haltinner. Wir sind sehr gespannt, was du uns erzählen wirst. Danke vielmals. Also, ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ich darf und muss etwas aufs Gaspedal drücken, weil wir haben eine beschränkte Zeit und das Thema ist aber doch relativ breit und groß. Jetzt schaue ich mal, ob ich, nein, noch nicht, ob wir auf meine Präsentation kommen. Scheint da ein Problem zu geben. Ich versuche das mal zu überrücken. Also, was ich Ihnen heute erzählen möchte, ist ein relativ breites und großes Thema für einen besseren Planeten. Es geht eigentlich darum, dass wir neue Softwarewerkzeuge unseren Ingenieuren, unseren Designern zur Verfügung stellen, damit sie zukünftig bessere, nachhaltigere Produkte erstellen können. Es ist ein sehr großes Thema, weil es am Ende des Tages einen, nein, das ist die falsche Präsentation, ist ein großes Thema, weil es am Ende des Tages bedeutet, dass wir einen Paradigmawechsel brauchen bei den Ingenieuren, bei den Leuten, die grundsätzlich damit beschäftigt sind, neue Produkte zu erstellen. Früher war es so, dass die Ingenieure, Designer und so weiter keine Möglichkeit hatten oder zu wenig Möglichkeiten während ihres Entwicklungsprozesses wirklich eine Rückmeldung zu bekommen, was bedeutet das wirklich im Sinne von ökologischem Impact. Weil das ist nicht ganz eine triviale Geschichte, weil Sie müssen dann während des Ingenierings grundsätzlich Daten an die Hand geben, dem Ingenieur an die Hand geben, damit er versteht, was jetzt eine Design- oder Engineering-Änderung wirklich bedeutet. Was bedeutet das im Sinne von Carbon-Foodprint, was bedeutet das im Sinne von Wasserkonsum, was bedeutet das im Sinne von Energie. Es geht auch darum, dass wir festgestellt haben, dass halt der ökologische Footprint im Wesentlichen in den ersten 20% des Entwicklungsprozesses eines neuen Produktes generiert wird. Das heißt, die wichtigsten Entscheidungen, die Sie treffen, finden in diesen ersten 20% statt. Es geht da um Materialwahl, es geht um Zulieferer, es geht um Modularität, es geht um, wie designe ich ein Produkt für Zirkularität, also wie modular erschaffe ich auch das Produkt, dass ich es nach dem Gebrauch und nach dem Lifecycle eigentlich wieder entsprechend rezyklieren kann oder wieder in den Kreislauf bekommen kann. Also das sind die großen Themen, die wir als Dassel Systems lösen und wo wir auch neue Lösungen gebracht haben, um die Ingenieure der Zukunft und auch heute natürlich die Ingenieure auszustatten mit Technologie und Daten, um bessere Produkte für die Zukunft zu generieren. Ich sehe, meine Präsentation ist immer noch nicht da. Was wir zeigen, also wir haben eine zweiteilige Präsentation, ich würde Ihnen gerne ein bisschen den theoretischen Hintergrund dazu geben. Wir nennen das Ganze Lifecycle Asset Management von unserer Seite. Das heißt, Dassel Systems als Marktführer in diesem ganzen Bereich Produktentwicklung und Produktlifecycle Management hat eigentlich seine Softwarelösungen entsprechend angepasst. Wir arbeiten da mit EcoInvent zusammen, das ist eine Firma in der Schweiz, die die größtmöglichen Daten hat, um ökologischen Impact zu messen. Wir haben diese Daten auf unsere Produktinnovationsplattform integriert und das gibt heute dem Ingenieur, wie ich ausgeführt habe, die Möglichkeit, direkt während des Ingenierings eigentlich den ökologischen Footprint zu messen. Und damit wir in der Schweiz einen entsprechenden Showcase haben, um diesen Impact auch zu konkretisieren und zu zeigen, haben wir, und das macht der Kollege nachher, ich hoffe, seine Präsentation funktioniert, haben wir einen Showcase gebaut mit dem EPFL Student Racing Car Team. Also jede Hochschule, nicht jede, aber fast jede namhafte technische Hochschule betreibt ein Racing Team. Das ist eigentlich ein globaler Wettbewerb. Man nutzt die Möglichkeit, mit diesen Racing Teams eigentlich die Ingenieure der Zukunft auch entsprechend auszubilden und versucht neue Themen auch ins Engineering dieser Fahrzeuge, dieser Formel 1 Politen, sind etwas kleiner wie die normalen, versucht die Kompetenz aufzubauen. Und das EPFL Team hat gesagt, okay, wir möchten zukünftig, möchten wir nachhaltiger werden. Auch nachhaltiger im ganzen Thema Engineering und wie wir diesen Sportwagen auch entsprechend aufsetzen, designen und bauen. Und man hat sich dann entschieden bei der EPFL in diesem Student Racing Car Team, dass man ein Team gründet, ein Nachhaltigkeitsteam und wir haben als Sponsor das Team mit entsprechender Technologie ausgestattet. Und dort möchten wir einem konkreten Showcase zeigen, wie das aussieht und wie das funktioniert. Das ganze Thema nennt sich Lifecycle Assessment Management. Und für uns ist das, es ist wirklich ein Paradigma-Shift. Also früher hatte man diese Möglichkeit gar nicht, es stand den Ingenieuren gar nicht zur Verfügung. Heute können wir diese Funktionalität und diese Datenintelligenz den Ingenieuren zur Verfügung stellen. Und darum würde ich vielleicht Jayden konkret bitten, dass Sie auf der stage kommen. Und vielleicht können Sie wirklich ein bisschen auf das Lifecycle Assessment Management in dem Kontext of building your Formula 1 Student Racing Car. Danke, Christian. Ihr seid willkommen. So my name is Alexa. I'm the Head of Sustainability at the EPFL Racing Team. So as Christian said, we're using DASO's software to perform the Lifecycle Assessment of our car. So we're a student association at the EPFL. We have around 80 students that each year design a new car and manufacture it by themselves. It's an electric and autonomous car. Our team is the first team in the world of Formula Student, which is the competition we participate in, to have an entire division which is dedicated to the subject of sustainability. The four key values of our association are training, training new students, engineers, innovation, performance, and the new fourth element, which is sustainability. So our work has mainly been going around the performing LCA's. And to do so, we've been using the platform of DASO System, which allowed us to track the impact of our car. We're also doing some other things which involve the results of the LCA to implement an eco-design based on these results. We're also trying to promote awareness regarding sustainability, both inside the team, but also in the world of Formula Student, which is kind of, just to give you an idea, something like Formula One, but just for student engineers. For now, there is no real competition regarding sustainability at those competitions, but we're trying to promote it. And we also did a LCA report based on the results that you obtained, and this report was reviewed by Qantas recently. So now, just try to show a quick video, if it works, which will show how we use the platform. Eco-design is a mindset. No matter the business you're working in, sustainability should always be considered. That's why we have decided to trade this sustainability division. The main goal is to be the best into the Formula Student competition, but also we want to be more sustainable. We want something very concrete. And LCA is something concrete. When we did it manually, we mainly focused on carbon footprint, which is a big mistake because sustainability is not only about CO2 emission. and when we accessed the software, we actually understood that we had many impacts on the planet on more than 15 different metrics. I have already knowledge on environmental science and sustainability, but LCA really taught me how to understand the life cycle of a product. One specific example about the LCA was the one from the seat. If we look at the five phases of the LCA, the raw material is the more impactful one. We compare it to the carbon fiber and the wool fiber, which is 75% less polluting, but it is not ideal because the wool fiber is heavier than the carbon fiber, and the racing car must be lighter to grow faster. The big benefits from the software is to actually reduce this gap of uncertainty. It makes our life easier because we know how to collaborate with all the divisions. So basically the technical division will modelize the car, and then we can access it in order to assess the impact of the car. Sustainability is now in the DNA of the entire team. We want to learn how to reduce our environmental impact by using new design, finding new way of production, use new materials that are still performant, but also sustainable. So that would be it. Thank you. In case you have any questions, would like to contact us or maybe to support us, you can scan the QR code that is on top of this picture. And we're also with the car at our boot here, and we'll also be there tomorrow. So in case somebody wants to pass by and see the car, ask some questions, we would like to talk with you. Thank you. Thank you very much. I also want to thank you for the failure of the presentation. I hope the important points are coming out. I believe that sustainable engineering is today possible with the right technological support. Look over. We have a great impact if we do it right. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke. Also, vielen, vielen herzlichen Dank, lieber Christian, lieber Alexa. Racing klingt immer spannend. Und ich habe ja angetönt, wir unterhalten uns über ICT, Sustainability in Action, und wir fahren nahtlos fort in diesem Thema. The next speaker, again in English, will be Fabian Künzler. He works for a very exciting company, at least in my case. He's Business Development Manager at Ruach AG. Please welcome him on stage, and we are looking forward to your presentation. So, good afternoon, everyone. I'm Fabian Künzler, and today I'm going to talk to you about Guardian, which is a novel secure mobile platform that can, and how we can benefit technology, how can it benefit enterprises on several levels today. So, it's been developed by Ruach, so very short resume. Ruach is a Department of Defense government company, and within Ruach AG, we have what we call a Ruach Innovation Organisation, which aims to develop new technologies for Switzerland's tomorrow challenges in many different thematics, from energy to communication, to intelligence and security, some others. So, today, yeah. All right, so, what we provide here, is we want to really address a secure mobile problem. So, I always start with the same question, is how important is to you the security and privacy of your smartphones? So, the answer can vary, varies on if it is your personal or professional work, how do you see your privacy and security in different environments, what's your responsibilities, depending on your job. So, it can vary different, but we can agree on one point, that security issues on the rise, a lot of breaches, cyber security, surface attacks, and we should care about it, because the impact can be sometimes very harmful in the data breach and collection for companies, enterprises, and also government agencies. So, this is where we come in with Guardian, which is a complete and pro-privacy secure mobile platform, which can evolve with the market. So, imagine a smartphone that goes beyond the standard functionality of communication to give you really a digital fortress that you control and monitor all the time. Imagine a smartphone that actually you don't care about it, because if you lost it, no problem. If you think you mess up with it, no problem. It is safe, it is secure. So, you don't have to think about the security and privacy when you hold this Guardian. Of course, the foundation of it is its operating system. So, as you can all see from the mock-ups, yes, it's a hardware Samsung S23 Ultra, which we made a partnership. And from there, we removed all of the packages that are data collection, that makes tracking, analytics, localization. So, we removed all Google packages and services, bloatwares, third parties, and so on, to give, actually, in the end, an empty shell ultra-secure. But you're left with an empty phone, in the end, and a beautiful hardware. So, there, we built our own OS security, in-house, RUAG, and obviously, to make it a fully functional platform, we developed also an app store with different applications for professional data use. The idea here is not to replace private phones with our favorite social media apps, but to give an equivalent. For example, we, most of us, use every day, maybe Google Maps, WhatsApp. So, we made, also, applications with an equivalent to this, so you can have daily use for your professional work, as well. Obviously, it's an evolutive platform, so we can integrate, we can do a lot of customization on it, but it's still in a very verifiable and controlled environment that we give you, because everything is open source here. So, we give you this open sourceness to your enterprise. Sovereign, confidential. Sovereign is a word that we hear a lot at RUAG, and in the government, but we want to go a bit beyond to really not only protect governments, agencies, or military, but also the enterprises, because I think this is something we like in Switzerland, and the challenges are getting bigger and bigger. So, this is what this product is also targeting at strategic sectors, such as private companies, as well. And, of course, as a platform evolutive, this is something that we can also give a dedicated IT hardware, with a dedicated software, and support there, so everything can be integrated, and evolutive, with the companies, and also the needs of the customers, in the end. Obviously, we know that, for some of these apps, it's my case as well, I'd like sometimes to serve on Instagram. I never use TikTok, but maybe some of us are very used to that, and we also think that sometimes it's good to have this free way to also use these apps while having this phone. So, obviously, since we remove every packages, there's no way we can have anything related to Google services, or use that kind of services. So, we made a counterpart when you can have access to a remote off-the-shelf Android that give you access to the social media apps. And, of course, if you do any bad stuff on this remote Android, you download some bad viruses from I don't know where, then you can just flush it, and restart from zero. But, it's completely separated from the OS inside, directly. One big main feature is maybe some of you already heard about Scion. Scion is an ETH, 15 years old, developed new internet architecture. So, the main, it's very technical, very complex, very fast, and I'm not a techie, but it gives you really a pass isolation and domain. So, basically, you can control every packet that you have, where it goes, from which antenna. So, let's say that you and I are both on the same Scion network. I can tell the Scion network that our data exchange only stays within Basel or in Switzerland. As you know, when you call or when you send mails or anything, it goes all over the world, it goes to China, it goes to America, it goes back here. This is how internet was made and we can do nothing about it. But, this is another generation network and also now used by the Swiss banking system. It's using Scion and we are ready with a mobile Scion driver that will also push beyond the capabilities of having already end-to-end encryption but also have internet secure browsing with Scion. Another aspect that is very interesting is that we also find for enterprises that there is sometimes a lack of performance, usability and until now we, most of the secure smartphone or secure ultra smartphones were like bricks. So, basically, it's usually big, hardened with a big case usually from directly from military so not from a startup or anything and you can do nothing without it. It's so secure that it's so limited. So, this is where also Samsung came in with our partnership and having a hardware that we can rely on and that is sexy and appealing as well and that's why we also choose to go with our own operating system on the S23 Ultra to give you the full usability and performance and ability that this hardware can offer. So, you don't lose more maybe on the private side if you are a business traveler you go around so you still want that nice wow effect with the phone knowing that it has all these security features inside. We also can do what we call hardware management meaning that we can go even beyond in terms of the sensors so we also have technologies that can cut the sensors not on the software level so there's many apps that you may know say I'm at the airport I don't want any middleman to catch my information or a wifi network of course everybody knows don't connect to the airport wifi network in foreign countries but this is something you can also use to cut on the physical level every sensor so microphone camera NFC tag I forget there's like nine of them so basically we give you the technology to do that and being full ghost like fully in the end a little bit of a proactive also sustainable way this is also a choice to pursue what Samsung does also with their phones and I think we can go even further with Guardian because we want also to give the customers a first fleet of mobile phones either for private market governments military which will be renewed three, four years and up to six years so it's another way for us to not just in terms also from money from electrical waste to not change the phones every year to have the latest ones because this is not the means to and such hardware nowadays keep their powerfulness quite a long time so this is another aspect that was also important for us to give this extended support of the software since yes in the end it's a secure smartphone and that's what most people will take back after a presentation where just more is just a platform that enables and we can just extend this platform to many different hardwares perfect thank you great thank you Fabian has been a great presentation and all the best thank you ICT Sustainability in Action weiter geht's es hört noch nicht so schnell auf es gibt noch viel zu erzählen über dieses Thema ich möchte ganz herzlich begrüßen von der IBM Schweiz IBM Switzerland den Sustainability Leader Pius Kuntz bitte heißen Sie ihn mit einem schönen Applaus herzlich willkommen auf der Bühne in Basel nachhaltigkeit beginnt da wo die anderen schon längst aufgehört haben schauen Sie sich mal um im Raum Sie sind noch da herzliche Gratulation das ist genau das die Nachhaltigkeit heißt die extra mile zu gehen und wie immer wer die extra mile geht am Schluss profitiert was ich Ihnen zeigen möchte für die Sustainability bezüglich Daten ob es nur eine Börden ist ob es nur eine Schwierigkeit ist die sehr viel Aufwand macht oder ob es auch Chancen gibt während den nächsten 15 Minuten interessanterweise wenn Sie jetzt auf den rechten Teil vom Slide schauen da gibt es ein grünes Blatt Nachhaltigkeit und rechts blau das ist Dollarzeichen das heißt wir sind im Zwiespalt als Firma habe ich meine Shareholders die Shareholders sagen ich will Dividende ich will dass der Share steigt es muss profitabel sein muss nach vorne gehen ich habe keine Zeit für Nachhaltigkeit und Programme das ist die eine Seite die andere Seite die sagt mit den Stakeholders eigentlich bin ich nicht so interessiert wenn die Firma auf Teufel komm raus alles raus lässt was eigentlich nicht rausgehen müsste also es ist ein Zwiespalt und selbstverständlich haben beide Recht wir wollen Sie eine Firma führen die kein Geld verdient und das andere ist wenn eine Firma sich dann in diesem Sustainability Umfeld etwas stark außerhalb vom normalen negativ bewegt dann gibt es Konsequenzen es gibt immer wieder es gibt immer wieder gewisse Organisationen die genau auf diese Firmen die ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben das ist dann wieder eine Herausforderung weil schlechte Presse heißt schlechter Aktienkurs also das Spiel hat sich geändert wir sind nicht mehr in diesem Spiel was heißt Aktien Profit drauf es sind Kräfte da die sagen Moment nicht um jeden Preis Regulatorien kennen Sie wahrscheinlich alles in und auswendig schauen Sie sich das mal an es ist ein kleiner Auszug es ist ein kleiner Auszug und das ist der erste Beginn und die verschiedenen Frameworks die gekommen sind sind über die Zeit gewachsen es gibt einige die sind schon früh da und andere die kommen jetzt solche die bleiben solche die gehen jetzt ich beginne mal unten die verschiedenen Länder haben erfasst und für Sie ist ganz klar da gibt es ein paar Schwierigkeiten für Nachhaltigkeit müssen wir uns per Gesetz etwas einfallen lassen dann sehen Sie die Market Regulierung das ist das zweite von unten mit diesem Siebein Cross Border Adjustment also das heißt wenn ich aus einer Region dann irgendwas einkaufe was einen sehr schlechten Footprint hat bezahle ich zusätzlich Steuern oder Penalty wenn wir eins weiter hochgehen Corporate Reporting Standards Greenhouse Gas Protokoll das habe ich rausgenommen das kennen Sie vermutlich deshalb habe ich es mal rausgenommen ich gehe ganz kurz darauf ein nachher und dann sind die internationalen Frameworks also diese unabhängigen und diese unabhängigen Organisationen geben der großen Firma überhaupt die Möglichkeit sich in diesem ganzen Zoo zu navigieren was für Daten relevante Daten wie aber Stand jetzt bis jetzt hier ist alles Aufwand und dann gibt es das weltweite Konsortium ob das Pariser Gräben sind oder weitere die machen sich Gedanken und geben dann das nach unten weiter das heißt also Nachhaltigkeit Daten wenn ich die Daten nicht habe großes Fragezeichen Schwierigkeit gerade in Schwierigkeiten das heißt es ist Behörden und ist Schwierigkeit jetzt gibt es aber Firmen die die Daten haben die diese Frameworks nutzen und zwar nutzen zu ihrem Vorteil die gehen in den Markt und sagen schau mal wie nachhaltig ich bin ich kann das beweisen ich kann zum Beispiel Einkauf beim Einkauf sind wir oft mit Kunden tätig da gibt es fünf Produkte die sind ähnlich zum Einkauf wenn Sie den Footprint anschauen vom teuersten bis zum günstigsten oder billigsten ist es überhaupt nicht so dass der billigste den schlechtesten Footprint hat es kann durchaus sein dass der zweitgünstigste mit Abstand am grünsten produziert und das gilt es das gilt es herauszufinden und das ist eine riesen Chance weil ich einfach viel weniger Kosten habe und die unmittel weniger beeinflussen jetzt das Greenhouse Gas Protokoll haben Sie sicher schon gehört all die Gase da geht nicht nur um CO2 da mit die Stickoxid und dann die Chloride und weitere es gibt da diese drei Scope landläufig würde man sagen Scope 1 von der Wertigkeit von 100% eher im kleinen Bereich Scope 2 dann eher etwas mehr aber wo wo die großen die großen bezüglich Nachhaltigkeit Emissionen anfallen ist vor allem Upstream Activities also alles was in die Firma reinkommt und Downstream Aktivität Transport und alles wie das wieder weg geht das sind wenn wir jetzt rechts und links nehmen sind wir im Bereich 50 plus Prozent das stimmt aber nicht zum Beispiel für die Zementindustrie die Zementindustrie als großer Outlier hat zum Beispiel Scope 1 von einer bestimmten Firma wenn wir das anschauen die Daten anschauen sind wir fast bei 60% Scope 2 sind dann noch 2, 4% 4 das heißt was für Energie von extern nehme ich dazu meine Produktion zu fahren und Scope 3 dann die Verteilung jetzt Emissionen ja jetzt könnte man hingehen und sagen ja wieso Emissionen ich könnte ja mir überlegen bevor ich produziere etwas zu produzieren das viel weniger Emissionen macht also zum Beispiel wenn Sie jetzt schauen ein Produktdesigner das Material dann die Arbeit und der Overhead wenn vorne ganz vorne das Produkt sehr schlank und gut gebaut wird habe ich nach hinten alle alle weiteren die folgen alle haben nur Vorteile ich gebe Ihnen ein Beispiel Gebäudebau wir hatten heute haben heute über Gebäudebau gehört wenn Sie Gebäude bauen große Gebäude bauen nicht ganz einfach sehr komplex jetzt gibt es inzwischen Möglichkeiten über Nacht herauszufinden was oder auch während dem Tag was in den Gebäuden nicht so gut gelaufen ist da gibt es Roboter die gehen durch das Gebäude haben Kameras drauf messen alles aus und schauen alles an und sehen dann am Abend oh da ist eine Wand falsch gebaut da ist keine Isolation drin die Stufen sind 14 statt 15 eingebaut weil es einfach gerade so gekommen ist wenn Sie das einem Mensch überlassen Ende vom Tage nach 10-12 Stunden unterwegs sagt er irgendeinmal ja Tick in der Box ist gut stimmt alles und geht nach Hause jetzt müssen Sie sich mal vorstellen wenn ein Gebäude wirklich nach Standard gebaut wird qualitativ hochwertig gebaut wird ich muss nichts rausreißen ich muss nichts reparieren durch die ganzen Erschütterungen habe ich keine weiteren Fehler da beginnt da beginnt eigentlich die Geschichte mit den Emissionen und dem Aufwand oder als anderes Beispiel Schränke die gehen auf und zu eine Firma hat für Schränke Schlösser produziert das Schloss das Teil das Gegenstück Schraube Unterlagsscheibe und eine Dämpfung dann haben Sie die Mitarbeiter geschult drei Minuten zwei Minuten die besten eine Minute 30 dann einer von den Ingenieuren hat gesagt ja wieso brauchen wir eigentlich fünf Teile dann haben Sie zwei Teile produziert eines das hält das andere das da reinkommt und hinten ein Clip dran und fertig war es das ging genau zwei Sekunden zum Montieren von der Zulieferkette her statt fünf Teile sind noch zwei und meine Aussage hier anstelle messen Daten haben noch einen Schritt zurück gehen und überlegen will ich das so soll ich das so machen oder gibt es einen smarteren Weg nun die Sustainability Data Regulation wir haben jetzt kurz uns unterhalten mit diesem Scope 1 2 3 wir haben uns Greenhouse Gas Protokoll kurz unterhalten mit den Gasen aber das ist es ja bei weitem nicht wenn wir mal durchgehen also diese Utility Data die geliefert werden plus minus qualitativ gut alles andere haben wir schon gesehen aber Social Indicator wir haben festgestellt die letzten zehn Jahre 15 Jahre dass eine Generation heranwächst die nicht 120 oder 140 Prozent Arbeitszeit aufändern möchte die haben eine andere Philosophie und wenn Sie jetzt schauen in diesem Ausschnitt gibt es ungefähr Arbeitskraft im Bereich von 17 18 Prozent von der totalen Arbeitskraft also junge Leute die in den Markt zu den Geschäften kommen das Interessante was wir sehen das seht ihr auch die schauen sich die Berichte an die Nachhaltigkeitsberichte und sagen ich gehe sicher nicht in eine Firma arbeiten die nicht sauber produziert dann haben sie schon mal die Hälfte weg und von dieser Hälfte die da überhaupt noch kommt die hat noch weitere Bedingungen und je mehr sie da die Social Faktoren und Indikatoren aufarbeiten können desto bessere Ausgangslage haben sie für junge talentierte Mitarbeiter zu kriegen und spannend daran ist ja bei diesem Social Indicators das sind eben Daten sammeln man kann erschrocken sein wenn man die Daten die eigenen sieht man kann denken ja eigentlich besser wie erwartet wichtig ist einfach dass wir die Daten haben ja es ist ein Behörden hundertprozentig aber was rauskommt ich kriege Leute die 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 committed sind die mitmachen wollen neue Leute junge Leute ins Geschäft rein was so oder so ein Riesenvorteil ist dann jetzt bei unserer Firma hatten wir das große Problem vielleicht dass sie ungefähr eine größere Ordnung haben 40 50 Millionen Square Feeds weltweit an Gebäude Fläche 1000 Lokationen pro Lokation verschiedene Gebäude und für jede Lokation und jedes Gebäude noch ein anderer Provider der noch gemessen hat alles in den Stand gestellt hat nicht mehr managebar Emissionen messen nicht mehr managebar neue Renewable Energies aufzubauen und da den Überblick zu behalten nicht mehr messbar nicht managebar dann haben wir uns umgesehen das war in 2017 und dann aus Australien die Firma hieß damals Envisi heute heißt es IBM Envisi und die hat 2004 begonnen in Australien jetzt fragen sie wieso Australien und wieso kauft man da ein sie erinnern sich vielleicht an das Ozonloch mit diesen Gasen die dann ein richtiges Loch hat es ja nie gegeben aber die Decke wurde einfach etwas dünner und die haben sich das Government hat gesagt wir brauchen Lösungen und die Envisi das Team hat gesagt ja wir machen das und haben das zur Verfügung gestellt sehr erfolgreich übrigens und sind sehr lange im Markt jetzt haben wir das vor zwei Jahren plus dann haben wir uns entschieden das einzukaufen und arbeiten jetzt mit dem und vertreiben das auch im Markt wir brauchen das selber auch ich erspare euch die Details über diese IBM Envisi ESG Suite weil draußen Pechle Platinum Partner da ist ein Stand da können sie das Real Life sehen und der Lukas ist draußen und wartet wenn jemand noch Interesse und Lust hat da mal rein zu sehen dann was auch noch interessant ist die Datentypen selber 500 plus Datentypen wie wollen sie jetzt mit diesen Daten die daherkommen umgehen wenn sie gar nicht wissen wie sie die ins System ziehen können und ich glaube das sind so Herausforderungen wenn sie das aber können dann wissen sie ganz genau in welchem Gebäude in welcher Lokation in welcher Geografie sie viel mehr Strom brauchen absolut ungünstig produziert wird das finden sie raus sie haben Führungsdaten und das gibt ihnen einen großen Vorteil für den Preis am Produkt dann diese Suite wird draußen gezeigt gehe ich nicht drauf ein ich zeige Ihnen ganz kurz noch wie das aussehen könnte Scope 1 und 2 für das Reporting und Accounting dass ich eine Basis habe ohne Basis kann ich ja gar nicht entscheiden und dann für Scope 3 das gleiche Scope 3 ist ja wichtig dass ich auch sehe in welcher Zeitperiode habe ich wie viel gebraucht und wieso und wenn ich die Daten habe das automatisiert habe gibt mir das eine gute Möglichkeit jetzt aber nur Daten sammeln und Spezialist auf Daten sammeln sein gegen einmal muss auch noch gearbeitet werden müssen Programme ausgearbeitet werden und die auch verfolgt werden also das heißt es geht um Tracking dass ich überhaupt weiß wie und dass ich dann auch einen Überblick habe wo stehe ich im Gesamten als Firma Stakeholder Shareholder Stakeholder sagt muss grün sein sonst haben wir ganz andere Sorgen der Shareholder begreift langsam dass es so nicht weiter geht und dass das Profit alleine nicht nur genügt so was ich Ihnen zeigen wollte ist die Nachhaltigkeit gibt viele Möglichkeiten wenn Sie smart sind können Sie Ihre Produkte Ihre Operation Ihre Prozesse überdenken durch die Daten die Sie haben Aufwand ist da keine Diskussion aber auch für für Innovationen riesen Vorteil weil genau beim Schrank oder bei dem Gebäude genau da passieren Innovationen plötzlich denkt man wieso machen wir das 30 Jahre so wäre eigentlich nicht nötig so wenn Sie wenn Sie das sehen möchten Bechtl ist draußen Platinum Partner von uns und würde Ihnen das sehr gerne zeigen den Bus vorne ganz am Eingang die machen einen super Job ich bedanke mich sehr herzlich dass Sie da geblieben sind und gratuliere Ihnen bravo so vielen vielen herzlichen Dank was mir besonders imponiert ist diese Biene jetzt brauche ich den Drücker noch ich renne jetzt da noch ein bisschen nach hinten super herzlichen Dank diese Biene die fasziniert mich ganz besonders also das war mehrfach angekündigt ICT Sustainability in Action wir gehen zum nächsten Thema das bereits schon hier oben auf der Wand steht und zwar wechseln wir das Thema radikal der nächste Block hat den Titel Zukunftsmobilität nachhaltige Fortbewegung Verkehrsberuhigung und die Renaissance des Fahrradfahrens wenn ich mir den nächsten Speaker so ansehe oder anhöre traue ich mich fast nicht ihn anzusagen weil es steht hier die Renaissance des Fahrradfahrens und daher glaube ich Herr Wittwer darf ich Sie bitten auf die Bühne zu kommen der Jürg Wittwer einer der Herren von dem die Firma die er vertritt jeder von uns kennt er ist Generaldirektor des TCS des Touring Club Schweiz und ich bin gespannt wie verrückt was Sie uns zur Renaissance des Fahrradfahrens erzählen werden Vielen Dank TCS übrigens von Velofahren gegründet und ich werde nicht von der Renaissance des Fahrradfahrens sprechen aber von ähnlichen Dingen Neuerfindung der Mobilität aber ganz kurz noch zum TCS 2 Fohlen wir sind 1,6 Millionen Mitglieder jedes Jahr kommen rund 20.000 dazu und wir sind die grösste Notfallorganisation der Schweiz alle 70 Sekunden helfen wir irgendjemandem und das zeige ich wir sind nicht ein Automobilclub wir sind ein Mobilitätsclub gut aber schauen wir uns mal an was vor 124 Jahren der deutsche Kaiser Wilhelm II gesagt hat ich glaube an das Pferd das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung und so sah es 1900 aus in New York im Wesentlichen Kutschen 13 Jahre später im Wesentlichen nur Autos 13 Jahre rückblickend tönt nach wenig das ist aber in etwa die Jahre die bleiben bis zum Verbot des Verbrennerverkaufs in Europa so sehen die heutigen Verkehrsträger aus wenn man das nach Personenkilometern anschaut ist das Verhältnis etwas anders aber jetzt hier für diesen Vortrag und diese Erläuterung gehen wir mal davon aus stellen wir sie alle gleich dar die Grösse der Kugel spielt nicht so eine Rolle und ich bin der Meinung dass wir am Anfang einer Revolution in der Mobilität stehen die oftmals unterschätzt wird zwei Technologien treiben die daraus folgen sechs Megatrends und ein Trend der meines Erachtens nicht eintreten wird erste Technologie ist die Batterie das ist die Entwicklung der Energiedichte der aktuellen Lithium-Ionen-Batterie mit der Projektion bis 2028 das sind die Batterien die heute verbaut werden das ist der Stand der aktuellen Forschung das sind die angekündigten Solid-State-Batterien mit anderen Worten die Autonomie ist kein Problem mehr allenfalls ein Produktionsproblem aber kein Forschungsproblem mehr noch wichtiger ist diese Kurve hier das ist der Preis für eine Kilowattstunde in US-Dollar Batterie und das werden wir sehen hat einen massiven Einfluss auf unsere Mobilität zweite Technologie die uns treibt ist die künstliche Intelligenz man muss nicht genau lesen was hier steht aber unten sehen wir die Zeitachse von Jahr 2000 bis Jahr 2030 und diese Kurven das sind Technologien die der Computer die künstliche Intelligenz sich aneignet und wenn die Linie dort überschritten wird dann ist der Computer fähiger als der Mensch und wir stellen fest in verschiedenen Technologien zum Beispiel Handschrifterkennung ist heute der Computer weiter und alles ist in den letzten 10-15 Jahren passiert das ist die Revolution Deep Learning die uns eben auch ChatGPT gebracht hat das hat Konsequenzen aufs Fahren das ist die Waymo Disengagement Rate wie lange fährt ein Auto ohne dass ein Mensch intervenieren muss das waren vor 10 Jahren 13 Jahren waren das 1500 Kilometer inzwischen sind wir bei über 30.000 Kilometer und die Zahlen der Versicherer sagen diese Autos die fahren besser Autos als der Mensch das ist die zweite Technologie nun komme ich zum ersten Megatrend der staunt uns nicht vielleicht unterschätzen wir die Konsequenz aber das ist die Elektrifizierung des Autos Treiber ist die Batterie das ist der Anteil an Steckerautos in der Schweiz immer noch am Steigen ja es hat ein bisschen nachgelassen aber die Kurve steigt nach wie vor wichtig sind diese beiden Kurven hier das ist der Preis von neuen Verbrennerautos in China und das ist der Preis von Neuwagen mit Elektromotor in China das heißt in China ist ein Elektroauto schon deutlich günstiger als der Verbrenner und so sehen diese Autos aus können schnell durchsappen was erstaunlich ist das ist deren Preis wir sprechen in Europa von 20.000 Euro die Schallgrenze die man nach unten durchbrechen will das sind die Preise für diese Autos übrigens der rote hier ist kein Chinese sondern das ist der Nissan Sakura in Japan meistverkauftes Elektroauto vor dem Tesla was ist die Konsequenz von dem wenn das Auto günstiger und ökologischer wird dann wird die Benutzung steigen es gibt nachher auch noch Nachrichten zum ÖV gehen das Schritt für Schritt durch aber erste Konsequenz wird sein dass das Auto populärer wird zweiter Megatrend das ist die Neuerfindung des Autos und hierfür müssen wir den Tesla vergessen Tesla der Elon Musk der wollte ein Auto bauen das mit Elektromotor das sich fährt wie ein Auto mit Verbrenner aber eigentlich kann man mit Elektromotoren ganz andere Gefährte konstruieren zum Beispiel der Aptera vorher der Renault der Nimbus von General Motors oder der Trigo schmal in der Stadt breit auf der Autobahn dasselbe wie ein City Transformer der Mikrolino der steht auch irgendwo hier der Jojo der wird gedruckt zu 90% und auch die traditionellen Hersteller kommen da rein und dann haben wir den Ami und der ist für die Zukunft der urbanen Mobilität viel wichtiger als alle anderen der kostet nämlich 4000 Euro plus 20 Euro im Leasing pro Monat der Chef von Ford hat gesagt sie werden sich auf Kleinauto konzentrieren das wird ein Branchentrend und der Durchbruch wird kommen wenn diese kleinen Fahrzeuge zum Plus Auto werden das heißt ich habe ein E-Bike und ein Velo und für den Winter habe ich ein kleines Nano Auto ich habe ein Familienauto zum Pendeln habe ich ein Nano Auto und das wird kommen wenn diese Autos für 5000 Franken 6000 Franken käuflich erschwinglich sind was bedeutet das es gibt eine weitere Kategorie und das ist das Nano E-Auto super ökologisch super günstig dritter Megatrend tragbare elektrische Mobilität auch hier Treiber Batterietechnologie hier das ist ein Einrad leider in der Schweiz verboten aber stellt doch einfach vor wer hätte vor 20 oder 30 Jahren gedacht dass ich ein motorisiertes Gefährt habe mit dem ich 50 Stunden Kilometer während 80 Kilometer fahren kann wichtiger aber ist das Trottinett seit 2019 werden in Frankreich mehr Elektro Trottinette verkauft als Velos es geht hier nur um Trottinette im Privatbesitz das ist tragbare Mobilität die sich integriert mit ÖV und es ist die umweltfreundlichste motorisierte Mobilität überhaupt sie ist umweltfreundlicher als der ÖV das heisst wir werden in Städten die Mikro Elektromobilität sehen super ökologisch super günstig und vor allem tragbar dritter Megatrend vertikale urbane Mobilität es forschen weltweit 300 Unternehmen an Lufttaxis dazu gehört zum Beispiel Mercedes dazu gehört Toyota dazu gehört Stellantis das heisst Fiat Chrysler Peugeot dazu gehört Hyundai dazu gehört VW dazu gehört Airbus das heisst das wird kommen Lufttaxis erster Betrieb in China ist einer schon zugelassen erster Betrieb wird in China sein Fünfter Megatrend Siegeszug der Small ÖV oder Mini ÖV da ist der Treiber die künstliche Intelligenz das ist das Versprechen Autos die selber fahren selbstfahrende Autos das ist die Technologie die immer 20 Jahre entfernt ist aber und bis das Auto sowas handelt das ist die Etual in Paris wird es auch noch eine Weile gehen aber was kommen wird sehr bald das sind autonome Kleinbusse autonome Taxi und das wird der Anfang vom Totalumbau des ÖVs sein warum Strasse 80.000 Kilometer in der Schweiz Schiene rund 5.000 Strasse macht Door-to-Door heute 100% des Langsamverkehrs auf der Strasse 100% des Mief 30% des ÖV 80% des Güter-Binnenmarkts aber vor allem autonome Fahrzeuge machen für den ÖV nur Sinn wenn sie klein sind ein autonomes Tram auf der Bahnhofstraße in Zürich dann kann man einfach die Frequenz erhöhen aber ist schon heute bei drei Minuten Ziel ist dass man den ÖV verästelt auf Abruf macht das wird die Revolution des ÖVs sein und dann wird zum ersten Mal der Modalsplit in die Richtung gehen auf die man hofft nämlich Small ÖV wird eine effektive Konkurrenz zum Mief werden 6. Megatrend die autonome Mobilität die kommt irgendwann dann gibt es diese Fahrzeuge und dann gibt es im Wesentlichen keinen Unterschied mehr zwischen Mief und öffentlichem Verkehr man bestellt sein autonomes Gefährt wie man heute vielleicht ein Uber bestellt nun zum Trend der nicht eintreten wird und das ist die Shared Mobility ich weiß Mobility ist draußen erfolgreichstes Sharing Modell von Europa Anteil an Personenkilometer nach 25 Jahren zu gering um erhoben zu werden als Schweizer sind wir nicht mal fähig Rasenmäher zu teilen ökologisch ökonomisch wäre es sinnvoll unsere Toilette zu teilen die ist auch mehrheitlich pro Tag unbenutzt es gibt eine eiserne Regel und das sehen wir hier wir sind der grösste Vermieter von Cargo Velo wir haben nicht ein Kunde von 30.000 der das Cargo Velo jeden Tag bucht gibt es nicht das heißt die Shared Mobility die funktioniert nur in Ausnahmefällen in der Regel das ist ein Eisengesetz unserer Gesellschaft was ich täglich brauche das soll mir gehören wenn ich es mir leisten kann also die Shared Mobility wird noch wachsen die hat Wachstumspotenzial aber gemessen an den Personenkilometer sehe ich kein Modell das auch nur annähernd eine statistische Relevanz in der gesamten Mobilität haben wird was bedeutet diese Vielfalt für die Mobilität in der Schweiz das ist irgendwo in Zürich wir haben viele Verkehrsträger und die Konsequenz ist einfach wir müssen lernen miteinander und nicht gegeneinander zu arbeiten zwischen den vielen Verkehrsträgern die noch kommen werden vielen Dank vielen herzlichen Dank Herr Witwer spannende Gedanken spannende Ideen wie sich das für uns weiterentwickeln wird das sind ja Ideen die auf Zahlen und Daten basieren und ich bin dann gespannt wie das mit meinem Rasenmäher weitergehen wird also vielen herzlichen Dank für Ihre Ausführungen kommen wir zum nächsten Thema Firmenmobilität da freut es mich ganz besonders eine Dame in diesem Referentenkreis zu begrüßen die Judith Heberley sie ist Founder von Urban Connect und wir sind sehr gespannt was sie an diesem bereits fortgeschrittenen Mittwochabend uns in den nächsten zwölfeinhalb Minuten oder so zu erzählen hat herzlichen Dank dass du da bist danke dir schön dass ich da sein darf und schön dass ihr alle gekommen seid obwohl ihr wahrscheinlich unterdessen ein bisschen müde seid heute möchte ich mit euch ein bisschen über die Firmenmobilität reden und vor allem darüber wie sich da momentan ein recht starker Wandel vollzieht wie ihr jetzt schon gehört habt gibt es in der Mobilität schon länger einen Wandel ich spreche trotzdem ganz kurz darüber weil ich das Gefühl habe bei den Ständen und so ich sehe noch nicht so viele Mobilitätsthemen daher gehe ich davon aus dass ihr vielleicht nicht alle ein CRS gemacht habt rund ums Thema Mobilität und ich sage euch ganz kurz wie wir generell in Bezug auf Mobilität in den letzten paar Jahren einen recht starken Wandel gehabt haben und warum und dann gehe ich ein bisschen mehr darauf an wie wir als Urban Connect Firmen helfen in der Firmenmobilität zu einer nachhaltigen und kostengünstigen und freudvollen Mobilität sich bewegen zu können genau also die aktuellen generellen Herausforderungen in der Mobilität das ist das große Thema unserer Generation der Klimawandel die Autos verursachen sehr sehr viele Emissionen weltweit in der Schweiz sind es 39% der Gesamtemissionen kommen vom Verkehr der Transportsektor ist auch der einzige Sektor in der Welt der seit 1992 nichts zu der Reduktion von den Emissionen beigetragen hat da haben wir aber wir haben sogar draußen einen Stand von Tesla ich glaube durch Tesla angepusht haben wir da eigentlich mit der Elektrifizierung eine Lösung also meiner Meinung nach ich weiß im Moment kursieren viele Artikel dass da der Verbrenner wieder am Kommen ist aber ich glaube die Zeit des Verbrennens ist vorbei die Elektrifizierung ist so weit fortgeschritten dass das die Technologie längerfristig sein wird aber die Elektrifizierung löst nicht das zweite große Problem in der Mobilität und das ist nämlich die Ineffizienz wie ihr seht auch ein Tesla steht sehr oft einfach nur rum also einerseits gibt es auch die Ineffizienz vom Rumstehen ein Auto in der Schweiz fährt im Durchschnitt 55 Minuten sowas in dieser 55 Minuten wo es rumfährt sitzt im Durchschnitt 1,6 Personen in einem 5 Plätze das ist alles sehr ineffizient der andere Punkt rund um ineffizient ist der Stau in der Schweiz kommen wir noch gut weg wir stehen im Durchschnitt eine Woche pro Jahr im Stau in Sao Paulo in Brasilien sind das zwei Monate pro Jahr also ich glaube das ist vielleicht auch persönlich ein greifbareres Problem als der Klimawandel weil ich jeden Tag sehe wie Leute im Stau stehen anstatt am Tennisspielen sind oder mit ihren Kindern oder mit ihrem Busy Zeit verbringen genau da glaube ich an das Sharing obwohl das noch einen sehr kleinen Marktanteil momentan ausmacht wie wir auch gerade gehört haben aber auch ich sehe es Sharing gibt es schon länger in der Schweiz mit Mobilität schon über 30 Jahren in der ganzen Welt gab es Modelle keines ist so richtig zum Fliegen gekommen und wir bei Urban Connect wir fragen uns wirklich also wir haben auch nicht die Altsex Waffe aber wir fragen uns warum teilen wir uns das überspringe ich jetzt schon warum teilen wir unser Zuhause vielleicht nicht unser WC aber eigentlich teilen wir unser Airbnb also wir Airbnb mit wildfremden Leuten unser Bett wo wir jede Nacht drin schlafen wir wissen nicht wer da reinschwitzt und wer in unserem Besteck ist aber das machen wir ich habe sogar Freunde die teilen ihren Freund mit offenen Beziehungen und Polyamorie und so weiter wir teilen also immer mehr aber mit dem Auto tun wir uns irgendwie relativ schwer und da fragen wir uns wirklich bei Urban Connect wie kann also wer muss denn der Anbieter von diesem Zugang zur Mobilität sein wenn es Richtung Zugang geht wer ist der Anbieter ist es ein Mobility oder bei Mikromobilität ein Bird oder ein Lime der den Zugang gibt ist es die SBB also ist es eigentlich irgendwo der Staat die Postauto zum Beispiel in der Schweiz auch ist es Google weil jeder ist eh jeden Tag auf Google Maps und schaut sich den Weg an und kriegt dann gerade eine Empfehlung für die Mobilitätsform und ich glaube alle diese Players spielen eine Rolle und gleichzeitig haben wir Daten angeschaut die ganz klar zeigen von Montag bis Freitag ist 50% des Verkehrs irgendwie arbeitsverbunden also entweder ist es Pendelverkehr oder der Mitarbeiter fährt zum Kunden oder ins Mittagessen und darum setzen wir beim Firmenkunden an und wir glauben dass Firmen als Zugangspunkte für geteilte nachhaltige Mobilität dienen können und jetzt komme ich zum zweiten Teil also was ist denn der Wandel momentan rund um Firmenmobilität es geht Richtung Sharing aber es gibt ganz verschiedene Komponenten wie sah früher die Firmenmobilität aus also mein Vater ist oder war es frisch professioniert er war Schulleiter Lehrer und er hat immer gesagt ja Judith das sind was du machst ist für Firmen wie Google die haben auch gratis Essen bei uns hat man ja nie was für Mobilität bekommen und ich habe ihm gesagt aber du hast einen gratis Parkplatz bekommen und das ist indirekt auch eine Subvention für dein privates Auto weil man bietet dir einen Platz der irgendwann oder zu irgendeinem Zeitpunkt sicher mal was gekostet hat an damit du mit dem privaten Auto hinfahren kannst andere Mitarbeiter von anderen Firmen haben vielleicht ein Gea bekommen vielleicht sogar ein erstes Klasse Gea das ist recht verbreitet Reckerchecks die man einkauft zu vergünstigten Konditionen dann aber nicht verlieren darf weil sonst ist der Wert weg oder wenn man in einer sehr hohen Position oder in Deutschland arbeitet hat man oft als Lohnbestandsteil halt ein Firmenauto wir glauben das ist die alte Welt weil sich einiges geändert hat und einiges daran einfach nicht mehr funktioniert warum nicht der Status quo ist aus unserer Sicht zu teuer also jedem Mitarbeiter einfach einen Firmenwagen zu geben vor allem wenn sie es noch nicht mal wollen oft ist es einfach nicht also es ist nicht kosteneffizient aber auch ein Gea zu geben wenn mehr und mehr Leute Teilzeit arbeiten oder Hybrid zum Teil zu Hause arbeiten ist sehr sehr teuer und eben auch sehr intransparent also gerade ein Gea als Arbeitgeber selbst wenn es nur subventioniert ist oder ein Streckenabo zu 70% subventionieren jeder Mitarbeiter nimmt es weil er zahlt nur noch 30% und selbst wenn es nicht komplett ausnutzt wird es nehmen der Arbeitgeber weiß aber nicht genau ob es sich tatsächlich gelohnt hat oder nicht und der dritte Punkt und auch da bin ich vielleicht emotional am meisten berührt das ist einfach unfair wenn mein Vater einen Parkplatz bekommt weil er im Nachbarsdorf von der Schule wohnt und der Lehrer der im Dorf selber wohnt den Parkplatz nicht bekommt weil er mit dem Fahrrad kommt ist das eigentlich unfair und das hören wir immer wieder von sehr großen Firmen in Deutschland und der Schweiz die sagen Mitarbeiter wollen eben zum Beispiel den Firmenwagen nicht es gibt aber keine Alternative insofern ist es eigentlich unfair weil du musst fast einen Firmenwagen nehmen und dann noch Parkplatzgebühren bezahlen die Leute die eben in ein eigenes gutes Velo zum Beispiel investieren werden nicht belohnt während dem anderen einen Parkplatz bekommen oder einen Gäher bekommen das ist alles sehr unfair und aus diesem Grund haben wir und jetzt schnell ich gehe nochmal zurück das sind die Herausforderungen in der Firma Mobilität wir sind schon seit 10 Jahren auf dem Markt haben begonnen mit geteilten E-Bikes unterdessen haben wir verschiedene Produkte und ich glaube um diese Probleme zu lösen ist unser neuestes Produkt eigentlich das spannendste oder das ist auch nicht eine Erfindung von uns das ist auf dem deutschen Markt schon recht stark etabliert aber ich finde es ein sehr spannendes Instrument als Arbeitgeber das Verhalten und die Mobilität der Mitarbeiter in eine gesunde und nachhaltige und auch kosteneffiziente Richtung zu lenken dieses Produkt ist das Mobilitätsbudget was ist ein Mobilitätsbudget ein Arbeitgeber gibt vielleicht eben heute Recker-Checks oder einfach eine Lohnkomponente die für Mobilität gedacht ist kann aber auch also wenn es die Lohnkomponente ist kann es auch ganz einfach für Pizzen am Abend oder für Zigaretten oder Alkohol ausgegeben werden das ist aber nicht im Sinne der Firma also man gibt ja den Mitarbeitern Zustupf für Mobilität dann soll es auch für Mobilität eingesetzt werden mit dem Mobilitätsbudget gibt ein Arbeitgeber einen Betrag kann auch meistens so zwischen 40 Franken bis 100 außer die die Firmenauto haben die geben dann die 1000 pro Monat die der Arbeitgeber ausgeben kann entweder auf eine geteilte Flotte die der Arbeitgeber schon zur Verfügung hat oder auch auf öffentliche Angebote wie den ÖV kann aber auch via diese Kreditkarte die da hinterlegt ist zum Beispiel bei Uber hinterlegt werden oder beim lokalen Taxi oder und das kommt jetzt zum Thema Fairness kann an den Velomechaniken im Dorf bezahlt werden damit das private Velo gepflegt wird man kann damit ein privates Velo kaufen oder leasen man kann sich aber auch ein paar Turnschuhe kaufen wenn man vielleicht am Morgen zur Arbeit rennt und dann dort duscht genau und warum ich das besonders spannend finde ist wenn ich jetzt wieder an meinen Papa denke der hat einen gratis Parkplatz bekommen wenn man ihm jetzt gesagt hat wir führen eine Parkplatzgebühr oder einen 2 Franken pro Tag dann werden die Lehrer hätten gestreikt wenn man sagt so komme ich nicht mehr arbeiten das ist unfair aber wenn man sagt ich gebe dir ein Mobilitätsbudget 40 Franken im Monat jeden Tag wo du arbeiten kommst zahlst du uns 2 Franken wenn du durchschnittlich 20 Tage im Monat abendekommst haben wir ein Nullsummenspiel also ist immer noch gleich fair aber dieses Instrument hätte mein Vater dazu bewegt sich umzuentscheiden und zu sagen okay ich kaufe mir glaube ich ein Streckenabo das ich dann auch am Wochenende brauchen kann und das ist ein Tool das ist auch warum jetzt das digitale Parking am Entwickeln sind ein Tool damit Mitarbeitende endlich mal sich überlegen was ist eigentlich der Kosten was ist eigentlich die wahre Kosten vom eigenen Fahrzeug ganz ganz kurz wir haben eben mit den Fleet Services angefangen einfach was wir anbieten ich muss als Startup immer ein bisschen Sales machen wir haben geteilte E-Bike Flotten geteilte Autoflotten und das Mobilitätsbudget und am Kommen ist auch das Parking Management alles verbunden mit einem Backend wo der Arbeitgeber die Daten einsehen kann wie wird die Flotte genutzt wie wird gependelt welche Emissionen entstehen durch diese Aktivitäten genau bei den Bikes zeige ich ein schönes Beispiel von einem Kunden das ist Beyond Gravity so sieht das aus wenn man ein schönes Velodach von Velopa nimmt Velopa hat diesen Anlass also mitfinanziert und ist ein Sponsor danke vielmals sie haben tatsächlich die schönsten Dächer und Beyond Gravity hat sich für das Allerschönste entschieden genau die Lonza ist ein Kunde von uns in Berner Oberland oder Wallister Oberland hat 160 oder 170 so ungefähr E-Bikes im Einsatz wir haben von den 4.500 Mitarbeitenden 4.100 Nutzer auf der Plattform also eine extrem hohe Adaption also Aneignung von den Nutzern ui eine Minute ich habe es jetzt gerade gesehen wir haben eine Umfrage gemacht und fast 70% sagen dass diese E-Bikes zu einer positiven Verhaltensveränderung geführt hat oder einen positiven Einfluss auf ihr Mobilitätsverhalten hatte das heißt nicht immer dass es schneller war aber für einige war es schneller für einige war es gesünder weil sie nachhaltiger auf dem Velo mehr Luft und durch den Wald gefahren sind viele haben aber auch wirklich einfach gesagt sie mögen das so zur Arbeit zu fahren weil sie es mit einer positiven Erfahrung mit dem Arbeitgeber verbinden genau das andere geteilte Angebot ist geteilte Autos wir hören ganz kurz glaube ich also hoffentlich später noch im Panel mit der Roche jetzt als Beispiel hier in Basel Roche die Lonza Stücke Park die haben geteilte Auto die sind an ihren Mitarbeitenden oder auch ihren Mietern im Stücke Park Fall zur Verfügung stellen können und auch da sehen wir sehr schön die Daten jetzt um zurückzukommen mit der sehr tiefen Auslastung bei den Privatautos wir haben bei diesem Kunde seinen Kunde in Basel ich nenne den Namen nicht haben wir eine durchschnittliche Buchungsauslastung von 61% das heißt nicht die ganze Zeit fahrt es aber die ganze Zeit verdient es in einer Form Geld weil jemand das Auto in dieser Zeit gebucht hat und dafür pro Stunde bezahlt genau wir haben mit verschiedenen Blutjip-Kleinen vor allem in der Schweiz auch in Lichtenstein und immer mehr in Deutschland haben eine größere Partnerschaft mit der SBB genau und sind relativ schnell am Wachsen danke vielmals super vielen herzlichen Dank Judith spannende Ideen kommen wir zum nächsten Thema und zwar lüftet diese Präsentation ich hoffe das zumindest für mich selber eine der Mysterien die wir heute Morgen gehört haben und zwar hat Barbara Alder vom Superblock in Basel gesprochen und da hören wir jetzt mehr davon ich darf ganz herzlich bei uns an den Sustainability Days 24 begrüßen Nicole Morellini und Katrin Heinzer sie sind beide Projektleiterinnen in der Kantons- und Stadtentwicklung im Präsidialdepartement des Kantons Basel-Stadt wenn ich das richtig sage ich heiße euch ganz herzlich willkommen wir sind gespannt auf eure Ausführungen ja wir begrüßen sie ganz herzlich zu unserer Präsentation Superblocks Superblock Tests in Basel wir präsentieren Ihnen heute was ein Superblock ist warum wir Superblocks in Basel testen wo die Superblocks geplant sind und wie wir das umsetzen möchten Superblocks sind vielfältig nutzbare begrünte und verkehrsberuhigte Quartierstraßen das Konzept stammt ursprünglich aus Barcelona in Barcelona gibt es eine Schachbrettartige städtebauliche Struktur und wie Sie sehen auf der ersten Darstellung Barcelona hat jeweils neun Wohnblocks also dreimal drei Wohnblocks zusammengefasst zu einem Superblock und die Straßen darin sind alle verkehrsberuhigt, begrünt und vielfältig nutzbar also diese Straßen wurden auch speziell umgestaltet damit sie anders genutzt werden können dann gibt es noch Varianten davon die kleiner sind den Miniblock und den Linearblock Superblocks gibt es unterdessen in zahlreichen europäischen Städten und sie heißen immer ein bisschen anders und sie schauen auch immer ein bisschen anders aus zum Beispiel eben Barcelona also rechts oben zum Beispiel ist das Bild von Barcelona aber in Berlin, das ist dann links oben heißt es Kitzblock in Wien, das ist das Bild zum Beispiel in der Mitte mit der Bodenbemalung dort heißt es Supergrätzl und in London, links unten zum Beispiel heißt es Low Traffic Neighborhood wie Sie sehen, gehen Superblocks über Begegnungszonen wie wir sie kennen hinaus Erfahrungen aus anderen Städten zeigen dass ein Superblock die Lebensqualität im betreffenden Wohnquartier verbessern kann also sich auch positiv auf das Wohnumfeld auswirkt die Reduktion des Verkehrs führt dazu dass Flächen im öffentlichen Raum frei werden die vielfältig genutzt werden können also zum Beispiel für Begegnung, Bewegung, Sport Begrünung und so weiter das stärkt Nachbarschaften und die Belebung ist auch positiv für die ansässigen Gewerbe die Begrünung und Beschattung verbessert das städtische Mikroklima Superblocks sind vom Durchgangsverkehr befreit das bedeutet eine Verkehrsberuhigung und auch eine Verkehrsreduktion und vor allem verbessert das die Verkehrssicherheit und die Verkehrssicherheit hat höchste Priorität und zudem werden weniger Lärm und Schadstoffbelastungen verursacht Ja jetzt fragen Sie sich vielleicht warum testen wir Superblocks in Basel Superblocks sind Anliegen aus der Bevölkerung und aus der Politik Wir haben verschiedene Vorstöße also Petitionen und einen Antrag aus drei verschiedenen Quartieren der Stadt Basel die einen Superblock möchten und das Anliegen wurde auch in der Politik aufgenommen es gab auch Vorstöße im Großen Rat die überwiesen wurden und die Regierung hat uns nun beauftragt zwei Superblocks zu testen einer im Matthäusquartier und einer im St. Johannquartier denn es gilt das Konzept von Barcelona auf die Gegebenheiten von hier in Basel zu übersetzen mit dem Test wollen wir schauen ob und wie sich die Bevölkerung den Raum, den zusätzlich freigewordenen Raum aneignen, ob eine Belebung stattfindet wie die Belebung stattfindet wir möchten herausfinden ob es mehr soziale Interaktionen gibt und wie sich die verkehrliche Situation auswirkt zum Beispiel auch in die umliegenden Quartiere wir wollen gemeinsam mit der Bevölkerung herausfinden wie der öffentliche Raum anders genutzt werden kann und dazu machen wir einen Superblock erlebbar mit dem Superblock Test knüpfen wir an ganz viele bestehende Strategien und Konzepte des Kantons an also es gibt ganz viele Anknüpfungspunkte und Synergien an bestehende Strategien wie zum Beispiel die Mobilitätsstrategie wo zum Beispiel aktive Mobilität gefördert wird oder auch der Flächenverbrauch des Verkehrs reduziert werden soll oder das Stadtklimakonzept wo es um mehr Begrünung geht oder auch beim Legislaturplan wo es um eine vielfältige Nutzung von Verkehrsflächen geht genau und wo haben wir jetzt diese Superblock Tests geplant das sind in zwei Quartieren das ist einerseits im Matthäus Quartier das ist in Kleinbasel andererseits im St. Johann auf der Großbasler Seite beide Quartiere zeichnen sich durch eine hohe Dichte und bereits bestehende Begegnungszonen aus Stadtklimatisch sind sie überdurchschnittlich von Hitze betroffen das macht sie natürlich prädestiniert für diese Superblock Tests wie Katrin Heinze bereits erwähnt hat erfolgen die Superblock Tests auf Basis von Anliegen von der Quartierbevölkerung aus diesen Quartieren gemeinsam mit ihnen haben wir auch die Straßen ausgesucht welche nun Teil des Perimeters des Superblock Tests bilden wichtige Kriterien für die Auswahl waren einerseits natürlich auch aus Sicherheitsaspekten dass es bereits bestehende Begegnungszonen sind dass wir keine Hauptstraßen tangieren dass wir keine Rettungswege keine Pendelrouten tangieren und dass wir keine Bus- und Tram-Verbindungen tangieren wie setzen wir die Superblocks um die Straßen innerhalb des Superblocks die werden verkehrsberuhigt sein und vom Durchgangsverkehr befreit dafür arbeiten wir mit dem Prinzip der Begegnungszone die wir schon kennen und ergänzen das mit diesem dreiteiligen Fahrverbotsschild das heißt Autos, Motorräder und Motorfahrräder als auch schnelle E-Bikes dürfen nicht mit dem Motor durch den Superblock fahren damit gehen wir über das Prinzip der bestehenden Begegnungszonen hinaus es wird weiterhin Tempo 20 sein Fußgängerinnen und Fußgänger haben Vortritt selbstverständlich ist Zubringerdienst und der Veloverkehr weiterhin gestattet und auch die Durchfahrt für Feuerwehr, Polizei, Krankenwagen und die Kehrrichtfahrzeuge das ist jederzeit gewährleistet damit wir diese Straßen vom Durchgangsverkehr befreien können jetzt bin ich gerade verrutscht, Entschuldigung damit wir diese Straßen vom Durchgangsverkehr befreien können müssen wir alle öffentlichen Parkplätze aufheben dies geht auf ein Entscheid des Bundesrats zurück wir werden aber selbstverständlich Güterumschlagsmöglichkeiten zur Verfügung stellen ebenfalls Behindertenparkplätze, Carsharingstandorte und Veloparkplätze werden weiterhin bestehen bleiben wir planen den Superblocktest für ein Jahr derzeit in der Projektplanung ist vorgesehen dass wir im Herbst 2024 hoffentlich den ersten Superblocktest eröffnen können wie werden die Superblocktests umgesetzt? wir gehen nach dem Prinzip statt das Labor fort das heißt, alles was wir machen ist anpassbar, veränderbar und reversibel es ist ein iteratives Vorgehen, das heißt wir nähern uns Schritt für Schritt dem idealen Endzustand wir nehmen laufend Verbesserungen, Verbesserungsvorschläge auf und passen das Projekt entsprechend an ganz wichtig ist auch, sind die Quartierbewohnenden denn sie sind die Expertinnen und Experten ihres Lebensraums und ganz wichtig zu erwähnen, ohne sie wird ein Superblock nicht funktionieren was heißt aber ein Laborcharakter konkret? wir arbeiten mit temporären, mobilen Maßnahmen bauliche Maßnahmen können wir im Rahmen des Tests nicht umsetzen ein wichtiger Aspekt ist, wie bereits erwähnt, der Einbezug der Quartierbevölkerung der Superblocktest soll bedürfnisorientiert und zusammen mit der Bevölkerung umgesetzt werden und auch die Möblierung und Ausstattung für Begegnung, Bewegung, Spiel, Sport, Aufenthalt, Beschattung, Begrünung soll zusammen mit der Quartierbevölkerung erarbeitet werden und es soll ausschließlich auf den aufgehobenen Parkflächen stattfinden Der restliche Straßenraum bleibt Straßenraum im Sinne der Begegnungszone Wie gehen wir vor? Wir hatten jetzt im März drei Informationsveranstaltungen in den Quartieren wo wir der Bevölkerung darlegten, wie wir den ganzen Test planen Der nächste Schritt, das ist die Publikation Wir haben alle aufzuhebenden Parkplätze sowie die Signalisation und Markierungsänderungen im Kantonsberg publiziert Derzeit läuft noch die Frist Das heißt, wir können nach Ablauf der Publikationsfrist abschätzen ob wir planmäßig weiterfahren können oder bei Rekursen, ob es zu einer zeitlichen Verzögerung kommt Falls wir planmäßig weiterfahren können sind im Mai Dialogrunden geplant bei welchen wir mit der Bevölkerung gemeinsam anschauen wie wir den Raum gestalten möchten Dies wiederum muss im Sommer in das Bewilligungsverfahren Das heißt, wir werden es in einer öffentlichen Planauflage auflegen Auch dort wiederum gibt es die Möglichkeit von Einsprachen was zu einer Projektverzögerung führen würde Falls es auch dort keine Verzögerung gibt würden wir im Herbst somit Mitmachaktionen starten Die Bevölkerung darf Hand anlegen und gemeinsam die Elemente mit uns bauen Und dann hoffentlich, dass wir im Herbst 2024 die Einweihung des ersten Superblocks in der Schweiz genau machen können Das wäre natürlich für uns ganz eine tolle Chance Und in diesem Sinne danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit Und wenn es noch Fragen gibt Katrin Heinz und ich stehen gerne nach der Session zur Verfügung Herzlichen Dank Super, vielen, vielen herzlichen Dank Nicole Morellini und Katrin Heinzer für dieses für dieses Lösen dieses Mysteriums Herzlichen Dank Wir kommen jetzt zum letzten, zum nächsten Thema Es hört fast nicht mehr auf Aber ich kann Ihnen versichern Das ist der letzte offizielle Teil Und zwar geht es um Unternehmensmobilität im Wandel Wir greifen also dieses Thema nochmals auf und versuchen nachhaltige Lösungen in den Fokus zu stellen Mein, sage bald, mein Moderationskollege wird sein Rolf Käser Er wird durch dieses Podium begleiten Er ist Vorstand und Geschäftsführer bei einem Verband der Schweizer Mobilitätsverband SFFV Ich wünsche viel Erfolg spannende Fragen und noch besser coole und tolle Antworten Alles Gute Herzlichen Dank für die kurze Anmoderation Ich möchte gerne gleich loslegen bevor wir da viel Zeit jetzt noch verstreichen lassen und Sie dann auch rechtzeitig auf den Zug oder wohin auch immer kommen um an Ihr Zielort zu kommen Bevor das wir ins Thema starten möchte ich meine Kolleginnen und Kollegen die Expertinnen und die Experten vorstellen Zum einen haben wir auf dem Podium Judith Haberli Judith ist Mitbegründerin und Chief Growth bei Urban Connect Ich weiß ja gerne, dass ich jetzt Urban Connect ist ein Unternehmen, welches eine Revolution in der Unternehmensmobilität anbietet Sie ist ausgebildete Volkswirtschaftlerin ausgebildete Schauspielerin und auch dreifache Mutter das ein volles Tagesprogramm sicherlich beinhaltet Dann haben wir zwei Experten Bitte kommt doch gleich miteinander auf die Bühne Das ist zum einen Kevin Löffelbein Kevin sitzt dementsprechend zu meinen Rechten Kevin hat über zehn Jahre Erfahrung in Beratungsfunktionen bei BMW, Porsche, Keenbaum und aber auch Capgemini in seinem Rucksack Seine Passion zur Mobilität lebt er in seiner Unternehmung NovaClean aus Sustainable Fleet Services Auch hier haben wir ein Versprechen No Water, No Waste Welches nachhaltige Lösungen sicherlich verspricht Dann haben wir Julian Hennig Er legt wirklich Wert und das verstehe ich auch auf den Nachnamen Hennig und nicht Henning Bitte das zu beachten Bitte Aber wir sind ja auch alle per Du Julian ist seit über acht Jahren bei Roche für die Mobilität verantwortlich Roche, ein Unternehmen mit über 11.000 Mitarbeitern hier im Raum Basel Welches sich seit über 125 Jahren dafür einsetzt das Leben von Menschen zu verbessern Auch hier ein Versprechen welches sich sicherlich innerbetrieblich bei Mobilitätsfragen in der einen oder anderen Spannung widerspiegelt Mein Name ist Ralf Käser Ich bin Vorstand und Geschäftsführer des Schweizer Mobilitätsverbandes SFFV und darf heute ad hoc meinen Kollegen Hans-Peter Klebinder der Uni St.Gallen vom Institut für Mobilität vertreten Er lässt Sie alle herzlich grüßen Zum Thema Unternehmensmobilität im Wandel Nachhaltige Lösungen im Fokus Hier stellt sich die Frage Was ist eigentlich und überhaupt Unternehmensmobilität Und bei welchen Komponenten dieser Unternehmensmobilität können nachhaltige Lösungen wirklich entwickelt werden Wichtig zu erwähnen ist noch wenn wir ins Thema einsteigen Wir vier kennen uns auch aus St.Gallen Wir alle drei oder vier haben den Lehrgang Smart Mobility Management absolviert und auch dieser Lehrgang wenn es Sie interessiert können Sie am Stand der Uni St.Gallen draußen weitere Informationen abholen Der nächste, fünfte Start des Lehrganges ist im Mai wenn ich richtig orientiert bin Die Diskussion sollte circa 20 Minuten dauern und am Schluss werden wir sicherlich die Möglichkeit haben Ihnen Gelegenheit zu geben an die Expertinnen und Experten Fragen zu stellen Wie ist überhaupt der aktuelle Stand der Unternehmensmobilität Und hierzu die Definition Unternehmensmobilität umfasst eine Vielzahl von Aspekten die sich auf die Art und Weise beziehen wie Mitarbeitende Kunden und Waren sich bewegen Bei Mitarbeitenden in vielen Unternehmen ist das wichtigste Fortbewegungsmittel sicherlich das eigene Firmenauto Hier kommt meine erste Frage an Julian Gibt es bei Roche überhaupt Firmenfahrzeuge und wie hat sich, wenn es das gibt oder nicht, das Konzept in den letzten Jahren auch verändert Ja, danke Ralf Kurz gesagt, bei uns gibt es keine Dienstwägen oder Firmenwagen in diesem Sinne Wir haben das Mobilitätskonzept das wir heute bei uns das heute bei uns gilt bereits 2011 im Rahmen unserer Standardentwicklung eingeführt Grundsätzlich ist es bei uns so dass die Parkplatzberechtigung also der grundsätzliche Anspruch auf den Parkplatz gebunden ist an die Wegzeiten mit dem öffentlichen Verkehr Nur Mitarbeitende, die von Tür zu Tür morgens mehr als 45 Minuten haben sind überhaupt parkplatzberechtigt Für diejenigen, die keinen Parkplatz nutzen diese erhalten pro Monat einen Mobilitätsbonus in Höhe von 40 Franken der mit dem Gehalt ausgezahlt wird und für diejenigen, die den Parkplatz verwenden fällt noch eine Mobilitätsgebühr an oder eine Parkplatzgebühr letztlich Das Modell haben wir also 2011 eingeführt Dient uns seitdem sehr, sehr gut War auch sehr erfolgreich Wir haben damit den MIV-Anteil im Pendelverkehr um 50% reduzieren können Funktioniert aber natürlich auch nur aufgrund unserer Lage Wir sitzen mitten in der Stadt hier in Basel Die zwei Türme sind kaum zu übersehen Damit sowas funktioniert ist natürlich ein gut ausgebauter ÖV absoluter Schlüsselfaktor Und da bauen wir auch letztlich drauf Wir haben in den letzten Jahren was wir gemacht haben mehr und mehr zusätzliche Angebote eingeführt einfach um nachhaltige Mobilität zu fördern Sei das unser E-Car-Sharing oder unser E-Bike-Sharing das wir eingeführt haben Seit kurzem auch ein Mobilitätsbudget Da haben wir gerade schon was drüber gehört für die, die schon im Raum waren Ja und das versuchen wir jetzt einfach mehr und mehr auch konzeptionell zu verheiraten Das waren jetzt alles so Insellösungen zusätzliche Angebote, die wir hatten Und wo wir jetzt hinwollen ist das letztlich auch mit dem Konzept das ich eben erwähnt habe zusammenzubringen und zu schauen dass es wirklich aus einem Guss kommt Als urban stationiertes Unternehmen oder nahe urban stationiertes Unternehmen MIV, also motorisierter Individualverkehr zu reduzieren funktioniert sicherlich in dieser Region oder in urbanen Situationen Jetzt gibt es doch eine Vielzahl von Schweizer Unternehmen die nicht urban positioniert sind Da gibt es sicherlich zusätzliche Herausforderungen wo man dabei konfrontiert wird Als Anbieter von solchen Mobilitätslösungen Judith, welche Herausforderungen siehst du dabei oder bist du konfrontiert und welche Chancen siehst du genau bei Unternehmungen in der Mobilitätsentwicklung? Ja gut, also ich glaube die Herausforderungen sind tatsächlich sehr unterschiedlich auf dem Land oder in der Stadt Ich denke in der Stadt sind Probleme wie Parkplatz oder Herausforderungen wie Parkplatzmangel sehr relevant Was wir sowohl auf dem Land als auch in der Stadt sehen ist, dass es super schwierig ist Mobilitätsverhalten zu ändern Also wir Menschen sind ja einfach so Gewohnheitstiere und die Mitarbeiter sind Menschen also auch Gewohnheitstiere und dort das Verhalten zu ändern ist tatsächlich sehr schwierig für die Firmen Und ich sehe das als die größte Herausforderung Natürlich sind Kosten auch immer eine Herausforderung Eine Flotte kostet und Parkplätze kosten auch auf dem Land Was Mitarbeiterattraktivität ist relativ wichtig Gerade auf dem Land, weil die Mitarbeiter meistens nicht dort wohnen Also sie müssen dann irgendwie von Zürich nach Lichtenstein aufs Land Und solche Themen sind die Herausforderungen Ich glaube die Chancen, die wir davon auch Also wir sehen bei jeder Herausforderung irgendwo auch eine Chance Ich glaube die größte Chance, die wir momentan sehen Was bei Firmen passiert ist, dass sie Gerade die großen Firmen ab diesem Jahr ihre Emissionen reporten müssen Wie sie ihre finanziellen Angaben reporten müssen Und sie oftmals ein bisschen so vor Ja, vor einer großen Aufgabe stehen Weil sie noch nicht mal wissen, was sind denn die Emissionen Und woher kommen die? Und ich glaube bei der Mobilität ist das eigentlich erfassbar Und auch relativ schnell änderbar Also es ist nicht wie wenn man Holz in mir so ein Beton produziert Und man muss irgendwie komplett die Produktion überdenken Sondern Mitarbeiter kommen am Morgen hin, gehen am Abend zurück Man kann das erfassen und man kann es effizienter gestalten Du hast die Kosten angesprochen Wir kommen glaube ich anschließend sicherlich werden wir das Thema Reporting, CSR, ESGD noch ansprechen Bezüglich den Kosten sehe ich in meiner Welt vielmals Dass für Unternehmen primär Mobilität ein Kostenblock ist Ein erheblicher vielmals Ein erheblicher Kostenblock Welche Bedeutung kommt dann da Nachhaltigkeit zugute? Kosten reduzieren, gleich Nachhaltigkeit reduzieren Oder wie könnte man das im Kontext sehen? Es ist tatsächlich sehr oft so, dass es Hand in Hand geht Also wenn man nachhaltigere Mobilität anbieten Wird es meistens auch kostengünstiger Ich glaube das Ziel sollte nicht Also das günstigste ist Covid von Mobilität her Wenn alle zu Hause bleiben, dann ist die Mobilität relativ günstig Man schickt allen ein Headset nach Hause und ein Screen Und dann bleiben sie wo sie sind Ich glaube das ist wirtschaftlich gesehen nicht so interessant für Firmen Oder zumindest wollen die, dass die Mitarbeiter zurück zum Büro kommen Und entsprechend geht es den Firmen eher darum Wie können wir den Status quo Also dass die Mitarbeiter kommen Nachhaltiger und somit auch hoffentlich kostengünstiger anbieten Und da haben wir verschiedene Beispiele Ihr seid ein Beispiel Ihr hattet eine Flotte vor Covid Die einfach für Geschäftsfahrten zur Verfügung stand Wir haben die so teilgebar gemacht Dass sie am Abend und am Wochenende auch für private Nutzungen geöffnet wurden Das hat zu sehr vielen Mitarbeitern geführt Die ihr eigenes Auto verkauft haben Oder einfach kein neues gekauft haben Und ihr konntet dadurch aber eure Flottenkosten stark reduzieren Oder ein bisschen reduzieren Stimmt so nicht ganz Also die Flotte, wir hatten vorher schon mal Erfahrungen gemacht Mit einem Carsharing Modell Das war tatsächlich auch für den Pendelverkehr Also letztlich private Mobilität Aber das Modell war schlichtweg nicht skalierbar Also es war schon ein Kostentreiber Der uns letztlich dazu geführt hat Dass wir das Modell einstellen mussten Weil wir einfach nicht vom Pricing her an den Punkt gekommen sind Wo sich das vielleicht nicht ganz selbst getragen hat Aber die Kosten sind einfach gleich geblieben Das heißt, wir reden von einem Standard mit mehr als 11.000 Mitarbeitenden Wenn wir da von 20 auf 40 auf 100 auf mehr gehen Und wir haben keinen Kostenvorteil Wir können keine Economies of Scale in der Hinsicht realisieren Dann ist das schlichtweg kein Geschäftsmodell Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt Wenn wir über die Bedeutung von Nachhaltigkeit Oder über das Thema Kosten für Mobilität sprechen Ich glaube, es dreht sich nicht nur um Kosten Nachhaltigkeit ist schon ein gewichtiger Faktor Und das wird auch immer wichtiger Das Reporting ereilt uns in der Schweiz noch nicht Das wird kommen Das heißt, wir haben noch Zeit, uns darauf vorzubereiten Aber man muss am Ende schon sagen Dass wenn wir über Kosten sprechen Reden wir meistens über Parkflächen Weil letztlich Nachhaltigkeit hat ja viele Dimensionen Die wirtschaftliche ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Weil am Ende geht es ja darum Was auch immer wir einführen, soll skalierbar sein Und wenn wir als Unternehmen etwas einführen Was unseren Mitarbeitenden hilft Sollte es im Minimum bei Roche skalierbar sein An andere Standorte Am besten aber können wir damit einen Blueprint schaffen Der auch für andere Unternehmen Oder für die Region, für die Gemeinden, für die Städte Wen auch immer funktioniert Weil letztlich, wenn wir wirklich nachhaltig werden wollen Dann reicht uns das für uns als Unternehmen nicht Weil wir wollen ja letztlich, stehen wir hier als große Arbeitgeber Haben auch eine gewisse soziale Verantwortung Und wollen, dass Basis eine lebenswerte Region ist Und wenn wir Mobilität tatsächlich zu Ende denken Nachhaltig zu Ende denken wollen Dann werden wir das auch nicht alleine machen Sondern es geht nur in Kombination mit all den Partnern Öffentlichen Angeboten, unseren internen dazu Du sprichst Kollaborationen, Kooperationen an Also nicht alleine tun Das bedeutet auch, gewisse neue Wege zu entwickeln Und somit innovative Wege auch zu pilotieren Respektive sich in der Gruppe zu entwickeln Kevin, Innovation Welche Innovationen triffst du als Dienstleister im Mobilitätssektor an? Also ich glaube mal, die, die wir direkt bedienen mit NovaClean Betrifft den Firmenwagen und die Sharing-Flotten Wie wir gerade schon mal thematisiert haben Weil wir als Dienstleister für nachhaltige Flottenservices Sind halt direkt dahinter Hinter dem Service oder dem Produkt Das halt für den Endkunden oder für den Nutzer in dem Fall Einfach angenehmer und komfortabler zu machen Und darüber hinaus Das ist aber vielleicht meine Zeit vor NovaClean Gibt es, würde ich sagen, noch ein paar mehr Trends Die wir aus dem öffentlichen Raum Nicht aus dem öffentlichen Sektor Aber aus dem öffentlichen Raum Auch immer mehr in die Firmenmobilität reinbringen Das sind dann die englischen Begriffe wie Ride Pooling auch Also Mitfahrgelegenheiten Die in Konzernen einfach inzentiviert angeboten werden Für Mitarbeitende, die dann ihr Auto auf dem Weg zur Arbeit Noch mal anderen zur Verfügung stellen Da haben wir aus dem öffentlichen Raum Beispiele Wie Pendler Linien oder Lanes in Kalifornien oder wo auch immer Die gibt es, glaube ich, überall Das ist ein Thema, was mehr in die Unternehmenswelt kommt Und auch vielleicht noch ein anderes Thema ist dann Wieder der englische Begriff Hailing ist es dann, glaube ich Dass man auch versucht, so ein bisschen die Bedarfe von halböffentlichem Linienverkehr Noch mal zu optimieren So ein alter Arbeitgeber BMW, wo ich lange für war Die haben zum Beispiel ihre internen Shuttle-Services Auf dem Werksgelände oder überall bei den Standorten komplett aufgelöst Und dann dieses Hailing-Konzept Also nach Bedarf und App gesteuert und Nutzer gesteuert Quasi die Routen zu optimieren von den Shuttles Das sind vielleicht neben dem Dienstwagen Andere Konzepte, würde ich sagen Die wir noch aus dem öffentlichen Raum mit reinnehmen Und dann vielleicht noch mal Nächste Stufe gibt es noch neue Anbieter Die das Ganze gesamthaft analysieren Also alle Mitarbeiterströme Die dann quasi auf den Pendlerstrecken Oder intermodal unterwegs sind Das noch mal erstmal zu analysieren Wer kommt von wo wie zur Arbeit Und dann auch noch mal da die Hebel zur Verbesserung zu setzen Absolut Also das Reporting dann schlussendlich Der Mitarbeiter-Pendler-Mobilität Zu reduzieren ist ein Punkt Ich bin gedanklich so Auch bei diesen Modellen, die du angesprochen hast Dann auch was wir heute vielmals gehört haben Bei der Elektrifizierung der Wege Also dass die Mitarbeiter dann nicht schon zur Arbeit kommen Sondern mit elektrischen Fahrzeugen Und wenn überhaupt Dass sie die Objekte dann auch miteinander scheren Als Firma kann man das ja auch einfordern In Form eines Verbotes oder so weiter Oder man bietet Technologien an Die das ermöglichen Eine sogenannte All-In-App Möglicherweise Gibt es das bei Roche? Habt ihr so einen Zugang, wo ich sage Ich möchte mit A nach B fahren? Ja, also was man dazu sagen muss Also grundsätzlich ist unser Credo Nachdem wir handeln ist Die Leute sollen, möglichst wenige Leute sollen Mit dem eigenen Fahrzeug kommen Wenn sie schon kommen, dann wenigstens elektrisch Und am besten nicht allein drin Das ist so das Grundredo, das wir machen Ja, es gibt Na ja, All-In-App weiß ich nicht Aber was es gibt Ist sicherlich eine Mobilitätslösung Die eigentlich all die verschiedenen Konzepte Und Services zusammenbringt Das geht über die Urban Connect Plattform In Verbindung mit dem Mobilitätsbudget Das wir gerade neulich eingeführt haben Was wir aber auch sehen Ist, dass Pendelmobilität So sehr auf Gewohnheiten beruht Dass wir dort eigentlich kein großes Potenzial sehen Für multimodale Mobilität Wir sehen ein Riesenpotenzial Sicherlich in der Öffentlichkeit Ich glaube, es ist auch was Wichtiges Dem wir uns als Unternehmen Stück weit annehmen müssen Das ist die private Mobilität Aber auf dem Pendelweg Haben wir uns eingerichtet Und das ist prima Ich komme jeden Tag mit dem Fahrrad Andere kommen jeden Tag mit dem Auto Ich hinterfrage das auch nicht mehr Und das ist gut Du hattest vorher, glaube ich In deiner Präsentation davon gesprochen Oder sogar hier auf dem Panel Wie schwierig es ist, Verhalten zu ändern Und das würde ich hundertprozentig unterschreiben Und ich glaube, für Pendelmobilität ist es auch gar nicht unbedingt notwendig Was wir bei uns sehen Ist, dass wir in Basel Einen MIV-Anteil Also einen Autoanteil von weniger als 25% haben Tatsächlich Weil wir so gut in der Stadt gelegen sind Selbst in Kaisaux, wo es ein bisschen ländlicher ist Sind wir immer noch unter 50% Und das ist schon ein sehr, sehr guter Schnitt Mit dem wir eigentlich zufrieden sind Wenn aus Unternehmen die Anreize Nicht noch mehr geschaffen werden können Benötigt es dann allfällig regulatorische Rahmenbedingungen Um allfällige Pendlermobilität nachhaltiger zu gestalten Frage in die Runde Wie seht ihr die Einflussnahme der Politik in Mitarbeitermobilität? Also ich war im November in Kalifornien Und was ich gesehen habe, ist Es gibt diese Lanes, wo nur geteilt Also wo du nur, glaube ich, mindestens zu dritt Oder so im Auto sitzen musst Damit du auf diese Lane fahren darfst Ich meine, es ist nicht direkt an Mitarbeitermobilität gerichtet Aber es macht vor allem dort, glaube ich, Sinn Weil die Leute an den gleichen Ort gehen Vielleicht aus dem gleichen Vorort dann in die Stadt Und halt schneller, weil sie auf dieser Route sein können Also ich glaube, solche Eingriffe sind tatsächlich Sehr powerful für einen Wandel Also auch eher ein Anreizsystem Für Mitarbeitende, die mehrfach in einem Fahrzeug sitzen Also nicht eine Person und da den Raum verstopfen Wir haben das nicht mal Kosten Sondern du sparst halt Zeit, wenn du geteilt bist Also wir sehen eigentlich zwei Faktoren Das eine, Regulatorien helfen Weil, du hattest es selber gesagt Es ist irgendwo eine Kostenstelle Mitarbeitermobilität verursacht für das Unternehmen Für gewöhnlich Kosten Es ist sehr viel einfacher, ein Business Case Für etwas herzustellen, wenn es gewisse Vorgaben gibt Also in der Schweiz ist das, was uns beschäftigt Fortlaufender Zukunft sicherlich die Scope 3 Mission Die wir schlichtweg reporten müssen Und wo wir uns verbessern müssen Das zum einen, das wird helfen Das hilft auch heute schon ein Stück weit Wir sehen aber halt auch einfach andere Faktoren Wie zum Beispiel unsere Parkplatzbewirtschaftung Parkplätze sind unsäglich teuer Und dorthin zu gucken, darüber können wir im Grunde was schaffen Das ist das eine Und natürlich gibt es auch die Vorgaben Wie viele Parkplätze ein Unternehmen überhaupt haben darf Das heißt, wir können nur so und so viele Parkplätze anschaffen Das zwingt uns natürlich zur Auseinandersetzung Wie können wir denn Alternativen schaffen zum eigenen Fahrzeug Auf der anderen Seite hilft es natürlich, wenn die Politik unterstützt Indem zum Beispiel nachhaltige Mobilitätsformen unterstützt werden Entweder steuerlich inzentiviert werden Oder natürlich auch wieder auf die Stadt gemünzt Je nachdem, wie sich die Infrastruktur weiterentwickelt Das hilft, das ist letztlich ein politischer Prozess Und wie sich die Angebote entwickeln Also in Basel ist es zum Beispiel so Das ist eine Gesamtausschreibung für ein öffentliches Mikromobilitätsanbieter Oder für ein E-Bike E in Klammern Bike Sharing Es gibt einen Anbieter Das hilft uns ungemein, dort zusammenzuarbeiten Zu schauen, dass wir diese öffentlichen Angebote Auch gut für unsere Mitarbeitenden verfügbar machen Und damit letztlich auch ein ÖV stärken können Weil wir damit die letzte Meile gut erschließen Also ich resultiere, das ist auch ein Zusammenspiel Zwischen Angebot und Nachfrage Und als Beispiel, wenn du als Arbeitgeber Die Parkplätze reduzierst Aus welchen Gründen auch immer Benötigt man ein alternatives Angebot Sharing als Themenkreis Beim Sharing habe ich persönlich immer das Gefühl Wie viel vorher muss ich das Fahrzeug übernehmen Dass ich alle Sandwichpapiere und Krümel und weiß ich was Alles noch aus dem Auto rausbringe Kevin, das ist dein Steckenpferd Wie kann man Fahrzeugreinigung Dann auch noch nachhaltig gestalten Also da habe ich Irgendwo eine Blockade, das zu verstehen Ja, nachhaltig machen wir es schon mal Aus unserem ersten Versprechen Ich glaube, das hast du vorhin erwähnt No water, no waste Weil wir das Ganze nicht nur qualitativ hochwertig machen wollen Sondern auch ohne Wasser, ohne CO2, ohne Stadtverkehr Weil wir mobil unterwegs sind, ohne Waschchemie Also da wollen wir 100% biologisch sein Und sparen damit für unsere Kunden Das sind meist die Fuhrparkleiter oder Flottenmanager Großer Firmen Sparen wir halt genau diese grünen Kennzahlen ein Und das wollte ich vorhin noch erwähnen Zum Thema Regulierung Aber das ist im weiteren Sinne Wir mit unseren Kunden, die ich gerade erwähnt habe Wir diskutieren dann über diese In Anführungsstrichen grünen Kennzahlen Alle Flottenmanager sind auch ESG-Reporting-pflichtig Und wir kriegen ganz konkrete Anfragen Von Flottenmanagern Kevin, könnt ihr uns pro Standort Ein Reporting rauslassen Wie viel CO2, wie viel Liter Wasser Wie viel Chemie, wie viel Verkehr wir mit euch einsparen Weil ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist In Deutschland sind es jetzt glaube ich 15.000 Unternehmen Unternehmensgröße ab 500 Mitarbeitende Die ein öffentliches Interesse haben Die sind Reporting-pflichtig Durch diese EU-CSRD in der Schweiz Und in Deutschland kommt dann ab 2025 glaube ich Grobe Band Daumen der Rest der Unternehmen dazu Die Reporting-pflichtig sind Und ja, wir reinigen nachhaltig Und machen es nicht nur vor Ort am Fahrzeug Sondern helfen auch unseren Kunden Da das Ganze zu reporten Und den Input geben wir dafür Aus unserem System mit automatisierten Reports Für deren Nachhaltigkeitsberichte Ich glaube, das muss alles noch ein bisschen In der Regularik, höre ich zumindest Von unseren Kunden, die das auch selber anfragen Muss noch ein bisschen formalisiert werden Weil ich habe auch schon mit wirklich Konzern-Fuhrparkleitern gesprochen Die dann sagen, naja, der Regulator Gibt uns noch nicht wirklich eine 100-prozentige Vorlage Oder eine Standardisierung In dem ESG-Reporting Wir machen einfach mal Und wenn der Regulator das gut findet Dann sagt er, okay Und jetzt bitte nächstes Jahr noch mehr davon So ungefähr Aber da könnt ihr gerne noch mal ergänzen Wie das hier ist Also ich glaube, ein kleiner Puzzlestein In diesem noch nicht genau deklarierten Reporting-System Wo man nicht nur die gefahrenen Kilometer Und CO2-Ausstoße Rapportieren kann Und reduzieren Sondern auch Genau der innovative Ansatz Nach dem Fahren Oder vor dem Fahren Saubere Fahrzeuge zu erhalten Und das auch noch nachhaltig Da komme ich zur Kurve Richtung Darf, darf ich da noch mal kurz reingrätschen? Ich glaube, dass das ein kleines Puzzleteil ist Weil letztlich Wenn ich mir unsere Carsharing-Flotte anschauen Wie die genutzt wird Für uns ist das irgendwie So ein bisschen der Schlüssel Hin zur Auseinandersetzung Für unsere Mitarbeitenden Mit den Themen Elektromobilität Oder multimodale Mobilität Bei uns ist es so Dass das alles über eine Plattform läuft Das heißt, wenn die Leute Das Carsharing interessant finden Sagen, hey, ich möchte A, Vorurteile gegenüber Elektromobilität Endlich mal adressieren Und schauen, wie das eigentlich funktioniert Dann sind sie auf der Plattform drauf Und nur wenn die Erfahrungen Im Carsharing funktionieren Wenn wir die Leute dort abholen können Auch emotional abholen können Dann ist auch die Öffnung da Zu schauen, was gibt es denn sonst noch Und mal zu hinterfragen Oder anzufangen zu reflektieren Wie bewege ich mich eigentlich fort Und die Alternativen tatsächlich zu sehen Und die Sauberkeit der Fahrzeuge Ist ein Faktor Der so massiv da reinspielt Wie die Erfahrung der Leute ist Wenn ich einsteige Das ist tatsächlich nicht zu unterschätzen Das sind die kleinen Sachen Die tatsächlich großen Anflüssen Das wollte ich auch noch ergänzen Du hast mal Emotionalität erwähnt Die Sauberkeit eines Fahrzeugs Oder einfach das Fahrzeug selber Wir kommen von unserem eigenen Fahrzeug Jetzt das geteilte Fahrzeug Ist emotional sehr behaftet Und wir merken es auch nicht nur Bei Sharing-Flotten innerhalb der Firma Corporate Carsharing Sondern auch im öffentlichen Raum wieder Aber auch bei anderen Kunden Abo-Anbietern Leasing-Anbietern Das klassische Geschäft mit Händlern Und Gebrauchtwagen wechseln Also überall da Wo ein Nutzerwechsel Oder Halterwechsel stattfindet Da braucht es halt Qualität Und Professionalität Und das ist vielleicht das Augenscheinliche Das würde wahrscheinlich jeder Jetzt hier einfach abnicken Und dann haben wir noch Mit einem kleinen Feldtest Selber herausgefunden Bei uns in der Firma Und das ist vielleicht Was nicht sehr naheliegend ist Dass eine professionelle Aufbereitung Vor Halter- oder Nutzerwechsel Auch nochmal signifikant Den Restwert eines Fahrzeugs erhöht Oder den Wiederverkaufswert Und entweder die Dekra oder der TÜV Gibt mir dann nämlich sonst die Kosten In der Wertminderung des Fahrzeugs Oder in der eigenen Aufbereitung Als wenn ich das durch wen auch immer Selber professionell aufbereite Und man spart dann dadurch Mindestens mal das Was man reingesteckt hat Für die Aufbereitung Also das kleine Puzzlestein im Reporting Welches operativ und emotional Ein großes Puzzlestein darstellt Hat auch effektive Kostenrelevanz Schlussendlich Ich möchte kurz vor Schluss Noch ein kurzes Statement Von jedem von euch haben Zu zwei Themen Zum einen Welche Visionen verfolgt ihr In Unternehmensmobilität Und das zweite ist Was sicherlich alle interessiert Was hat auf diesem Weg Bis an ihn nicht geklappt Möchtest du gerne anfangen Julian Sehr gerne Ich mache es andersrum Wenn es okay ist Ich fange erst an mit Was nicht geklappt hat Und komme dann zur Vision Was nicht funktioniert hat Ist unser erster Ich hätte es vorher erwähnt Unser erster Anlauf zum Carsharing Es war einfach kein skalierbares Modell Wir konnten aber in der Zeit Extrem viel lernen Auch aus dem Feedback Derjenigen Die es nicht genutzt haben Oder nicht nutzen konnten Und kann das letztlich in den Relaunch Von unserem Carsharing Konzept vor zwei Jahren einbauen Wir können jetzt heute sagen Dass wir wirklich mit 20 Fahrzeugen 500 Mitarbeitenden pro Monat Mobilität ermöglichen Und wir haben auch die Rückmeldung bekommen Ganz frisch Letzte Woche Dass wir mittlerweile über 70 Mitarbeitende haben Die entweder auf den Kauf Von einem eigenen Fahrzeug verzichtet haben Oder ihr aktuelles Fahrzeug sogar verkauft haben Was einfach ein enormer Erfolg ist Was sonst noch nicht funktioniert Bisher Da sind wir aber noch guter Dinge Ist tatsächlich Das Mobilitätsbudget Heute ist einfach die Anreizwirkung In dem Sinne noch nicht da Warum sollte ich auf meinen Mobilitätsbonus verzichten Und will mir das zweckgebunden auszahlen lassen Aber da sind wir guter Dinge Dass wir da weiter Kontinuierlich dran weiterarbeiten Dass wir da auf den grünen Zweig kommen Zur Vision Meine persönliche langfristige Vision Für Mitarbeiter Mobilität bei Roche ist Wenn ich bei Roche arbeite Dann brauche ich kein eigenes Auto Kein eigenes E-Bike Kein GEA oder sonst irgendwas Sondern Mobilität ist einfach Teil des Pakets Wenn ich bei diesem Unternehmen arbeite Was natürlich für den Mitarbeitenden super angenehm ist Und für uns die Möglichkeit gibt Steuern einzugreifen Ein Stück weit mit welchen Verkehrsmitteln Und mit welcher Antriebsform etc. Die Leute sich auf Ort bewegen Herzlichen Dank Judith Also was nicht funktioniert Leider Obwohl es so rein theoretisch Und zahlenmäßig einfach Sinn machen würde Ist das Pooling Also das Ride Pooling Es ist tatsächlich so, dass das viele Firmen probiert haben Und die Leute wollen nicht zusammen ein Auto fahren Also Optimierung Mach einfach fünf Mitarbeiter ins gleiche Auto Das ist effizienter als der ÖV Die Mitarbeiter wollen das nicht machen Das hat nicht funktioniert Was war das andere? Vision Vision Change Mobility, change the world Okay, super Ja, das ist knaukig Kurz und knaukig Kevin, noch Ich halte es auch ganz kurz Wir sind ja schon über der Zeit, glaube ich Was hat nicht geklappt Vielleicht mal für Deutschland gesprochen Der ÖV Da beneiden wir euch immer noch Über das Ich bin jetzt auch wieder hierher gekommen Mit der, wie heißt das Easy Ride SBB Wischfunktion Das finde ich super Da haben wir in Deutschland, glaube ich Noch ein bisschen Nachholbedarf Allein was die Integration angeht Hatten wir so viele Versuche Auf Bundesebene, Länderebene Aber da schon die verschiedenen Regionalverbände zusammenzukriegen Was schon so aus meiner Sicht Kleinigkeiten Wie Zeitpläne und Tarife erst recht Da haben wir noch, glaube ich, ein bisschen zu tun Vision Ja, also wir für uns wollen einen kleinen Beitrag auch dazu leisten Klimawandel voranzutreiben Wir haben ein paar Millionen Liter Wasser Ein paar Tonnen CO2 selber eingespart für unsere Kunden Und das ist unser Beitrag Herzlichen Dank euch dreien Ich möchte es, auch wenn der Jingle kommen wird Nicht unterlassen Eine oder zwei kurze Fragen aus dem Publikum An die Experten Noch richten zu lassen Wenn das nicht der Fall ist Ist die Regie happy, wenn wir jetzt schließen Das ist nicht der Fall Das haben wir unterbunden Aber trotzdem herzlichen Dank Also Das war Der letzte Block für heute Unternehmensmobilität im Wandel Nachhaltige Lösungen im Fokus Ich habe wieder einiges gelernt Super, vielen herzlichen Dank Namen sind ausgeblendet Der Judith Dem Kevin Und dem Julian Und selbstverständlich dir, liberal Vielen, vielen herzlichen Dank für die Moderation Das ist euer Schlussapplaus Danke schön Ich bliebe da noch schnell sitzen Und damit kommen wir zum Schluss vom heutigen Tag Ich möchte Ihnen ganz, ganz herzlich danken Dass Sie heute bei uns An den Sustainability Days in Basel Am ersten Tag Mit von der Partie gewesen sind Sie haben hoffentlich Vieles gehört Vieles gesehen Spannende Gespräche geführt Und den einen oder anderen Neuen Kontakt Knüpfen können Und wenn das passiert ist bei Ihnen Dann sind wir happy Weil das war unser Ziel Dass man neue Kontakte Knüpfen kann Dass man neue Ideen findet Dass man sich Gedanken Für dies und jenes Zum Thema Nachhaltigkeit Anschauen kann Vielen, vielen herzlichen Dank dafür Die, die morgen wieder mit uns sind Wünsche ich Eine gute Verarbeitung Dieser Menge von Informationen Und morgen wieder einen spannenden Tag Die, die uns verlassen Aus der Sicht des Sustainability Days Wünsche ich gute Heimfahrt Verarbeiten Sie diese extreme Menge An Informationen gut Und gehen Sie gestärkt Und voller neuer Ideen In die Arbeitswelt zurück Jetzt gibt es eine Trennung Die, die nach Hause gehen Gute Fahrt Die, die uns am Networking Dinner Begleiten werden Werden nachher wieder Sich in diesem Raum einfinden Damit wir hier um 18.30 Uhr Wieder beginnen können Jetzt möchte ich Sie bitten Diesen Raum möglichst schnell zu verlassen Und sage mal Bis bald Oder kommen Sie gut heim Danke vielmals Super Gelächter Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. 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 und und auch sehr vielversprechende Podiumsdiskussionen, die ja auch eine wahre Freude gemacht haben. Ja und heute Abend wird es genauso weitergehen. Wir haben ein paar Grußbotschaften für Sie. Wir freuen uns riesig, dass die Dame und der Herr für die Grußbotschaften hier sind. Und auch heute Abend werden Sie nochmals großartige, einzigartige, besondere Persönlichkeiten sehen und kennenlernen. Ja, so, wir legen gleich los und ja, in dem Sinn übergebe ich das Wort zum Start an den Präsidenten vom Schweizerischen Städteverband und Stadtpräsident von Frauenfeld hier mit einer Grußbotschaft in Basel an der Stockholm. Herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite und vielen Dank für die Einladung. Sie sehen das Logo des Schweizerischen Städteverbandes hier. Wir bilden zusammen mit anderen sozusagen das Fundament dieser zwei Tage. Schon 2017 durften wir vom Schweizerischen Städteverband aus Mitinitiator sein der Smart City Days. Und das hat sich, wie Sie sehen, weiterentwickelt. Wir reden jetzt von Sustainability Days. Sustainability, ein Wort erhalten, bewahren, klingt für meinen Geschmack etwas konservativ. Erhalten, bewahren. Wenn man es dann auf Deutsch sagt, so wie Frau Huber und dann sagt nachhaltig, ja. Wenn man die Herkunft weiß aus der Forstwirtschaft, ist vielleicht auch noch ein bisschen konservativ. Sie sehen es meinem Namen an. Ich bin kein ganz so richtiger Ursprungsschweizer. Ich bin ein typischer Sekunder aus Dänemark. Auf Dänisch würde man sagen, Baerdükti. Baerdükti, also tragfähig. Tragfähig, auch eine Übersetzung für dieses Sustainability. Es geht um Nachhaltigkeit, Sustainability, es geht um Baerdükti, es geht um Tragfähigkeit, es geht darum, dass wir noch einige Schritte zu tun haben. Wenn wir es dann kombinieren, eben mit Smart, mit Innovation, dann bekommt es eine Richtung, die mir dann besser gefällt als nur das konservative, erhaltende, bewahrende. Es muss nach vorwärts gerichtet sein. Und wir haben, nicht erst seit gestern wissen wir, dass wir noch viel zu tun haben. Gestern das Urteil des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte, heute weit, also schon gestern intensiv diskutiert, heute erst recht. Parteikollegen von mir, die das dann als ein Affront und ein Steilpass an die SVP titulieren, wenn man es nüchtern betrachtet, und das ist meine Art und Weise, solche Sachen anzuschauen, wenn man es nüchtern betrachtet, dann hat das Gericht recht. Natürlich, ein Gericht hat immer recht. Aber es hat auch sachlich, nüchtern betrachtet recht. Es stellt einfach fest, die Schweiz tut zu wenig gegen den Klimawandel. Das weiß die Schweiz eigentlich selber schon. Sie weiß, dass sie die Ziele 2020 nicht erreicht hat. Sie weiß, dass es sehr, sehr herausfordernd sein wird, weitere Ziele zu erreichen. Und das betrifft ja nicht nur die Schweiz. Das betrifft Europa, das betrifft die Welt, das betrifft uns alle. Das betrifft auch die Städte. Wir haben viel zu tun. Wir haben noch nicht genug getan. Und Sie zeigen heute und morgen an Ihren Ständen, was es alles noch für Möglichkeiten gibt. Und ich denke, einer der großen, wichtigen Katalysatoren für die weitere Entwicklung und für eine schnellere und eine effektivere Entwicklung ist die Digitalisierung. Das, was wir eben verbinden mit diesen Smart-Gedanken auf der einen Seite, Sustainability auf der anderen Seite. Wenn wir das kombinieren, ich denke, dann kommen wir schneller voran und das müssen wir auch. Wir müssen schneller vorankommen. Seitens der Städte, ich vertrete den Städteverband, das sind 130 Städte, das sind drei Viertel, 75 Prozent der Bevölkerung in der Schweiz wohnen in Städten. Das ist natürlich immer eine Definitionsfrage. Es ist nicht Bangkok, es ist nicht Singapur, es ist nicht New York, sondern es ist die Schweiz. Und da gilt eine Stadt halt ab 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern schon als Stadt. Und wenn man dann noch in einer Agglomeration ist, dann gilt sogar Lachenschwitz mit nur gerade 7.000 Einwohnerinnen und Einwohnern schon als städtisches Gebiet. Ja, aber so ist es einfach. Und wir haben in diesen Städten, in den Mitgliedergemeinden des Städteverbandes, haben wir viel schon getan. Wir haben sicher viel getan. Wir haben in Innovation investiert, wir haben in Digitalisierung investiert, wir haben in Nachhaltigkeit investiert, wir fahren elektrisch, wir schmettern so viele Sonnenkollektoren aufs Dach wie irgend nur möglich. Wir versuchen das auch zu vernetzen, smart zu vernetzen, smart grid als eines der Möglichkeiten, die wir haben. Wir haben viel getan, aber wir müssen noch mehr tun. Wir müssen noch mehr tun, es gibt genug zu tun. Wir haben viel Luft nach oben, das sage sogar ich mit meinen zwei Metern. Auch ich habe noch viel Luft nach oben. Wir alle haben viel Luft nach oben und es freut mich, dass Sie aufzeigen an den Ständen, miteinander auch im Gespräch aufzeigen, was Ihr Beitrag zu diesem Wir-können-noch-mehr-tun ist, was unser gemeinsamer Beitrag ist. Das wird uns voranbringen und dafür danke ich Ihnen und wünsche Ihnen weiterhin eine gute Tagung im Sinne der Nachhaltigkeit. Vielen Dank. Herzlichen Dank an das Stockholm Jahr. Wir mögen Berdigti. Das Wort werde ich mir jetzt merken. Dankeschön für die Grußbotschaft und wir haben noch eine weitere Person, die Sie auch begrüßen möchte. Und zwar ist es die Direktorin von Innosuice, der Schweizerischen Agentur für Innovationsförderung. Wir freuen uns, dass Sie hier bei uns in Basel sind. Herzlich willkommen, Annelies Eckimann. Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Auch wir sind hier vertreten, hier mit dem Schweizer Kreuz. Wir sind eine, es wurde schon gesagt, Innovationsförderagentur, die Innovationsförderagentur des Bundes zur Förderung der wissenschaftsbasierten Innovation. Ich freue mich sehr, heute als Vertreterin von Innosuice hier an der Networking Dinner Party teilnehmen zu können und auch morgen an den Sustainability Days. Ich denke, wir als Innosuice, als Innovationsförderagentur, sind an diesen Sustainability Days genau richtig. Denn wenn wir nachhaltiger werden wollen, ökologisch, ökonomisch, sozial, braucht es Innovation. Es braucht viel Innovation. Selbst wenn wir alle einfach verzichten würden, es würde nicht genügen, nachhaltig zu werden. Es braucht Innovation. Und deshalb denke ich, sind wir hier am richtigen Ort. Wie gesagt, wir fördern wissenschaftsbasierte Innovation und tun dies im Interesse von Wirtschaft und Gesellschaft. Das ist der Auftrag, der uns ins Gesetz geschrieben ist. Entscheidend für die Förderung, für unsere Förderung, ist die Qualität der Innovationsvorhaben. Und qualitativ hochwertige Innovationsvorhaben sind immer auch nachhaltig. Das darf ich heute sagen. Das ist mit Sicherheit so. Innosuice will insbesondere die Innovationskraft von kleinen und mittleren Unternehmen stärken und sie will verheißungsvollen Start-ups zum Durchbruch verhelfen. Wir tun dies auf verschiedene Weise. Beispielsweise über Innovationsprojekte. Das können grössere oder kleinere Projekte sein. Es können bahnbrechende Innovationen damit angestrebt werden. Oder die Projekte können auch ein etwas kleineres Ausmaß haben. Es könnte beispielsweise auch sein, dass wir ein Team von Hochschulforschenden finanzieren, damit diese einer kleinen Werkzeugfirma mit ihrem wissenschaftlichen Know-how helfen, ihren Produktionsprozess effizienter zu gestalten. Und effizienter heisst in diesem Fall schneller, weniger Ausschuss und vor allem, denke ich in heutiger Zeit, auch energieschonender. Also durchaus ein nachhaltiges Projekt. Wie bereits erwähnt, unterstützen wir auch Start-ups auf vielfältige Weise, sei es durch Coaching oder auch Projektbeiträge. Start-up-Gründerinnen und Start-up-Gründer zeichnen sich durch ihre Begeisterungsfähigkeit und ihre hohe Leistungsbereitschaft aus. Sie sind oft aber auch sehr ambitioniert mit ihren Geschäftsideen und sie wollen zu einer besseren Welt beitragen. Das ist nicht immer so einfach und wir helfen ihnen dabei, Stolpersteine wegzuräumen und nach Rückschlägen auch wieder aufzustehen und weiterzufahren. In dieser Hinsicht besonders beeindruckt hat mich zum Beispiel ein schweizerisch-kenianisches Start-up, das vor Ort für den afrikanischen Markt aus rezykliertem Material hochwertige, aber sehr preisgünstige Beinprothesen herstellt. Mit anderen Worten ein nachhaltiges, vor allem auch ein sozial nachhaltiges Projekt. Ein anderes Start-up, das gerade kürzlich einen namhaften Projektbeitrag erhalten hat von uns, will nichts weniger als die Schwerindustrie revolutionieren. Statt durch energieintensive Destillation sollen chemische Trennverfahren in gewissen Fällen künftig mit einer Molekularsieb-Technologie durchgeführt werden. Diese mechanische Trennung benötigt weniger Wärme, weder Wärme noch Kälte und kann den Energieverbrauch dadurch bis zu 90% senken. Das ist ein riesiges Potenzial, ich glaube, das sieht man auf den ersten Blick, aber der Weg zum Erfolg, der wird noch lang sein und der ist auch ungewiss. Und das gehört zur Innovation. Derartige Beispiele könnte ich noch einige beifügen, aber ich möchte es hier bewenden lassen. Ich möchte einfach sagen, es ist ein Privileg, für mich auch ein persönliches Privileg, dass wir mit InnoSwiss einen Auftrag für den Bund wahrnehmen können, KMUs und Start-ups dabei zu unterstützen, mit ihren Innovationen erfolgreich zu sein und gleichzeitig zur Nachhaltigkeit der Schweizer Wirtschaft und Gesellschaft beizutragen. Sie haben wahrscheinlich schon gesehen, wir haben auch einen Stand draußen, also wenn Sie selbst auch Interesse haben, Näheres von uns zu erfahren, morgen ist er wieder besetzt und wir sind gerne bereit, Ihnen auch entsprechend Auskunft zu geben. In diesem Sinne möchte ich Ihnen einen unterhaltsamen und interessanten, genussvollen Abend wünschen. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, Annelies Ecke-Mann. Ja, Schweizer Unternehmen und der Klimaschutz, das ist das Thema der nächsten 15 Minuten. Wir stellen uns die Frage, wo stehen die Unternehmen heute und wohin geht die Reise? Wir sind gespannt, das eine oder andere zu hören und freuen uns, dass er hier ist, und zwar der Co-Geschäftsleiter und Direktor Global Marketing bei My Climate. Herzlich willkommen, Kai Rasmus Landwehr. Ja, vielen Dank für die Einleitung, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich fühle mich nicht nur froh und glücklich, sondern auch ein wenig geehrt, weil ich hier jetzt die ehrenvolle Aufgabe habe, der Warm-up oder vielleicht besser die Vorband zu sein für zwei ganz großartige Speaker, die heute Abend noch kommen werden, mit Raphael Donjon und Ernst-Ulrich von Weizsäcker. Das ist mir eine große persönliche Freude. Mein Beitrag, Schweizer Unternehmen im Klimaschutz, ich habe ihn genannt Under Pressure, den möchte ich jetzt gleich gerne starten. Ich starte ihn aber sehr, sehr demütig mit einer zweifachen Entschuldigung. Für den ersten Fakt, für den ich mich entschuldigen muss, da kann ich nichts. Ich bin der Letzte, der zwischen Ihnen steht, zwischen dem Refail Ihres Glases und den leckeren Vorspeisen. Müssen Sie noch meine Slides jetzt ertragen. Stichwort Slides ist das zweite, dafür kann ich tatsächlich etwas, weil viele von Ihnen im Raum werden wahrscheinlich heute einige Slides gesehen haben. Jetzt kommen noch ein paar weitere. Viele Inhalte werden Sie heute in der einen oder anderen Form auch schon gehört haben. Ich greife Sie noch dementsprechend auf. Ich hoffe, ich setze Sie vielleicht in einen leicht anderen Kontext. Und das verspreche ich Ihnen, ich werde Ihnen zwei, drei andere Visualisierungen auf jeden Fall zeigen oder eventuell zumuten. So, funktioniert es? Schauen wir mal. Jawohl, funktioniert. Da gehe ich gar nicht darauf ein. Das hilft mir eher so. Das ist für mich, dass ich weiß, wo ich ungefähr hin will in den nächsten, jetzt sind es noch 13,5 Minuten. Ich habe meine Präsentation in vier Gliederungen unterteilt, mehr oder weniger. Und ich möchte gerne mit einem positiven Fakt, mit einem Hoffnungsschimmer abschließen. Vielleicht ist das auch ein Hoffnungslicht. Vielleicht braucht es das gar nicht, weil wir heute schon hier in der Halle und auch in diesen Räumen ganz, ganz viele tolle Lösungen gesehen haben. Was auch für mich meistens ist, ist dieses Bild, was ich sehr gerne nutze, um mich persönlich selber vorzustellen. Heute ist es das letzte Mal, dass dieses Bild zum Einsatz kommt, weil es ist zehn Jahre alt. Man mag es ein wenig sehen. Es ist eine Visualisierung, die Sie wahrscheinlich noch nicht gesehen haben. Den Original-FIFA-WM-Pokal im Wickelraum des Starbucks am Zürcher Hauptbahnhof. Sieht man nicht alle Tage dieses Bild. Ich zeige das aber ganz gerne, um eine Analogie zu machen. Ich bin ein wahnsinnig großer Freund von Analogien. Das ist die erste. Es folgen noch zwei weitere davon. Und zwar, wenn es um das Thema Klimaschutz geht, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht. Es ist kein Spiel. Es ist auch definitiv kein Wettkampf, obwohl wir einen starken Gegner in uns selber haben. Aber es ist eine Herausforderung, eine Aufgabe, die wir, und da ist es dem Fußball nicht ohne ähnlich, erfolgreich bestreiten müssen. Und das müssen wir nicht nur erfolgreich bestreiten. Das können wir nicht alleine tun, sondern das müssen wir im Team tun. Das Team, dem ich mich angeschlossen habe, die Stiftung My Climate, so viel Eigenmarketing darf mir in meiner Rolle vielleicht erlaubt sein, sehen Sie hier mit ein paar Fakten dargestellt. Es gibt uns schon seit über 20 Jahren. Wir sind in Zürich. Unser Team ist nicht elf Spieler oder Spielerinnen groß, sondern jetzt mittlerweile mehr als 200. Und das Wichtige ist eigentlich eben, dass wir aus der Schweiz kommen, von der Schweiz aus wirken. Aber unser Team sich eigentlich über unsere Partner und Partnerschaften erstreckt. Partner und Kundinnen und Kunden. Das sehen wir im Prinzip gleich. Und die sind eigentlich europaweit verteilt. Und wir spielen das Spiel auf drei Feldern. Auf dem Feld der Beratung, auf dem Feld der Bildung und auf dem Feld der Reduktionsmaßnahmen außerhalb der Wertschöpfungskette. Früher gab es da einen kürzeren, einfacheren Begriff, Klimaschutzprojekte oder Kompensationsprojekte. Das hat sich aber geändert. So viel als Intro. Jetzt ist die Frage, warum Under Pressure? Warum habe ich diesen Begriff gewählt? Ich glaube, im Programm ist dieser Beitrag als Schweizer Unternehmen im Klimaschutz. Wo stehen wir? Was sind die Herausforderungen? Wie ist auch der Vergleich? Und als ich mich mit diesem Vortrag hier auseinandergesetzt habe, habe ich mir gedacht, es ist schwierig zu versuchen, die Schweizer Unternehmenslandschaft einzuordnen. Für so ein Publikum wie Ihnen ist das vielleicht auch nicht gerecht, weil man sehr schnell so in so ein Benotungssystem, in ein Vergleichssystem reinkommt. Wenn ich die Schweizer Wirtschaft zu negativ darstellen würde, aus meiner persönlichen, subjektiven Wahrnehmung, da würde ich wahrscheinlich den meisten hier in den Raum Ihnen, die sich schon sehr, sehr stark um den Bereich Nachhaltigkeit, Klimaschutz kümmern, Unrecht tun. Also wähle ich einen etwas anderen Ansatz und zwar möchte eigentlich das Umfeld, in welchem Umfeld bewegen sich die Schweizer Unternehmen im Klimaschutz und in der Nachhaltigkeit, darauf möchte ich eingehen. Und das ist ein Umfeld, was wirklich Pressure hat, wo wirklich Druck herrscht. Und der Druck, der kommt auch noch gemeinerweise aus ganz vielen unterschiedlichen Seiten. Der erste, das ist so der ganz offensichtliche Druck, ist der Klimawandel. Der ist auch da, der ist nicht mehr etwas, was in ferner Zukunft liegt. Also wenn wir sagen, 2050 beginnt der Klimawandel, weil da haben wir unser netter Nullziel gesetzt, da sind wir auf dem falschen Dampfer. Wir merken den Klimawandel heute schon, wir merken ihn vor allem hauptsächlich an Extremwetterereignissen. Nicht jedes, Klammer auf, ist durch den Klimawandel induziert, deren Häufigkeit, deren Intensität hingegen schon und ist auch nicht nur auf die südliche Hemisphäre beschränkt, wo wir Dürren sehen, wo wir Waldbrände sehen, sondern Starkregenereignisse haben wir auch hier in Mitteleuropa, Deutschland, in der Schweiz in den letzten Jahren spüren müssen. Deswegen bitte, bitte, falls Ihnen das jemand sagt und man hört diese Stimmen immer häufiger heutzutage, ja gut, kann man eh nichts machen, wir müssen doch jetzt investieren in Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel. Habe ich heute eine sehr gute Stimme gehört, die gesagt hat, aufräumen ist immer nur die zweitbeste Variante. Hier bin ich mir noch nicht mal sicher, ob es die zweitbeste Variante wäre, weil es ist unfassbar teuer, wenn wir das machen und kontrollieren würden wir es nicht können. Deswegen vorbeugen, vorbeugen, wenn wir es noch können. Das heißt, sich zu engagieren im Klimawandel, dieser Druck des Klimawandels ist das Richtige zu tun. Erster Druckpunkt für Unternehmen. Da gibt es aber noch die zweiten. Also wir haben so viele Themen momentan gerade dort draußen und wir vergessen diese Bilder immer noch, aber dieses Bild hier aus Bern ist vom letzten Herbst. Es ist immer noch ein elementar wichtiges Thema, was die Menschen bewegt. So und die Menschen, die können wir jetzt in Gruppen einteilen, da können wir sagen, ja die Menschen, das sind ja meine Kundinnen, wenn ich Endverbraucher-Business habe. Kundinnen und Kunden, da muss ich mich doch positionieren, die erwarten von mir als Unternehmen, dass ich dort meinen Beitrag leiste. Vielleicht sind Sie aber auch ein Unternehmen, was eher Geschäftskunden hat. Vielleicht sind Sie selber Teil einer Lieferkette von einem Koop, von einem Ikea etc. Dann ist es für Sie elementarst wichtig, ein Riesendruck, dass Sie sich diesem Thema stellen, weil diese großen Unternehmen müssen ihre Lieferketten, Scope 3 haben wir heute sicherlich mehrfach gehört, die müssen Sie im Griff haben. Und da geht die Erwartung an Sie. Das heißt, der Markt drückt auch noch neben dem Klimawandel. Aber der Mensch ist ja noch viel mehr. Der Mensch geht auch zur Arbeit. Und das habe ich heute auch in einem anderen Beitrag gehört. Gerade die jungen Menschen, die Young Talents, die neu, die unsere Unternehmen auch in Zukunft und auch die Schweizer Wirtschaft weiterbringen werden. Also erstmal gibt es von denen gar nicht mehr so viele. Zweitens werden das auch nicht unbedingt mehr in der Zukunft. Und drittens ist für Sie das Thema einfach immer noch extrem relevant. Das ist das Credit Suisse Sorgenbarometer, zumindest die letzte Veröffentlichung. Und da ist Umweltschutz und Klimawandel einfach immer noch extrem weit vorne. Neben den anderen Sachen, die die Menschen bedrücken. Das heißt, auch hier ist es hinsichtlich der bestehenden Mitarbeitenden und zukünftiger Mitarbeitenden essentiell, sich mit dem Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen. Aber da gibt es dann tatsächlich neben dem Markt auch noch das Kapital. Ist jetzt gar nicht so im marxistischen Sinne gedacht. Aber es ist auch ein Thema, was Investorinnen und Investoren, auch Ratingagenturen, heutzutage tatsächlich mehr betrachten. Also diese Studie vom European Investment Fund sagt, dass tatsächlich von den Venture Capital Gebern, drei Viertel, von den Business Angels, immerhin knapp zwei Drittel mathematisch knapp, hin, darauf Wert legen in ihren Entscheidungsprozess, ob sie in ein Unternehmen investieren. Und gerade die jungen, die innovativen Unternehmen, die hier sind, haben damit einen Wettbewerbsvorteil. Und last but not least, und hier kommt Analogie Nummer zwei, kommt die Lawine der Regulation. Ich finde, diese Analogie ist totaler Quatsch, weil politische Prozesse haben mit einer Lawine meines Erachtens wenig zu tun. Also ich bin zum Glück noch nie direkt mit einer Lawine konfrontiert worden, aber ich stelle mir vor, dass eine Lawine, wenn sie einen trifft, dann einen eher überraschend trifft. Da steht man nicht und wartet, bis sie dann irgendwann mal ankommt, sondern man weicht die aus, man geht weg. Und bei dem politischen, oder man stellt sich darauf ein, gut, auf eine Lawine sich einzustellen, da hakt dann diese Analogie. Aber die politischen Prozesse und die Regulation, die kommt, und das sind nur zwei deren, das Klimaschutzgesetz der Schweiz und der European Deal, Green Deal, die sind schon seit Jahren da. Ja, die werden seit Jahren verhandelt. Wenn man die Wette gemacht hat, dass das nicht kommt, okay, die wird man hoffentlich und ziemlich sicher verlieren. Aber das heißt, es kommt auch wirklich Regulation. Das, was früher viel freiwillig war, wird jetzt in einem, und da will ich ehrlich sein, wahrscheinlich in einem Minimalmaß, nicht minimal, aber in einem geringeren Maße reguliert werden. Das geringere Maße ist besser als nichts, ist besser als keine Regulation. Das levelt, das macht das Spielfeld im Prinzip für alle Spieler gerade und bietet aber eben auch für Unternehmen die Möglichkeit, mehr zu machen und weiterhin dort herauszustechen. Das heißt, die Schweizer Unternehmen befinden sich eben in einer multiplen Drucksituation nach dieser Lesart, die wirklich von den Menschen kommt, die von den Marktgegebenheiten kommt und die auch von der Politik kommt. Und Gott sei Dank kommt sie von der Politik. So, was ist dann jetzt die Reaktion darauf? Ist es eine gute Idee, Pläne zu schmieden? Das ist immer eine gute Idee. Wenn ich jetzt CEO werde, würde ich das natürlich auch machen. Die meisten werden es schon getan haben. Pläne haben aber auch gerade, wenn wir in so einer verantwortlichen Position sind, so den großen Vorteil, dass gerade so nette Nullpläne, die dauern. Die nehmen Zeit. Das heißt, ich setze einen Plan, wo ich am Ende weiß, ob ich ihn geschafft habe oder nicht, wenn ich schon längst nicht mehr in der Verantwortung bin, was es angenehm macht, weil dann kann ich diese tiefhängenden Früchte ernten und kann meinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern dann mal überlassen, das Schwerere zu machen. Das Problem, auf das ich Sie aber hinweisen möchte, im Punkt von Klimawandel ist und von Klimaschutz ist, also erstmal, wir sind zu spät dran, wir haben bisher zu wenig gemacht, können wir nicht mehr ändern, ist blöd, aber ist halt so. Es ist ein Langstreckenplan. Und klar, kann ich fokussieren, all das, was ich im Griff habe, mehr oder weniger, Stichwort Lieferkette, kann ich effizienter gestalten, ich kann auch mit Verhaltensänderungen arbeiten, um Fußabdrücke runterzubringen und ich muss natürlich gleichzeitig hoffen, dass ich da, was ich nur bedingt unter Kontrolle habe, sprich Energiehaushalte, aber auch Mobilitäts- und Transportsysteme, dass die sich auf Dauer verändern. Und dann komme ich irgendwann dahin, wo es jetzt auf dieser Grafik alles blau ist, sprich bin also beim Netto Null. Aber was ist damit dazwischen? Und da kommt jetzt die zweite Analogie, die ist noch etwas blöder als die erste, die passt aber ganz gut. Stellen Sie sich das vor, Sie haben jetzt schon ein gesundheitliches Problem, weil Sie starker Raucherin sind oder starker Raucher. Sie können natürlich sagen, von den 20 Zigaretten, die ich jetzt rauche, pro Tag, rauche ich nächstes Jahr nur 18, dann das Jahr darauf folgen 16 und so in 15 Jahren bin ich dann bei Null Zigaretten. Das wird Ihrer Gesundheit nicht sonderlich zugutekommen. Sie werden weiterhin die Gesundheitsprobleme haben, die werden sich verschlimmern. Und das ist eben auch das Problem, was wir beim Klimawandel haben. Das heißt, wir müssen uns auf diesem Pfad, auf dieser Reduktion, der absolut außer Frage steht, müssen wir uns trotzdem um das kümmern, was wir jetzt hier hinterlassen. Aufräumen im Rahmen unserer eigenen Lieferkette. Und das ist jetzt keine My Climate originäre Idee, sondern da komme ich wieder auf diesen Begriff Reduktions- oder Minderungsmaßnahmen außerhalb der eigenen Wertschöpfungskette. Das ist der Weg, das sehen Sie bei der SBTI mit etwas anderen Farben, aber das ist ungefähr die Grafik. Das sind unsere Fußabdrücke, überhalb der Linie. Und die müssen wir runterbringen. Und zwar gerne schneller und gerne steiler, als es hier gezeigt wird. Aber im Idealfall gleichen wir jetzt schon, und das ist freiwillig, da fragt sich kein Regulator nach, gleichen wir das jetzt schon aus. Und zwar, indem wir anderswo, außerhalb unserer eigenen Wertschöpfungskette, dafür sorgen, dass Effizienzgewinne entstehen, dass CO2-Emissionen gar nicht erst entstehen. Und dann, summa summarum, weil es natürlich diese Möglichkeiten weniger werden, absolut, wir eben, da gab es heute auch interessante Beiträge zu, dass CO2 irgendwo fangen und langfristig steigern, Stoff speichern. Aber das ist eigentlich der elementare Weg, wie wir Klimaschutz erreichen können und wo auch Schweizer Unternehmen einen wichtigen Beitrag leisten können. Und das ist so ein Sweetspot, würde ich sagen. Also der ideale Punkt eigentlich, wie Klimaschutz funktioniert, wie man auf diesen Druck eingehen kann, ist eben, dass man im Rahmen seiner Möglichkeiten alles dazu tut, Emissionen zu vermeiden. Und das hat viel mit Wissen zu tun. Das hat mit Wissen um Möglichkeiten, um Alternativen zu tun. Und zwar nicht nur das Wissen, so ein Herrschaftswissen, was man im Management hat, sondern ein Wissen, was sich über eine gesamte Organisation verteilt. Die besten Nachhaltigkeits- und Klimaschutzbotschafter sind die, die wirklich tagtäglich unterwegs sind in den Fabrikhallen, in der Administration, ihre Lernenden. Wenn man die ins Boot holt, dann wird man ganz interessante Wege finden, Emissionen zu vermeiden. Gleichzeitig, Stichwort Planung, ambitionierte, konstante und gerne schnelle Reduktionsmaßnahmen, strategische Ansätze im eigenen Unternehmen mit dem Setzen von wissenschaftsbasierten Zielen. Und gleichzeitig, um wirklich diese schöne Schnittmenge zu erreichen, auch noch der Support in Maßnahmen außerhalb der eigenen Wertschöpfungskette. Das wäre der Weg und jetzt noch der besagte Hoffnungsschimmer, den ich einfach noch gerne mitgehen möchte, weil die Aufgabe, die Herausforderung, Klimawandel und das ist ja nur die erste Welle, dahinter ist noch die Biodiversitätswelle, der Biodiversitätsverlust, etc. Also es gibt noch viel mehr und viel größere Probleme, also es gibt noch weitere und sehr große Probleme. Das Gute ist, gerade hier in der Schweiz, ich nehme dieses Slide auch immer noch ganz gerne, weil es mich damals total schockiert hat, als ich in die Schweiz gekommen bin, ist länger her, das sind aber Probleme, die man eigentlich kennt. Und das sind Probleme, die man in der Vergangenheit auch hat lösen können, wenn man eben jetzt, das ist die letzte Analogie, das Ganze als ein Abfallproblem sieht. Und Abfallprobleme hat man in der Schweiz, Basel kennt das Bild links oben wahrscheinlich noch ganz gut oder zumindest aus Erzählungen, im Bereich von Wasser, Wasserverschmutzung, Abwässern lösen können, mit einer Verursachergebühr und dann Wassermanagementsysteme und Wasseraufbereitungssysteme. Das hat man im Bereich der Haushaltsabfälle, das war das Bild, was mich eher schockiert hat, lösen können, eben auch mit den Zyrisäcken, Baselsäcke, ich weiß nicht, ob sie hier so heißen, sodass man einfach Verursachergebühr gemacht hat und damit Abfallverarbeitungssysteme installiert hat, die by the way als netten Beifang auch der Schweizer Wirtschaft geholfen haben, international tolle Firmen zu entablieren in diesem Fall. Das heißt, wenn wir das mal in unserem Kopf aufmachen und es anders betrachten und das eben auch als ein Abfallsystem sehen, als gasförmige Abfälle, wir haben es zweimal gelöst und wir können es auch wieder lösen und davon bin ich felsenfest überzeugt, deswegen ist das eigentlich mehr als ein Hoffnungsschimmer. Ich danke Ihnen, das hätte jetzt nicht kommen sollen, achso, das ist doch der falsche Knopf, gut. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit, ich würde mich sehr, sehr freuen, bei einem Glas oder etwas anderes noch weiter in Gespräch mit Ihnen zu kommen und lade Sie sehr gerne ein, auch am morgigen Tag zum MyClimate Stand zu kommen. 27 Sekunden überzogen, passt. Danke Ihnen. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Kai Rasmus Lande, ja man hört ja sehr viele sprechende Szenarien, aber es tut auch mal gut, so ein Hoffnungsschimmer zu hören, denn wir haben doch auch schon etwas erreicht. Und übrigens, Zügel-Sack oder so heißt bei uns Beppi-Sack. Wie bitte, ich das verstand Ihnen nicht. Der Zügel-Sack. Ja gut, okay, verstehe. Nein, es pfifft im linken Ohr, es tut mir leid. So, genau. Und bevor es noch weiter pfeift, trinken wir noch etwas gemeinsam. Bevor ich Sie zu Ihrem Flying Dinner loslasse, habe ich noch ein paar wichtige Informationen für Sie. Und zwar sind bei den Ausstellern, rechts stehen die Firmentische bereit und Personen, die nicht Aussteller sind, sich erfreulicherweise angemeldet haben. Da haben wir Tische hier beim Restaurant. Es gibt ein Flying Dinner, wir haben drei Foodmarktstände. Hier ganz hinten an der Wand ist einer und zwei hier vorne. Jetzt komme ich mir vor, wem Flugzeug, aber das machen wir nicht. Also eines hier, aber die Vorspeise ist Flying Dinner. An einem Stand gibt es auch noch eine Vorspeise. Natürlich zelebrieren wir auch die Nachhaltigkeit beim Dinner. So, wir gehen über zum gemütlichen Zusammensein. Wir sehen uns allerdings wieder um 19.30 Uhr, dann mit einem Solarenergie-Pionier hier auf der Bühne. Also 19.30 Uhr, bitte wieder zurück sein nach der Flying-Vorspeise. Guten, bis nachher. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, willkommen zurück. Willkommen zurück. Ich sehe, Sie haben sich bestens unterhalten und es geht hier auch noch weiter. Sie haben danach natürlich auch dann nochmal die Möglichkeit, sich auszutauschen. Und das ist ja auch der Sinn dieses Abends, networking. Wir genießen, zelebrieren das Zusammensein und tauschen uns natürlich aus. So, now, dear ladies and gentlemen, we have the chance to hear and see an explorer, an inspirational speaker and founder of the Planet Solar Foundation and the Project Solar Stratus. I guess we will hear some exciting stories. Please welcome on stage Raphael Donjon and Marc Wierscht from Solarik. Welcome on stage. Guten Abend, meine Damen und Herren. Danke, dass Sie so viele hier sind. Wir haben Solarbaute zusammengebaut. Das erste Solarboot, wo über den Atlantik gefahren ist, von Basel nach New York, ist hier gestartet. Die Sonne 21 in Basel, das war 2006. Und sie ist glücklich angekommen in New York, es hat geklappt. Also die Technik funktioniert, schon 2006. Und mit Raphael hatten wir dann eine andere Idee, ein Projekt rund um die Welt. Und Raphael, vielleicht kannst du uns sagen, wie deine Idee kam, mit einem Solarboot rund um die Welt zu fahren. Thank you, Marc. So, I will do in English, because a German is, you will not understand anything like me. So, how I got that idea to go around the world with a solar boat. For me, this, it starts, because I love to go to Greenland, to Iceland. I don't know if you know this place, on the north of our planet. And I went in Iceland for the first time in 1993. And I went to a big glacier, Myrdagoskul. And it was really a nice place, nice glacier. We stayed there for one week. And 11 years later, in 2004, I went back to this place. It took me about two hours to find the place, because everything was changing. And when we were exactly at the same place than 11 years before, the glacier was not there anymore. So, for me, at that time, I understood that the climate change is something that is real. It's not something just that we can read on the newspaper or some scientists that they are talking about, something that is not true. And at that time, I said, okay, I need to find an idea to explain and to demonstrate that we have everything to change. And it's exactly at this time, in 2004, September 2004, that I had this crazy idea to go around the world, just powered by the sun. And it was maybe just a week later, I went to the place of Mark Wüst, a pioneer, from the beginning. And I asked Mark, okay, Mark, do you think it's possible to go around the world with a solar boat? And it's how this amazing adventure starts. Yeah, and then we went with the Sun 21 in the Karibik. Like I said, it worked and there came Raphael to talk about it, to discuss what problems you have with so a ship or what you have to pay attention to it. Und wir haben zusammen getaucht und gut Fisch gegessen, also es war immer toll in der Karibik, kann ich allen empfehlen, mal noch darüber zu gehen. Und was hast du gelernt von dieser ersten Reise vom Planet Solar, Entschuldigung, von der Sun 21 über den Atlantik? Was wurde dann interessant für dein Projekt? So, first of all, Mark, you forgot your red cup, because you look much better with the cup. I'm sorry, Mark. So, I was lucky. I was able to go on board of the Sun 21. It's an amazing project. We start in Basel with Martin Wossler and Mark. This guy, a real pioneer. And for us, it was really nice, because we were able to put a data logger on board of this boat who crossed the Atlantik from Spain to New York. It was, these pictures, it's actually in North Cove Marina in New York. And with this data logger, we were able to design the software to find the route of Planet Solar and to go around the world. But also, with this software, we were able to design the battery. Because when you want to go around the world with a solar boat and you want to cross the Pacific or a big sea, you need to find the sun for 30 days, 40 days. And this is a big challenge. And also, you need some battery, but do you need just for the night, or do you need for three days of battery, two weeks, or one month? And it's really with the experience of the Sun 21 and what we did with the Sun 21 that we were able to start and to design Planet Solar. It's still today the biggest solar boat in the world, 30 meters long, 25 meters wide. We are still today the solar vehicle who did the longest distance ever, 60,000 kilometers just powered by the Sun. And I have a short movie of this amazing adventure that we had between 2010 and 2012. Mark came on board, actually, in Singapore. You were the captain on shore, but you were the captain of the boat for two weeks. You were the captain of the boat, and you were the captain of the boat for two weeks. You were the captain of the boat, and you were the captain of the boat. You were the captain of the boat, and you were the captain of the boat, and you were the captain of the boat. You were the captain of the ship, and you were the captain of the boat, and you were the captain of the boat. Waterpump, diese Art of things. Guess, dass alles, was I-Tech auf dem Board auf Planet Solar funktioniert ohne Probleme von Monaco zu Monaco. No Problem at all. Aber natürlich, die Shower stopt zu work vor dem Pacific. Die Toilette, also. Das ist auch, wenn wir die Soldaten auf dem Golf. Und auch, eine der Kontrollen der Blades. Und die Blades war mit dem Pitch-Kontroll. Und wir haben eine der Pitch-Kontrollen. Wir haben eine Propoller. So mit einem Katamaran von 15 Metern weit mit nur einem Propoller, wir machen es so, und wir driften in der Mitte des Pacific. Wir waren sehr nahe, zu nicht auf der Welt zu gehen mit diesem Boot, aber nicht weil die Batterie war empty oder weil der Solar System nicht funktioniert. Die Batterie war immer voll, selbst in der Zeit. Aber wir konnten diesen Problemen wiederholen, zurückzukommen zu Bora Bora. Das war einer der schwierigsten Zeiten des Projekten. und wir mussten dort drei Wochen in Bora Bora mit der französischen Frau und der Frau, das war wirklich schrecklich. Und was hast du jetzt heute für neue Projekte? Kannst du die uns schnell zeigen? Wir haben noch zwei Minuten. Wir sind nicht über die Zeit. So, das neue Projekte ist, was du fragst mir? Ja. Ja, so jetzt, das neue Projekte, nach Planet Solar, wir müssen uns mehr ambitionen. So, der Ziel, nach dem ersten Mal in der Welt, powered by the Sun, ist, dass es die erste in der Stratosphäre, powered by the Sun. Es ist der Icarus dream, das wir wollen, zu erreichen 4,000 Jahre später. Of course, wir müssen uns bemerksam, wir wollen nicht burnen, unsere Wings. Das ist einer der Herausforderungen. Und, ich habe ein shortes Film, das Sie können sehr schnell verstehen, was wir versuchen, zu erreichen mit der Solar Stratus-Team. A human dream, powered by solar energy, to the edge of space. Wir sind die ersten zu bauen ein solarer bi-platz, zu erinnern, ein Mensch in der Stratosphäre. Und, wenn wir die ersten, Crashen, es muss er bankschen, es muss eröffnen, es muss erb vibriert, es muss erbauen. dass wir die Schokoladen all die N beaucoup deen Zukunft zu erbauen, umbauen, und sich umann. Das ist der支 Schnittstelle Untertitel Erbauen Das ist der Beteil Čut Untertitel Das ist Erbauen off Erbauen und Erbauen Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Wow, eindrücklich. Und wie ist jetzt dein nächstes nautische Projekt, das du vor hast? Ja, so Solar Stratos ist eine große Herausforderung. Wir haben ein weiteres Projekt, kleiner, mit Marc und mit der Firma Growth Boat. Wir wollen eine Solar Boat, wie Sie sehen, auf der Lake Titicaca. Das wird der höchste Solar Boat ever. Für eine Wissenschaft, eine Archeologie, und wir hoffen, dass diese Boat wird auf der Lake Titicaca nächstes Jahr. Maybe to close my speech, I just want to tell you something. We are now facing a big climate change challenge. Of course, we can start to say it's too late and we don't know how to do it. I am explorer, but we are all explorer. And I think we need now in Switzerland we have this pioneer spirit, adventure spirit. We need to have this spirit to change. It will be good for the planet. It will be good also for our country, for Switzerland, to protect our glacier. But it will also be good for our economy. So I will not close my speech with thank you, but with please, please, and good luck. Thank you very much. This is your applause. I see you had amazing and exciting trips and more to come. We wish you good luck. All the best. Thank you. That's your applause. Thank you, everyone. Bye-bye. Yeah, and now, ladies and gentlemen, I'm looking forward already the whole day. Now we have the honor to present you a distinguished German scientist and politician. He has made significant contributions in many spheres. He held various academic positions and has been a member of the German Bundestag. Later, he held the position of co-president of the Club of Rome. That's an influential global think tank dedicated to addressing pressing challenges such as climate change, resource depletion and social equity. His commitment to environmental issues and sustainable development has been unwavering. And now, please give him a big, big, big hand. We are very happy he's here, and it's a huge honor for us. Please welcome him. Give him a big applause. Here is Ernst Ulrich von Weizsäckl. Thank you. Thank you. Well done, you. Okay. Yeah, yeah, okay. Thank you very much. So, give him an applause. I'm sitting there. That's well. Fine. Well, it's fine. Okay. So, here he is. Again, a big applause. Ernst Ulrich von Weizsäckl. Thank you so much. Thank you. Thank you. Well, I was asked to speak English, which is fine. My last job was actually in California. I was the dean of the Californian Institute for Environment. And today, I'm talking about the sustainability. And I'm saying that sustainability could be a two-sided sword, you know. The United Nations had a wonderful sustainability agenda with its 17 sustainable development goals. It was unanimously adopted, which is not the normal procedure at the United Nations, but it so happens everybody agreed. But the trouble is that it is essentially two very different activities. One, essentially, is growth, growth, growth. And this is what most people want, of course. They want to be rich. And that means, essentially, that numbers one to eleven is essentially growth, growth, growth. And that, by itself, is not at all sustainable. How could you call that sustainable? And then, there are the three environmental sustainable development goals. Climate, oceans, and biodiversity, 13, 14, 15. They are a totally different animal. So, as I said, the SDGs are two very different animals. The first eleven SDGs are meant for aggressive growth. That's one to eleven. And then, SDGs 13, 14, 15, I mentioned them, are meant for helping the planet's environment. In other words, if we humans ignore climate, SDGs 13, oceans, 14, biodiversity, 15, our planet would miserably collapse. That's a reality. I mean, you will have heard about the Court of Human, humans, yesterday, about Switzerland, saying, you better do more for protecting climate. There were elderly people from Switzerland saying so, and the Court exactly said yes. which is the opposite of 11 SDGs, which are aggressive growth. But nobody would admit that. So, let us, therefore, create a pyramid instead of this rectangle thing. The SDGs 13, 14, 15, that's the lower part. And that, in fact, is the resource base of a pyramid. And the first part of the pyramid is essentially well-being. And the center one is production and consumption. And the question is, who is winning? Essentially, it's always growth that is winning. That's, this is the human mentality. You all know that. But, if the ecological basis is crushing, there is no chance for production and well-being, the second and the third part. So, we better create some kind of cooperation between the two. And not always saying, well, we need growth, or no, we need climate. That's ridiculous. It has to be brought together. But, the most admirable investors, they are assembled in the so-called impact investors. And they declare impact for sustainability. So, this community wants exactly that. The question is, what do they mean for sustainability? Well, the first ones are all inside the growth, growth, growth thing. You know? As simple as that. So, it begins with health. Everybody wants health. No question about it. And then, nearly everybody wants more energy. And, one more wants more buildings in cities. And then, SDG2 means overcoming hunger. Lovely. Okay. But, that means more agriculture. And, agriculture is the worst enemy of biodiversity. But, nobody would admit that. And then, finally, education. Everybody wants one. Everybody wants one. While, for the ecological SDGs, climate, biological diversity, and oceans, the investment is pretty small. It's nearly negligible. So, don't blame the investors. They live from earning money. Not from saving biodiversity or stabilizing climate. Most of you know precisely what an investor is doing. But, now comes the very unpleasant reality. A strict parallel between economic growth, which everybody wants, and carbon dioxide emissions. They go hand in hand, and they are proud of it, but it's a disaster for climate. It's a reality. You know, there is this picture, nearly 10 years old, in which the eight most important or relevant economic sectors have the little dots, which are the countries, on the left-hand side, the poor countries, and on the right-hand side, the rich ones. And, from bottom to the ceiling is the carbon dioxide emissions per capita. And, as you see in the green line, it goes perfectly hand in hand. The richer, the more carbon dioxide, and the worse for the climate. It's a reality. This is science. It's not a wish thing. No, 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 no. It's science. It's the most unpleasant result of science. So, let us look at facts. Can we get construction, manufacture, trade, or mobility, without more carbon dioxide and heat? Unfortunately, no chance under the old conditions, those which are governing us today, including in Basel. But, maybe there are some new conditions. But, which ones? I think I should speak 15 minutes about new conditions. I don't have so much time. So, new conditions habit can be climate-friendly, cheap solar energy. I mean, this boat and the airplane. Fantastic. Congratulations. Anyway. And the circular economy, beginning by Factor 5, which is actually the title of a book which I printed some 12 years ago or so. And that makes it a lot easier doing great things with much less damaging of biodiversity and climate. And then, of course, modest lifestyles, instead of super wealth. Solar energy. During the so-called heat catastrophe of the 1970s, where energy was terribly expensive, one calculated the cost of creating solar energy from electricity or so. And it was immensely expensive. But, 45 years later, it became cheap. This is the picture. from something like 100 Swiss francs per gram to nearly 1 20th of one franc. So, an enormous improvement of cheap function. So, in the 1970s, it was completely unaffordable. But, today, even in Switzerland or Germany or so, it has become just more efficient, effective, cheap, in comparison with nuclear or oil or gas or, well, essentially, Earth. So, solar gets cheaper, nuclear gets more expensive. It happens to be a U.S. picture, but it's more or less the same in Western Europe. I mean, in France and in Bavaria, in Germany, they have never understood it. They still believe that nuclear is okay, but they don't count all the side effects, which are very, very expensive. Okay. And this is the circular economy. Some 15 years ago or so, together with a wonderful Australian team, I wrote that book, Factor Five, which essentially shows that all the things we are proud of can be done five times more efficient. Isn't that fine? You can do that. Like homes. My family and I are living in a so-called passive house, which essentially means we have no heating cost, even in strong winter, that's a wonderful thing. We have a heat exchange ventilation that makes it absolutely possible. In Switzerland, you also have them. They call them slightly differently. Anyway, and this was translated into Chinese, and when I was in China, everybody was saying exactly this is what we want in the, well, let us say, eighth or ninth, five years plan. So, they know they cannot really become prosperous unless they become more efficient. So, but this is only the first part. And then you have to go further than that. You can probably go up to something like Factor 20. And then the circular economy can move to what is called cradle to cradle. So, the other thing is the inbuilt obsolescence, meaning whatever you create, a car or a computer or whatever, has to be broken after 15 years, which is great for the manufacturers because it means after 15 years they have to buy the new one. So, they love it. The financial community loved this inbuilt obsolescence idea. But we have a wonderful professor in Geneva, in Switzerland, who has written a book about overcoming this inbuilt obsolescence. And cradle to cradle means whatever falls out is no longer needed. And you can reuse it. It's a fantastic way for the next generation of products. So, I'm a friend of Michael Brungard. I also met Professor McDonough when I was in New York at the United Nations, and he gave a fantastic speech there. So, now, the most contentious and difficult part is lifestyles. Modest instead of super wealth. Clearly, there are thousands of rich people worldwide, but they are not living in a sustainable way. I mean, think of the billionaires in America, but also in China or in Germany or wherever, Switzerland. These, this mentality and practice is in no way sustainable. Now, I'm giving you three out of a hundred wonderful books on becoming more modest, more elegant, less consuming without losing good living. Tim Jackson, one of the greatest people of the United, of the, well, I'm core, I was core chair of the, ah, help me. The, the, well, the, ah, anyway, what is meant as the, ah, word of limited growth. Okay, and, ah, Robert Costanza, he lived in Australia, but he is American, with his, ah, friend, Ida Kubishevsky. They, ah, wrote a book, a wonderful book, about beyond GDP. So, getting more pleasant with less GDP. And then, at the fiftieth year of the Club of Rome, Club of Rome is the mean, um, we made a book under the, with the title, come on, Capitalism, Short Termism, Population and the Destruction of the Planet. That's the subtitle, and essentially what we say there is we can change our civilization in a way that, um, the planet does not suffer, rather less, and technologies are coming in, like that boat that we have been seeing, and a factor five story, or factor 20, or what, or what else. And all that has to become the first, um, activity at universities, at technological universities, et cetera. And you, of the financial community, would make more money by doing the right things. And this, I hope, will be the hope and practice of all you in this room. Thank you very much. I have a, a book here in German, So Reicht Das Nicht. It doesn't, uh, work this way. Uh, this has been the shy kind of, um, activity that some people are using. And it is simply not good enough. And then we go into, uh, this, uh, it's full of pictures, um, where we show for electricity, for buildings and all that, what you can do. Okay? Question, critic? Hat jemand eine Frage? Moment, ich hole schnell das Mikrofon nicht. Wo vor mir? Nein, das gibt es ja nicht. Ah, okay, ich komme, ich komme. Wo ist es gewesen, sehe ich den Herr wieder nicht? Okay, so in one of your graphs, you can show, you actually showed that, um, growth means, um, growth means that you cannot live or work sustainably, right? So, you have the implication, but the graphs show, um, different countries with different, or higher or lower GDPs, right? So, um, my question is, can you work with this assumption that growth, um, does not work with sustainability if you do not look at the graphs, um, showing growth? If, uh, that's understandable. That's a very good question. Evidently, if you are in Africa, you will see people asking only for growth. Understandable. But, if we, in the rich countries, become the pioneers in doing it a lot more intelligently, and less wasteful, and then tell the Africans, look, we have not lost anything, not the, not at all, and why don't you join us? Okay, thank you for this question. Another question, yeah, for now with the opportunity, please. Uh, thank you for the very inspiring speech. Uh, one question, and maybe a challenge, concerning the UN SDGs, because I think, uh, there's not much better concepts that we have on a global basis to agree upon, like development goals. And, uh, so I, I was just wondering, because you, for instance, also, uh, named the UN SDG, I don't know the number, but it's about, uh, um, education. Uh, I don't see the down point, uh, kind of like the, the, the negative argument in elevating, uh, education, because the question is, how do you define education? Is it just as a means to create more growth, or is it as a means to save our planet? And, 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 and that's with all the UN SDGs. Read the small print, and don't create a solution, and just say, yeah, because we have a couple of women in our board, we, we care about diversity. Um, that's how it's often abused with the UN SDGs, and that's, uh, for me, a question of, like, how do you, how do you adapt these models to what you actually want to achieve, and what you do? And, therefore, I would, like, maybe break, uh, an argument for still using them. You're absolutely right, that education is one of the most important thing. So far, education in Switzerland, in Germany, in the USA, in China, et cetera, is getting more money out of it, and this, more intellect as well, which is perfectly all right in the so-called world, empty world. But in the full world of today, the next, um, step for education is doing more for well-being and less for destroying energy, water, uh, minerals, et cetera. And this has not been on the agenda of engineers 20 years ago. Now, today, it begins to be. So, if our education system becomes more future-oriented and past-oriented, I think we are on a good boat. I have been invited by UNEP, the United Nations Environment Programme, to, um, go to New York, to the East River, discussing the coming of the 17 SDGs. And I noticed that whenever anybody, including myself, was talking about sustainability in the sense of less, we got an outcry from the developing countries. It says, no, we want more and more and more. So, the community of United Nations, nations, was more, more, more. And the Club of Rome said, make a stop. So, it's not exactly popular, what I said. But it has to be done in the next generation of people. Thank you. One last question. Is there anybody want? Okay. I'll come around. A little bit of sport for me today. I speak too much, but I didn't make sport, so that's a fine, that's right moment. Where was it? Oh, the last question. Thank you. Hello, and thank you so much for your talk. I'm at ETH Zurich at the moment, and we started a post-growth group to learn about alternatives to growth. And as I recently learned, it is better to say growth independence, because, exactly, it's very difficult to think about stopping growth. And now we're asking ourselves this question, how can we become independent from growth? So, our survival doesn't depend so much on this constant compulsive economic growth, right? And do you believe these three measures you suggest, more efficiency, circular economy, and modest lifestyles are enough to achieve this? Or is there any other systemic change you suggest? I suggest that the answer will be twofold. One is redefining growth. That means it need not be more consumption of energy, of water, of minerals, etc., but rather more pleasure. So, this is a definition question. And the other is the engineer's work of doing something that satisfies people, poor and rich, and make it feasible, affordable, financially attractive, etc., but that is different from just the philosophical part. So, thank you very much for this very good question. So, thank you very much. We have to thank you. We hang on your words. You are an amazing personality. I'm very impressed, and I think you are the same. Please give him a big hand. Ernst Ulrich von Weizsäcker. Thank you so, so much. This is your applause. Maybe we can stand up. Thanks, Mr. Ulrich von Weizsäcker. Thank you, Mr. Ulrich von Weizsäcker. Wir verschieben uns nämlich jetzt wieder an unsere Tische, an die Firmentische und an unsere Partnertische. Die drei Foodstände, die sind jetzt offen für ein schönes Dinner. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Abend. Genießen wir es, zelebrieren wir es, stoßen an auf die Nachhaltigkeit, auf uns und auf die Gesundheit. Alles Liebe, viel Spaß, adi menant und gute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.